Ich spiele Eleonore von Akitanien. England ist Elisabeth, wird von Ranger gespielt. Harald als Konge wird von Nils gespielt. Johann der Dritte, Portugal ist WB. Matthias Corvinus, Ungarn ist Strategie-Ecke. Perikles, Griechenland ist LPG Just Johnny. Just Johnny LPG? Äh, Johnny. Trajan ist falsch. Das wird Gaius Jiu Cesar sein, aber den habe ich nicht. Das ist aber, glaube ich, kein Problem, weil der Host muss das nur haben. Wird von Maurice gespielt, Italien quasi. Barbarossa, die Deutschen, wird von Suhn gespielt. Und Hedwig wird von Radlerauge gespielt, Polen. Ursprünglich Chiara, aber die ist leider krank geworden. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall kurzfristig musste sie absagen. Radlerauge ersetzt diese. So, ist jetzt natürlich zu viel, alle durchzugehen. Ganz wichtig, Eleonore, voll auf Kultur getrimmt. Wir bauen sehr günstig Gebäude im Theaterplatz. Unsere großen Werke verursachen minus 1 Loyalität per Runde in fremden Städten im Umkreis von 9 Geländefeldern. Und falls wir auf diese Art und Weise Städte übernehmen, werden die auch sofort französisch und nicht erst eine freie Stadt. Das wird nur dann relevant werden, wenn Leute aggressiv gegen uns siedeln. Ich hoffe, das kann ich verhindern. Ansonsten wird das relevant werden, wenn Leute zum Beispiel die Stadtstaaten Genf oder Brüssel, zum Beispiel der Deutsche, erobert. Dann können wir auf diese Art und Weise die zurückholen. Das ist auch gut möglich. Insofern werden wir auch uns nicht auf irgendeinen Verteidigungskrieg oder Krieg um die Stadtstaaten einlassen, diese beiden in unserer Nähe liegen, sondern einfach über den Weg, das vielleicht zurückholen. Ganz entscheidend ist aber, dass große Werke sind bei ihr extrem stark. Für jedes große Werk, was wir haben, kriegen wir plus ein Wissenschaftskultur, Gold und so weiter, entsprechend des Bezirkes, das wir in der Stadt haben, den wir in der Stadt haben. Das ist extrem stark. Das wird, wenn wir vernünftig ins Midgame kommen, so in die Renaissance, und anfangen, das durchzuziehen, diese ganze Kulturkiste mit den großen Werken, dann werden wir hinten raus richtig, richtig gut abgehen. Das ist halt das Heikle, dass wir bis dahin irgendwie meinen Gameplan durchziehen können, unsere acht Städte bauen können und uns erstmal so ein bisschen eingraben können. Wenn das alles gelungen ist und wir diplomatisch gut dastehen, dann geht richtig die Luzi ab. Ansonsten gibt es doch das Chateau, das ist auch nicht ganz unwichtig. Das ist noch eine schöne Sache, die die Arbeiter bauen können. Gibt auch nochmal Geld und Kultur, vor allem und Wohnraum, glaube ich auch. Ja, der Pantor mit den Great People Points, habe ich auch darüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl, bringt aber nur einen Punkt. Finde ich jetzt nicht so überragend, wenn man sieht, was man später für Punkte bekommt. So ab der Renaissance, habe ich gesehen, kriegen wir so fast über 20 große People Points über Karten und sowas. Ob der eine, das dann noch so entscheidend ist. Sagen wir mal so, es gibt für mich der optimale wäre der, wo man 20% auf Wunder bekommt. Weil für den Kultursieg ist am Ende Tourismus entscheidend. Und Tourismus generiert man vor allem über Wunder und natürlich diverse Modifikatoren. Das heißt, es muss das Ziel sein, eine ziemlich starke Industrie gleichzeitig zu haben und so ab Renaissance dann richtig auf die Wunder zu gehen, wenn das Theaterding komplett ausgebaut ist. Sehern ist halt schwierig, weil Seher auf Glauben basiert. Glauben werde ich halt nicht bauen. Ich muss mich hardcore konzentrieren. Ansonsten, der Start wird also so sein, dass ich meine Steinwallen-Standardstrategie erstmal so in den ersten zwei bis drei Stunden durchziehe. Das heißt, relativ schnell die Städte raushauen. Und zwar werde ich mich beschränken auf, das wird sehr eng, aber ich habe mir genau überlegt, wo die Städte hinkommen. Ich werde mich beschränken auf Frankreich, auf das historische Gebiet Frankreichs. Ich werde also komplett defensiv siedeln und das auch diplomatisch immer deutlich machen. Leute, ich will niemanden erobern, pipapo, ich will nur Frankreich sein, lasst mich in Ruhe. Diese Ausgangssituation werde ich möglichst schnell mit Lagern sichern in Richtung Deutschland, Richtung Italien und vielleicht sogar Doppellagern Richtung Spanien, an den Pyrenäen-Pässen. Wenn das erstmal safe ist, die acht Städte plus die Lager plus diplomatisch in Ordnung, dann stehen wir ganz gut da. Dann kommen die Industriebezirke, dann kommen die Theaterbezirke. Und dann zwischendurch vielleicht noch ein bisschen Wissenschaft und Handel und so. Aber das ist so im Wesentlichen der Hauptplan. Wir haben nicht so tolle Standorte für Wissenschaft, deswegen werde ich sehr schnell Genf versuchen, sozeren zu werden. Dafür werde ich auch die Gouverneurin nutzen. Und Genf bringt sehr gut Wissenschaft. Also damit werden wir mithalten können. Meines Erachtens reichen zwei Wissenschaftsbezirke plus die Gouverneurin. Denn, was man bedenken muss, wir kriegen für jedes große Werk dort, wo wir einen Campus haben, auch nochmal Wissenschaft. Und das krasse ist, das skaliert nochmal mit, wenn wir thematisch passende Ausstellungen haben. Dann ist das plötzlich nicht, was weiß ich, bei drei Gemälden sind das dann nicht drei Wissenschaft, sondern plötzlich, weiß ich nicht, neun oder zwölf Wissenschaft in einem Museum. Also das ist ziemlich abgefahren. Da kann man einiges machen. So. Genau, Genf als erstes entdecken, da habe ich schon einen festen Plan für eigentlich, genau. So. Für diese ganze Gesamtstrategie. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sage mal, bis zur Renaissance spiele ich so, als ob ich gar keine Kulturnation spielen würde, sondern spiele auf Produktion und auf Sicherung. Ich möchte nicht wieder überrannt werden, wie beim letzten Mal. Ich spiele also Safety First. Eine relativ starke Armee, beobachte ich die Nachbarn ein bisschen, was die so haben. Und die Lager. Und ab Renaissance, wenn wir Industriebezirke haben, dann geht es in Richtung Kultur. Und dann beginnt erst das eigentliche Kulturspiel. Das Problem an einem Kulturspiel ist, dass man eigentlich vor sich hin spielt. Man spielt eigentlich nur für sich selbst. Ja, es ist quasi so ein Minigame am Ende. Ist ein bisschen lame vielleicht zum Zuschauen, aber so ist es halt. Es gibt eine kleine Schwäche in der Midgame-Phase. Geld. Weil wir natürlich dann erst spät hier und da einen Handelsbezirk machen. Das muss man mal gucken. Muss man über Politikkarten ein bisschen gegensteuern. Unterhaltsreduktion und so. Das könnte ein bisschen Thema werden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, für diese gesamte Kiste ist ganz, ganz wesentlich, dass es am Beginn ein Arrangement mit Deutschland gibt, dass der nicht im Westen siedelt. Das Problem ist, der startet in Köln. Und wenn der weiter westlich geht am Anfang, dann haben wir ein Riesenproblem, weil das quasi alles ja französisches Gebiet ist. Während er im Osten eigentlich ein riesiges Expansionsgebiet hat. Deswegen ist es halt mega wichtig, mit dem Deutschen sich irgendwie zu arrangieren. Ist egal. Good luck, have fun und so, ne? Ja, ne? Shads werden jetzt ausgemacht. Tschüss, Shads. Tschüss, Shads. Auf geht's. Oh mein Gott, es startet. Oh Gott, ich bin ganz nervös jetzt gerade. Ich muss auch alles vergessen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dieser Modus der Definition ist Langzeitplanung eh weniger möglich als sonst manchmal, weil die Katastrophen ja eh manchen Strich durch manche Rechnung machen werden. So, ich würde gerne mit Deutscher mal sprechen. Ich bin noch nicht bereit. Ach Mensch. Den Anfang kennst du doch bestimmt. In Großbritannien wird einfach nicht mehr raustappen, weil es sonst instabil wird. Ja, das ist kein Problem. Ja, dann muss uns jemand anders irgendwie ziehen. Ja, da haben wir ja gleich jemanden. Ich meine, Nikola, hast du die Rechte? Ich probiere es mal. Nee. Wenn ihr den Nikola nutzt, müsst ihr übrigens eine Gebühr zahlen, ne? Ist euch klar. Ja, das überweist Ecke dann an euch. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr auf Englisch gespielt, dass mir jetzt gerade die Frage kam, weil es klang nicht ganz so. Für jeden neuen Anführer haben sie noch mal Sean Bean geholt, um neue Texte einzusprechen. Bestimmt nicht, oder? Doch. Weil der klang leicht anders. Aber vielleicht war es auch genau, weil ich dachte, dass der anders klingt. Es ist, weil Sean Bean nach jedem Text direkt immer als erster Charakter stirbt. Oder so. Good luck have fun, ne? Good luck have fun. So, lieber deutscher Nachbar, wollen wir ganz kurz? Ich brauche eine halbe Minute oder eine Minute? Ja, 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 klar. Können wir, können wir, können wir. Kann uns einer mal runterziehen? Kannst du uns dreimal? Ja. Okay. So, sei gegrüßt nochmal, lieber Nachbar. Ich will deshalb ganz früh sprechen, weil du hast vielleicht deine Startkarte gesehen. Du startest ganz weit im Westen, quasi an der historischen Grenze fast. Und ich habe einfach nur die Bitte, du hast vielleicht gesehen auf der Karte, du hast ja unfassbar viel Gebiete im Osten zum Besiedeln. Könntest du nicht weiter westlich siedeln? Weil ansonsten, ich will mich eigentlich wirklich sehr defensiv spielen, auf das historische französische Gebiet beschränken. Aber das brauche ich auch, um meine acht Städte zu siedeln. Hallo, hallo, hallo? 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 Ja, hallo? Ich habe gerade meinen Monolog gehalten. Hast du den nicht gehört? Ich habe dich gerade nicht gehört, jetzt höre ich dich wieder. Oh mein Gott. Okay, ich wiederhole nochmal schnell. Also, sei erstmal herzlich gegrüßt. Also mir geht es darum, du hast ja vielleicht deinen Start schon mal dir angeguckt, die Karte. Du startest ja ganz im Westen, quasi an der historischen Grenze. Und meine Bitte ist einfach, du hast ja wahnsinnig viel Platz in Richtung Osten. Es wäre schön, wenn du nicht weiter westlich siedelst, weil ich will einfach, ich will sehr defensiv spielen. Ich will nur das historische Gebiet Frankreichs besiedeln. Ich will auch gar nicht irgendwie da über diese Grenze rüber. Aber das würde ich schon gern haben. Das ist einfach meine Frage oder mein Wunsch, ob du sozusagen nicht gen Westen ziehst. Ja, warte, hast du jetzt Brüssel gerade gegründet? Nein, Brüssel ist eine freie Stadt. Ah, Brüssel ist eine freie Stadt. Ich denke, ich gehe unten auf Genf und ich bin relativ weit im Westen. Aber das Problem ist, du könntest natürlich jetzt in meine Richtung siedeln, aber dann kriege ich meine acht Städte nicht hin und dann wird es halt ein bisschen ungemütlich. Ja, also das heißt, du willst, dass ich nicht nach Westen gehe, sondern nur nach Osten und Süden und Norden. Ja, und da ist auch ganz viel Platz, falls du die Karte mal angeguckt hast. Ja, 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 okay, okay, okay. Ich habe auch so eine Eigenschaft, wo ich mit meiner Kultur relativ schnell nahe Städte, sag ich mal, so überreden kann oder auf meine Seite ziehen kann. Ja. Das heißt, das kann ich dann auch gar nicht verhindern, wenn wir sehr nah an der Grenze sind. Das wird dann irgendwie für beide ungemütlich. Ja. Okay, das war es schon. Ja, klingt gut, machen wir so. Bin ich einverstanden mit. Super, danke dir. Wir können wieder hoch. Das ist ja eigentlich üblich bei MP-Matches, dass man sich rechts oben in Optionen, die HOD anzeigen lässt, mit den Punkten von allen. Ja, ja, die habe ich eigentlich immer an. Aber seht ihr schon alle Punkte? Nee. Nein, nein, nein. Ich würde sagen, erst wenn man die sieht, ne? Ja. Aber ganz kurz, ihr sagt Bescheid, wenn es weitergeht, ne? Weil ich dödel jetzt hier rum, weil wir haben ja Steinbein noch verloren. Nee, wir sind alle da. Die Sache ist ... Wir sind alle auf Radler. Nils und Radler müssen noch die Runde wenden. Okay, ja gut, das ist gut, dass ihr das sagt, Okay, dann nur kurze Frage, wo beende ich die Runde? Untere rechts. Chad, hilf dem Mann, bitte. Ich frage mich, ob es irgendeine mathematische Gleichung gibt, wie weit sich Anno-Expertise irgendwie auf ZIF überträgen? Null. Also ich weiß nicht, 100 Stunden Anno sind eine Stunde ZIF oder sowas. Selbst dann hättest du ne Match. Hey, wir haben die erste Klimastufe erreicht. Was? Hey, ich hab noch ... Ja, stimmt. Ja, wer von euch hat denn jetzt schon Kohle abgebaut? Nee, das sind die Waldbrände in Russland. Was? Wir haben jetzt schon 10% des Polareises verloren. Ähm ... Und eine 47% Chance auf Stürme. Was ist dieser Modus, Leute? 23% auf Waldbrände. Waldbrände. Eine topische Vorstellung auf alles. Die Waldbrände sind echt unangenehm. Auf ein Feld draufgestellt, dass er als allererstes überschwemmt wird. Bei der ersten Klimastufe. Oh. Okay, alle Kohle abbauen. Los. Ich schneide gleich aus. Ich will euch nochmal letzte Grüße zu wünschen. Wer will mein Erbe sein? Ich schiebe alles, 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 alle, was ich an Geld habe, an Produktion, an Kultur, an Forschung und an Schwarzhaftigkeit, kann ich einen von euch verarmen. Oh, das ist eine Menge. An Schwarzhaftigkeit. Ich meine, ich muss sagen, ich wäre gern der Erbe, aber wenn jetzt der Meeresspiegel jetzt schon steigt, bin ich auch, ähm ... Eigentlich kann ich beruhigen. Ich muss richtig sein. Ich bin England. Ich bin eine Insel. Ich kann mal so ein bisschen auf dem Linkkästchen machen, wenn ihr wollt. Weißt du, Ranger, als Italien ... Als Italien bin ich jetzt auch nicht so supergeil, weil das Meer ist auf diesem Stiefel, ne, von beiden Seiten recht nah dran. Äh ... Aber ich scheint es recht gebiegen. Es ist so, dass das Erste, was untergeht, ist Holland, nämlich auf Stufe 2. Also, Sun, überleg dir mal, ob du da bauen willst. Das ist nämlich ... Also, das kannst du abschreiben, das Land. Ähm, welches Land kann ich abschreiben? Holland. Deins. Deins. Alle, was nördlich von einem Hauptstadt liegt. Nördlich von meiner Hauptstadt. Naja, jetzt lass dich mal nicht verunsichern. Ja. Man kann ja auch ... Vielleicht lüge ich, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Man sieht das ja im Siedler-Modus. Es ist so, im Osten haben wir riesige Waldgebiete. Die sind aber so weit weg, dass keiner da siedeln kann. Und die Waldbrände, immer wenn ein Waldbrand war, wird der Boden angereichert durch Nährstoffe. Und es ist halt so, im Spiel, dass eigentlich Waldbrände immer nur vom selben Baumtyp zu Baumtyp überspringen kann. Da wir hinten aber nur Nadelwälder haben, verbreiten, breiten sich diese Waldbrände unendlich weit aus. Und ab dem, sag ich mal, ab dem Midgame 70. Runde oder sowas, hast du da hinten Böden, wo du instant 10 Nahrung, 13 Produktionen hast. Was? Deswegen darf niemand Russland spielen, weil das vollkommen bescheuert ist auf diesem Modus. Es ist grundsätzlich bescheuert, Russland zu spielen. Ich wollte gerade anmerken, dass ich Russland im ersten Ziv-Gipfel spielte, den ich je spielte. Nils, erinnerst du dich noch an deinen grausamen Religionskrieg gegen mich? Ich erinnere mich an alles. Ja, ja, es war eine gute Zeit. Ah, ja, ja, da hat Russland auch gebrannt. Ja, wirklich? Ich finde, das ist schon okay. Aber simuliert das, dass die Waldbrände CO2 ausschlüsst? Ja, aber es hält sich in Grenzen. Also diese Stufe 1 wird halt erreicht, aber die Waldbrände bringen halt nicht mehr. Ach so. Das Gleiche mit diesen Bodenanreichern gilt auch für Vulkanausbrüche. Deswegen hat Italien so Fluch und Segen zugleich. Du hast wohl ein paar Vulkanchen da stehen, aber die machen was kaputt, aber die können auch den Boden anreichern. Ja, schön. Shit. Ja, am Vesuv hat es sich für die Römer sehr ausgezahlt, eine Stadt zu gründen, entsinne ich mich richtig. Also, da sollte ich direkt daneben was hinsetzen. Haben wir halt einen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen, würde ich sagen. Also, ich glaube, als Cäsar ist doch mit das Wichtigste für mich, dass ich einen Fußabdruck in der Geschichte hinterlasse. Zur einen oder anderen Art und Weise, auf jeden Fall. Ja, eben. Maurice, dass du jetzt schon über deinen Tod redest. Ja, als Cäsar, auch das sollte man wahrscheinlich eher früher als später tun. Aber du hast doch als Erster über Erben und sowas hier geredet. Ja, in meinem gesegneten Alter darf man das auch. Seniorenshaming. Hier, Maurice hat damit angefangen. Ach, du nimmst also deine Timeout schon, okay. Das sind mehrere Punkte abgezogen, mindestens 7000. Anscheinend schon mal 180 Sekunden Pause direkt. Super. Ja, ja, ähm. Wisst ihr, ich finde es fast ein bisschen traurig auch. Ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob er immer schon so war, aber ich glaube, WB ist durch regelmäßige Teilnahme an diesen Multiplayer-Events zu einem schlechteren Menschen geworden. Das glaube ich auch. Also, ich glaube, der war nicht immer so auf Gewalt gegründet. Dass ich so viel mit euch zu tun hatte, hat mich charakterlich sehr deformiert. Ja, glaube ich nämlich auch. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich war immer schon ein schlechter Mensch, aber ich glaube, du bist es erst geworden, oder? Und es ist fast traurig irgendwo. Aber ich finde das toll, dass man bis ins hohe Alter so wandelbar ist. Das stimmt, das stimmt. Du hast dich veränderungswillig gezeigt, wo andere, wenn sie mal ein guter Mensch waren, darin verharren und es immer bleiben. Aber du hast gesagt, nee, ich darf man eigentlich öffentlich bisweilen private Dinge über andere verraten. Also, wo wir beide uns kürzlich getroffen haben, wo ich es, mach es mal einfach. Ich hoffe, es ist dir nicht peinlich. Es war sehr schön, es hat mich gefreut. Und dich gemeinsam zu treffen bei diesem Abend der Selbsthilfegruppe der Schwafler. Wann freut es, dich doch zu treffen. Ich sag das im Zinger-Club, aber ist okay. Das klingt nach Feindschaft zwischen Portugal und Italien da unten im Mittelmeer. Ach was. Du freundliches Piesacken mit Schwertern. Das Problem ist, die Selbsthilfegruppe der Schwafler scheint nicht sonderlich effektiv gewesen zu sein, wenn wir beide da schon waren. Du hast die Tote schwafelt. Ja. Vor allem, wo wart ihr anderen alle? Wo wart ihr, als die Schwafler schwafelten? Ja, genau. Ich hab angefangen, mich mit Schiffen auseinanderzusetzen. Dadurch, dass ich Großbritannien spiele. Oh. Ranger ist generell ein sehr großer Schiff. Ja, ich liebe Schiffe. Deswegen hab ich mir gedacht, ich werd jetzt einfach aus Planken mit meinen bloßen Fußnägeln Schiffe bauen. Bauts, bauts, bauts. Ja, das funktioniert super. Mir wurde auch die ganze Zeit gesagt, zwischen Großbritannien und Frankreich, das heißt Ärmelkanal, aber da sind gar keine Ärmel drin. Oh. Ich bin auch ganz irritiert dadurch, dass ihr so viel reden konntet und ich bin kurz davor, eigentlich hier zusammenzubrechen, weil ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist mit dem Timer. Jetzt schon. Ja, das geht mir genauso. Und ich hab irgendwie 50 verschiedene Taktiken von Chat bekommen. Ja, der Chat ist, also man muss es so ehrlich sagen, also ich persönlich bin ja gar nicht unbedingt so ein Anhänger von bei diesen Events darf der Chat nicht sein, weil beim Ränkespiel hatten wir ihn auch meistens an und der Chat teilt sich halt sehr auf in verschiedene Bevölkerungsgruppen. Die einen, die ehrbar sind und überhaupt nicht Backseat-Game oder Sachen verraten, die anderen, die Halunken sind und genau das tun und die anderen, die noch schlimmeren Halunken sind und dir falsche Infos und falsche Strategien geben. Das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt so ein großer Vorteil, den Chat zu haben. Ja, ich merke das auch gerade. Es ist ein bisschen Konflikte erzeugend. Verschiedener Einput. Du brauchst einen, den du dir raussuchst. Genau. Das stimmt, so ein Eisdrache. Vielleicht heißt der Eisdrache. Genau. Und von dem musst du dann alles annehmen. Das ist natürlich gefährlich, aber da heißt man Königgratz oder so. Wenn man es weiß, ist das der einzige Weg. Viele Köche versauen den Brei oder wie das so. Irgendwohin kommst du schon, ist nur die Frage, wohin? Nach Ungarn. Nach Ungarn. Das ist der Ungarn. Sollte nicht eigentlich Ungarn eher zu ihm kommen dann? Ah. Ja, Schmuck am Nachttämpfer. Wen angreift, ist auch egal. Der Knochen kommt nicht zum Mund. Ui. Ach so, das will ich wahrscheinlich nicht schon. Ja, ja. Also ihr habt Probleme, gleichzeitig zu denken und zu reden. Bei mir läuft das komplett separat. Also ich kann mich aufs Spiel konzentrieren und kann gleichzeitig zum Beispiel über Badewanne und Berlin müsste man unbegügend gehen und über die Bauern wollen wir nicht reden und ich weiß nicht was. Und das, was ich sage, ist immer hochgradig, sind zusammen, unfughängend. Insofern, ich habe da gar keine Probleme. Ja, das lernt ihr auch in eurem Selbsthilfe-Club. Ja, genau. Stimmt. Das erinnert mich an viele Berühmtheiten. Wenn Sie in Berlin am Bahnhof ins Flugzeug steigen und dann mit der Bahn zurückfahren in zehn Minuten. Oh Leute, aufpassen. Gaming soll doch nicht politisch sein. Oh ja, ja. Hast du Leute schon wieder den Spaß verloren, Ranger. Das geht nicht. Oh Gott. Wir haben doch hier diesen völlig unpolitischen Modus über katastrophalen Klimawandel, den wir heute spielen im exten Europa. Ich finde es jetzt nicht okay, dass du jetzt hier mit sowas kommst. Gieß noch Öl in die Wunde hier. Natürlich. Über dieser Öko-Ranger. Ey, wie war das jetzt mit diesen 180 Sekunden? Jeder hat quasi eine Auszeit. Oder was? Nee, die kannst du auch splitten. Ich muss auch gleich meine Katze futtern. Also kann ich auch 180 mal eine Sekunde haben, oder was? Ja, das geht auch. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben ein Statement. Da geht jetzt ernsthaft drüber nach gerade. Ja, wir haben den Fehler gemacht. Wir haben Nils dabei und diese Sache nicht betrachtet. Genau. Es ist die Frage, ob allein das Sagen, dass man das jetzt nutzen möchte, schon zur Zeit zählt oder nicht. Das muss noch geklärt werden. Ja. Aber das zu klären würde ja auch wieder Zeit kosten. Das ist ein endloses Dilemma. Ja, das ist so angedacht. Es kann einer im Chat sagen, er möchte seine Zeit nehmen. Ab dann wird gestoppt. Ab dann lasse ich den Timer laufen. Und wenn die Person dann wieder sagt, es kann weitergehen, dann stoppe ich den Timer, lasse das Spiel wieder laufen. Und wenn in der Zwischenzeit die 180 Sekunden in Gänze aufgebraucht sind, dann lasse ich das Ganze auch ohne Vorwarnung wieder weiterlaufen. Mhm, das sind auch gute Regeln. Das Gute ist, wenn wir den Chat deaktiviert haben, dann sehe ich nicht, wie sich alle darüber aufregen, was ich hier für eine Kacke mache. Ja, das ist wirklich, in manchen Spielen ist, bei mir war tatsächlich bislang das schlimmste Spiel, was aggressives Backseat-Gaming angeht, Stellaris. Da bin ich ja ein bisschen ein Außenseiter in der Strategiespiel-Community, dass ich das weniger mag als viele andere. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, ich weiß auch, so viele von meinen Mods zum Beispiel schätzen das Spiel. Komm, gehen wir nochmal eine Chance und so. Hatte auch sehr viel Spaß im Volksbaukasten. Und ich will natürlich betonen, ich weiß, dass das eine laute Minderheit ist und dass nicht alle Stellaris-Spieler irgendwie Säcke sind oder sowas. Aber was da kam an, ich kann das nicht mit ansehen, wie er nicht pausiert, während er so eine Forschung klickt und so. Ja, Leute, es tut mir ja leid. Eine Zurutung. Das ist so ärgerlich, dass so Prost einen das so versauen können. Vor allem ist es vollkommen irrelevant in dem Spiel, dass du pausierst. Das ist eine intensive, komplexe Strategiespiel, das erste, was ich im Stream neu entdecke. Aber Stellaris war das Schlimmste. Wie war das bei euch? Was habt ihr, was waren die schlimmsten Deck-Seater, die ihr hattet? Boah. Hearts of Iron. Überlegen. Hearts of Iron ist auch hardcore, ja. Dass du allen Leuten eine Denkaufgabe gibst. Ja, ist echt so. Ja, oh Mann. Also ich glaube, bei mir wäre es Warcraft 3 tatsächlich. Ach echt? Interessant. Ja, aber stimmt, ist auch so ein, ich glaube, so Spiele, wo sich über die Jahre schon sehr viel Expertise aufgebaut hat, sind am schwierigsten. Weil recht oft machen wir ja, also ich vor allem sehr gerne einfach immer gerade Sachen, die neu da sind und neue Sachen entdecken und so. Aber wenn du reingehst in so, okay, da sind jetzt auch Leute da, die jeden Stellaris-DLC besitzen. Ich glaube auch nicht alle meinen das irgendwie böse, also manche sind einfach wirklich aggressiv und blöd gewesen, aber manche auch einfach so. Ich habe es halt einfach fünf Stunden gespielt, ich weiß es wirklich besser so, ich will eigentlich dem Streamer nur helfen. Aber es ist schon manchmal, finde ich, kann es irritieren. Sehr übergriffig teilweise. Bei mir war es Minecraft, glaube ich. Ich habe neulich angefangen mit Minecraft und ich habe tatsächlich noch gar nichts zu dem Spiel gekannt. Und es gibt kaum Spiele, wo so viele Leute so invested sind wie in Minecraft. Okay. Aber ich spiele komplett ohne Chat, also ohne Backseat-Gaming und ich merke richtig, wie es unter dem Knebel knistert. Wow! Was für eine Formulierung! Oh ja, das können wir auch vorstellen, ja. Bei mir war es, glaube ich, RimWorld, als ich es das erste Mal gespielt habe. Wie kannst du nur sowas machen? Die sterben alle! Sind auch alle gestorben, ja, aber... Bei mir war es eindeutig Hearts of Iron. Also da ist auch eine sehr toxische Community teilweise, also ein kleiner Teil ist sehr toxisch. Und das ist dann sehr überprüft. Das sind Leute, die das Weltkriegsthema zu ernst nehmen, ne? Ja, wenn dann halt Rommel Warrior 3000 in den Chat kommt, dann weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich das jetzt... Rommel Warrior 3000! Rommel Warrior 3000! Sie haben einen Roboter auf dem Mond gebaut, ich wusste es jetzt nicht. Also je mehr Hardcore die Games sind, umso größer ist das Problem, habe ich das Gefühl. Ich finde, es geht in zwei Richtungen. Wo zum Beispiel, wenn... Also ich finde, es gibt auch, und das merkst du auch, bei sehr Hardcoring Games, die gar nicht so groß sind. Ähm, also es gibt auch Communities, wo du merkst, die freuen sich einfach mega, wenn jemand Neues da ist. Und sind... Wichtig, also nicht nur in kleinen Spielen, aber da teilen sich Communities schon sehr auf in Leute, die der Meinung sind, es ist doch für mein Spiel auch super, wenn es wächst. Und hier, großer Streamer X, zeigt es gerade paar tausend neuen Leuten. Voll cool. Und dann sind da Leute, die teilweise so voll, voll wholesome sind und so. Ich glaube, witzigerweise zum Beispiel Eve Online ist so ein Spiel, wo dann oft im Chat auch Leute sind, die... Ich hab's ewig gespielt, hier Streamer, komm, ich komm mit meiner Flotte und helf dir oder sowas. Ähm, aber es gibt halt auch diese andere Art von Hardcore-Spielern, wo dann so... Also ich hab jetzt schon den Anspruch, dass dieser neue Streamer perfekt spielt, mein Spiel. Und wenn nicht, dann tut er meinem Spiel Unrecht und schreckt wahrscheinlich auch Leute ab. Ähm, also es gibt da sehr unterschiedliche Leute. Ich glaub zum Beispiel auch, ähm, die Warframe-Community, hab ich mir sagen lassen, ist sehr willkommen heißend. Äh, und verschenkt Items und gibt Rat im Chat. Und sowas. Äh, aber es gibt halt auch andere Communities leider. Ja, ich hab's bei K-Force. Ich hab's bei K-Force einfach mal Riot Games. So grundsätzlich einfach irgendein Spiel. Einfach mal in League reingehen. Und danach ist man entspannter so, ne? Also beim Autofahren, ich reg mich gar nicht mehr auf, ne? Also ich denk mir, ich wurde ja beim Frühstück schon, wurde schon meine Mutter beleidigt. So, das ist gar kein Stress, wenn du hier bei Rot hupst, so. Das ist gar nix. Das ist immer eine K-Force. Und ich hab das gar nicht gecheckt. Und was, was in diesem Spiel über meine Mutter gesagt wurde, will ich nicht wiedergeben an dieser Stelle. Oh Gott. Ja, normaler Montagmorgen. Johnny, was war dein erstes, deine erste Runde LOL? Wie lief die? Okay, Chat. Deutschland hat hier im Süden gespielt. Ich hab Leute gespielt, da gab's auch keine europäischen Server. Das heißt, du bist quasi auf Nordamerika gejoint. Hab so ein 150er Ping, das war aber egal. Dann gab's damals noch auf Autotexte gewisse Crit-Chance. Und ADC ist worden auf der Mitte gespielt. Das heißt, das klassische Szenario ist, du hast Twitch genommen, was Kugel drückt, weil du 30 Sekunden in bist. Das wird interessant. Dann hast du gewartet, bis der Gegner da ist. Dann hast du den rechtsklickt, Exhausted Knight gedrückt. Und dann hat der Zufall entschieden, wer mit 8% mehr, mehr Crit hat. Und der hat gewonnen. Das war toll. Sehr, sehr kinderfreundlich. Das war quasi wie Knobeln, einfach würfeln. Ja, wirklich. Also, es war einfach, ja, so lief das. Was das heißt, meine Durchschnittsstats auf den amerikanischen Server waren so 35 Kills und 25 Tode. Die Frage ist... Krass. Alles gut. Kann ich sehr entdecken. Aber interessant finde ich halt daran, aber dennoch, hat mich das Spiel reingezogen. Ja, ja. Okay, cool. Das ist, glaube ich, es läuft alles normal. Erstaunlich, dass wir keine Barbaren haben. Das wurde halt mich ein bisschen. Es könnte sein, dass hier unten noch ein Dorf ist. Oder ansonsten hier oben. Deswegen habe ich noch einen Bogenschützen gebaut. War ein bisschen zu, vielleicht zu defensiv gespielt. Man hätte auch schon den nächsten Handwerker raushauen können. Ja. Komm zu mir. Ich bin dermaßen gewöhnt an die Multiplayer-Matches bei den Pizemäts mit diesem epischen Rundentimer, mit dieser Mod, die einen total durchprügelt, dass man das hier richtig langsam vorkommt, die Partie. Ja, man kann das beschleunigen, eben alle die Runde beenden. Dann, äh, tatsächlich. Haben wir einen langsameren Timer? Alles gut, Rattler. Ich muss hier halt meine fünf Städte schon managen. Ja, der Klassiker. Wollt ihr die in Holland, die gleich absaufen? Halt, stopp. Naja, aber mal ernsthaft, ist der Timer langsamer als bei den Pizemäts? Glaub, ja. Ich glaube, der dynamische ist so etwas langsamer. Naja, also der ist auf jeden Fall langsamer als die Mod. Ich habe echt das Gefühl, das darf teilweise nicht wahr sein. Weil so viel gibt es ja noch gar nicht zu tun, ne? Ich glaube, das kommt unserem, äh, Simradler heute doch gelegen, dass er ein paar Sekunden mehr hat. Ja, 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 ich habe überhaupt keinen Side-Talk. Überhaupt nicht. Das Spiel ist intuitiv. Klick einfach. Ja, ich komme sofort klar mit den 7000 Menüs hier. Ich weiß genau, was alles bedeutet. Zumindest habe ich dir eine Planung gegeben. Ja, ja, den werde ich auch einfach drunter spielen. Also ich muss gestehen, wie sehr habt ihr euch mit euren Startpunkten auseinandergesetzt? Gar nicht. Gar nicht? Nee, wirklich, äh, also, äh, es ist absolut blöd, gebe ich zu. Ich hätte es gerne mehr. Ich habe auch beim letzten Piz-Event wieder gelernt, so, okay, man kennt ja die Grundlagen und alles von Civ, aber es ist doch immer, ich spiele es wirklich nur noch alle paar Monate für diese Art von Event. Und es ist eigentlich super gut, da nochmal vorher kurz reinzugucken. Aber dann ist es doch so, es ist halt wirklich ein Side-Investment. Ähm, und oft ist, so blödes klingt, die Zeit einfach nicht da. Also heute jetzt in dem Fall war es erste Woche nach dem Urlaub. Ich habe gedacht, ey, wäre doch super gut, ist auch dann besserer Content für die Zuschauer, wenn du mal reingeguckt hast und so. Und dann habe ich es natürlich doch nicht gemacht. Dann hast du gesagt, die Zuschauer sind mir doch scheißegal. Die Zuschauer sind mir scheißegal. Dann kam die neue Season Diabolo und dann wurde da reingeguckt. Aber Ecke, habe ich gesehen, der hat richtig eine Karte gemalt, wo er ganz genau seine Städte baut und so. Alter. Der ist ja auch. Ecke ist richtig vorbereitet. Ja, ich bin heute, ich habe mich vorbereitet. Tatsächlich. Er will seinen Zuschauern was bieten. Ich habe für Kiara auch eine Karte gemalt, die habe ich jetzt auch an Radler weitergegeben. Natürlich kann man es so ein bisschen sass nennen, weil das immer ein Nachbar ist. Aber ich mit... Ach, warte, halt, stopp. Moment, Moment, Moment. Über dir ist Polen, unter dir bin ich und du gibst Polen eine Karte, wo es sie denn darf. Habe ich das richtig verstanden? So sieht es aus. Maurice, können wir mal nach unten gehen? Ist das nicht? Ja, also Johnny, ich bin da absolut deiner Meinung, ist offensichtlich... Ey. Ey, die sind wirklich in der Entscheidung. Ist das nicht offensichtlich, dass ich da mir Polen, die Städte gut gelegt habe und es im Süden nicht? Also. Die Intention ist doch eher andersrum. Na gut. Was sollen sie schon ausrichten, ne? Genau. Was willst du tun? Was willst du tun? Oh, ist das hier alles? Also wenn ich zwischendrin in Tränen ausbreche, dann ist das nicht wegen euch, sondern wegen des Timers. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich finde den echt total lahmarschig. Ach ja, jetzt tut mir leid, dass ich euch hier langweile damit. Ja, wirklich. Guck mal, man hat ja schon jetzt hier fast eine Minute Zeit. Ja, echt mal. Anfängerrunde. Ich brauche gar nicht die 180 Kunden und meine Katze zu füttern, das mache ich so nebenbei. Ja, und die steuern noch nebenbei, ne? Und die steuern nebenbei, ne? Stimmt. Die gibt es ja auch noch. Oh, oh, oh. Was ist los? Ähm. Da sind ein paar Barbaren, wo sie nicht zu schießen. Hat er nicht so gesiedelt, wie du wolltest, oder was? Aha. Ja, ganze Plan schon im Eimer. Ja, vor Stunden. Es ist Game Over. Ich habe verloren. Bist du immer noch deinem ersten Siedler unterwegs und jetzt auf der Bahn getroffen, oder was passiert? Ah, nee, ich bin, das ist jetzt der Fünfte, aber... Habt ihr schon Städte gegründet? Nein, 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 nein. Wir suchen immer noch nach dem perfekten Spot, weißt du? Ich dachte, bis zur zehnten Runde gründen wir nichts. Ich bin jetzt von London aus nach Calais rübergegangen und wollte jetzt einfach mal da sein. Ach, deswegen sind die Barbaren da. Das sind die keine Barbaren, das sind die Engländer. Nein, ich werde, du wirst doch sicher schön französischen Wein genießen wollen und solche Geschichten. Wir werden gut kooperieren. Ich? Französischen Wein? Ja, nicht. Meine Kultur ist durch Pfefferminzlose geprägt. Meinst du, wir genießen französischen Wein? Ja, so als Ausgleich. Oh, was ist passiert? Wieso brennt denn die Kacke hier? Ach, da brennt schon was? Muss ich da irgendwas machen? Nee, da kannst du nichts machen. Okay, alles klar, gut. Ich habe gerade erfahren, zu meiner großen Erbauung, dass Vulkane in diesem Modus wohl zwei Felder weitreichen. Oh, Gott. Ich wäre aber sehr dankbar für denjenigen, der dir die Info gegeben hat. Ja, ich meine, es kann nur zu drei Feldern laufen. Also die Katastrophenstufe des Spiels und wir spielen ja auf Katastrophenstufe 4 von 4, die definiert, wie häufig Naturkatastrophen auftreten und wenn die auftreten, wie schwerwiegend die sind. Und schwerwiegend ist in deinem Fall, weil deine Städte direkt neben Vulkane liegen, dass es durchaus passieren kann, dass Bevölkerung in deinen Städten stirbt. Und wenn du deine Städte selbstbewusst in die Nähe von Vulkane gesetzt hast. Und das kann auch im zweiten Ring passieren, sogar im dritten. Ich habe zuletzt ein Let's Play gemacht mit Italien, mit deiner Fraktion auf einer anderen Europakarte, mit zwei Vulkane in der Nähe. Ich habe drei oder viermal im Laufe der Partie einen Ausbruch des Vesuvs gehabt. Und jedes Mal wurde die Bevölkerung in meiner Hauptstadt Rom halbiert. Das ist ja großartig. Aber Rom liegt weit genug weg, dass es, also in dem Fall hier. Also Rom liegt weit genug weg. Die Stadt, die ich jetzt mal sehr optimistisch nicht Pompeji genannt habe, ist tatsächlich, ich dachte, weil ich sie nicht direkt am Fuße des Vesuvs gebaut habe, lernte ich aus den Fehlern meiner authentischen historischen Vorfahren. Aber sie ist leider dann dennoch in diesem Radius, den ihr soeben beschrieben habt. Aber das Gute daran ist ja, dann wird das für den Zuschauer unterhaltsamer. Und dafür machen wir es ja hier alle. Aber die Strategie ist total ausgreift. Also grundsätzlich Städte zu benennen, wird schon gut gehen oder nichts kann passieren. Das ist erfahrungsgemäß ein exquisiter Cheat gegenüber Katastrophen. Kann ich als Programmer nur empfehlen. 100 Prozent. Wie nennst du deine Städte? Habe ich damals im Kindergarten schon ausprobiert und niemand hat es mal ausreden können. Das klappt garantiert. Als erfahrener Ziv-Profi, wie nennst du deine Städte für maximale Erfolgschancen? Bullistisch. Also zum Beispiel Bulli wird es richten oder WB kommt groß raus oder Maurice ist doof oder so. Anspruchsvolle Namen. Also solche mit Nivea. Okay. Nein, im Ernst. Also wenn ich einen Singleplayer-Let's-Player mache, frage ich den Chat. Dann haben die meisten supergute, coolen Namen. Dann dreht es sich irgendwie Umu und Bull und Kuh. Dann gibt es so Städte wie, was weiß ich, Bullos oder anderes. Finde ich gut. Finde ich sehr nachvollziehbar. Ich habe übrigens auch hierfür nicht trainiert. Also ich habe mir vorher die Karte nicht angeguckt, aber ich habe mich schon auseinandergesetzt mit der Ziv und mir angeschaut, was kann die, was hat die drauf. Und wir wurden ja auch vorher gespoilert, dass wir Maps bekamen von davon, wie die Karte so in etwa aussieht. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann man das spielen? Gibt es da bestimmte Geländemerkmale, die bestimmte Strategien verlangen zum Beispiel? Aber ich merke jetzt gerade so ein bisschen, wie lächerlich dieser Anfangs-Soldaten-Output von Cäsar ja ist. Ich denke, der kriegt ja immer so einen kostenlosen Soldaten, wenn irgendwas passiert. Genau. Also, das heißt, so dieser komische Stadtstaat hier, der noch nicht mal eine Mauer hat. Mal schauen. Ah. 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 Da kann man dann schon jemanden blamen, dass er Stadtstaaten angeregt. Warum denkst du denn immer so unproduktiv, Steinwallen? Ja, ich finde das nicht nett. Das sind doch alles Handelspartner für Wein und Trüffel. Die wichtigen Dinge des Lebens. Genau. Und Ratler, wie ist es bei dir so? Ja, ich komme leider nicht dazu, wahnsinnig gesprächig zu sein, weil ich irgendwie... Ich glaube, der Wahnsinn beginnt schon langsam. Kann das sein? Ja. Wird warm hier langsam. Ach. So. So, Chad, mein Plan ist, dass ich hier eine Städte baue. Ich vergesse halt vor allem irgendwie die ganze Zeit irgendwas zu machen. Der Zug ist zu Ende und dann kommt irgendwo noch so, ah, hier hättest du noch eine Produktion machen können. Also hier nochmal frisches Wasser zu haben. Da kann ich diese Pyrenäen doch sperren. Ist ein bisschen chaotisch. Dann hast du aber noch sehr viel zu tun, dann tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob ich hier hingehe oder hier hingehe oder frisches Wasser. Kann ich nachvollziehen. Ich dachte die ganze Zeit, Großbritannien liegt da, wo eigentlich Italien ist. Deswegen habe ich an einer ganz anderen Stelle geübt. Sollen wir neu starten? Ja, bitte. Zwei Felder von deiner Hauptstadt entfernt ist Uran. Wollte ich dich mal spoilern. Was? Woher weißt du das? Weiß ich. Weil er alles generalstabsmäßig vorbereitet hat. Er könnte jetzt jedes Land spielen. Also, Vorsicht, wir müssen Nils ausschalten, bevor er Uran hat. Wieso, jeder hat doch irgendwo Uran. Das ist absolut korrekt. Jetzt lasst euch nicht von Strategie-Ecke hier schon gegen Nils aufbauen. Ich glaube, der hat da was ganz anderes im Sinn. Wahrscheinlich hat, ich glaube, du hast selber Uran bei dir, oder? Natürlich hat er. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich nämlich auch. Nein, nein, nein. Buh. Niemand hat vor, Uran abzubauen. Uran, Uran. Aha. Was, die Ungarn-Scouten hier schon in Frankreich? Die Ungarn-Scouten hier schon in Frankreich rum? Ernsthaft? Wir wollen mal gucken, wie es da ausschaut. Krass. Hab ich mir nicht gefallen lassen an deiner Stelle. Nee, nee, nee. Aber es ist doch mal positiv. Das musst du selber wissen. Es gibt uns beiden doch Zeitalterpunkte. Das ist doch alles, was wir wollen. Das stimmt allerdings. Ich hätte nämlich da nicht damit berechnet, dass ich ins Dunkelzeitalter gehe. Ach, mach ich dir das kaputt? Ja. Das ist aber schade. Ja. Felix. Hätte ich das noch wusste. Aber auch. Sie ist unabhängig. Wie unschön von dir. Deswegen immer mit dem goldenen Zeitalter rechnen. Mhm. Da spricht die Hybris. Ach, das ist ja nett. Der Stadtstart. Die Hybris. Ich bin Ranger, nicht Hybris. Das ist ja sehr nobel. Wie bleibt ihr denn hier so? Aha. Puh. Puh. Es ist es. Puh. Puh. Ja, der Chat ist, glaube ich, hier hin. Gut, die Wind ist da natürlich größer. Dann machen wir an dem Fluss hier Lager. Wichtiger Punkt ist immer, wenn man feststellt, dass das Training viel besser lief, als dann hinterher der scharfe Durchgang. Ach, absurd. Läuft bei mir aber auch genauso. Könnte es daran liegen, dass wir alle nicht dabei waren? Stimmt. Steinbein. Steinbein überlebt den ersten Feindkontakt. Weiß man ja. Ich habe euch doch nicht mal gesehen. Mike Tyson. Mike Tyson. Warum ist denn Dyson Barbarenlager? Das passt mir nicht. Ja, es bei mich nervt auch gerade eins. Wieso, du hast doch schon alle Spots. Was kannst du doch schon. Nee, das sind die Random-Dinger. Das ist scheiße. Du kriegst doch noch Bohus, Maurice, durch Barbarenlager. Oder? Ist das nicht bei Rom? Ja, das stimmt. Ich kriege Gold, wenn ich die platt mache. Nicht zu wenig. 300, glaube ich, oder so. Ich glaube, erst am Anfang nicht so viel. Erst später mehr, glaube ich. 300? Das ist unverschämt. Ein Skandal. Ausschalten. Ich finde, da sollten die Wikinger mal einen Raubzug machen. Da lohnt sich das. Das ist unfassbar dreist. Also ich bin hier überschwemmt von Barbaren, muss ich sagen. Das ist nicht so gut, ne? Nee, nee, nee. Aber man weiß ja vorher, worauf man sich einlässt, wenn man Multiplayer spielt. Hat sich echt keiner gerade beleidigt gefühlt? Ich sehe mich noch als Barbaren. Das nimmt mir jeden Spaß hier. Das ist total unfair. So, das war der erste Augenblick, wo alle gemeinsam mindestens sechs Sekunden geschwiegen haben. Das fand ich beachtlich. Frage, seid ihr alle am Denken? Oder denkt ihr euch alle, wir müssen nicht denken und nicht reden? Ich weiß es nicht. Komplett am Denken. Ich habe gerade Netflix angemacht. Normalerweise ist doch wenigstens Nils hier jemand, der die ganze Zeit gnadenlos will. Ich bin bereit, für sich zu brammeln. Der spricht nur mit seinem geschlossenen Chat. Warte mal, was schreibst du? Steinwald ist jetzt anfällig für den Angriff, okay? Ja. Hauptstadt und Besatz. Die Wikinger kommen. Okay. Ja, man muss sich am Anfang mal konzentrieren. Das ist alles so jetzt so neu. Und am Anfang kann man auch so viel Scheiße bauen, was einen dann einfach handicapped im Laufe des Spiels. Das kenne ich aus der Pubertät. Ja. Das ist jetzt keine teile Teil hier, to be honest. Ach, sorry, Mann. Ich bin so dumm. Ich mache es immer genauer Falschraum, ey. Oh Gott, jetzt kommt. Wir haben dich gerade nicht gehört, was ist los? Oh, falsch. Äh. 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 Hat der Stadtstaat leider wieder eine, eine, eine Einheit in der Stadt. Wäre jetzt nett gewesen, aber ich war zu langsam. Äh. Egal. Oh, das wird knapp. Oh, sechs Gold. Ähm. Ja. Danach kommt nichts. Ich wollte nur irgendwie den Raum mit Schall füllen. Ähm, also, Chat. Ist ein Vulkan auch eine Umwelt, der steckt, oder? Das heißt, hier müssen wir hin. Hier müssen wir noch hin. Worauf beziehst du das? Dann können wir da hin. Die Young-Umwelt. Hier in die Mitte und dann noch in die Portale. Geil, dann geht doch mal hier nach, nach Nicht-Pompeji. Und sorge dafür, dass es nicht Pompeji wird. Ist schon irgendwo jemand im Krieg, nur mal so. Ich mit den Barbaren, mit mir selbst. Ähm, ich hab Barbaren auch und, ähm, plane vielleicht Hinterhältigkeiten gegen Stadtstaaten, aber, ähm... Oder gegen Ungarn, Fragezeichen? Ist Ungarn ein Stadtstaat? Für mich ja. Dann planzt du vielleicht Hinterhältigkeiten gegen Ungarn. Halt's mir um, sieht er geklaut, ich raste aus. Was? Ich will niemanden wissen, aber für mich ist Ungarn so eine Art Bielefeld von Civilization. Wie sehr trifft dich das, Ecke? Kann dir jemanden Siedler geklaut? Das, ich, ich hab dreimal geübt, ne? Dreimal den Schad geübt. Das war das beschissenste bis jetzt, was jemals passieren konnte. Oh mein Gott. Also, Siedler, wenn Siedler geklaut wird, dann ist das schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Anfängermäßig, aber... Das ist schon irgendwie... Gut, dass du weit weg bist. Ich komme immer Tummo drum. Du wirst es nicht sagen, ne? Du wirst es nicht sagen. Es wird Zeit für meine Zornliste. Sehr gut. Mein Zorn, das Buch des Golds. Ja. Ja. Nimm ich gut. Mann, wer hat sich denn ausgedacht, dass Großbritannien so lang und schmal ist? So, ich komme jetzt aus. Das hängt jetzt von deiner Weltanschauung an, Ranger, der sich das ausgedacht hat. Und von der Religion, der du so anhängst, privat. Raptor Jesus, das wird die Religion, die ich hier drin kenne. Ja, ja, das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, genau. So. Welche Runde haben wir? 29, ne? Schreibst du da gerade wirklich was auf? Runde. 29. Ranger. Ja, da muss ich jetzt aber auch Bonuspunkte in diplomatischer Gunst bekommen. Frech. Frech, genau. Groll. Das, was Jar Jar Binks sagte, kann ja nicht schlecht als Zitat sein, ne? Nee. Frech. Das hatte Nils auch schon mal, den Eintrag. In Runde 31. Du hast also Nils überholt. Nils überholt. Nils überholt, tatsächlich. Warte. Im Ziv-Gipfel hattest du von mir den Eintrag in Runde, ich glaube, 31 frech bekommen. Ernsthaft? Ja, nachdem du mich einen drögen Typen genannt hattest, weil man mir überwüste ist. Und er hat diesen Groll immer noch in seinem Kopf abgespeichert. Nils, hast du gemacht? Wichtig ist es immer noch. Und in seinem Buch, das ist das Schlimmere. Ja, den Kopf kommt ab drin. Ja, das Buch bleibt. Den Kopf geht ab. Oha. Wo kommt der denn her? Wieso lebst du noch? Jetzt muss ich hier warten, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Das Denk-Geräusch von Ranger. Ja, das ist das Geräusch, wenn nicht viel mit Denken ist bei mir. Das höre ich sehr häufig. Das war schon mein Spitzname in der Schule damals. Der große Dichter und Denker. Genau, häufiger dran denken, Dichter zu sein. Ist ja witzig, Stein, weil du hast quasi die Gallia bei dir. Das kleine Dorf von Asterix. Ja, ja, hast du schon erkundet, ja. Aber ich habe ihn gerade schon gesehen. Hoffentlich haben die keinen Zaubertrank, ne? Ja, ich arbeite dran. Also, dass sie keinen haben. Ja, ich arbeite dran, den einzukaufen. Man muss die Geschäfte sehen, wo sie sind. Ja, Wein, ne? Wein, das ist der Zaubertrank der Franzosen. Vielleicht mit ein bisschen Trüffel gewürzt. Wie viele Runden haben wir noch für das Zeitalter denn hier? Das wird auch schon... Tickt die Zeitalter? Wie viele Runden haben wir denn noch, bis das Event vorbei ist? Können da irgendwie... Machen wir den Timer? Fünf. Fünf Runden, ja. Rücken sich ein. Und ich sprach und das Zeitalter ist vorbei. Oh mein Gott. Alter, ey. Immerhin normal. Bin auch völlig normal. Wir haben zwei Runden gefehlt für ein goldenes Zollpünktchen. Das war eine Kacke. Wo hat sich denn hier der Steinwald versteckt? Na, vor den Galliern. Wo? Ich war rum. Also manchmal frage ich mich die... Was für Geräusche hier im Hintergrund sein sollen bei Civilization? Zwischendrin einfach irgendein... Vielleicht habe ich auch einen anderen Soundfall. Kann natürlich auch sein. Ne, ne. Das war Maurice. Das war im Discord. Ja, ja. Es tut mir leid. Ich hänge sehr der Schule an, dass man den Feind ab und an irritieren muss. Indem man irgendwas komplett Sonderbares tut. Und das erklärt jetzt sicher auch gerade sehr viel über mich. So. Oha. Endlich sagt's meiner. Zeit für Krieg. Oh. Maurice. Dachte, wir sind Freunde, Nils. Ja, genau. Deswegen. Freundschaft ist ein sehr flexibles Konzept. Wie kann ich helfen? Zerdonopolis. Ja. Gesundheit. Ja. Was damit? Nö. Das erklärt sehr viel in der politischen Weltgeschehen, wenn so gesprochen wird. Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Möchtest du unten dich zusammenfinden? Ich glaube, das Thema ist schon durch. Tatsächlich. Na gut. Du hast aufgegeben. Dann sieht er halt nicht. Schade. Da ist er. Ah, hat sich jemand nicht an deinen Plan gehalten? So ein Scheiß. Könnte sein. Was wollte ich denn jetzt einsehen? Ah, da ist er. Hallo, Valus del Steinus. Das ist nicht mal französisch, aber egal. Das ist so ein latinisierter Engländer. Fake Latein. Ich fühle mich ein bisschen in meinem Nationalstolz angegriffen hier. Ich würde so sagen, das war Fake-Mensch. Was? Willst du etwas sagen, wir sind Roboter? Fake-Mensch. Ei, 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 ei. Das wäre für mich ein Kriegsgrundanspruch. Ja, für mich auch. Also wenn ich jemanden so anpissen würde wie dieser WB und ich hätte einen Funken Ehren im Leib, würde ich jetzt reagieren und würde sagen, gib mir dein Gold. Oh, ich bin ja so eingeschüchtert. Das klang viel zu nett, viel zu freundlich. Wir sind halt auch ein freundliches. Also wann haben denn bitteschön die Briten mal was gemacht, was nicht freundlich war? Ja, stimmt. Vor allem gegenüber den Franzosen. Vor allem gegenüber den, genau. Überall Tee verbreitet, die Kultur des Linksfahrends. Also. Ich sehe dir da nur Positives. Und das einzige Schweigen von uns irritiert sich gerade auch nicht, ne? Nee, das hat Großbritannien auch nie in der Geschichte interessiert, genau so geht es mir auch. Ja, sprich, du wolltest noch was sagen. Ähm, wie wärst du mit einer Hochzeit zwischen uns? Ja. Ich würde schon sagen, wen du Hochzeiten machst. Warte mal, ist das hier Crusader Kings? Ja. Immer her damit. Nee, ich meinte eigentlich out of character, ob Steinwald und ich heiraten wollen einfach. Oh ja. Ich dachte, du wolltest jeden von uns gerade heiraten. Ich finde, ihr passt gut zusammen. Wie ihr Engel das so macht in euren Dörfern. Wir waren doch immer, immer eng miteinander verbunden. Unsere Völker. Ich glaube, der Stadtstart ist irgendwie doch nicht... Aber es ist nicht so die beste Idee. Naja, wir schauen, was sich noch so ergibt. Es ist irgendwie nicht so schön, dass du schon die Pferderessource hast, Steinwald. Ich wollte eigentlich ein paar Pferde bei dir verkaufen. Ähm... Ein Pferdehändler. Aber ein Pferdemetzger. Hand aufs Herz. Es kommt auf den Preis an, ne? Sag ich immer. Bist du käuflich oder kommt das auf den Preis des Pferdes an? Das ist... Beides. Was hast du denn für nette Luxusressourcen? Für Luxus... Pferde? Ja. Okay, das ist... Das ist für die Engländer schon Luxus. Okay. Warum frag ich überhaupt? Das kann ich... Das sind Londoner Thämse-See-Pferdchen. Als Schlüsselanhänger oder was? Kannst du auch gerne als Schlüsselanhänger hinterher verfinden. Also das ist dir dann frei. Sehr, sehr lecker. Ja. Danke, nein. Muss nicht sein. Okay, also du willst nicht handeln. Das... Wie gesagt, das kommt drauf an, ne? Also so ein bisschen... Jetzt handel doch schon mal. Er fragt doch so. Du wolltest doch beide. Ja, das stimmt allerdings. Soll er auf Knie betteln, oder? Ja, möchtest du eine Stadt haben von mir? Vielleicht London. Wir schon dabei sind. Für französischen Rotwein? Eine Sekunde, eine Sekunde. Die Welt hält den Atem an. Ein... Den Atem an. Ein großer historischer Augenblick. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte klingen die Glocken und eine Religion wacht gegründet. Liebe Leute, preiset den Buddhismus in seine himmlischen Hirscher. Und seine Schlechter. Möchte das nicht. Hilfe. Weiß ich jetzt nicht. Verhaltenes Echo von der Weltgemeinschaft, glaube ich. Ja. Da ist der Buddhismus. Ja. Na, wenn du meinst. Das ist immer sehr schön, wenn man an einem Barbaren vorbeiläuft, dann da so ein Handwerker drin ist und man sich denkt, Ecke, was lief denn da? Hier läuft alles scheiße. Gott. Absolute Katastrophe. Oh Mann. Das klingt jetzt irgendwie nicht so toll, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Warum übe ich überhaupt? Jetzt verbreit mal hier bitte ein bisschen bessere Stimmung, ja? Ich fühl mich grad halt komplett bestätigt in meiner ja überhaupt nicht irgendwie selbstbewusst getroffenen Entscheidung nicht zu üben. Rückwirkend war es offensichtlich eine geniale Entscheidung, die komplett aus strategischem Genius erwuchs. Du hast die Zeit effizienter genutzt, ja, eindeutig. Ja, genau. Da sollten alle Stellaris-Spiele mal schön die Klappe halten, ne? Die mal, hm, du spielst zu ineffizient. Da, Leute, guckt. Ja. Ja, ich brauch Wein-Chat für die Annehmlichkeit. Gibt's da vermutlich als nächstes. Klar, dass man nicht über England sagt, dass es das Volk der Dichter und Denker ist. Hier sind ja auch nirgendwo Berge. Da hab ich gar keinen Campus hier hinsetzen. Ja, das Problem hab ich auch. Ja, same. Was? In Italien gibt's doch Berge. Es gibt halt den einen, aber der ist ein bisschen problematisch. Der ist wissig. Und dann kommen da oben natürlich noch Berge, aber da müssen wir halt erstmal noch hinkommen. Deswegen ist es ja auch im echten Italien da oben halt ökonomisch stärker. Ja. Hast du gerade gesagt, dass das Reich von Maurice kein echtes Reich ist. Nee, wir arbeiten dran. Also es gab schon Bestrebungen und so, aber ja. Warum geht das jetzt hier nicht? Oder hab ich schon? Oder hab ich schon mal? Achso, jemand hat Stonehenge gebaut. Ja, ist klar. Interessant. Ich wette, der Chat rastet gerade aus, aber ich habe hier irgendwie eine strategische Eisenressource, auf der ich aus irgendeinem Grund nichts bauen kann. Du musst vielleicht erst den Wald wegmachen. Der Wald muss es weg. Das ist in dem Spiel hier dummerweise so. Auf Silber und Kupfer, Eisen, kann man erst die Mine bauen, wenn der Wald weg ist. Ah. Im normalen Spiel ist es immer so, dass halt dann nur dort Hügel halt sind, wo kein Wald drauf ist, wo Eisen spawnt. Das ergibt Sinn. Ist das hier unten schon Iberien? Das ist ja was. Ja. Nein, das ist Irland. Das ist Irland. Wusste ich doch. Geh da hin und siedel da. Bayonne gehört ab jetzt mir. Ist das was zu essen oder der Stadt? Ich hoffe beides. Oder eine ansteckende Krankheit. Zweiteres. Oder ist dein ganzes Volk eine einzige ansteckende Krankheit, ein Testwiler im Antrieb der Menschheit? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. ja nicht alles unser Einfluss sein. Das muss immer schon in ihm gewesen sein. Er hat sich mehr so über die Entschuldigung gefreut. Ich weiß nicht. Das endlich rauslassen zu können, glaube ich. Ich glaube, da ist was dran. Schon, gell? Auf jeden Fall. Danke, dass du das auch so siehst, Nils. Ja, die Wahrheit hat keine Seite. Das ist einfach... Ja, ne? Was soll die Wahrheit auch mit Seife? Seife? Seite. Das macht mehr Sinn als Seife, das stimmt. So. Wieso denn da? Venedig sieht aber ganz schön mächtig aus, da bei dir, Maurice. Ja, das war der Stadtstart, wo ich zuerst dachte, ach, voll cool, ich kriege ja als Cäsar voll viele Truppen am Anfang. Ja. Aber dann habe ich, also ich glaube, es gab ein Zeitfenster, wenn ich das bisschen... Da wäre dann wiederum Training gewesen, ne? Ja. Wenn ich einen richtig geilen Cäsar-Build im Kopf gehabt hätte mit und dann spamme ich meine Einheiten und dann hole ich mir diesen Stadtstart, hätte ich davon sicher Profit bekommen. Stattdessen war so irgendwie so, ach, jetzt habe ich ja schon voll viele Krieger. Vielleicht könnte man ja mal, ah ja, Mist, jetzt haben sie auch schon Einheiten. War so semi-optimal. Oder wann machen wir eigentlich erste Bio-Pause? Oder muss ich meine 180 Sekunden, ne, schon nehmen? Du musst deine 180 Sekunden dafür nehmen, ja. Dann gib mir doch mal eine hoffnungsvolle Perspektive. 15 Minuten? Oh, ja, okay. Das ist okay. Das können wir jetzt auch machen. Wir können auch jetzt eine machen, sollte die... Ja, das wäre ganz praktisch so. Ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich eine, sonst könnte hinterher ein Unfall passieren. Wir haben eine kurze PewDiePause. Ich kann die auch nutzen. Ja, ich trinke nämlich ganz viel Tee, weil ich so erkältet bin, so. Alles klar. Okay, passt für euch, wenn wir um 20 nach 6 weitermachen. Ja. Sehr gut. Ja, 20 nach 6? Ja, super wieder hier. Vielen Dank. Okay, nicht in den Chat reingucken, ne? Auch in ab 6 Minuten. Wow. Bis dann. Bis gleich. Was passiert? Sorry, ich fahr kurz mit. Wir machen. Ungarn hier zu einer Prostata-Untersuchung geht, ne? So geht's ja nicht. Wir können da kurz quatschen, wenn du nicht auftreten musst. Ja, doch. Wir sind. Also danke ich auch. Oh, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alle GDL. Gut. Schade, dass man nicht zumindest mal gucken kann in der Zeit, ne? Ja, ne? Dass man jetzt irgendwie noch was managen könnte oder irgendwas? Ja. Warum? Das ist echt doof. Ich würde zumindest gerne, der kann ja noch so ein paar Sachen in Ruhe machen. Also ich muss echt sagen, bei mir ist ab dem Barbarenauflauf. Hier kannst du richtig satt werden. Das ist ... Aber das ist doch ... Also kann man doch auch für sich nutzbar machen dann. Ja, aber es ... Es stört. Sie nerven inzwischen. Die paar Barbaren, die da bei dir stehen. Ja. So ein Kack, ey. Es ist übrigens ganz schön schwer, das gesamte Spiel komplett einsehen zu können und nichts sagen zu dürfen. Ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, damit musst du jetzt leben. Ja. Das ist leider so. Ja. Was mich auch hart nervt, ist, dass man nicht diese Nadeln setzen darf. Das ist für die Planung immer so Vorteilhaft. Deswegen hatte ich mir so ein Planungspeil hier, ein Zettelchen fertig gemacht quasi, wo ich das aufschreibe. Aber dennoch. Ich weiß gar nicht, ob dieser Bug immer noch besteht, dass dann das Spiel leggy wird, wenn man die Nadeln setzt. Ich würd's nicht probieren wollen. Ganz ehrlich. Oder ob der mit mir ausprobieren, jetzt in einem Live-Spiel, würd ich das auf keinen Fall. Ja. Weil der Bug, der existiert ja nun doch schon seit ein paar Jahren. Da hat der Johnny ne Stadt gebaut, ne? Wo ich ne Stadt bauen wollte. Jetzt steh ich da vor dem Dilemma, ja. Das ist das Mieseste, was ich je gehört hab. Alles nur, weil die bösen Barbaren dir deinen Siedler weggenommen haben. Ja, selbst dann wär's, glaub ich, zeitlich knapp geworden. Ganz schön frech. Der Herrscher der Welt ist zurück. Ihr braucht euch nicht verbeugen. Wusste gar nicht, dass ich weg war. Ranger, wie läuft's denn bei dir? Ja, äh, ich würd's sagen bergab, aber Berge haben wir nicht bei uns. Hügel hast du, ne? Hügel. Läuft Hügel ab. So, was mach ich jetzt? Hab ich irgendwas Leckeres zu essen? Oder irgendwas zu naschen hier? Jetzt mal die ganze, dieses Gewarte, was geht, wer ist denn überhaupt alles da? Ecke, Ranger? Ich bin da. Ach, Johnny, wollen wir mal unter uns unterhalten? Können wir gleich machen. Jetzt sollt ihr auch gehen, oder was? Ja, wir gehen mal ganz kurz ums Eck hier. Ja, warte, wir können ja auch, wir können ja auch ums Eck gehen, wenn der Rest für der da ist. Wir können jetzt die sich alleine lassen. Ich bin doch da. Das ist ja, wir können jetzt die sich alleine lassen. Allein mit allen Chats jetzt hier, oder was? Nee, das ist in Ordnung. Erzähl du doch mal jetzt, wie läuft's denn da oben? Also, dieses geht raus an alle Chats da draußen. Eure Beauftragten haben euch jetzt ja alleine gelassen mit dem einzigen Babysitter, der hier noch verfügbar ist, der noch eine gewisse Arbeitsmoral hat. Mein Name ist Nils Bohmhoff. Ich bin Norwegen und mein Ziel ist es natürlich zum einen, den Weltfrieden zu etablieren und davon abzusehen, dass es Konflikte militärischer Art auf dieser Welt gibt. Als streng pazifistisch denken und handelnder Mann ist das meine Aufgabe, so wirklich auf die Welt ein. Wenn ihr auch wollt, dass dieses Ziel zustande kommt, dann könnt ihr natürlich jetzt eure Meister per Chat oder SMS instruieren, mir Geld zuzuschicken, damit ich mit diesen Reichtümern den Weltfrieden herstellen kann. Das ist mein Ziel. Ich weiß, die Kriegslüsternheit einiger Leute, die mag dagegen sein, aber das kriegen wir, glaube ich, mit Liebe hin. Sonst noch was? Aber du, man kann sich doch in der Pause umschauen. Ich denke, ihr seid weg. Ja, also, diese großartige Rede, die darauf zielt, wie man die Reichtümer im Diesseits verbreiten kann. Ich möchte mal kurz die Alternative predigen. Das ist das Jenseits. Es sind die himmlischen Freuden, die euch widerfahren können, wenn ihr den Bullismus annehmt. Die einzige wahre Krankheit, die eure Seele und euren Geist infiziert mit dem Guten, mit der Liebe, mit Wohlstand und mit Gottesfurcht. Folget dem Bullismus, schwöret allen weltlichen Freuden ab, dem ihr euer Geld und euer Gold wie beschickt. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe noch eine Frage zu deinem Vortrag, Nils. Und zwar hast du erst gesagt, ich bin Nils und danach hast du gesagt, ich bin Norwegen. Das kriege ich irgendwie nicht überein. Was bist du jetzt von beiden? Nils ist tatsächlich, heißt, also Norwegen ist das Land, das du spielst. Nein, also auf Norwegisch heißt Nils halt Norwegen. Der Schlechter aus Mordwegen. Das klingt erschreckend. Ich bin zurück. Ich auch. Ich auch. Alle da? Ja, dann rein ins Vergnügen, oder? Was ist mit Radler? Yo. Ja, ich bin da. So, Ecke, dann können wir auch runter jetzt, wenn es weitergeht. Nee, er ist ein Auge. Gut, alle wieder anwesend? Yes. Let's go. Gut, dann würde ich die Pause jetzt wieder aufheben. Ja, das war's. War das Strategie-Ecke da? Ja, okay. Ist egal. Also er ist schon runter. Okay, okay. Irgendeinen erwischt es immer, wenn man die Pause hat. Ja, ja, okay, okay. Irgendwer muss halt einfach, manche mal müssen öfter gebracht werden, nur halt nicht von mir. Ja, Steinwall, du brauchst jetzt nicht extra husten, um dann hinterher zu sagen, ich hab nur verloren, weil ich krank bin, ja? Also das gibt's jetzt hier nicht. Der baut schon das Narrativ auf, das merkt man doch. Er hat jetzt die Saat gestreut. Ha, ich bin so arm und krank und doch. Ja. Das hab ich sogar in meinen Let's Play-Videos der letzten Tage eingebaut. Extra, um das laufwürdig zu machen. Teuflisch. Teuflisch. Aber so kennen wir ihn ja, den noblen Steinwallen. Na, jetzt beginnt diese Geschichte wieder. Dieser Sermon. Ja, das ist halt einfach wichtig. Das ist halt einfach wichtig. Weißt du, die Leute müssen endlich aufwachen, Steinwallen. Das ist einfach wirklich wichtig. Gründe doch mal so eine Religion. Das klingt doch schon richtig fanatisch. Ja, das wäre eigentlich schon mal wertvoll, das stimmt. Die Erweckungsreligion. Ja, ja. Wake up, Schiepel. Dein Wallen ist nicht, was er vorgibt zu sein. Schiepel. Wenn ihr in meine Telegram-Gruppe kommt, erzähl ich euch mehr darüber, was er wirklich ist. So, jetzt muss doch hier mal Schluss mit den geilen Hinser. Nein, ich hab die zu früh. Ach, komm. Warte mal, war das ein dummer... Ecke, aber du hast nicht nur Sita verloren, du musst ja auch einen verloren haben. Deine Kampfstärke ist ja ein Trauerspiel. Wow. Ui, ui, ui. Ich find's schön, wie du hier direkt dem Narrativ, das ich zu spinnen versuche, direkt... Ah, du leidest unter Barbaren-Invasionen. Ja, das ist ja erbärmlich. Du hast nicht nur Zivilisten verloren, sondern auch Militärsoldaten wurden massakriert. Schwach. Ja, ich steh auch unter einem schlechten Eindruck. Ich glaube, ich passe mich deine Erzählung irgendwie an. Das ist, glaube ich, dein hinterlistiger Plan. Du bist also nach WB, bist du mein nächstes Opfer. Die ganze deutsche Strategiespielszene bestand nur aus noblen, edlen Recken, bis ich aus dem Journalistenjob in den Streamerjob gewechselt bin und euch einen nach dem anderen gerumpiert habe. Ich glaube, WB ist Nils Opfer. Meinst du? Ja, weil Nils hat das mal so lobend erwähnt, als WB immer so einen Quatsch erzählt hat. Das stimmt. Ja, ich hab ihn angesprochen. Ich bin durch ihn so angenehm böse geworden. Ich möchte mich da nicht öffentlich zu äußern. Aber es steht dir gut. Das war wirklich so. Das war, als wenn dir irgendwie durch deine Erziehung so ein Kleid der Höflichkeit übergestreift wurde, was dir nie wirklich passte, was immer zwickte und zwackte und nie richtig gut saß. Und dann hab ich dir das mal mit der Schere so richtig vom Leib gerissen. Und auf einmal kannst du dich in deiner, die eigenen Bösartigkeit so richtig entfalten. Und du selbst... Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich je gehört habe. Das hab ich mit WB halt richtig Mitleid. Ich muss auch zugeben, dass das leicht verstörend formuliert ist, aber in der Sache leider korrekt ist. Ich freu mich schon auf die Fanart, die jetzt daraufhin entsteht. Ja, das Kleid der Höflichkeit steht mir schon vor den Augen, richtig. Wie es abgerissen wird. Und die nackte, nackte WB, die nackte Bosheit des WBs. Entschuldigung, was ist denn hier los? Das ist sehr schön. Wird nur mir warm? Warm gleich? Ich will hier, glaube ich, gar keine Stellung nehmen. Ich glaube, das ist gar keine gute Idee, ehrlich gesagt. Ich halte auch Abstand davon. Also ihr habt momentan auch alle nur eine Stadt, oder? Ja. Eigentlich nur eine? Oder falsch. Das ist total nahrungsvoll. Gut, dass der Spieler braucht nicht mehr als eine. Na, dafür hast du ja ein Boot. Ja, eben. Ich habe mir Hausboote gebaut. Ja. Das ist jetzt fast dasselbe Prinzip. Und jetzt bist du auf dem Weg ins Mittelmeer. Ja, ich gucke jetzt erst mal. Vielleicht entdecke ich auch einen neuen Kontinent, wenn ich weit genug nach links fahre. Stimmt. Kommt man rechts wieder raus? Eine große philosophische Frage. Nein, man fällt logischerweise vom Rand. Die Erde ist keine Kugel. Hallo? Also, welch Ketzer-Talk wird denn hier geredet? Du nennst dich Historiker. Ich fass es nicht. Schon die alten Griechen wussten, dass die Erde rund ist. Ja, wir sind aber nicht die Griechen. Aber doch, wir haben auch einen Griechen unter uns. Aber der hat sich gemutet. Hallo. Das machen die Griechen immer so. Mit Scheidenmoment. Die Welt ist doch rund, nicht wahr? Das alte Wissen. Natürlich. Die Welt ist rund. So wie Fußballtore. Die Franzosen sind nämlich schon in der Renaissance gewissermaßen. Sie entdecken dieses antike Wissen wieder. Worin rennen die denn? Oh Gott, die Zweifel. Oh, no. Ja. Kam, den habt ihr nicht kommen sehen. Muss ich gestehen. Haben wenige. Die sind jetzt alle unter meinem Stiefelabsatz hier. Wobei ich sagen muss, das Barbarenlager oben im Norden, das ist vielleicht doch schon ein bisschen... Ja, die wissen wir zu machen. Das ist jetzt hinfort. Das war mein Stichwort. Darauf habe ich nur gewartet. Dass ich das sage. Ich meinte aber eigentlich ein anderes Lager. Ach so, ich dachte, du meinst sie geil hier in der Bretagne. Schade. Das war irgendwie so ein großer Moment. Ich dachte, wir zelebrieren ihn jetzt gemeinsam irgendwie, aber jetzt ist es so feinlich für uns beide. Ich würde sagen, in der Runde, wo jemand einen Siedler an Barbaren verloren hat, muss euch nichts feinlich sein. Nein, nein, nein. Da, Schwarzweihard. Ich traue noch Weiß in die Wunde. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ja. Da sind wir auf eine friedliche Nachbarschaft. Auf eine liebevolle Nachbarschaft. Gibt es eigentlich irgendwo schon hier so Grenzkonflikte? Nein, nein, nein. Der Balkan ist das Friedensgebiet Europas. Immer schon. Ich weiß ja nicht, wie deine gemeilte Karte aussah. Ich weiß es. Aber ich sag mal, sind Dinge anders als geplant. Aber hast du nicht so gerne den Text geschrieben, wie du meintest, ein guter Plan? Ja. Ja, okay. Den Satz fand ich nämlich schön. Deswegen habe ich auch Ersatzpunkte reingeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, gucken wir schon mal Orte aus, falls ich ausreichen muss. Das ist auch Teil des Plans. Oh, das ist stark. Respekt. Also, wenn dein bester Plan A ist, wo würdest du sagen, bist du dann gerade? Äh, ich würde sagen, hören wir bei Z auf oder fängt es dann bei Doppel-A wieder an? Ich bin Grieche, ne? Also, das einfach B. Omega, würde ich sagen, oder? Okay, ja. Na gut, ich drück dir die Daumen. Ich nicht. Du drückst dir selber nicht die Daumen? Nee. Tut auch weh, ne? Nein, nein, nein. Ich baue auch keine Mauern. Also, das ist jetzt wirklich nichts. Wer Mauern baut, hat eigentlich schon verloren. Das ist aber jetzt nicht das Erfolgsmindset, das du in der heutigen Geschäftswelt brauchst. Man muss immer auf sich selbst wetten. Man muss den Erfolg visualisieren, manifestieren. Dann kommt er auch. Wenn du das nicht machst, dann kommt er auch nicht. Ich habe mal mit Manni gesprochen. Ich weiß nicht. Also, der hatte dann noch andere Meinungen. Seit wann hast du jetzt meinen Job für die Flachwitze übernommen? Seitdem du damit aufgehört hast. Ja, ich habe immerhin zwei Minuten Pause gemacht. Ja, ich habe jetzt so eine Religion gegründet. Also, eigentlich geht es vor allem darum, nicht im Chaos zu versinken. Also, falls ihr euch mal irgendwie überwältigt fühlt oder so, kommt vorbei. Es gibt auch Kekse. Wollt ihr nur loswerden. WB ist hier gerade Zeit, ein Schwertkämpfer zu machen. Gleich mal ein Signal setzen. Ey, wie viele können denn hier von Spawn, von dem... Vom Warenlager? Ich sage mal so. Vom Warenlager, ja. Ja, ich habe Warenlager von Stand. Da ist es mit stumpfem Stiel heraus. Ansonsten hast du Probleme. Ich spreche nicht aus Erfahrung. Warum? Warum nicht? Nein. Weil hier, wir haben keine Warenprobleme. Nee. Ich auch nicht, ja. Ach, was soll der Geiz? Ganz ehrlich. Geld ist da, um ausgegeben zu werden. Das ist eine gute Mentalität. Ja, Geld auf dem Konto ist totes Kapital. Wenn wir schon bei Geschäftsmindset sind. So, jetzt erstmal die Belegschaft der Krieger um 50% kürzen. Ey, ist eine Holy Site einfach ein... so ein Bezirk? Ähm, ja. Da geht es um Spiritualität. Ein Konzept, das dir sicher nicht bekannt ist. Das ist was anderes als Spirituosen, falls du fragen möchtest. Ich habe BB gefunden. Hallo. Ich habe alle entdeckt. Alle, auf die es ankommt. Ranger Area wurde entdeckt. Steini wurde entdeckt. Und der Rest existiert nicht. Das ist sehr traurig. Da hast du meine Existenz abgesprochen. BB, wir werden noch Freunde. Ich sag's dir. Die Pyrenäen bilden doch eine schöne Grenze, nicht wahr? Wie viel Geld du angesammelt hast, Steini? Willst du mir was abgeben? Steini? Hab ich das? Ja. Ich gebe das jetzt langsam. Warum hat Maurice eigentlich 229 Truppen? Weil Cäsar kriegt einen Gratiskrieger bei jeder Stadt, die er gründet. Alter. Der hat am Anfang halt... Das meinte ich eben vorher mit mit meinem überraschend großen Militär, das ich habe, womit ich selber... Also ich habe den Bonus mir ja angeschaut, aber irgendwie, ich glaube, ihn nicht internalisiert. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du ihn dann in der Realität erlebst, aber... Ah ja, ja klar, deswegen habe ich Berge an Kriegern. Ich wusste ja, dass er diesen Bonus hat. Aber ich habe irgendwie trotzdem nicht gecheckt, was er bedeutet in der Praxis. Das hört sich sehr, sehr frech an. Ja. Denk dran, nur acht Städte. Das kann doch nicht sein, Mann. Wie viel kommt denn da raus? Also danach kann es keine Bevölkerung mehr in Schottland geben, wenn der Kampf hier vorbei ist. Das haben sich die Engländer auch mal gedacht. Braveheart! Wow! Gibt es eigentlich irgendeine Option, dass man seinem Händler sagt, er soll nicht über Wasser reisen, sondern an Land? Ich glaube nicht. Das wird immer den kürzesten Weg. Wenn man jetzt Bock auf eine Straße hat, dann geht das halt, dann hat man halt verkackt. Ja. Oder? Ja, das ist so ein Norwegen-Problem. Da gibt es... Gibt es keine Straßen. Ja, da kann man so nicht gerade die Straßen bauen. Ja, Und Tunnel ist technologisch halt noch so ein bisschen weit ab. Das ist nicht in Ordnung. Macht euch nur lustig über mein Schicksal. Aber sag mal, Ungarn hat Passau gegründet. Also das muss ich jetzt auch als Historiker definieren. Oh, nee, warte, warte, warte. Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist fälschlicherweise. Da muss der Deutsche doch mal was sagen. Das ist schon frech eigentlich da unten. Ich sehe da kein Passau. Wow. Okay. Ist das eine Drohung? Das ist ein liebevoll gemeinter Rat. Uff. Also, dass du nicht weiter Gen Westen expandierst, Münze. Der Rat an dich, damit du das nicht vergisst. Ja. Sehr gut. Oh, du Uffpasser. Sag mal, WB, spielt bei dir Marine eigentlich hinterher eine Rolle? Also, ich frage nur so als außenstehender Beobachter. Ja, also zumindest wenn die Engländer zum Beispiel auf der Karte sind, ist das immer eine effiziente Geschichte. Und ihnen eine Armada gegenüber zu schicken, das hat historisch immer sich ausgezahlt. Oh, was ist das? Ich habe mir aber vorgenommen, ich werde nicht auf Marine setzen als Großbritannien. Was? Wir sollen die Götter mutieren, indem ihr Einheiten opfert, ne? Ja. Ich habe eine Vorbereitung hier. Ich hasse Götter. Ich glaube, das geht das nicht nur in Vulkanen oder wo geht das? Ja, genau, das geht nur bei Vulkanen. Wirklich? Da musst du so ein Seher neben den Vulkan setzen. zu opfern. Das geht nur bei Bruce zu opfern. Ja, ich glaube, manche von denen hätten das schon ab und an verdient. Was in competition? Wow. Ja, ich habe keinen Vulkanen. Das ist mir vollkommen Wumpe, ja. Ach, wie schön, die Barbaren sind einfach aus ihrem Lager rausgegangen. Ja, so kann man das Lager natürlich auch schaffen. Schön, toll. Ja, super. Okay, so geht das natürlich ganz gut hier. Ich möchte euch, ich freue euch sicher alle, ich möchte euch mitteilen, dass ich das Problem des nicht eingliederungswilligen Stadtstaats für mich gelöst habe. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. Weil, stellt sich raus, stellt sich raus, wenn man diese Krieger, die Cäsar bekommt, dann zu Legionären upgradet. Ist das eine lustige Sache gegen einen Stadtstaat, der leider noch nur Krieger hat und keine Mauer. Das klingt gefährlich. Ja, für den Stadtstaat. Ach, die Musik ist doch schön. Denkt daran, keine Pins auf der Karte zu platzieren, ne? Oh ja. Was ist denn die Logik dahinter, by the way? Also, ich wusste gar nicht, ich hab's eben vor dem Mod gesteckt bekommen. Aber, warum? Ich mein, du Bezirke zum Beispiel planst, dann kann man da, wie so ein Puzzle, kann man quasi die Bezirke planen. Nee, warum merkst du dir das? Nicht machen soll's? Es existiert ein uralter Bug in Civilization in Multiplayer-Spielen, dass, sobald ein Pin gesetzt wird, wird das Spiel extrem instabil und laggy. Also, ich hab ja schon... Ja, dann möchte ich mich entschuldigen für diese fünf... Ja, ich hab ja auch alles voller Pins. Einmal mit Profis. Gott sei Dank, hab ich's nochmal gesagt. Nee, ich hab sie mittlerweile auch entfernt, aber trotzdem. Soll ich sie löschen, oder was? Das wär am besten, jetzt? Ja, sorry, ich hab ja auch alles voll gepinnt. Nee, bitte nicht. Sorry. Ich hab gedacht, dafür ist es da. Konntest du ja nicht wissen. Ist es ja eigentlich auch. Aber die Formulierung klang so, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist alles zu Ende. Ja. Ich hab's lieber, ich hab's lieber jetzt. Wir spielen alle jetzt in verschiedenen Spielen gerade. Toll, mein ganzer, mein ganzer Plan, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Habt ihr schon mal eine SEA-Einheit eingesetzt, um eine Katastrophe aufzulösen? Ich mach das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich hab mir einen geholt. Ich löse jetzt eine Katastrophe. Was? Das könnte ein flächendeckender Waldbrand sein, der eventuell über die Pyrenäen rüberschwappt. Haltet ihn auf! Oh nein, BW, mach das doch bitte nicht. Was soll denn der Scheiß? Feuerteufel, Zündler, Schlag zu. Und jetzt! Oh Gott, das will mich gut daran. Ich seh noch nichts. Aber nur in deinem Gebiet, oder? Naja, er will's ja über die Pyrenäen rüberpusten. Aber ich glaub, das funktioniert nicht. Ich hoffe sehr, der Brand läuft noch weiter. Also das war gerade sehr kläglich. Das war enttäuschend. Ich hatte gedacht, ihr würdet alle mitbrennen. Ich hatte gedacht, die Welt würde brennen, damit ich in Zukunft zu IT-Milchung gut gemacht werde. Ja, ich höre. Hört sich an wie ein Prophet. Ich höre begeistert zu. Warum? Ja, hauptsächlich, weil ich da nicht bin. Wir haben auch angefangen, unsere Landfläche einfach abzutragen, damit wir mit dem Wasserspiegel zusammensteigen auf unserer Insel. Eine riesengroße Luftmatratze. Ich kann keine Straßen bauen, das macht mich komplett fertig. Wie du kannst keine Straßen bauen? Ja, weil mein Händler halt einfach das Wasser bevorzugt. Du musst das so sehen, das Meer ist deine Straße, das ist die Kultur deines Volkes. Willkommen bei den Nordfländern. Fühl das doch ein bisschen mal. So was gewinnt WB denn jetzt, wenn er hier eine kostenlose Seha-Einheit, das heißt, er kann das das nächste Mal nochmal machen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Und wenn er jetzt langsam anfängt, Leute zu schämen, die nicht fertig werden. Wofür konkret? Kommt drauf an, wen? Für Langsamkeit. Ach so. Ach so, nee. Ich finde, das ist eher Bedachtheit. Ich verstehe, dass das für dich nicht ganz so ein Konzept ist, aber... Das stimmt. Ich bin heißblütig und impulsiv. So kennt man dich, ja. Ja. Oh, es klappt doch. Der Waldbrandbrand greift um sich. Die Welt steht gleich in Flammen. Es passiert ja doch cool. Ich finde das nicht gut. Ich kann ganz Iberien abfackern, wenn ich will. Geiles Gefühl. Finde ich total klasse. Mach ich öfters. Jetzt auch nur hier live. Großartig. Ich habe hier noch ein Barbarenlager gespawnt. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Naja. Barbaren sind unsere Freunde. Und wir haben alle so am untersten Ende des Stiefels, ja, so gerade die ein, zwei Teils, die ich noch nicht im Sichtfeld habe, da haben sie sich jetzt nochmal breit gemacht. Das ist einfach nur schäbig. Das ist einfach nur schäbig und nicht okay. Was machen wir denn jetzt hier? Na, es ist immer wieder eine gute Frage. Ich stelle immer wieder fest, Nils, du bist der einzige, der richtigen philosophischen Tiefgang in solche Events reinbringt. Echt. Dankeschön. Manche sind nur wenige Silbeln, die du vor dich hin brabbelst und trotzdem habe ich das Gefühl, da ist was drin, das erkennen weniger. Danke, und das mag ich so an dir, diese unschuldige Ehrlichkeit. Ja. Das stimmt. Das sagen mir viele schon. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich sei völlig unschuldig. Das stimmt, ja. Nochmal zur Sicherheit, man kann sieben Städte gründen, war die Regel, ne? Und erobern, das hätte ich nicht mit rein. Na, ach, sieben Städte. Warte mal, warte mal, warte mal. Es gibt eine Regel. Ja, es gibt Regeln im Spiel. Gibt es wirklich eine Regel? Warte mal, wie viele Städte darf man gründen? Ich hatte das auch vergessen. Ach, Nils, hör auf. Ja. Ja, ganz kurz, gibt es wirklich diese Regel? Ja, genau die Regel, die ich vergessen habe, am Anfang zu erzählen wieder. Oh Gott. Man darf nur acht Städte gründen. Ja, okay. Was mache ich denn jetzt mit zwei? Aber man darf so viele erobern, wie man möchte. Die zählen dann nicht zu. Ja. So sieht es aus. Plündern darfst du auch noch mehr. Shit, nur acht. Doof, ne? Und ich führe eine Strichliste. Wie viele hast du denn? Zwölf? Äh, zehn. Aber warte mal. Das ist eine Strichliste. Das ist bitter. Sollen wir denn gemeinsam darüber abstimmen, welche Strafe Ranger für das Nicht-Erwähnen bekommt, oder darf Nils das im eigenen Ermessen bestimmen? Ja, ich finde persönlich, dass Nils auch eine Strafe für mangelnde Lesefähigkeiten kriegen könnte. Hallo, ich habe dafür so ein Bisch von der Krankenkasse. Dann habe ich nichts gesagt. Nils ist nicht von Partiestart an freigeschaltet. Also auch Discord. Discord, wo Regeln angeblich drinstehen. Discord wird im Late Game erforscht. Da muss ich Nils echt in Schutz nehmen. Nils kann nichts dafür, wenn er doof. Also ganz im Ernst, gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ja, das ist meine Magne in den Multiplayer-V. Bitte ich zu entschuldigen. Es brennt viel zu wenig. Nur ein kleiner Teil Liberien steht in Flammen. Ich bin menschlich tief enttäuscht. Ei, ei, ei. Das breitet sich schon auch aus. Wahrscheinlich. Nikola sucht gerade Fieberhafte Discord nach dieser Regel. Kann man mit einem See auch in fremde Territorien reingehen und sich neben eine Stadt stellen? Ja. Also rein hypothetisch. Wenn es die Stadt von Steinbeinen wäre, rein hypothetisch, könnte man dort zündeln, das abfackelnd an der Harfe, nehmen, ein paar Lieder dazu anstimmen, versonnen in die Flammen reinstarren und so tun, als wäre man Peter Ustinov. Ja, das Problem ist, Städte brennen nicht, sondern nur Wälder. Ach, wie traurig. Aber das gibt ja nachher gute Erde. In dieser Phase, ich glaube, du hast es echt clever gemacht. Also jetzt erst mal ganz Iberien abfackeln und dann halt die höheren Erträge mitnehmen. Und dann die ganze Welt. Das ist eigentlich ein absolut ethisch schrecklicher Incentive, den das Spiel dir hier bietet. Ja, ja, absolut. Also schlimmer geht es ja kaum. Du kannst einem echt Komplimente machen. Danke, Maurice. Ganz liebe Grüße an Maurice. Ja, danke, gerne. Zauberhaft. Da ist die Stadt. Okay, das ändern wir alles hier mit diesen acht Städten. Du hast hier schon eine Karte gemalt mit 18 Städten, ne? Naja, es ist ja schon so bei diesen Multiplay-Spielen, das ist ja schon sehr relevant, ne? Auch wie schnell das ist und so. Und wenn man dann sagt, man nimmt nur acht Städte, dann kann man sich mehr Zeit lassen. Das stimmt. Das ist ein guter. Ich habe es allerdings auch gelesen und vergessen. Also im Baurausch. Mir war die Info. Ich bin dankbar, dass du dir die Frage stellst. Ernsthaft, ich hatte das komplett selbst vergessen gehabt. Sag mal, äh... Er hat sich davon geträumt, nach Afrika zu gehen. Und das geht jetzt nicht mehr. Ist Deutschland hier noch anwesend? Deutschland, hallo? Deutschland. Ich würde gerne vielleicht so unter vier Augen mit Deutschland bezeichnen. Ja, 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 ja. Können wir machen, können wir machen. Tja, das ändert alles. Ist doch nichts Gutes, was da stattfindet. Ne. Ich auch. Die Gründung von Straßburg finde ich auch so eine minimale Provokation so. Straßburg, oder wie es bei mir heißen würde, Schiffsburg. Ja, genau. Richtig. Findest du auch provozieren, ne? Schon der Name allein. Das geht gegen dich. Alter, hör auf jetzt hier diese, ey. Die Barbaren, ne? Die tun so einen auf harmlos, wie so ein Anglerfisch. Und dann kommst du in ihre Nähe und auf einmal pumpen die die... Advanced-Units raus, wie blöd. Das ist doch kompletter Quatsch hier. Mhm. Ich bin doch froh. Also, der Waldbrand scheint sich doch unkontrolliert auszubreiten. Finde ich sehr, sehr schön an, das hier. Sehr schön. Das gefällt dir, ne? Mhm. Ich habe keine Straßen. Alles dauert lang. So, Chat, ich glaube, ich muss noch einen weiteren Speer mal haben, um hier Iberien zu erkunden. Ah. Wir müssen ein bisschen mehr wissen. Eigentlich müssten wir auch nach Italien mal gehen. Okay. Okay. So, ihr Tunichtgute. Ah, Ponte Vedra. Habe ich mir schon gedacht? Ich finde, der einzige Tunichtgute ist ja wohl der hier, der gerade ein Waldfeuer über die Welt entfacht hat. So wieder, du schleimst dich so gekonnt bei mir ein. Lieben Dank für diese tollen Komplimente. Wer schleimt sich wo ein? Ich war kurz weg. Ja, Maurice bei mir. Der macht mir so schöne Komplimente. Aber wenn Deutschland jetzt wieder da ist, was ist denn dein Plan mit der Nordsee? Nordsee ist britisch, oder? Da sind wir glaube ich einig, oder? Was heißt denn Nordsee für dich? Ja, alles bis zur Küste kurz vor Hamburg. Ja, das ist meins, genau. Deins? Nee, also ich dachte hier sehr, das ist alles meins. Ja, die Küste. Also auf meiner Seite der Nordsee, meinst du jetzt? Ja, also das Wasser, das nehme ich gerne. Die Küste, da können wir drüber reden. Das kann ich dir auch erst mal lassen am Anfang. Ja, also Wasser ist okay, das kannst du haben, aber die Küste ist ja schon, also das ist ja schon meins. Habt ihr euch wieder verdrückt, oder ist das Teil eures Spektakels? Äh, was? Da kommen ja noch Barbaren. Was ist das denn? Haben die nichts? Alter, das ist ja das Mieseste. Habt ihr nicht gesehen, was ich für ein Exempel statuierte? Äh. So. Ich bin richtig sauer. Ah. So, Shad, wir brauchen eigentlich nur noch ein Siedler, dann sind wir durch. Dann können wir richtig durch. Los, Power. Sollte vielleicht mal einen Hafen erforschen. Weil es Italien wahrscheinlich eine gute Idee in dieser Kunst. Ja, dann sind wir durch, ne? Ja, ich glaube, ich sollte mal langsam Bogenschützen erforschen. Ja. Wer haut denn da so in die Tastatur? Treibt da jemand heimlich mit den Moderatoren? Sag mal, was die da alles im Chat gerade sagen. Ich hab mal Tipps. Ich hab meine Stadt unbenannt, entschuldige. In Bald Rangers Stadt? Puh, pah. Ja. Ich, fuck. Ja. Oh Gott. Du verachtens. Abschaum. Ganz genau das. Ja, entschuldige, ich bin krank. Dann komm ich vorbei und reich dir die Eingeweide raus. Ich kling manchmal so, als wenn einfach der Hass mich selber prägt. Das ist nur, wenn ich krank bin. Bald Rangers Stadt. Ja, ja. Noch lachst du. So. Mann, dieses so, ne? Ich muss das loswerden. So, so. Ich sag ab jetzt einfach Heurika. Aber ich mein, das hat doch wahrscheinlich auch jeder Streamer, oder? Irgendwie so diese Sprachmarotten, die irgendwann, irgendwann merkst du, Leute im Chat machen Running Gags daraus. Und dann weißt du, okay, vielleicht hab ich ein Problem. Ja, ganz schön, weil Maxim ist, glaub ich, der So-Counter mittlerweile fünfstellig. Das, find ich, ist schon ein Statement so. Das ist in der Tat ein Statement. Ich glaub, dein Wow ist auch ikonisch, glaub ich, oder, Maurice? Ja, aber da, man muss ja immer das Beste draus machen. Ich hab inzwischen ein Emote anfertigen lassen. Ja, sehr gutes Emote, muss ich gestehen. Und ich liebe es. Vor allem das Tolle ist halt, ähm, ich find, es gibt ja kaum ein, also es ist so luxuriös als Streamer. Du bist in Chatprogrammen so viel ausdrucksfähiger als jeder andere Mensch, weil du hast tituliert, deine eigenen Emotes. Das stimmt, ja. Das ist halt ... Das ist sehr nett. Warten wir gerade auf Nils, der aktives Shaming für Warten. Oh Mann, immer das Gleiche. Ey, ne kurze Frage, gibt's so was wie, also wenn ich einen Siedler habe, so einen Modus wie, ey, was passiert, wenn ich hier eine Stadt gründe, was für Malis und Dingsis bekomme ich? Gibt's so was? Ich glaub, nur für die, wo er dir aktiv vorschlägt, ey, was ... Ja, genau, genau. Ja, das ist immer doof. Also wenn du vier drückst, dann siehst du zumindest, wo frisches Wasser ist und paar andere Informationen. Aha, vier. Aha. Das ist ja cool. Da hab ich wieder was gelernt, du. So, dieser. Jetzt muss ich auch mal kurz vier drücken, weil ich selber gerade nicht wusste, was ... Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist auch eine Lache, die mir Angst macht, gebe ich zu. Also allen muss die nicht Angst machen. Sprich doch bitte Deutsch, Maurice. Nein, ich bin Römer. Warum sollte ich die Sprache der Germanen sprechen? Dann sprich lieber meine Sprache, etwas mehr Englisch. Genau. Jolly good. Das zählt jetzt aber schon als Kultursieg, wenn Italien jetzt auch meine Sprache spricht, oder? Habt ihr diesen Tweet neulich gesehen? Ich fand das so geil. Es gibt ja einen Habsburger auf Twitter, Eduard Habsburg. Der hat irgendwie getwittert hier, Thanksgiving Dinner bei den Habsburgern. Und jemand hat das retweetet mit der ultimative Kultursieg Amerikas. Die Habsburger feiern Thanksgiving. Ich habe auch noch mal eine ganz kurze Frage mit dem Wasser. Wenn ich jetzt eine Stadt gründe, wo kein Wasser ist, aber ich dann eine Teile erschließe, wo Wasser ist. Hat die Stadt dann Wasser oder trotzdem nicht? Also gibt es da die Möglichkeit? Da brauche ich ein Aquadukt oder sowas dann. Brauche ich ein Aquadukt. Wenn du auf Dunkelgrün baust, hast du Trinkwasser. Und wenn du auf Hellgrün baust, hast du halt nur so ein kleines Wasser und auf Grau hast du gar keins. Und wenn du eine Stadt gründest und du hast in einem Feld daneben, kannst du dann Aquadukte setzen. Aquadukte kannst du setzen in Richtung zu Flüssen, in Richtung zu Oasen oder in Richtung zu Bergen. Also die müssen eines dieser drei Felder angrenzen und an dein Stadtfeld. Okay, alles klar. Danke. Gerne geschehen. Ich bin schon wieder zu langsam mit allem, aber ich glaube, ich lasse mich auch zu sehr ins Geschwätz reinziehen von geschwätzigen Leuten hier, zu denen ich mich selbstverständlich überhaupt nicht zähle. Haha, hat er einen Fehler gemacht, der dumme Kerl. Äh, dumme Ecke, müssen wir nochmal reden? Äh, nö. Oder verläufst du dich da gerade einfach nur zufällig aktiv in meine Gegend? Mit dem Siedler? Nee, mit mehreren militärischen Einheiten. Oh. Oh. Ja, das würde ich jetzt auf eine Seite interpretieren. Er sagt doch einfach nichts mehr, er ist im vollen Soziopathen-Modus. Ja, er hat wirklich einfach, einfach rein hier rein und dann aber auch komplett... Jetzt bring ich dich um! Das war eine Stadt zu viel. ...Metspieler, ja. Der volle Soziopathen-Modus. Ah, sehr schön. Hi, it's me. I'm the problem. Ja, manchmal nützt es auch nichts dagegen zu widersprechen, ne? Ja, ich würde mich ja... Also, ein bisschen Ehrlichkeit hätte mich jetzt kurzsätzlich schon erfreut, aber... War das nicht absehbar? Was erwartet man? Ich weiß, du meintest eben in dem Gespräch noch, ja, du willst hier jetzt nicht mit denselben rasseln. Nein, das war... Eine Lüge. Ja, aber er hat dann insofern die Wahrheit gesprochen, dass er ja offenbar nicht mit den Säbeln rasselt, sondern sie direkt schwingt. Wo ist denn das? Ich hab mein Speer in der Nähe, ich will zuschauen. Maurice, er hat die Pulp-Position schon eingenommen mit dem Speer. Echt? Noch zwei Hügel weiter, Maurice, und du kannst zuschauen. Das ist echt? Maurice, wo bist du? Steinenwein südlich. Südlich von meinem Speer? Von seinem Speer, ja. Ah, okay. Na, das ist ja sowieso mein Weg. Das ist der Weg. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, Chat, hier hab ich nicht aufgepasst. WB hat mir hier das weggekauft. Das ist ärgerlich. Das hätte ich ja abmüssen. Ja, die Barbaren sind auch bei mir, aber sie heißen irgendwie irgendwas mit, äh, ne? Ne Ecke. Mit der Ecke. Der Joghurt mit der Ecke. Mein Timer ist echt lang. Ja, das hat sich aber wahrscheinlich auch dynamisch aus dem Krieg hier auch gerade herauskristallisiert. Aber könnt ihr uns mal so einen kleinen, so einen Tacitus-Reisebericht? Belgrad wird von vier Reitern belagert. Das ist richtig, ja. Und sehr nicht deine Stadt, die bald sehr wohl meine Stadt, äh, umbenannt wird, wird aktuell von einem wackeren Kollenkrieger belagert. Ich werde halt von einem rückständigen, äh, technologisch überforderten, äh, sprachlich unfähigen, äh, wortbrechenden Pflege. Welche Worte? Ich kann nicht reden. Ja, den Fluss können wir erstmal als Grenze akzeptieren. Weiß man ja, wo der Wort ist. Und als dich, die Barbaren, die da gemacht haben, stand ich noch daneben und half. Ja, weißt du, man muss halt leider wirklich immer so ein bisschen sehr genau, weil erstmal ist halt ein so dehnbarer Begriff. Ja, das ist wahr. Erstmal ist so ein Alarmwort. Äh. Und zu aller Ernst. Das ist einfach ein, wer zuerst Klick-Moment, ja, ne? Ja, ist es leider... Juhu, Ranger, Alter, bist du des Wahnsinns? Okay. Okay. Ich glaube, ich hätte die Stadt hier bauen. Was passiert, Steinwallen? Erzähl mir. Ja, perfektes Timing. Danke nicht, Limnich. Was? Ist geschehen? Ey, da will ich sie eh nicht bauen. Ich will sie gar nicht bauen. Will ich hier eine bauen? Das interpretiere ich jetzt direkt mal als Kriegserklärung, oder? Was? Nein, 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 nein. Naja, also ein Siedeln auf französischem, historischem... Ja, was? Hä, das ist K. Du glaubst also, dass du jetzt mit diesem einen Schwertkämpfer irgendwas reißen kannst? Kann ja nicht sein. Den einen, den du siehst. Ich muss jetzt erstmal meine Kräfte K analisieren. Ja, eine Stadt, die unbeschützt ist. Sehr schön. Viel Spaß. Wir können wieder Frieden nehmen, wenn du möchtest. Du weißt, dass ich auch eine Spezialfähigkeit habe, unendlichen kulturellen Druck auszuüben, sodass ich jede scheiß Stadt in meiner Nähe sowieso schlucke innerhalb von wenigen Runden. Das ist quasi eine Siedlung. Du gönnst mir eigentlich jetzt eine neue Stadt. Ey, geil. Ranger, das ist richtig gut. So nett bin ich. Ich kann noch eine zusätzliche... Da wollte ich nämlich ja die Stadt... Das geht ja jetzt richtig zur Sache hier. What the fuck? So nett bin ich. Willst du mir den Siedler noch geben? Also wir können ja auch einfach mit freundlicher Koexistenz nebeneinander leben. Also das hat ja auch in meiner Geschichte gepasst. Ja. Bis ich die Stadt dann schlucke. Kulturell. Ach, kulturell. Ja, hast du dir mal die Spezialeigenschaften meiner Herrscher angeguckt? Ich weiß nur, dass Frankreich nie Böses im Sinn hatte. Nee, genau. Ja. Mit unseren großen Werken überzeugen wir einfach die Nachbarn. Ist das das Wort eines Historikers? Klar. Hör... Na, rat mal, warum unsere Geldbörse eigentlich Portemonnaie heißt und so. Ja, aber es ist eine französische Hafenstadt, oder? Portemonnaie? Oh Gott. Nee, jetzt warum? Warum bist du so? Genau. Deswegen haben wir unsere Geldbörsen nach französischen Hafenstädten benannt. Weil sie so beeindruckend sind. Aua. Ja, der war gut, ey. Fand ich super. Einer von den Besseren, ne? Ja. Warum, was warten wir denn jetzt hier? Was ist denn das hier für eine Mäuse-Show? Das gibt's doch nicht. Wir warten auch, dass Ranger ein völliger Verzweifler und irgendwelche letzten Truppen zusammensammelt. Ich bin total fasziniert. Ich sehe nichts von dem, was hier passiert, aber ich höre es. Ich kenne auch so ein paar Ziv-Bekennigs nicht. Also, ich hatte quasi eine Einheit in deiner Stadt, aber du konntest trotzdem reinrennen. Und bevor die Einheit gestorben ist, kriegst du meine Stadt, weil sie keine Stadt bauert, richtig? Ähm, ja, die Einheit verstärkt die Stadt. Ich muss quasi leben gegen ... Also, ich greife die Stadt an und tausche quasi Leben. Ähm, das ist mein Krieger da oben weg. So ein Scheiß. Das ist mir auch gerade passiert. Also, wir sind ja jetzt erst mal freundlich zueinander, ne? Also, das ist ja klar, oder? Weiß ich nicht. Also, Steinwald, ich will jetzt hier wirklich keinen Krieg anfangen, nur wegen diesem bisschen Stück Land da. Das tut ja jetzt keine Not. Und, guck mal, hier ... Okay, okay, pass auf. Dann bewahren wir den Frieden. Und du ärgerst dich nicht, wenn die Stadt aufgrund meiner kulturellen Überlegenheit sowieso irgendwann die Seiten wechselt und ich eine neunte Stadt auf diesem Land habe, mit der ich gar nicht geplant hatte. Der Siedler war nur zufällig da, ne? Naja, ich habe natürlich mit diesem Standort geplant, meine achte Stadt. Aber demnächst wird es ja eine neunte dann geben. Ja, okay, das ist doch mal ... So kann man doch friedlich nebeneinander existieren. Wenn ich merke gerade, ich habe voll was vergessen, die Fabriken und die Entertainment-Komplexe gehen über sechs Teils, oder? Oder waren es drei in die Städte? Fabrik meine ich sechs. Schon, gell? Ich habe die ganze Zeit drei gezählt. Gott, ich habe wirklich so lange nicht mehr Zift gespielt. Dann geht das ja hier viel besser. Ich bin so doof. Das dachte ich mir auch schon diverse Male. Ja, ja. Ach komm. Dass das, was du da machst, echt ziemlich dumm ist. Es ist wirklich nicht so smart. Ich muss es ja leider offen zugeben. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit objektiven Fakten dagegenhalten, die meine geniale Strategie irgendwie ... Aber nee. Wir haben da schon alle mit dem Kopf drüber geschüttelt. Ja, verstehe ich. Würde ich auch, ehrlich gesagt. Und Johnny, erzähl mal, was ist jetzt die Sache hier mit dir und ... Der ist gerade komplett mute. Der hört gerade gar nichts, ja, Johnny. Stehe. Und vielleicht kann die Ecke ein bisschen ausführen. Warum hast du Johnny so hintergangen? Äh ... Das ist immer eine gute, gute Äußerung zu Krieg. Ja. Auch so ein völlig neutrales Framing von dir, Ranger, gerade. Das finde ich auch gut. Ja, ich bin nur außenstehender Beobachter mit einer Waffe in der Hand. Ja. Ich muss mal kurz meine Stadt umbenennen. Mhm. Das erlaube ich. Sehr schön. So. Ja, also, ähm, es war so, dass das Land mir gehört und er da leider gesiedelt hat. Das sind immerhin die anderen. Genau. Also, ich bin das Opfer. Okay, natürlich. Say no more. Die Geschichte kenne ich. Gut. Du bist eindeutig das Opfer. Verstehen wir uns. Ja, ich war selbst oft Protagonist dieser armen Opfer-Geschichte. Du Opfer. Du bist echt ein Opfer. Du Opfer, du. Ja, ich im Ernst. Kann ich gut nachvollziehen. Ein halb mir noch mehr unter die Nase ist gut noch weh, aber ... Also, wenn du selber so formulierst, dass du nur unser Opfer sein möchtest, bitte. Finde ich okay. Können wir alle so machen. Das geht. Können wir machen. Also, für mich war es tatsächlich halt ... Er hat halt am Anfang gegen Barbaren einen Siedler verloren. Und da entwickelt man ja so ein natürliches Mitleid. Das heißt, ich wollte da nicht sofort drauf schauen. Vor Taktik. Und war da noch recht nett. Und hab dann ein diplomatisches Gespräch gesucht, wo, Zitat, wir können uns auf diesen Fluss als Landgrenze einigen. Und dann bin ich natürlich, gutmütig wie ich bin, erst mal davon ausgegangen, dass ich da mit einem Menschen mit einem Hauch von Ehre zu tun hab. So. Ach, der erste Fehler. Oh, Johnny. Aber ich würd sagen, für mich ist das ab hier ein kompletter Blutkrieg. Es gibt kein Vertun. Ich habe ein Ziel. Und das wird schön. Ich freu mich drauf. Also, ich muss ja, als jemand, der ja wirklich schon in kompletten Blutkriegen mit dir wirklich übel auf die Schnauze bekommen hat, werde ich das mit Faszination beobachten. Das wird schön. Ich erinnere mich an unsere letzte Stellaris-Nexus-Partie. Das war nicht schön. Nee, das war aber auch für alle nicht mehr schön, glaub ich. Ich dachte, ich war gut dabei, weißt du. Und dann ... Es gab wenig Gewinner am Ende dieses Krieges. Aber hier wird es wenigstens ergeben. Und das ist ja das Schöne. Maurice, du hattest doch anfangs erzählt, dass du gar nicht so gerne Stellaris spielst, ne? Ja. Willkommen im Club. Weil ich find das Interface so. Ja, das Interface ätzt mich an. Dass man irgendwann tausend Benachrichtungen hat und dass es oft völlig unlogisch ist, wo was abgelegt ist, finde ich zumindest. Ich fahr immer total auf gutes UI ab. Und ansonsten würde ich vorschlagen, lieber Maurice, ausnahmsweise wir beide mal, also alle Leute, die Pioneers of Borgonia gut finden, sollten eine gemeinsame Allianz schließen innerhalb dieses MP-Matches gegen diejenigen, die Frevler sind. Heiden. Ja, wirklich. Ja, da würde ich doch tatsächlich mich anschließen. Also, das passt doch. Ranger ist total verzweifelt jetzt. Verzweifelt? Ja, so wirklich. Sag mal, wie viele Bogenschützen hast du da? Ist das irgendwie ein Elfenstart, den du führst, oder? Pass auf, was du sagst. Wow. Es ist sehr, ich bin echt am überlegen, was ich tue. Es ist drei Viertel zwölf, ne? Also. Weil es ist schon so spät. Sif, der geht einfach wie im Pflug. Stein, weil es hat doch keinen Sinn, wenn wir jetzt hier auf einmal kreuz und quer Krieg führen. Meine Schwertkämpfer sind zwischen deinen Bogenschützen. Also. Ne, da kommt man nicht auf den grünen Spike. Das hat wirklich keinen Sinn, weil ich die Stadt sowieso irgendwann kriege. Nochmal. Die Welt soll brennen. Der zweite Seer setzt den zweiten Waldbrand. Ich habe noch einen Seer. Noch ein Waldbrand. Drittes Mal. Waldbrand. Jetzt. Die Welt muss brennen. Im Ernst. Das war das dritte Mal, dass einer meiner Seer gesagt hat, Wälder, die sind zum Zündeln da. Ohne Scheiß. Aber nur deine Wälder oder auch unsere? Also im Augenblick sind es meine. Finde ich auch sehr cool. Da werden die fruchtbar sein. Hoffe ich mal. Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich sehr gut, ja. Also ich kann auch zu euch rüberkommen und eure Wälder abfackeln. Das finde ich nicht gut. Finde ich gut. Das klingt wie ein Schnaps, wenn du das sagst. Ich kann mich anheuern. Also ich bin käuflich. Wenn du zum Beispiel, wenn einer von euch der Meinung bin, hey WB, geh da rüber zu Steinwallen. Die französischen Wälder sollen auch mal brennen. Das hört sich irgendwie verdächtig an, als wenn es in meine Richtung geht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Danke. Ja, also ich finde französische Wälder, die brennen. Ja, wie du meinst. Was ist denn jetzt los? Stimmt. Also eigentlich könnten wir beide die deutsch-britische Freundschaft schließen und hier deine Territorien auch verteidigen, da im Gebiet Elsass-Lothring. Aha. Da gibt es überhaupt gar keinen Konflikt. Hör dir diesen Rager an. Das ist ein Kriegstreiber vor dem Herrn. Das stimmt natürlich, ja. Ich meinte, wer siedelt hier aggressiv? Wir haben einfach eine Verabredung, so wie zivilisierte Völker es machen. Hey, es gibt hier eine Grenze. Ja, muss ich auch sagen. Und was macht dieser, ich sage jetzt nicht ein ganz böses englisches Engländerschimpfwort, der kommt hier einfach an und pflanzt sich hier mit seinen, naja. Diese Engländer. Diese Engländer. Das ist böse. Man sollte niemand Engländer nennen einfach. Das ist hässlich. Als Kind war das nicht so. Schon allein das ist unangenehm. Auf der Schule, auf der 2. Klasse Grundschule. Wir hatten einen Engländer bei uns in der Schule, der ist gnadenlos gedisst worden. Der kam, damals durfte man das noch sagen, als Gastarbeiter ins Land. Der hat echt gelitten. Der wurde total gedisst und gemobbt. Es war ganz furchtbar. Wenn er Deutscher gewesen wäre, würde er gehänselt worden sein. Nee, als Deutscher wäre er auch gehänselt worden. Oh Gott. Der lief alle in den Rücken rum. Das war eine schottische Grundschule. Und er war als Einziger in Hosen unterwegs. Das sah so doof aus, der Engländer in Hosen. Das war echt krass. Er wurde total gemobbt, deswegen, weil er Hosen trug. Wahre Geschichte, echt. Hosen. Ich gehe heute noch empfindlich auf Leute, die kleinen Karrieren zählt. Langsam komme ich dahinter, wann ich meine Runde beendet habe und wann nicht. Das ist ein Fortschritt. Langsamer, aber ja. Es ist ein Fortschritt. Wo kommt denn jetzt der Barbar her? Das passt irgendwie jetzt gar nicht in mein Weltbild. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Habe ich jetzt keinen Fan von. Aber es kann sich ja noch ändern. Vielleicht wärst du ja noch Fan davon. Ich glaube nicht. Tatsächlich ist die Antwort nein. Ja, es brennt tatsächlich wieder auf der iberischen Halbinsel. Ich habe gerade eine Meldung bekommen. Ihr habt verdammt viele Pyromanen bei euch. Kann das sein? Das ist, glaube ich, wirklich nur WB. Also, irgendwie zündest du die ganze Zeit deine eigenen Regionen an. Ja, im Ernst mache ich wirklich ohne Scheiß jetzt, weil dadurch wird alles fruchtbar. Naja, das ist doch klar. Habe ich da vorhin schon gesagt. Das ist kein Scherz, wirklich. Das ist vollkommen... Mein Chat sieht das. Ihr müsst nur meinen Chat fragen. Man sieht auch, wie ich selber mit meinen Sehern meine Wälder abfackele. Das ist kein Scherz. Es ist sogar so, dass das sogar eine sehr, sehr starke Taktik ist. Ja, wenn ich das im Stadtpark mache, kommt das Ordnungsamt. Ja, das ist der Unterschied. Das ist mein Reicht, das sind meine Regeln hier. Das kann man machen. Was guckt denn hier so raus? Hm. Also, komm, Steinwein, jetzt hier mal, äh, ich möchte gerne die Freundschaft mit dir verkünden. Also, wir, so schön, wie wir hier miteinander umgehen, ne, das, da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Wir können... Steinwein in Scheiben schneiden? Ich will... Wir können Freunde werden. Das ist, äh, ich habe ja schon gesagt, was passieren wird. Oh, ich hab's ausgesehen mit Escape beendet. Huch, das hab ich gemacht. Kannst gerne nochmal schicken. Ach, das ist ja nett. Hier ist jetzt was langer Weile, Sushi. Ja, ich hab, äh... Ich muss jemanden angreifen. Ich kann nicht immer so zwei Minuten warten und nichts machen. Ich muss jetzt leider irgendwen angreifen. Ja, dann greif dem Engländer an. Maurice, ich bin gleich bei dir. Mach dich mal für den Kampf, ja? Mach dich mal locker. Rüste dich mal ein bisschen. Du darfst übrigens keinen Sushi essen. Ich bin gerüstet. Ich bin Cesar. Cesar ist immer gerüstet. Ich bin Sosstrom. Ich komme mit meinen Schiffen von Norden, okay? Ja. Die Kraft der Kultur. Da hoffen wir, dass sie wirken wird. Das ist jetzt der große Weg. Steinwald? Ja. Das werde ich nicht unterm Rechen. Wie südlich sind die Wikinger gekommen? Bis ins Mittelmeer. Ja, bis ins Sizilien. Die haben für den byzantinischen Kaiser gearbeitet, die Varäger. Ja, bei Landen hatten sie sogar in Italien. Die haben sogar in Sizilien Königreich gegründet. Ja, genau. Die haben sogar in Sizilien Königreich gegründet. Also es wäre super realistisch, wenn ich Italien überrolle. Du erfüllst hier jetzt deine historische Mission quasi. Mhm. Das war doch auch so, dass sie historisch, glaube ich, eine bestimmte Abgabe an Großbritannien geben mussten, oder? Ja, ich sag ja nur, ich bin ja auch jetzt kein Historiker. Ja, die haben ja schon in England gesiedelt. Gesiedelt nicht? Das ist jetzt zu viel. Ja, das können Freunde sein. Doch, erst kämpfen, wann siedeln. Naja, und vor allem am Ende sind sie ja da Könige geworden, weil die normannischen Eroberer waren ja quasi wickschluss. Steinwald, jetzt ist Schluss. Also jetzt brauchen wir ja jetzt die Gutgeschichte. Pass auf, Nils, ich weiß, was du tun musst. Du musst jetzt dieses Stadt, die er hier in Frankreich gegründet hat, die musst du erobern. Das ist dann quasi die Normandie und dann von dort aus eroberst du England. Das ist jetzt echt, oh, geil. Ey, das musst du jetzt tun eigentlich. Äh, Entschuldigung? Das ist so richtig. Kann ich mal kurz mit dir reden? Sehr gerne. Nils, das ist fantastisch. Das ist überhaupt gar keine fantastische Idee. Das ist mehr so ein bisschen... Wie ich mir darüber nachdenke, das wäre so gut. Ups. Hat Gott sei Dank keiner gesehen. Ist ja beides geil. Oh, was nehme ich denn? Ja, das lief ja gut. Ach, da ist Paris. Willst du jetzt hier noch... Ich meinte, wir haben doch jetzt Freundschaft verkündet. Ich habe doch nur geguckt, wo Paris ist. Das nennt sich Urlaub. Ja, ja. Genau. Du vertraust mir hier aber irgendwie gar nicht gerade. Das tut mir auch weh. Steinwein, das tut mir auch weh. Mach nur. Mach nur weiter. Ich habe... Ich mache gar nichts. Ich laufe hier nur mit meinen... Ja gut, ich laufe mit meinen Armeen an deiner Grenze lang. Aber das... Ey. Also... Das ist eine Übung, die ich da mache. Manöver, ne? Manöver, genau. Ja, ist klar. Also hier wird aber auch nur das Schlimme gesehen. Da ist die Kriegstreiberei auch wieder am Werke hier. Es nimmt Maurice, nimmt die Chance. Die Gunst der Stunde. Maurice, greift an. Oh, deswegen redet er mit Johnny. Ja, das war mir schon klar. Ich habe alle meine Punkten schon umgestellt. Eigentlich ist das perfekt. Nils, eigentlich könnten wir uns zusammentun, ja? Wikinger und Briten. Das Bündnis, was zusammengehört. Und damit das Festland von Europa einnehmen. Ich mag das. Was? Ich bin beim Einnehmen dabei. Ja, wunderbar. Wie wäre es, wenn du einfach mal in Schleswig-Holstein zum Beispiel jetzt... Ja, mal hallo sagst. So, Sun, hörst du? Da ist dein... Ich bin aber gerade in Rom. Äh, was? Was habe ich übergehört? Was habe ich übergehört? Na, der Engländer hat gerade den... Den Norweger aufgefordert, in Schleswig-Holstein einzufallen. Lügenwallen! Du hörst mich hin, wenn... Oh mein Gott. Ja, ich war gerade in meinem Gehirn. Du warst in deinem Gehirn? Wow. Wie warst du denn da? Es ist Chaos. Keiner weiß, was der andere sagt, ja? So. Ey, sag doch mal, mach ich lieber das oder mach ich lieber das? Ja. Okay. Das dachte ich mir. Soll ich auf meinen Advisor hören? Grundsätzlich nie. Scheiße. Ja, die haben selten supergute Ideen, muss man zugeben. Puh. So. Das know. Ich sage das. Was? Ach, das ist ja klasse. Das ist ja wunderbar. Ja. Von da aus kommt er natürlich nirgendswohin. Ist das eine Sch... Schön. Mhm. So. Ist ja völlig lächerlich. Können wir denn jetzt mal? So viel Barbaren hier in der Nähe. Die halten mich auf. Genau. Ranger, dass du echt eine achte Stadt verschwendest für so eine Aktion. Ist wirklich... Manchmal muss man halt auch einfach am Limit leben. Das sage ich immer. Deswegen habe ich auch gleich acht Städte am Limit leben. Fast perfekt. Gibt es so einen Fluss, ne? Da heißt Limit. Ja. Ist der am Ende des Ganges? Hm. Ich bin aber auch nur, weil ich die ganze Zeit warte und dann... Ich werde so irre immer. Ich warte. Das kann ich verstehen. Ja, es bringt den Soziopathen-Modus in dir halt auch heraus. Das verstehe ich. Es ist wirklich so. Ja, WB muss gerade noch ein bisschen predigen. Ja, also das dauert dann halt auch mal. WB ist die ganze Zeit gar nicht da. Ich sehe das auch. Der ist im Discord gemutet und quasselt da mit seiner eigenen Community und sammelt da irgendwas von seinen perfiden Plänen und so. Der hört uns überhaupt nicht. Der mag uns, glaube ich, nicht mal. Wir können uns alle gegen WB eigentlich verbünden, weil er das gar nicht mitbekommt. Der wird's nicht mal merken, ne? Der wärmt sich an seinem Feuer. Liegt in Norwegen eigentlich Schnee? Nee, da ist nur Wüste. What happens in Norway stays in Norway. Endlich. Also. Jetzt will ich aber auch mal die anderen sehen. Dadurch, dass ich nur diese bescheuerten Schiffe habe, sehe ich halt die Leute nicht im Landesinneren. Steinwald, könntest du mich bitte einmal durchlassen? Ja, ganz bestimmt. Das brauche ich ja gar nicht. Naja. Ich frage den ganzen Effekt. So. Ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches. Dafür hast du doch deine Bote, meine Güte. Ich sehe da irgendwie nur Probleme gerade auf mich zukommen. Ja, aber du wirkst jetzt auch nicht so sehr im Problemlösungsmodus. Nee. Es, äh, ja, irgendwie bin ich dann, davor schrecke ich doch ein bisschen zurück. Weil die Problemlösung... Also, Maurice, da müsste ich mich auf dich verlassen. Wer möchte dann französisch... Was habe ich denn jetzt damit zu tun mit deinen Problemen? Ja, noch nicht. Noch nicht. Aber es könnte zu deinen Problemen werden. Wie? Wer denn? Was? Das wäre eine Unverschämtheit. Ja, so sehe ich das auch, ne? Aber, sagen wir mal, wir sind ein Sandwich. Ich bin eine Brotscheibe, du bist eine Brotscheibe. Ja, was, äh, was bleibt übrig? Äh, Käse? Der Teller, äh. Genau. Sagen wir Käse. Käse dazwischen. Ja, ich würde gerne mit Ungarn wegen der Käseproduktion verhandeln. Das wäre eigentlich, ja, da sollten wir uns irgendwie einig werden. Ich kann wirklich Bilder mal... Ich glaube, Ungarn produziert nicht mehr lange. Ähm, Johnny, kann ich, äh, hast du vielleicht Lust, Marmor gegen Wein zu handeln? Ja, ja, ja. Ich habe alles, was, wo du dir denkst, wenn du in 10 Runden denkst, boah, der Johnny war ein Guter. Äh, ich schlag dir gerade mal das vor, weil die Annehmlichkeit kannst du bestimmt auch gebrauchen. Natürlich, du hast nur mein Bestes im Sinn, da bin ich mir ganz sicher. Ne, das ist wirklich, hä? Hä? Wir profitieren halt beide davon. Ja, wie gesagt... Machst du das jetzt nicht, oder was? Ich glaub an das Kutche in deinem Herzen. Doch, doch, ich mach das fertig. Komm doch nicht hin. Warte doch. Hier sind so viele Kriegserklärungen im Weg, ist kein Scheiß. Äh, es tut mir so leid. Ich find das echt... Es sind hier unverschämte Menschen in Europa. Ne, es ist tatsächlich nur einer. Ja, ich kenn einen anderen. Ich bin das Opfer, hallo? Du bist ein Opfer, aber das hat was... Du wirst deiner Gerechtigkeit... Na, das kann gar nicht sein. Vielleicht... Vielleicht hilft dir der Wein dabei. Danke. Ich bin mir ganz sicher, dass er hilft. Schaden wird er nicht. Wir könnten zusammen so viel erreichen, Steinwallen. Ja, was denn? Was willst du erreichen? Sag es mir. Zum Beispiel die Grenze bei dir mit WB. Also ich seh ja, das ist sehr eng umschlungen. Und anscheinend ist deine Stadt dadurch auch ein bisschen beeinträchtigt. Ja, und was willst du da machen? Zum Beispiel... Naja... Ich nehm nochmal gerne das mit dem Brot. Nur dieses Mal ist es nicht mit zwei Toastscheiben, sondern ein Belag. Ich muss noch an meinen Bildern üben. Ja, glaub ich auch. Außer, dass alle Hunger haben, haben wir jetzt noch nichts erreicht. Ach, shit. Ist egal. Ja, endlich. 2000 Jahre später. Das war nicht auf euch bezogen, sondern auf die Barbaren. Brixia. Ist doch ein schöner Name. Fällt mir. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja, das finde ich doch auch schön. Sant Naser. Oder Sant Nasire. Nazire. Ne, ich pass auf. Ich erinnere ihn schon um, damit auch die tumpen Engländer das aussprechen können. Das ist ja... Das ist ja... Also das ist eine Frechheit, was ich hier hören muss. Nichts anderes außer Frieden haben wir. Im Sinn. Frieden! Frieden! Habt ihr alle schon eure acht Städte? Ah, die Zahl schwankt. Bald. Ich hab gleich neun. Shit. Hier noch. Achso. Was machen denn die Engländer hier eigentlich auf dem Festland? Ach. Äh. Guten Morgen. Auch Teil vom ganzen Saal. Wir sind ein guter. Ja, ich seh die bis hier die ganze Zeit nur fischen die... Leute, aber... Ja, die stacheln die Norweger auf, nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Und selbst ziehen sie hier nach Frankreich. Ey, in Schleswig-Holstein geht aber gar nichts. Also... Das ist... Ne, da ist Lügenwallen wieder. Ich hab damit gar nichts zu tun mit euren Streitereien. Mhm. Da 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 da... Oh weia. Und eine Regelfrage. Man darf ja nur acht Städte gründen. Aber was ist, wenn jetzt eine zerstört wird durch ein Meteorit oder sowas? Äh, dann darfst du neugründen. Okay. Das müssen acht gegründete Städte von dir auf der Karte sein. Nicola plant schon den ersten Meteoriten, ey. Was ist, wenn ich die schöne Stadt baue, ein Barbar getarnt als Ecke, die kurz einnimmt und ich sie wieder nehme, dann ist sie ja... Immer noch, das ist immer noch die von dir gegründete Stadt. Und wenn er sie ekelhaft umbenannt hat in einen schandhaften Namen und ich sie nicht anerkenne als mein Fleisch und Blut... Da musst du die abranzen. Bei der oberen, was ja die war... Ja, da kannst du ja die wirklich genau genommen die abzulegen. Ah, fantastischer Vorschlag. Endlich mal lösungsorientiert. Lösungsorientierte Vorschläge. Endlich. Ist immer gut. Irgendwie immer, wenn sich WB kurz immutet, dann gibt's irgendwie immer nur Krieg und Tod, hab ich das Gefühl. Versteh das auch, ne? Ja, er folgt halt dem religiösen Weg da unten. Ich rede immer wieder mit meinem Chat und erkläre Dinge. Ja, ja, ja. Ja, wirklich. Erklär uns lieber die Dinge. Ja, das ist echt so. Erklär mir mal Dinge. Okay. Wenn ihr möchtet, jeder hat... Fragt mich. Fragt mich, was immer ihr wissen möchtet. Sehr gerne. Über meine beiden Lieblingsspiele. Jetzt ermauern, das kann doch nicht sein. Ja, über beide Lieblingsspiele. Dann würde ich gerne wissen, wie die perfekte Produktionskette in Anno für Brot ist. Für Brot? Achso. Hornioff-Semilator ist mein zweitliebstes Spiel. Achso. Hornioff-Semilator. Ich bin jetzt hier kein Fan von... Ich bin jetzt hier ein Fan von... So, ich bin entbutet. Wen soll ich dissen? Wünscht euch was. Höfliches Lachen, das war ganz ernst gemeint. Habt ihr Fragen zum Spiel? WW beantwortet jedem eine Frage zum Spiel. Irgendwelche versteckten... Achso, im Ernst, ich muss euch eine Sache noch sagen. Weil ihr selber anscheinend nicht draufgekommen seid. Ja. Wow. Ich kann es auch lassen. Nein, nein, hau raus. Ich wollte euch fairerweise erklären, welche Folgen es für euch hat, wenn in Spanien die Wälder brennen. Aber wenn ihr das nicht wissen möchtet, lasse ich es sein. Naja, wahrscheinlich. Der gute Umweltaspekt... Oh, Nils ist da! Hör mal, was macht der Siedler denn hier? Wofür fährt der? Ja, Nils, mach es auch so, wie er es bei anderen macht. Finde ich super. Ich bin an der norwegischen Küste, also da ist ein Siedler durchaus normaler. Ich wollte gerade sagen, also... Selbst darüber regt er sich auf, meine Güte. Als Husum! Ich geh davon aus, du drehst bei, ne? Machst mir hier keine Schwierigkeiten. Ja, das ist ein Segelschiff. Das liegt in seinem Charakter, ne? Ich muss fahren, wie der Wind mich setzt. Hast du noch das Ruder nicht erfunden, oder? Ja, mit den Händen machen wir das. Das ist ja effektiver, als wenn wir jetzt dafür extra nochmal Ruder schnetzen. Na gut. Wir wollen nur Hallo sagen. Guck mal, du hast sogar Viking Longships. Du bist also stärker als ich. Ich weiß, ich hab sogar zwei, ne? Just saying. Da sind Barbaren bei dir. Falls du es noch nicht gesehen hast. Ja. Ihr wisst vielleicht, ich krieg einen frühen Spion. Da weiß ich natürlich schon, wo ich den hinschicke. Der wird schön... Wir müssen ein bisschen Glück haben. Aber der wird dann schön die Loyalität runterziehen. Dann ist die Stadt auch unsere. Ich glaube, das müsste gehen. Ernsthaft? Jetzt könnt ihr nicht tauschen, oder was? Auf was für einen Sieg geht ihr denn so? Ich geh auf hauptsächlich Eckes Untergang. Der Sieg ist dann ein Beiprodukt. Nicht durch Meteoriten sterben ist der Sieg, den Gaius Julius Cäsar hier anstrebt an diesem schicksalshaften Tage. Genau. Wir gewinnen entweder alle oder keiner. Ja, genau. Ah. Da steht Spaß zu Spaß. Wir laufen so gemeinsam über die Ziellinie, sodass beim Foto-Finish alle zusammen sind. Wir können ja auch gemeinsam gegen den Klimawandel kämpfen. Ja, ja, genau. Das sind doch mal ehrenwerte Ziele. Meinst du damit WB, oder? Ja, ich habe Steinballen schon vorgeschlagen, dass wir gemeinsam runtergehen. Aber Steinballen, ne. Ist ja hier gegen mich. Nur weil ich kulturellen Austausch fördere. Ne, ne, ich befürworte das. Ey, geh mal weg da jetzt hier mit deinem Paddelboot. War das? Ja, mach ich. Ich wollte nur einmal kurz hier... Ja, ist... So entlang hier. Ungünstig. Ich muss nur mal kurz gucken, ob hier Molde... Guck mal, hab ich doch vorher noch gar nicht gewusst, dass hier Molde ist. Molde? Ich weiß auch nicht, wo es in der Realität liegt. Also frag mich jetzt da nicht. Wahrscheinlich wird das irgendwie Molde oder so ausgesprochen. Ach so. Ach so. Ach so, der dumme Engländer wieder. So, so, also hier ist das Ding. Wo geht das denn? Ja. Die stehen jetzt aber... Die stehen da jetzt aber nicht so gut. Ist jetzt nicht so toll irgendwie. Bin ich ganz sicher, was du meinst. Aber es klingt langweilig. Nein, es klingt sehr interessant. Erzähl mal, worum es geht. Ähm. Bist du immer noch bei dem Thema Engländer? Engländer und Schatten? Und das... Ich bin... Ja, ähm, ich such grad, äh, such grad die Highländer irgendwie. Mhm. Aber noch kann ich... Ist das ein Drogenkult bei euch im Norden, oder was ist das? Die Leute immer high werden, oder ist das jetzt was ganz anderes? Ich weiß jetzt nicht, was ich darauf antworten soll, tatsächlich. Das ist... Verstörend. Das ist verstörend, auf vielen Ebenen. Ähm. Denk mich jetzt nicht ab. Ich muss grad was machen. Ablenken ist mein zweiter Vorname. Ich kann mich genau erinnern, als ich damals aus Mamas Schoß geflutscht bin im Krankenhaus. Hat die Krankenschwester... Da hätt ich jetzt wirklich drauf verzichten können, WB. Ich will dir ein uroobjektives, neutrales Feedback geben können. Ähm... Da hätt ich jetzt wirklich drauf verzichten können. Wenn wir jetzt hier ohne uns ehrlich offen reden. Ja. Na, ich sag's nur. Bitte hatte ich mal euch ne Freude, wenn ich so Geschichten euch erzähle. Erzähl weiter. Gerne. Wenigstens du. Wunderbar. Wenigstens du, Brutus. Ah, ist ein sensibles Thema, wenn wir natürlich Cäsar jetzt hier mit im Spiel haben. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen unhöflich, bin ich ehrlich. Also... Aber streng genommen weiß er ja noch nicht so viel darüber, ne? Das stimmt. Nee. Eben. Ja. So, so, so. So, so, so. Oh, wie diese Barbaren mich einfach nerven. Kann man gar nicht in Worte fassen. Na ja, die Engländer sind unangenehm. Ich hab den selben Witz mit Ecke machen, aber ich hab mich noch gezügelt. Ja, Scheinwallen hat er, hat er keine Ehre und schickt mich einfach durch den Kakao als friedfertiger Engländer, der ich bin. Was war eure Idee, als ihr gesagt habt, Apokalypse Now? Kommt er mit einem Seher hier an? Ich fass es nicht. Brenn meine, komm, brenn meine Wälder nieder, mach es. Du es! Ja, tu es! Genau das war die Idee dabei. Wer brennt die jetzt ab? Wer brennt wen jetzt ab? Ich brenn ihn ab. Da kann man doch noch mehr machen, oder? Mit sehr... Ja, da gibt es tatsächlich ne ganze Menge. Können die mal da bitte von meinem Feld runter... Warum denn sind denn jetzt auf einmal Barbaren wieder hier? Das ist jetzt aber äußerst... Ja, die kommen ja gerne mal immer wieder und so. Das ist ne Frechheit. Find's auch nicht okay. Komm, wie viele Truppen haben die denn da? Steinwallen, ich muss dich mal ganz kurz alleine lassen mit ein paar Einheiten, ja? Pfff! Ich muss einmal kurz nach Hause, Fronturlaub. Ja, mach mal. Ich kümmere mich dabei um deine Stadt. Ich lass dich aber auch nicht ganz alleine, also du brauchst keine Sorge haben. Warum kann ich den Brüssel angreifen? Ah, jetzt... Hat einer den Stadtstart bezahlt, damit er gegen mich kämpft? Könnte sein. Das klang jetzt auch ganz gut. Guck... So, ich... Oh, warte, dumme Idee vielleicht. Nein... Nein. Nein, du... Nein... Oh, da stehe ich aus Versehen den Siedlern schon wieder im Weg. Das ist aber jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung, das soll so nicht sein. Da habe ich doch die Stadt Nils auch gefunden, ja. Ach, so ein Kampf gegen Brüssel. Das ist ein Kriegstreiber. Das ist ein freundliches, wir feiern ein riesiges Stadtfest und ich komme mit meinen Wagen an, die zufällig, ich habe halt gerade keine anderen Kutschen, das sind halt zufällig so Battering-Rams, aber die haben nichts Wöses vor. Ja, da sind halt einfach, das ist gerade so transportmäßig, gerade unglücklich. Karneval, die fahren ja auch mit Wagen an. Das arme Brüssel. Das ist alles. Nee, nee, Brüssel geht es gut. Ja, aber Frankreich hat ja eigentlich immer einen relativ guten Draht zu Brüssel gehabt, wie fühlst du dich jetzt dabei, dass Brüssel einfach ohne deine Hilfe vernichtet wird? Ja, ich bin ja gewohnt, dass hier um mich herum Schamkarten stattfinden. Das tut mir so leid. Ich nehme das alles mit langen Mut hin und sage mir, am Ende gewinnt die Hochkultur. Also ohne Mist ärgert dich der WB so sehr Steinwallen unten im Süden, dass du das jetzt so sagen musst? Wir kommen glänzende Gegnern aus. Steinwallen, wenn du mich zu den Waffen rufst für die Brüssel... Der Weltkongress! Oh! Der Weltkongress. Da geht es sicher um Brüssel. Ich meine, da gab es bei den Peats immer ein bisschen Bugs, deswegen frage ich jetzt gerade, nutzen wir ihn, nutzen wir ihn nicht? Stimmt, wegen Spectator. Achso, im Spectator-Modus gibt es Bugs. Können dann alle jetzt zugreifen? Kannst du mal? Ich kann Sachen machen, also ich kann Daumen verteilen, ja. Ich kann was tun, ja. Aber ich muss nicht. Ja, also ich als Spectator könnte jetzt für halt auch eine Stimme abgeben. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt keine Stimme abgebe, ob der Weltkongress dann trotzdem durchläuft, ohne dass ich für irgendwas stimme. Du kannst Shift-Enter klicken, dann sollte es die Runde durchlaufen. Wollen wir uns auf irgendwas einigen, oder? Nein, also... Nee, geht nicht? Okay, dann... Geht nicht. Ich lass mal bei mir den Timer ablaufen, in der Hoffnung, dass dann überhaupt nichts von mir kommt. Ich hab leider am Anfang einmal geklickt, das tut mir sehr leid. Also klick mir nicht. Ich hab was gemacht. Ja, ich hab jetzt auch's gemacht. Oh, ich hab nichts gemacht. Ich hab jetzt auch nichts gemacht. Ach, ich hab die dritte Abstimmung unten übersehen. Wie doof. Okay, das ist ein Problem, weil du jetzt... Naja, das ist natürlich die Gefahr, dass du noch den Diplomatie-Sieg als Spectator mitnimmst. Ja. Ja, das wär doch auch mal was Schönes. Ja. Ja, was sagst du, WB? Hast du die Freundschaftsanfrage angenommen? Mache ich sofort. Ich bin so begeistert. Ich bin bei einer gerührt, wenn ich gar geschüttelt. Das ist so lieb von dir. Weiß ich total zu schätzen. Gilt ja auch für's Real Life. Oh, du siehst so bezaubernd aus. Wie könnte ich dir überhaupt irgendetwas anschlagen? Ohne Blumenschmuck? Ganz zauberhaft. Du siehst nicht aus wie deine gemeine Schwester. Wie die böse Schwester. Ja, soll ich dir das nochmal schicken, oder? Nee, es ist alles okay. Ich bin tief zufrieden. Nee, du hast sie doch nicht angenommen. Na, jetzt. Wir sind Freunde. Stefan. Stefan und ich. Freunde für immer. Ganz liebe Grüße an Steini. Okay. Die portugiesisch-französische Freundschaft wird die Welt zu einem Guten bringen. Bestimmt. Vor allem so ähnlich. Ei, ei, ei. Ja, echt. Ja, ich reiche sogar. Er ist zauberhaft formuliert. Wer ist zu Spanier? Hier wird jedem die Hand gereicht. Selbst in Englandern. Na, also. Merkt ihr es nicht, Welt, wie ihr immer wieder gegen mich wettert? Wir wollen es nicht übertreiben hier. Ja, also wirklich. Das habe ich doch gemacht. Ach. Oh, ich. Gut. und ich sehe das läuft ja ganz gut so hier ja also es wäre natürlich jetzt eine überraschung gewesen wenn menschen ohne rückgrat im kampf bestehen können gebe zu bei mir hat sich so ein bisschen eine patz situation entwickelt aber wenn ich da gut truppen binden konnte von ihm alle begeistert begeistert bin ich ja sehr zufrieden moris was muss ich dir denn zahlen dass du mich in frieden lässt ich gebe absolut zu ich hatte mit johnny schon eine gute freundschaft beschlossen und caesar kriegt ja einen bonus wenn eine stadt besetzt deswegen die gelegenheit war zu gut ja aber die klinge sieht ja inzwischen nicht mehr so gut aus das glatt könnte aber ich meine guck also die wird ja immer besser dadurch dass also wie ich das richtig verstanden habe ist ja wird ja johnny nicht von dir ablassen mit einer stadt und das ist dann wird die gelegenheit vielleicht künftig auch wieder besser werden glaube ich nicht da bin ich mir aber sehr sicher nein das glaube ich nicht dass die situation besser wird ich glaube wir können das spielen aber falls du genug hast muris sag bescheid also ich manifestiere meinen erfolg hier an dieser stelle man sollte man muss also gerade caesar weißt du caesar hat doch nicht gesagt ach komm mit passt das das wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen daneben oder das stimmt steinwein was willst du denn für den schönen französischen wein haben was hast du denn viel dass du und deinen engländern und dem englischen essigwein abschwören möchtest fragen wir haben uns jetzt mehr für tee entschieden wenn ich euch mal ein bisschen zwischen euch vermitteln darf steinwein gibt es irgendeine köstlichkeit aus der englischen küche die du gegen deinen französischen wein eintauschen möchtest weil er hat sie nicht leben möchtest ich habe schon geguckt er hat ja gar nichts zu bieten ich war leicht whisky pfefferminzsoße ja das ist alles nur träume das ist nix oder was willst du mir anbieten sag es doch einfach mal rede doch nicht immer nur dann bin ich kurz ruhig gebe zu im diplomatischen gespräch sich erst mal was in die schnute zu schieben ist vielleicht jetzt nicht das weg mäßigste aber wie stehst du denn allgemein zu silber finde ich gut aber ich habe gesehen du hast nur eins ich habe nur eins ich habe viel eine frechheit ich hier hören muss ist das so okay na dann also silber gegen wein ja dann werde ich noch mal auf dich zukommen der schenkt dir bestimmt kein rein wein ein einste steinwein ist so hinterhältig du musst den jetzt erst abbauen da komme ich kann mich gar nicht konzentrieren was ich hier machen will das ist eine gute freundin steinwein ist bekommt es mit uns portugiesen zu tun das ist doch mal ein wort er kommt wieder die ganze zeit eine südliche grenze ab was macht er ja ich wünsche mir dass die flammen auch mal rüber kommen damit ich auch diese fruchtbare portugiesische erde mal genießen kann fruchtbar es gibt ja gerüchte steinwein dass deine herrscherin elonore von aquitanin und mulanina hieß sie glaube ich dass die angeblich etwas also es sind böse gerüchte aber man muss sie zitieren das ist stimmt jetzt auch wirklich das ist historisch übermittelt also dass zumindest die gerüchte gab die vom nicht das auf die höfliche weise also dass sie ein paar männerherzen zu viel erobert hat um es mal so zu formulieren der engländer rückt mir auch immer zu auf die pette jetzt weiß ich dass der grund ist das ist nur seine seine plumpen art das zum ausdruck zu bringen also von meiner seite hast du nichts zu befürchten die portugiesischen kreuz ok gut Was ist das? Wir hatten noch mittlerweile schon einen Weltkongress. Sind wir dann mittlerweile diplomatisch so weit entwickelt, dass wir eine Abstimmung machen könnten, gemeinsam, wer wen angreifen muss? Nils, du bist doch jemand, der findet so Ideen immer cool, oder? Absolut. Absolut richtig. Wenn wir zu zweit so einen Vorschlag machen, dann ist das doch aufgrund unserer Seriosität schon, das ist eine Petition, da müssen die anderen drüber abstimmen, ob die die annehmen. Man braucht mindestens eine qualifizierte Achtelmehrheit, damit das angenommen worden ist. Du bist dafür, ich bin da worden, das war die Achtelmehrheit. Zweiter Schritt ist jetzt, dass wir noch ein Ziel bestimmen und der letzte Schritt ist dann jemand, der das ausführen muss, oder? Das klingt in meinen Augen als wenn das alles wasserdicht ist. Jetzt beginnt der Wahnsinn. Fällt mir nicht ein, was daran falsch sein sollte. Genau, auch aus meinen Ohren quillen die Freuden tränen. Dann lass uns doch eine Abstimmung machen. Ja, bevor ihr abstimmt, Steinbein, kannst du deinen Speer zum Gaffen woanders hinstellen? Aber ob mein Krieger das aussieht, ich bezweifle das. Danke. Ja, leider kann ich da nicht weg. Also, ihr könntet mir mal offene Grenzen geben, dann bringe ich ihn da weg. Ja, mach mir ein Angebot, kriegst du ein. Wenn ich den, der meine Freundin Steinbein einen doofen Anmacht, kriegst du mit mir zu tun. Ernste Warnung, Ansage. Welcher Griechenland hat jetzt gesprochen oder so? Ja, Griechenland spricht immer. Okay. Mit laut und sicherer Stimme der Gerechtigkeit. Ja, warte mal. Das muss ich jetzt hier erstmal noch offene Grenzen. Ach nee, andersrum. Bei mir brauchst du ja wahrscheinlich nicht, aber ich kann es dir auch geben. Fair ist fair. Aus Ehrlichkeit. Ja. Danke. So, jetzt, wo das geklärt ist, wäre ich dafür, dass Steinbein mich nicht angreift. Aber den Rest können wir drüber diskutieren jetzt. Ich fand den Vorschlag schön. Aber es scheint nicht so viel Begeisterung zu geben innerhalb der Truppe. Moral ist am Tiefpunkt. Man muss aber auch sagen, Moral ist am Tiefpunkt. Nils igelt sich da oben ein im Norden, pazifistisch, wie er ist, und spricht dann über Krieg. Wie, ich igle mich ein? Ich habe ja die ganze Zeit Barbaren hier. Das ist doch kein Einigeln. Aber Barbaren. Jetzt werden hier noch Ausreden gesucht. Da noch so schlichte. Ich bin gerade irgendwie unsicher, warum ich hier in dieser Stadt seit Ewigkeiten... Warum produziert die denn nichts? schnauze voll. Sind deine Bürger verhext worden? Ja, wirklich. Oder ein böser Otto, eins von beiden. Liebe, liebe Barbaren, ist doch jetzt auch egal. mit 100 Glaubenspunkte, Nils, als großen Künstler akquirieren, rekrutieren. Würdest du in einem Hofer auftreten und Lieder zustande bringen, Pfeil bieten? Im Hofer von Lissabon. Ja, natürlich. Großartig. Würdest du die beste Fado-Gesänge, möchtest du die hohe Kunst der Fado-Gesänge nach Portugal bringen? Oh, das wäre ein großer Traum für mich. Ja. Ich finde das ganz toll. Du müsstest natürlich einen Anlass haben, um traurige Gesänge überhaupt erfinden zu können. Es müsste dir vorher aus irgendeinem Grund schlecht gehen, oder? Ja. Rimmel geregelt. Ich glaube, dass tatsächlich Johnny, der die Griechen bis an einen sehr achtbaren Punkt in der Entwicklung geführt hat, dass er jetzt urplötzlich von allen anderen ermordet wurde, und das macht mich traurig. Ist er schon ermordet worden? Ja, ich sehe eure Truppen. Wer wird ermordet? Die Griechen dann anklopft. Johnny hat, glaube ich, die stärkste Armee gerade. Ja, eben. Deswegen stehen die alle da vor der Tür. Ja, ja. Die drehen sich gleich alle um. Die... Die hat er, glaube ich, gar nicht. Jetzt ist schon wieder los, hier ist schlechtes Wetter. Ah, da flieht er. Ja, ich gebe zu, dieser Baumeister war etwas optimistisch entsandt. Diese Kritik muss ich mir gefallen lassen. Ey, Maurice. Was hast du mit der Formel 1 gemeinsam? Will ich die Antwort wissen? immense Fliehkräfte. Wow. Finde ich gar nicht witzig. Ich glaube, ich muss weinen. Ich habe den Nordpol entdeckt. Gratuliere. Ich weiß auch nicht, was ich gerade mit meinem Schiff vorhabe. Versuche ich gerade einmal, um Europa rumzusegeln. das wird irgendwie schwierig werden von dort aus. Oh. Oh, der Vesuv ist ausgebrochen zum ersten Mal. Schön. 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 Okay Chat, kleine Zwischenbilanz, das ist ein kleines Ärgernis, aber für die Gesamtstrategie nicht so dramatisch, die Städte sind nicht optimal, Orléans, hier unten Bayonne ärgere ich mich auch ein bisschen, da hätte ich schneller sein müssen. Aber ansonsten läuft alles einigermaßen nach Plan, wir haben Freundschaftserklärungen mit den allen Nachbarn. Schreiben wir nochmal rüber zu Radlauge, wie hoch ist die Überforderung auf einer Skala von 1 bis 10? Also vielleicht merkst du es an der Anzahl meiner Wortbeiträge heute. Ja so eine 12 ist, ich würde mich sehr gerne beteiligen an irgendwas, aber ich bin einfach komplett überfordert, es sind so viele Menüs. Wir haben sowieso mit Hochmeldung, also man muss vorher einmal anzeigen im Discord. Es ist schon heavy, also kein einfacher Spiel zum Reinkommen finde ich. Nee, nee, natürlich, absolut nicht. Absolut nicht, ja. Das ist... Das Alleinstellungsmerkmal ist ja quasi das Gegenteil. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht irgendwie. Schwach da. Aber ich will natürlich gerne jetzt erstmal meine Theatersachen raushauen. Ist vor allem die Komplexität, mit der man am Anfang gar nicht rechnet, wenn man hier rumklickt und sagt, ja, paar Städtegründen kriege ich schon hin. Ja, so gegen die KI war es halt auch so relativ entspannt, weil die halt irgendwie auch relativ doof war, aber so mit Zeitdruck ist dann schon nochmal eine ganze andere Kiste. Ja, der Zeitdruck ist halt echt fies, ne? Ja. Ist wirklich, stimmt, ja. Das macht viel aus. Absolut. Aber so wie du es gerade gegen die KI beschrieben hast, so ist es für mich tatsächlich gerade gegen Steinwald, muss ich sagen, mit meiner Insel hier unten. Wie läuft es denn bei euch? Erzählt mal ein bisschen. Der französische Ranger-Stan ist auf jeden Fall da. Also das steht hier schön am Ärmelkanal. Ja. Meine neunte Stadt. Ich bin in meiner Städte meiner meinen Mitspielern. Ich habe eine sehr schöne Stadt, eine sehr hübsche, die heißt Eleonore. Dann habe ich eine andere, die ist ein bisschen runtergekommen. Die heißt Maurice. Dann habe ich eine Karte, die, eine Stadt ist so eine Hafenstadt, da riecht es ein bisschen auf fauligem Fisch. Die heißt Ranger. Ich habe jeden von euch irgendwo verewigt. Wo bin ich denn jetzt bei dir, DB? Ich habe eine ganz tolle Künstlerstadt gebaut, wo die, wo wir auf einen großen Fado-Künstler warten. Die habe ich Nils, Nilshafen genannt. Nilshafen, genau. Naja. Der fließt den Nils durch. Den hast du sicher noch nie gehört, ne? Ne, was war nochmal Nils wegen, ach wegen Nils, meinst du? Ja, genau. Ah, nee. Ich versuche immer, offen ins Kader noch eins draufzusetzen. Das habe ich noch nie gehört. Also ich gebe zu, ich glaube, die schönste Variante dessen kam mal bei mir aus dem Chat nach einem der Ziff-Gipfel, wo ich Kleopatra gespielt habe. Hat dann hinterher jemand gesagt, natürlich hast du Nils besiegt, denn du bist ja Kleopatra-Königin des Nils. Den fand ich tatsächlich gut, gebe ich zu. Ja, den fand ich ja auch ganz gut. Muss man, also Ehre, wem Ehre gebührt und sowas? Ja, kann man schon machen, auf jeden Fall. Nur mal, Maurice, ich habe hier ganz viele Reiter, die von Mist nochmal nach rechts geritten sind. Ich wollte das nur mal in den Raum werfen. Was denn mit der Info machst? Ja, die wurden schon ersetzt. Das ist ja interessant. Ja, hat mich auch fasziniert. Aber das Problem ist, der Maurice hat nicht mehr so viel, weil seine gesamten Legionen sind zerschellt. Sag mal, Karsten, hast du mal auf den Militär-Score geguckt? Ja, Zoraz sind doch gar nicht bei uns. Ihr kämpft hier beide mit einer Doppel-Übermacht und habt es bisher noch nicht geschafft. Ja, ich gebe zu, dass, es ist natürlich mit mir auch da wieder zu lange nicht gespielt, mir fiel zu spät der verfluchte Moment ein, der natürlich kam, was, wenn er Mauern baut, während ich vor der Stadt stehe? Das kann ja passieren. Ich habe so, ah, die kriege ich ja in ein, zwei Angriffen, ist die ja dann weg. Und dann hattest du die Mauern sehr gut getimt, gebe ich zu. Und dann haben wir uns halt ein bisschen... Das war glücklich, das stimmt. Da haben wir uns halt ein bisschen gegenseitig aufgerieben. Aber ich meine, das haben ja auch schon Feinde Roms oft festgestellt, dass der Senat ist schon immer bereit, neue Legionen aufzustellen, wenn die Ehre der Republik auf dem Spiel steht. Das hat ja Spartakus auch irgendwie da. Jetzt haben wir eine Mal besiegt, ja geil. Und ja, nee, hier sind fünf neue. Ich erwarte sie, ich erwarte sie. Maurice, darf ich dir etwas versprechen? Natürlich. Etwas, was mir Freude macht, wodurch du dauerhaft mein Verhalten verändern könntest. Geil, okay, bin ich gespannt. Geil. Wenn wir einmal ein Multiplayer-Event gemeinsam machen mit Civilization, eins mit, wo du mindestens sechs Stunden beteiligt bist. Du würdest sechs Stunden lang kein einziges Mal den Begriff Ehre benutzen. Ehre in irgendeinem anderen Zusammenhang. Auch sowas wie Ehre nicht, damit du nicht immer falsche Schreibweise irgendwie trickst. Darfst du dir danach für mich einen Spitznamen mit einer Wahl aussuchen? Den muss ich danach bei jedem Civ-Gipfel tragen. Bei jedem Civ-Multiplayer-Event. Okay. Und das ist immer ein hoher Preis. Das ist ein hoher Preis, aber auch hoher, also hoher Lohn. Mhm. Und eine echte Challenge. Und eine echte Challenge. Ja, ich hab sie jetzt ja quasi schon verkackt. Ja, in der Tat. Hast du nett formuliert, ja. Ja. Ja, du wusstest das ja nicht. Das zählt noch nicht ab jetzt. Das, 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 das erachte ich als unmöglich für Maurice. Kann absolut sein. Ich wette gegen dich, sorry. Ja, verstehe ich auch. Als wenn man dir dein Wow wegnehmen würde. Nee, das, das wäre auch hart. Also, das wäre auch gemein. Man muss ja nicht direkt die Identität angreifen, also. Ja, eben. Muss ja noch, muss ja noch. Oh, ich hab's dazwischen gehen. So, ich, äh, wenn ich wissen will, welche Einheit in welche sich befördern lässt. Ohne es zu wissen. Wie ist denn da der, der beste Weg? Es ist leider, ich muss, also, das geht über die, ähm, Einheiten Klassen. Und du musst dir anschauen, also, wenn du, kleiner Tipp, wenn du in, zum Beispiel, im Baumenü einer Stadt einen Rechtsklick machst, auf irgendein Bauprojekt, auf eine Einheit, auf ein Bezirk oder auf ein Gebäude, dann bist du im Zivilopädie-Eintrag, im Ingame-Lexikon. Und da kannst du nachschauen, was es für eine Einheitenklasse ist. Oder du fragst einfach einen von uns. Und bei der Einheitenklasse, eine Einheitenklasse befördert sich immer in die nächste, also ein Krieger, ein Schwertkämpfer, als Nahkämpfer und so weiter. Oder du fragst uns einfach. Ja. Ja, das würde ich nie tun. Aber es ist fantastisch. Danke. Das seht ihr. So, auch wenn ich hier nicht der Älteste bin, ähm, frage ich doch nochmal nach... Was willst du damit sagen, mein Lieber Mann? Ey, Mann, mein Frau. Das ist das Ende unserer Freundschaft. Nach der nächsten Pause. Hey, warte doch mal. Wieso? Das war ganz positiv gemeint. Ja, ja, ja. Ich komme gleich runter und bin putzig dir gegenüber. Ich wollte nur eine Biopause wiedererbitten, weil ich so viel Tee trinke. Ja, 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 ja. Ja, ich bin dagegen. Ab jetzt bin ich dagegen. Von mir aus können wir nochmal eine Pause machen. Aber ich war gerade pinkeln. Gut, dann gibt es jetzt keine Pause. Ja, sehr gut, danke. Während des... Okay, Respekt. Könnte ich eigentlich. Ja, also jetzt eine allgemeine Pause oder eine Pause auf die 180 Sekunden? Ich glaube, eine Pinkelpause. Ich glaube, eine normale Pause. Oh, als so ein Demokrat, der hier versucht dann, ne? Ihr wird pausiert tatsächlich. Okay. Leute, ey, das ist anderthalb Stunden her. Nur reiht doch mal. Ist schon wieder so viel Zeit vergangen? Weniger Tee. Weniger Tee. Klassisches Sinn. Schlimmesgleich. Um fünf nach acht wieder? Oder zehn nach acht? Jawohl. Ihr wollt schon eine Pause, das ist krass. Fünf nach reicht es, okay. Danke. Okay. Bis gleich. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Jetzt macht das Licht aus. Mach ich mir eine Stulle? Ich weiß auch nicht, was machen wir jetzt? Was haben wir gesagt? Fünf nach? Ähm. Ne, ich wahrscheinlich wieder so sechs, sieben Minuten oder so. Oder vielleicht. Ich weiß es nicht, weiß es nicht. Dann gehe ich auch kurz einfach. Sonst habe ich... Also wir peilen fünf nach an, aber es wird erst weiter gemacht, wenn alle wieder da sind. Nicht zu viel Zeit lassen. Äh, Nils, du hast doch einfach schnell einen Tanz für TikTok aufwenden lassen. Also mit Ruhe. Vielleicht wäre da. Geht er nicht. Ist jetzt, äh, hallo? Ist noch irgendwer hier? Hallo? Ja. Außer, außer du, der, der, der Pausenbeauftragte und Host. Ich bin auch da. Der Meteoritenbeauftragte ist auch noch da, Cam? Ja, das bin ich. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis alle da sind, dann machen wir einen, oder? Ähm, ja, ich bräuchte ein Meteorit tatsächlich auf... Mhm. Ja, Brüssel... Brüssel wäre eigentlich nicht schlecht, damit die einfach direkt wechseln. Obwohl, eigentlich will ich ja Brüssel einnehmen. Ich will ja nicht, dass die Stadt kaputt geht. Ah. Vielleicht auf Paris, einfach nur zum Ärgern. Auf Paris zum Ärgern, notiert mir? Ist klar. Na gut. Ähm... Mit diesen, äh, mit welcher Einheit macht man denn diese Meteoriten? Warte, man macht das mit Einheiten? Bestimmt mit irgendwelchen... Oder, oder wie machst du das? Oder ist das jetzt nur einfach ein bisschen Dummlaberei? Nein, das ist absolut keine Dummlaberei. Das machen wir wirklich so. Ja, ja. Ich öffne jetzt die Serverkonsole und dann Spawn, Retreat und dann Paris. Ja. Und dann verfehlt er Paris und trifft Berlin, ums Versehen. Ja, das kann sein. Ja. Der Beichung ist relativ groß. Ja. Ja, gut, dass ich roste und keine Ahnung von der Serverkonsole. Ja, ja, das... Ist nur Dummlaberei. Ja. Ähm... Ja, hallo alle Chats. Äh, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ja. Äh, da draußen. Ähm... Ich hoffe, ich werde aber nicht angegriffen, weil ich die ganze Zeit absolut nicht auf Militär gehe. Ähm... Sondern nur Forschung. Was? Echt? Die Leute können mich auch hören, also wenn sie jetzt wieder zurückkehren. Nee, die sind alle weg, die sind alle weg. Keine Ahnung. Ach so. Ich vertraue darauf. Aha. Was ich ja ein bisschen schade finde im Allgemeinen ist, dass ihr Sibirien nicht sehen könnt, wie sich da Feuerwalze über Feuerwalze über Sibirien erstreckt. Aber müsste Radler da nicht sein? Radler, müsstest du da nicht sein? Nee, also der ist da noch weit, weit von entfernt. Ah, okay, okay. Von dem Teil, den ich meine. Okay. Aber die Sibirischen Wälder, also immer so ungefähr 50 Prozent der Sibirischen Wälder brennen oder sind gerade verbrannt. Hm. Na, bisher bin ich von Feuer sehr gut verschont gewesen, außer am Anfang. Ja. Warte mal ab, bis WB bei dir ankommt. Ja, da muss er aber erst mal durch Frankreich durch. Ey, durch diese Reduktion auf so wenige Städte ist ja schon auch ein bisschen, schon auch eine andere Dynamik drin, ne? Oder? Ja, also wir wollten... Wow. Ja, ich meine, das ist natürlich, der Siedlungsdruck ist viel, viel geringer. So, das heißt, dieses, wenn man jetzt, also quasi gegensiedelt, das ist nicht mehr so attraktiv. Oh, da bin ich wieder. Sag das mal dem Engländer. Das ist ein bisschen vernichten. Ich glaube, das kommt auf die Position hinterher, Nils. Ja, genau. WB habe ich da ein bisschen... WB habe ich da ein bisschen... WB, ich weiß nicht. Es ist ja immer noch so, je früher man eine Stadt gründet, desto besser ausgebaut kriegt man sie im Laufe des Spiels. Naja, aber es gibt ja, wenn du unendlich Städte baust, dann ist... Kannst du in Kauf nehmen, dass du Städte baust, nur um quasi jemanden präventiv Platz wegzusiedeln und lässt vielleicht irgendwie in deinem eigenen besseren Territorium erstmal Lücke, weil du erstmal strategisch, geografisch siedelst. So, und das ist ja in dem Fall gar nicht mehr so, weil man denkt, okay, meine besten Städte liegen nicht auf dem Kontinent des Feindes. Naja, insgesamt ist es schmerzhaft, dann eine Stadt zu verlieren, weil man halt so begrenzt ist. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, um zwischen Frankreich und zum Beispiel Polen zu balancen, weil Polen kann sich unendlich weit ausweiten und Frankreich ist halt... Ja, besonders wenn der Engländer noch seine Popelstätte reinsetzt. Das ist also, das ist eine Frechheit hier, Steinball, ne? Das ist ja meine achte Stadt, ist das. Ja, genau, du sagst es, du formulierst es... Ja, das ist so lange, dass Feinde mitbekommen ist, ist es ja okay. Mist, ich mute mich mal lieber wieder. Ohne Mist, deswegen niemals eigene Moderatoren ins Event mitbekommen. Warte, von wem ist der Moderator? Von mir. Also ist der schon ein bisschen parteiisch, so was das alles angeht hier. Ja gut, der kann ja nur Pause machen und nicht. Ja, ja, ja. Aber er kann jetzt auch weitermachen, sind doch alle da, oder? Weil du weißt nicht, wie Johnny, und zur WB noch nicht. Die ist noch nicht da, genau. Alle anderen sind da. Aber es ist 20.07. Aber vielleicht ist WB auch nur gemutet. Ja eben. In dem Stream ist er ja in Hause. Ah, okay. Wir hatten, äh, ich hatte ja erst 10 nachgesagt, deswegen. Ach so, du hast 10 nachgesagt. Boah, na dann hätte ich ja noch Tee kochen können. Und nochmal wegbringen. Du hast Tee-Verbot, dann musst du alle halbe Stunde auf Toilette. Kann nicht sein. Ey, hä, warte, das gleiche Problem habe ich auch. Ja? Ja, ich trinke schon super langsam die ganze Zeit meinen Dreh, damit ich auch nicht die NZ pinkeln muss. Ihr habt doch eine Minute Zeit, die ihr nutzen könnt. Wir haben ja die Pausen. Ja, ich kann leider nicht vorpinkeln. Oder für diplomatische Reden, ne? Von der Kamera außen einfach Flasche neben dem Stream. SVB wieder. Da kann ich die Kamera mal anlassen, weil ich meinte, da sieht man ja nur einen Ausschnitt. Und der Beschreibstisch geht es auch. Auch mir noch, dass ich, dass ich nerve. Kurz mal, also wenn ich mal auf die Uhr gucke, ist es jetzt gleich 10 nach 8. Wir haben ja noch 6x180 Sekunden Pause. Und die Runden sind sehr, sehr langsam. Ja, in der Tat. Und wir haben halt noch recht wenig so Konflikte. Und wir werden vermutlich, wenn wir in dem Tempo weiterspielen, um 12 an dem Punkt sein, dass viele Leute, also es ist einfach nur um die Punkte geht sozusagen. Ja. Weil wir nicht die Zeit haben, jetzt auch noch große Eroberungskriege zu führen. Das dauert ja auch ewig. Sodass ich jetzt, jeder von uns wird mal eine Runde haben, wo er der Letzte ist, wenn er gerade viel zu tun hat und so. Deswegen meine ich das gar nicht so streng. Aber ich glaube, wir sollten grundsätzlich versuchen, wirklich uns zu beeilen. Einfach damit wir das Event zum coolen Ende kriegen. Ja. Ja, ich glaube auch, dass man momentan vielleicht mal zwischendurch einfach kurz pinkeln gehen kann. Habe ich auch hinbekommen. Was gibt es denn überhaupt als Siegbedingungen? Alle. Alle Siegbedingungen. Okay, let's go. Wir sind alle da, ne? Ich glaube ich. Dann können wir weiter labern. Let's do it. Okay, dann lasse ich weiterlaufen. Yes. Jo. Den Timer kann man nicht anpassen während des Spiels, oder? Nee, leider nicht. Hier ist der dynamische. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt einfach adaptiv auch mal eine Regel anpassen, dass wir die mit drei Minuten weglassen. Weil wenn jetzt wirklich noch mal jeder die drei Minuten nutzen sollte, dann haben wir halt sehr viel. Ja, brauchen wir auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, genau. Das kann man ja on the fly klären. Ja, außer Radler, dem würde ich das tatsächlich noch zusagen, weil halt. Ja gut, aber im Spiel kann man ja eh nichts machen. Das ist halt dann nur Diplomatie. Vielleicht eine Frage, die dann länger mal ausgeführt werden muss. Und dann sagen wir alle nö. Dann war's das. Also, drück weiter. Äh, was machen denn hier die norwegischen Langschiffe vor der Küste von Großbritannien? Naja gut, also, ich bin einfach dieser kleinen braunen Spur gefolgt, die deine Schiffe hinterlassen haben im Wasser. Ich weiß ja nicht, was ihr Barbaren damit macht, aber wir verbreiten das ja in der Nordsee. Also, Steinwald, wie kommen wir denn jetzt hier auf einen grünen Zweig? Wir haben doch eine Freundschaft erklärt, ist doch alles gut. Ja, aber irgendwie, irgendwie hörst du dich immer so passiv-aggressiv dabei an. Ach nee, das kommt nicht. Oder ist das auch wegen der Krankheit? Ja. Oziopathen-Modus. Oziopathen-Modus. Ich meine jetzt, Steinwald, jetzt bin ich häufig genug mit dir schon auf Dune im Wüstenplaneten gewesen und weiß, wie schnell du da mal, äh, ne? Hast du jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder was? Ich hab kein schlechtes Gewissen, ich würd eher sagen, ähm, ich will dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn du auf einmal gegen mich agierst. Ich agier doch nicht gegen dich, ich hab doch gesagt, was passieren wird. Oh, dieses Zögerliche dabei schon, ne? Das ist, also... Ich hör da ein bisschen Ungarn in seinen Unterton, ich würd da aufpassen. Ja, ne? Also, da bin ich nicht alleine mit. Ja? Okay. Perfekt. Nur damit du weißt, wo du dran bist, ne? Ja. Ich dachte auch hier, gute Freunde kann niemand trennen, aber... Ja, und dann auf einmal, wie gewohnt das auch, ne? Verdammtes Belgrad, Mist, ey. Ja, bloß hier ist der Aggressor halt ein anderer. Wie kann ich denn aggressiv sein, wenn ich neutrales Gebiet erobere? Oder befreie, möchte ich eher sagen. Ja, guck mal, wie du so rumscharwenzelst. Du hast ein schlechtes Gewissen, du weißt genau, ich brauch das nicht erklären. Ach, da sind sie wieder in ihrem Halo-Effekt und denken, sie könnten von oben heraus die Leute belehren. Ja, ja, Frankreich. Halo-Effekt? Das musst du mir jetzt erklären. Das ist so ein Ding aus der... Boah, nee, das wäre mega langweilig, das zu erklären, wirklich. Das ist richtig langweilig, das zu erklären. Bitte nicht. Stell dir einfach vor, es war witzig. Stell dir vor, es ist witzig, ja. In meinem Kopf reicht es witzig, ja. Wenn du das so erklärst, das ist dir so aus dem Personalrecruiting und dann fängst du an, über Bewerbungsgespräche zu erzählen und dann... Oh Gott, ich bin hoch eingeschlafen. Ja. Okay, verstehe. Ja, kann halt nicht jeder so was Cooles wie du sein, Historiker? Würde ich auch gerne. Das ist doch auch total langweilig. Da sitzen wir auch noch rum. Was? Nein, das ist super spannend und... Zu spät, Ecke. Der richtige Historiker hat schon gesagt, ist langweilig. Nee. Geisteswissenschaften, Ranger, ne? Alle langweilig. Ich hatte es euch, um mal kurz aufs Spiel zurückzukommen, wenn ihr möchtet, eben schon mal angeboten, dass ich euch enthülle, was es für Auswirkungen auf euch hat, dass ich an und die Wälder habe abfackeln lassen. Letztes Mal, dass ich das ernsthaft anbiete, falls ihr irgendwelches Wissen über das Spiel bekommen wollt... Ja, hau raus. Ich hau raus. Ja, es reichert an. Das wird immer wertvolleres Land. Wie sieht denn das World Climate so aus? Stabil. Na, geht so. Ist okay. Es hatte anfangs einen kleinen Schub, ich weiß auch nicht, wer daran teilt, da schuld dran irgendwie. Völlig absolut. Die Griechen und die Portugiesen, das kann man ja nachgucken. Genau, ihr müsst einfach nur bei Weltklima auf CO2-Level gehen und dann seht ihr aber mal, wie sich zwei Punkteskalen nach oben treiben lassen. Was ist da mit den Griechen los? Ja, die macht den Krieg. Die Kriegstreiber. Also ich sag mal, das, was WB die ganze Zeit versucht zu erklären, ist hier schon ab der Grundschule in den Schulbüchern. Ah, okay. Also wenn der Wald kennt, ist der Fall. In den Geschichtsbüchern wird einstehen, wenn die Welt nicht untergeht, dass die Portugiesen die Spiritualität über die Welt gebracht haben und außerdem den Weltuntergang durch Waldbrände und dadurch steigenden Meeresspiegeln. Ja, aber säuft Portugal nicht als erstes ab mit? Ja, das ist sehr hügelig, das Land. Nein, man kann ja was dagegen tun. Die norddeutsche Tiefebene ist da eher gefettet. Ja, aber nein. Ach man. Ja, das ist mein Argument dagegen. Ich bin jetzt dahin gefahren. Egal, wie feist. Lauf doch nicht weg. Bleib hier. Äh. Aber jetzt mal so eine Frage runter Richtung Griechenland. Ekel, Johnny und Maurice sind dagegen dann da. Aber Maurice und Johnny, ihr lasst euch jetzt nicht von allen einzigen da gerade fertig machen, oder? Nee, nee, das ist einfach nur ein... Also... Ich schick euch so einen Steinwein, das ist kein Problem. Das ist halt ein sehr unangenehmer Moment in der Zeit, ne? Ja. Das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Aber... Ja, das dauert ja nicht lange und dann gibt es einen anderen Moment wieder. Mhm. Ja. Und auf den freue ich mich. Ihr habt eure Elite-Einheiten jetzt gehabt. Meine beginnen jetzt erst. Das gibt mir Aufwind. Also, zumindest positiv, dass ich glaube, dass ich das hier noch wuppen kann. Das ist gar nicht, was deine Elite-Einheit ist. Aber ich sag mal, schön für dich. Ja. Ja. Es kann nochmal spannend werden, hoffentlich. Nee, nee, ich sehe auch gerade... Wir sind wieder ein bisschen an dem Punkt, selbst mit diesem Belagerungsturm... Sieht schwierig aus. Es ist halt kompletter Schwachsinn, in diese Stadt reinzurennen. Das ist halt, finde ich, der klassische... Oh, hast du eine gute Idee. Klassische Zift-Moment hier. Der klassische Moment, Frieden zu schließen. Nee. Nee, nee, das jetzt auch nicht. Da gibt's ja andere Methoden, die man machen kann. Ja, ich würde sagen, das schießende Element der Belagerung ist wahrscheinlich das erfolgreichste Element der Belagerung. Das stimmt. Fuck. Ja, das ist natürlich so blöd. Schubidubidu. Okay, Eck ist mir Genf hergenommen. Das ist nicht gut. Ja. So, mal schön. Nun kann man mal ein bisschen den Soundtrack von Civilization genießen hier. Mhm. Ich kann den sonst auch gerne einsingen, wenn jemand möchte. Ja. Ja. Würde mich freuen. Ja. Ja, Schett, also der... Jetzt leider Copyright fällt mir gerade ein. Das ist so ein bisschen das Problem an der Strategie, dass die Hände raus halt erst sehr wirksam sind. Kein Problem, ich lade nicht so viel Tüko. Mal gucken, ob wir... Ja, aber ich deswegen. Ja, wir werden da noch... Das geht nicht. Ja. Mal sehen, wenn wir nicht überrannt werden, aber ich frage, durch wen könnten wir das? Der Deutsche hat keine Armee. Mit dem Engländer, naja, der ist natürlich gefährlich. Aber Moment, die Freundschaft. Wo ist denn jetzt das Schiff von Norwegen hierhin? Aber da hoffe ich, dass Norwegen Stress macht. Im Fog of War verschwunden, Ranger. Ja, plötzlich ein U-Boot geworden. Hm. Und der Gelegenheit mal ein Kompliment an Ratlauge, der sich echt im Mittelfeld der Punktetabelle heilt. Das heißt, du spielst nicht doof. Der Chat spielt nicht doof. Ich führe immer mal wieder aus, wenn ich irgendwas hinkriege in einen Zug. Aber es fehlt einfach die Zeit. Ich habe oft Züge, wo ich einfach nicht alles noch fertiggeklickt bekomme. Ja. Das ist halt dann ein bisschen suboptimal. Also ist auch viel Quatsch gebaut einfach. Aber danke dir. Ich werde mich irgendwann einem von euch einfach ergeben, wahrscheinlich. Ja, ich nehme das gerne an, die Kapitulation. Ja, jetzt noch nicht. Natürlich. Jetzt haben wir noch floppen. Was soll das denn heißen, Steinwarn? Das ist irgendwie schon wieder die Passivaggressivität hier. Ja, ich mache die anderen nur aufmerksam. Was? Warum kann der denn jetzt da doch nicht angreifen? Ach, manchmal. Ah. Was man... Was du bist. Ein freundlicher Nachbar. Habe ich dich jemals bedroht? Nein, nein. Ja, eben. Also diese eine Stadt da jetzt... Pfff, jetzt mal. Wer für den ersten Stein, wer noch nicht eine direkte Stadt neben seinen Nachbarn gebaut hat. Ich werfe gerade einen Stein. Ich habe das auch nicht gemeint. Ich finde das zu tiefst amoranisch. Ich habe sogar mit meinem Nachbarn darüber gesprochen. Aber hätte ich gewusst, dass du hier übersetzen willst, hätte ich mit dir ja auch gesprochen. Das war so jenseits meiner Vorstellungskraft. Ja, siehste mal, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Da haben wir es wieder. Das heißt, ich bin eigentlich überhaupt nicht schuld und alles liegt dann schuld bei dir. Aha. Das stimmt. Ich mache ja auch nicht die Regeln, also... Ja, liebe Leute. Was hältst du denn davon? Ich mache dir jetzt mal einen Deal. Und den finde ich wirklich fair. Wir machen es folgendermaßen. Wir erweitern dein Territorium um ein paar richtig schöne Städte. Beispielsweise Richtung Süden runter. Da ist ja, glaube ich, auch niemand. Falls wir dort welche finden, zufälligerweise, dann nehmen wir die ein. Und dafür gibst du mir Paris. Weil dann haben wir irgendwie... Das ist das Zusammenhängende, was wir hier haben. Was sagst du dazu? Das klingt jetzt schon wieder nach einer krassen zusätzlichen Drohung. Du machst die Sache nicht besser. Eine zusätzliche Drohung? Nee. Von dir aus im Süden, nicht von mir aus im Süden. Ich denke mal, du musst kurz darüber nachdenken. Das ist kein Problem. Ich lasse dir kurz die Zeit. Aber dass hier wirklich Deutschland und Frankreich sich so dicht an dicht die Grenze einfach teilen und überhaupt nicht irgendwie... Ekelhaft. Ja, das, also... Ja, wir sind hier super cool. Also wir haben hier gar keine Probleme miteinander. Ich bleibe da schon. Eben. Zwei Kulturvölker. Ich baue hier gerade meine ICE-Strecke von Strasbourg nach Paris. Alles gut. Der Tourismus kann kommen. Ich muss schon sagen, Ecke, diese Stadt ist aber auch unsäglich anzugreifen. Dass dieser Berg da links zwischen uns steht. Das macht schon viel aus. Das ist ein absoluter Albtraum. Ich brauche erstmal eine Säule der Karte. Also vor allem Berg, Fluss und Wald hier. Also sich dahin zu bewegen ist halt... Mobilität null, Zugänglichkeit auch null. Es ist komplett cursed, ja. Ganz, ganz schrecklich. Deswegen, ich habe die auch umbenannt, die Stadt. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es wohl vernommen. Ist Deutschland eigentlich immer noch im Krieg gegen Brüssel? Soon? Das läuft irgendwie gerade nicht so, ne? Ja, ich musste Sachen machen. Wie war das nochmal? Wer war denn beim Zip-Geplommer so ewig lange mit irgendjemandem im Krieg? Da gab es doch auch mal was, oder nicht? Ich will darüber nicht reden. Welchen meinst du? Na, ich meine... Ich überlege gerade. Könntest du gewesen sein, Nils, ne? Ich meine, welchen Gipfel du meinst? Achso, den, äh, vorletztes Jahr im Oktober. Wo ich mitspielen durfte. Hat auch jemand ewig... Ach, den, ähm... In den Bergen gekämpft. Das, also, da gab es ein... Irgendwer hat doch ewig einen Stadtstaat angegriffen. Ja, das... Ja, genau, hier... Da war was. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Nils, du, ne? Reiß mir da... Ja, 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 ja. Kannst du dich da... Er ist ganz leise geworden. Hast du es denn eigentlich geschafft gehabt am Ende? Oder ich bin mir ganz sicher. Ja, na klar. Ja, okay. Wenn du dir da so sicher bist, dann bin ich ja beruhigt. Nein, ich habe richtig gerockt. Ja, gut. Alles brennt hier. Ach, da unten ist dein Schiff. Da kommst du jetzt leider nicht durch. Findest du mich? Ja. Ja. Und warum komm ich da nicht durch? Weil ich den Ärmelkanal blockiere mit meinen Grenzen. Ja, das findest du gut. Ja, das... Ich wollte ja nur sagen, also, ich habe auch... Wir haben so ein neues System, das heißt Maut. Wenn du offene Grenzen haben willst, dann musst du mir einen kleinen Goldbetrag zahlen und dann können wir darüber reden. Oder ich lasse dich einfach leben und du lässt mich durch. Bolle? Da muss ich nochmal kurz überlegen. Da muss ich nochmal... So, ich glaube, wenn wir Burgen bekommen... Kriegen wir ins Spiel. Ich weiß nicht, dass der Wald jetzt abgefackelt ist, ne? Das gibt dir ja so einen kranken Bonus hier. Das ist ja vollkommen bescheuert. Naja, das ist 1-1 auf alles quasi. Also auf Nahrung und Produktion. Wird das denn jetzt hier? Du hast deinen Stadtstaat. Was? Nein, 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 nein. Nein. Gelevied. Nein. Das ist ein Grafik-Bug. Aha. Aha. Grafik-Bug. Wollen wir eine Waffenstillstand verhandeln? Ich sag mal so. Genfer hat ein paar mehr Truppen gehabt. Das ist tatsächlich sehr ungünstig, wie ich zugebe. Meine Stadt. Ja, ich weiß nicht. Steinwallen, du darfst sie gerne wieder haben. Ich leise sie mir nur einmal aus. Ja, ja. Du hast dir diese Stadt hier geholt. Okay, das ist sehr smart. Er ist ja nicht umsonst. Strategie-Ecke. Ja, wirklich. Ich wusste gar nicht, dass du die schon siehst, interessanterweise. Aber du hast sie auf der anderen Ecke links drüber. Genau. Am allerersten Krieger bin ich bis nach Frankreich gelaufen. Interessant. Ein Zeichen der Freundschaft. An Sohn und an Steinwallen. Also, Morice, wir können das hier und jetzt beenden. Wie läuft's denn mit Johnny so? Ja, das sieht wunderbar aus. Mein Tribok schießt. Ja, der Tribok, der... Jetzt bin ich da. Ich schieße irgendwie nicht, weil ich nicht verstehe, warum der da keine Range taucht hat. Aber I guess. Okay. Habt ihr da gelacht? Das ist nämlich Hügelland. Der kann nämlich nicht über Hügel schießen. Der kleine Frechtax. Wusstig aber tatsächlich auch nicht. Das ist schon ein bisschen frech. Aber really? Also, der könnte ja aus beiden Spots aus nicht schießen. Das ist doch nicht frech. Aber okay, ich finde es eigentlich gut. Nee, ist in Ordnung. Also, wir machen das. Ranger, du darfst endlich die Hochkultur kennenlernen. Nee, dann machen wir das nicht. Ich weiß... Nein. Die Chateaus von Frankreich heißen dich willkommen. Finde ich gut. Ich gucke erst mal, was du machen willst. Ich... Du willst ja wohl nicht diese... Ey, egal. Nein, ich spiele hier ein völlig friedliches Spiel. Also, ich... Wenn du mir auf die rechte Wange schlägst, halte ich die linke hin und so weiter. Niemand. Niemand schlägt meiner Frau Steinwein, mit der wir gemeinsam eine Staatshochzeit gefeiert haben, auf die Wange. Niemand. Erst mit mir reden. Leute, wir sind im Mittelalter, da gibt es gewisse... Geflogenheiten. Für Männer und für Frauen, Minder heißt nicht, dass man Frauen beleidigen darf. Ganz im Ernst, wer mit Steinwein was aufnehmen will, bitte zu mir rüberkommen. Steini, setze ich bitte in die Ecke und stricke oder sticke und mit mir bitte reden hier. Im Ernst. Das war es geht gar nicht. Wir sind im Mittelalter. Ich hab dir einfach die Butter vom Brot genommen, Steinwein. Manchmal hat er eine Lohre auf mir reden. Du rechst meine Frau nicht an, du musst mich anreden. Steinwein, bitte halte deine Ehre im Zaum und schläge. Danke dir. Manchmal hat Lohre auch ein bisschen hauegern. Jetzt hast du die Ehre benutzt. Das stimmt. Ja, das gibt einen Pluspunkt für Maurice dann aber. Ja, ja, absolut, absolut. Das ist so ein Für und Wider. Alter, da hast du zehn Gesandte reingesteckt. Wie soll ich das denn... Nee, komm. Das ist auch schon ein unfreundlicher Akt. Ja, du kannst ihn ja wiederholen. Ja, wie viel muss ich da investieren? Das ist doch... Ja, du warst vorher sieben gehabt oder so. Jetzt musste ich das überholen. Aber welche Truppenausbildung kriege ich ein Plus? Wollt ihr so viele her? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin... Unverschämt. Peter-Ecke. Unangenehm mit Ungarn, was das angeht. Peter-Ecke sehe ich da nur. Cheetah? Ja. Die geübte Ecke, aber die geübte Ecke hat Probleme. So würde ich das jetzt nicht sagen, also... Ja. Das Gute ist, dass die Truppen, die ich mir aus der Stadtstadt hole, auch verbessert sind. Die sind stärker, können weiterlaufen. Ungarn ist, was das angeht, ein bisschen bastelt. Verstehe schon. Sehr unverschämt. Okay, die sind eh weg wahrscheinlich. Maurice, wollen wir doch mal kurz runtergehen? Jawoll. So, Ranger. Wo sind denn jetzt deine Touristen? Die kommen jetzt. Ich wollte nur mit einem Kundschafter da ruhig. Ist jetzt hier nicht so, als wenn ich irgendwie... Ne? Deine Truppen auf Urlaub. Meine Truppen sind auf Urlaub, ja. Mhm. Also, Steinwein, ich finde das nicht gut, wie du da mit dir reden lässt, aus dem Süden. Ich muss das... Ich muss sagen, also... Meine Unterstützung hast du. Da muss man auch mal auf den Tisch hauen. Auf den Tisch hauen. Oder auf die Kutsche. Je nachdem. Schau an, wie Rising Bull dich manipulieren möchte. Was willst du denn immer mit dem Süden? Da ist doch alles in Ordnung. Ich will da nichts. Ich will dich da hinbringen. Da ist ein Gebirge und da ist Frieden. Das ist quasi die Friedensgrenze. Ja, noch. Rising Bull trägt das schon ab. Was? Für Produktion. Habe ich genau gesehen. Eine Kundschaft da. Unter ihr durch dort hingestellt. Zwei Friedensgrenzen. Das ist zu Deutschland und zu Portugal. Und eine... Und wir haben keine Friedensgrenze. Ne, wir haben sogar eine offene Grenze. Ja, siehst du. Also, das ist ja sogar noch mehr als Frieden. Das ist so, als wenn ich... So oft wie oft du Steinwahn heute gedisst hast, Ranger, kannst du froh sein, dass er dir nicht die Hammelbeine lang zieht. Entschuldigung. Das war schon wieder ein Witz über schlechte englische Küche. Das tut mir sehr leid. Hammel ist mir so rausgerutscht. Das tut mir sehr leid gerade. Das trifft mich jetzt auf vielen Ebenen. Und ich reiß mich aber doch zusammen. Aber wenn du als nächstes jetzt hier anfängst, unsere Teekultur irgendwie zu dissen, dann haben wir wirklich ein Problem, Portugal. Hm. Ich wollte es nur jetzt freundlich sagen. Habt ihr denn schon Kolonien und über euch die Welt urbar gemacht, indem ihr Raubzüge gemacht und Einheimische als Eingeborene diffamiert und massakriert habt? Habt ihr denn Tee schon, Plantagen schon gemacht, Sklaverei eingeführt oder ist das ein kulturelles Ziel, dass du dir noch steckst für die Zukunft? Ich weiß auch, was du sagst. Das ist ganz dünnes Eis gerade. Ganz, ganz dünnes Eis. Normalerweise haben wir überall den Namen Elisabeth fortgetragen. Punkt. Du hörst das eisige Schweigen gerade hier, ne? Es ist ja auch kalt bei uns. Wir sind ja auch in der nördlichen Hemisphäre, recht nah am Nordpol. Da kann das schon mal passieren. Moment, wer hat sich denn jetzt das hier geschnappt? Also, Nils, was willst du denn mit Brüssel? Das war vorher meiner. Ja, hallo, die sind mega, Brüssel ist richtig schön und ich wollte die Stadt retten. Wo ist eigentlich mein Speer hin? Ist der verbrannt, den ich da hinten im Osten hatte? Der könnte verbrannt sein, ja. Echt? Das geht aber nicht auf meine Kappe. Verbrennen die ernsthaft? Ja, wenn die im Wald stehen, dann ist... Ach du Scheiße. Die sind auch brennbar. Sag mal, Ungarn, was ist denn hier mit Plant-Controller? Ja, das zieht ja alles hier rein. Das zieht... Ey, das gibt das nicht mehr. Das sind die Griechen, oder? Ähm... Die Griechen, haben die den Wind gepachtet, oder was? Naja, die haben angezündet, haben die unten an den Karpaten. Haben sie mal reingehalten, die Fackel, in den trockenen Wald. Ich als Deutscher würde mal gerne ganz kurz mit England quatschen. Ja, da würde ich aber auch gerne jetzt nochmal ein Wörtchen reden. Ja. Oh, was braucht sich da zusammen? Kannst du uns kurz einer ziehen? Ich glaube, Nikola ist gerade beschäftigt, der gerade zieht. Warte, da kann ich das sehen. Der ist gerade mit Maurice und Johnny unten. Da müssen wir mal hin. Ah, technologisch schenke ich auch ein bisschen hinterher. Das ist gut. Aber der Deutsche hat eigentlich keine Militärstärke. Hallo, hallo. Warum ist es so ruhig? Warum sagt niemand das? Äh... Ich kann nicht klicken und reden gleichzeitig leider. Zu überfordern. Es sind völlig... Es klingt so, als wärst du der Meinung, man müsste... Es sei, wenn man redet, auch wichtig, dass man vorher nachdenkt. Das praktiziere ich ganz anders. Kult hat alle Unterschiede. Was besprechen die da? Das ist eine große Frage. Hat jemand Lust, Luxusgut zu handeln? Ja. Ja. Ja, ich bin dabei. Wein. Ja. Soll ich dir eine Frage stellen oder was willst du denn abgeben? Deine Pelze? Ja. Okay. Kommt raus. Achso. Jetzt haben wir doppelt gemacht. Oder? Hat das geklappt? So, die nächsten 100 Züge sind durchgeplant. Ja, perfekt. Hat das geklappt? Wir wissen alle genau, was wir zu tun haben. Also, ich hab abgeschickt. Ich weiß nicht. Müssen wir nicht so ohne mal gucken. Nein, müsste geklappt haben. Stimmt. Hat geklappt, ja. Alles brennt, die ganze Welt. Alles brennt. Bis einer flennt. Auch das. Dann würde ich auch noch mal gern mit Deutschland sprechen. Mit mir schon wieder? Schon wieder. Wir haben vor vier Stunden mal gesprochen. Ja, 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 ja. Sei gegrüßt. Ich spreche nur mit dir, weil ich ein bisschen nervös bin, wenn du mit dem Engländer sprichst. Ja, wir haben eigentlich, also ich hab eigentlich mit ihm erstmal nur hier die, weil er wollte mit mir ja hier offene Grenzen haben und hier ein bisschen durch die Gegend durchziehen. Ja, 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 hat er bei mir auch angefragt. Mhm. Und das war's eigentlich schon. Ich wollte nur fragen, was er denn eigentlich hier vorhat. Okay. Ja, ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass unsere Friedensgrenze auch wirklich eine Friedensgrenze ist. Yes, 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 yes. Okay. Dann bin ich beruhigt. Da ist nichts in der Planung. Ich bin hier immer noch im Kampf gegen Brüssel. Okay. Aber wie sieht es denn eigentlich zwischen dir und England aus? Naja, ich gehe davon aus, dass diese Stadt tatsächlich irgendwann beeindruckt ist von unserer Hochkultur und wechseln wird. Ähm, das ist, ja, hab ich ja mal gesagt. Das wird vermutlich passieren. Aber es dauert noch ein bisschen. Ja, also gegen die dreckigen Engländer, also ich sag mal so. Er hat mir gerade, falls du mich angreifen solltest, hat er mir natürlich angeboten, dass er mit verteidigt. Aber, ähm, ich bin ehrlich, die dreckigen Engländer hier auf unserem Kontinent, auf unserem Festland, ähm, weiß ich nicht, ob ich die hier haben will. Also ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich eher mit dir in einem Pakt, Freundschaftsspakt gegen England, als andersrum. Ja, das klingt gut. Tatsächlich plane ich keinen Krieg, weil ich glaube, wir kriegen das auch auf die überlegene kulturelle Weise hin. Aber ich finde allgemein, ja, fände ich gut, wenn wir vielleicht so eine Art Defensivbündnis machen oder so. Allgemein so eine Allianz vielleicht mal ins Auge fassen. Ja. Gefällt mir. Sehr gut. Sehr schön. Okay, alles klar. Hast du ja ein eigenes Monster geschaffen hier, weil jetzt habe ich überall drei Dreifelder. Also danke für das Feuer, dass es dir entzündet wird. Gerne, direkt nochmal. Keine Sorgen. Ja, dann macht's aus den drei Dreifeldern gleich vier Vierfelder. Also mach das gerne weiter. Ja, ja, also das Ding ist ja, ich zerstöre dir ja ein bisschen was. Ach du Scheiße. Und dünge mein zukünftiges Volk. Das ist natürlich auch eine Variante, ne? Das stimmt. Zu spät. Verliert man? Ja. Wenn's brennt, brennen die Ressourcen auch weg? Äh, nee. Nee, also hier brennt's die ganze Zeit. Aber alles, was an Befestigung da ist, verbrennt die halt weg. Scheiße. Ich bin komplett verwirrt. Wie benutze ich denn Rahmengegenstätte? Warum geht das nicht? Du musst da nebenstellen. Und da musst du eine Einheit draufstellen, die dann angreift. Die Rahmengegenstätte selber kann ich angreifen. Ah, also ich muss die connecten, ja? Eine Escort? Nee, einfach einfach hinstellen. Die muss nur platziert sein. Das ist eine sogenannte Unterstützungseinheit und die muss nur irgendwo stehen auf einem bestimmten Feld und hat dann auf den Feldern daneben einen Effekt. Und weder dem, was das für eine Unterstützungseinheit in welcher Epoche ist, kann das der Effekt sein, dass Einheiten schneller sind, die daneben stehen oder auf demselben Feld stehen oder dass sie stärker sind oder irgendeinen Sondereffekt haben. Okay, okay, okay. Hilfe, Hilfe. Man muss doch tatsächlich sagen, so die Rahmen und sowas, so supereffektiv ist das alles nicht. Äh, ja, okay. Also wenn eine Stadt Mauern hat, ist die in der, also die Experten können mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, WB und so. Ist die in der Epoche, wo wir gerade sind, finde ich schon echt mies einzunehmen. Ja. In jeder Epoche hat man nur hier Mauern. Die Städte sind schon schwer einzunehmen, meinst du? Vor allem jetzt halt gerade, wo es schon Mauern gibt, aber noch nicht wirklich sehr fortschrittliche Artillerie oder Belagerungsmethoden oder Luftangriffe oder sonst was. Also alles heikel ist es dann sobald, also zum ersten ist der Sprung heikel, wenn überhaupt die ersten Stadtmauern auftauchen, wenn du dann nicht vorbereitet bist. Und die zweite ganz tolle Hürde ist die Erfindung der Renaissance Mauern, also der dritten Mauer, weil du gegen die sehr schwer ankommst, es sei denn du hast Chors oder Armeen. Und die letzte große Hürde ist dann die Erforschung des Stahls, weil dann einfach alle Städte diese letzten Mauern haben. Das sind die drei großen Hürden bei Belagerungen. Ähm, Maurice? Ja, das wäre smart gewesen. Sieben Runden. Wofür? Dann schließt sich das Fenster. Das Fenster zum Waffenstillstand meinst du? Nee, das Fenster zur Renaissance Mauer. Ah, verstehe. Ja nee, also aktuell ist ja sowieso, äh, seh ich hier nicht so viel Sinnvolles vorankommen. Das ist ja tatsächlich leider wahr, muss ich dir einräumen. Ich hatte den Zeitpunkt gesehen, ich habe versucht nach ihm zu greifen, ich habe daneben gegriffen. Gut verschrieben. So ehrlich muss ich einfach sein, ich kam, sah, soweit bin ich gekommen. Und... Der Chef für uns ist jetzt relativ wichtig. Ja, ja, genau, das Fenster. Schwemiridi verpasst. 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 Hat leider die Wahrheit. Sag mal Ranger, unsere gloriosa... Oh, jetzt wird es beruhig. Ui jetzt, Gloriosa! Dann gebe ich ihm zu Ende. Alles gut. Gloriosa Freundschaft, wollen wir dir erneuern? Ich habe dir schon ein Angebot geschickt, natürlich. Ernsthaft? Ja, natürlich, da bin ich doch voll und ganz dabei. Na gut. Ist er dabei? Bin ich auch dabei. Da lasse ich mich nicht lumpen. Siehst du, mir kannst du vertrauen. Da bin ich aber Vorsicht, Falle. Ist schon... Ja gut, ich habe mich vielleicht wie ein Disney-Charakter angehört, aber... Ach was? Disney-Charaktere sind zumindest ehrlich. Ja, ich bin so ein bisschen wie Jaffa, würde ich sagen. Ist gut, oder? Bist du happy mit der Assoziation? Ja, ist schon in Ordnung. Ist ein guter Typ. Ja, ich mag den auch. Fuck. Jetzt habe ich mich verklickt. Scheiße. Oh, was sind wir hier? Nein, warum kannst du denn jetzt nicht angreifen hier? Ja, Mist. Okay, das war jetzt doof. Auch ich habe mich verklickt. Ich fächere mir Luft. Sich nicht jeder schon mal von uns verklickt? Ja, durchaus. Durchaus. Tatsächlich noch nie in meinem Leben. So, Scheiße, jetzt wird's spannend. Ey, wie kann man diese Feuerbrunst denn aufhalten? Gar nicht. Ohne Scheiß, gar nicht. Nicht mal durch den Roden? Bitte? Nicht mal durch Roden der Wälder? Ja, das schon. Also, wenn du eine Wälder entfernt, können die nicht brennen. Aber unter uns, danach sind die weg. Ich verkünde, Brüssel ist mein. Nach Jahrhunderten der Belagerung. Gratulation. Nur kurze Frage, ich darf diese jetzt behalten, weil das eine Dingsmob ist. Ja, genau, richtig. Du musst die jetzt an mich abgeben. Das ist tatsächlich eine spezielle Regel in Großbritannien. Du hast meint, ich war doch Schutzbefohlener. Wieso sind wir da nicht im Krieg eigentlich? Weil wir schon im Krieg waren. Du hast einen Kriegsgrund, nee, aber ich glaube, man ist nicht automatisch im Krieg. Okay, aber wow. Ja. Aber das ist ja schon tausend Jahre. Ich meinte, hallo? Das ist jetzt schon wirklich ein halbes Jahrtausend. Jahrtausend. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Über all die Zeit. Aber eine gute Schutzmacht auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Du hast das sehr gut gemacht. Warte mal. Na gut. Na gut. Oh, Chat, ich habe nicht gecheckt, dass er, ja, was man aufleveln kann. ich setze jetzt den Plan um, ne? Okay. Das war doof. Ja, eure Pläne. Ja, das werde ich dann danach machen. Ja, ich gebe zu, sie sind bislang nicht so gelaufen, wie sie soll. Da, 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 da. Das kann doch keiner wissen, der kann hier stehen. Nein, es läuft super. Wir brauchen nicht 200 Züge, um Strategie-Ecke aus einer Stadt rauszudrängen. Nein, nein. Nee, nee. Nr. Halt, du hast ja schon eine Stadt von ihm erobert. Also, wir brauchen 200 Züge, um ihn aus zwei Städten rauszudrängen. Ja, ja, ja. Ich denke, bis hier ... Steinwallen, wie ist das eigentlich? Lässt du dir das tatsächlich bieten, dass er hier deinen Stadtstart geklaut hat? Ja, was soll ich machen? Ja, ihn zurückholen. Ja, er hat aber unverschämt viele Gesandten. Das ist einfach unangemessen. Ich hab mal auf Halde. Probier's mal. Ich seh das als Kriegsgrund. Ich finde, du solltest ihn angreifen und töten. Ja, ja, klar, Maurice. Das ist jetzt sehr durchsichtig. Was kann denn nur in Schilde führen? In meiner völlig objektiven Einschätzung der Lage, Steinwallen, bin ich der Meinung. Wie war das? Keteros, Strategieecke, De Lendam, Esse. Ja, aber jetzt ich als Großbritannien, ich bin ja wirklich unparteiisch. Ich würde Maurice zustimmen tatsächlich. Also, das kannst du so nicht mit dir machen lassen, Steinwallen. Du bist vielleicht unparteiisch, aber du bist ein krasser Kriegstreiber. Weiß ich nicht. Andererseits bist du meiner Meinung. Also, ja. Dir, glaube ich, erst, wenn du deine vier Einheiten dort von dieser französischen Stadt wegziehst. Meine vier Einheiten? Ja, das ist einfach ein ganz schönes Das ist dreimal, dreimal Nahkampf-Infaltrie. Meinst du, damit überfalle ich jetzt Paris? Ja, klar. Wir unschuldigen Kulturvölker können uns unschuldigen Kulturvölker. Da ist das schon beeindruckende Streitmacht. Ja, jetzt levelt er sie ja noch auf zu einem Musketier. Ich habe mich verklickt. Ja! Alles klar. Das ist alles so cursed, was hier passiert. Ach komm, lass mich doch mit meinen großen Admirälen in Ruhe. Will die nicht mehr. Ich brauche die nicht. Ach du grüne Neune. Alles brennt. Nur mal so aufs Neugello. Leute, das ist bei irgendwem gut. Das würde mich jetzt mal interessieren. Irgendwer gerade zufrieden mit dem Stand der Dinge. Ich bin ganz zufrieden, ja. Tatsächlich. Ich dachte, ihr seid in so einem komischen gegenseitigen Krieg, der irgendwie komplett weird ist. Wir sind in so einem Vakuum. Wieso? Wir erklären, es ist Freundschaftserklärung und offene Grenzen. Ja. Wer spricht nicht vom Krieg? Ja. Da hat man auch gar keine Bedenken bei unseren Freundschaftsbegründungen. Nee, ja, überhaupt nicht. Die klingen so authentisch. Steinwallen wollten mir sogar schon Paris geben. Wow. Das ist so ein geiler Typ der Steinwallen einfach. so ein Freund. Das ist verrückt, ja. Richtiger Menschenfreund. Okay, was können Gründe dafür sein, dass ich eine Unit in meiner Stadt nicht aufwerten kann, obwohl das nächste zur Verfügung steht? Vorstelle. Dass du eine Zwischenebene nicht hast. Wenn du keinen Salpeter zum Beispiel hast, kannst du nicht auf Musketiere hochleveln. Und wenn du vorher die Man-It-Arm nicht hast. Das klingt realistischer. Dankeschön. fragt mich nicht, woher ich das weiß, aber möglicherweise sind Fehler passiert. Was ist denn die Landknechte? Das müsste doch die Mittelstufe sein, oder? Man-It-Arms heißt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, aber so lernt man im Leben, ne? Das ist richtig. Halt auf die absolut gottlos beschissenste Art und Weise. Ja, wer braucht schon Musketiere, ne? Ich find's erstaunlich, wie nah alle mit den Punkten sind. Ja, das stimmt. Stimmt. Und ich verteidige mich gegen zwei. Ich sehe, ist Strategie-Ecke der Beste. Aber ich hab auch noch nicht alle getroffen. Wir wundern. Maurice und Strategie-Ecke bauen Wunder um Wunder. Ihr seid echt wunderbar. Acht Stücke. Ich hab tatsächlich nur zwei gebaut. Ich hab nur die beiden. Ich hab auch zwei, glaub ich, nur, ne? Echt? Ja, ja. Ich hab noch kein einziges Wunder gebaut. Wundert mich nicht. Eines. Wow. Das ist wow. Ihr müsst mir auch weniger Anlass dazu geben, Leute. Was soll ich denn auch machen? Welche andere Reaktion gibt es auf all diese sonderbaren Witze, die hier gefallen? Also ich mein, ich nehme mich da auch ein bisschen als Opfer der Umstände. Wäre gern origineller, aber dann müssen die Umstände origineller sein. Was würde dir helfen? Wie können wir dich da unterstützen? Ich muss zugeben, ich bin angetan von der Ehre-Challenge. Ich kann sie halt dieses Mal nicht mehr umsetzen, aber ich glaube, sie wird mich nächstes Mal zu mehr Kreativität zwingen. Nutzen wir diesmal das Ding oder nicht? Das sollten wir uns wahrscheinlich... Das ist ja eine Sondersitzung, ne? City State Emergency. Können ich einstellen? Gegen Soon? Ja, das ist jetzt aber... Ich kann gar nicht. War es gegen Soon? Was hat dann der arme Soon verbrochen? Ich sehe da nur Waiting for Proposals. Ja, also... Und wer hat das einberufen? Der Norweger, oder was? Was? Ich habe nichts gemacht. Also ich habe die Entscheidung, das einberufen. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich die Punkte nicht ausgeben möchte. Also, ich kann nur sagen, dass es allen Menschen in Büssel jetzt viel besser geht als vorher. Eben, die noch am Leben sind, meinst du? Ey, ich habe es komplett friedlich gelöst, als ich mit meinem Drachen in die Red Keep geflogen bin. Es ist alles gut gelaufen. Ja. Die humanste mögliche Lösung. Ja, ja, ja. Ne, klar. Also deswegen. Also ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Im roten. Na gut. Dann sind wir mal dagegen, was? Muss ich da noch Was wird jetzt hier abgestimmt? Ich glaube, wir müssen gar nichts machen. Also Maurice, du darfst nur zuschauen, ne? Das ist richtig set. Alle, außer Nils, meine Wenigkeit und Soon. Was ist jetzt das Ergebnis? Es hat, äh, 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 es kam durch. Okay. Krieg. Wer wurde angegriffen? Ey, warte mal. Bist du angegriffen worden? Und jetzt? Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das? Das ist ja, das ist ja eine Frechheit. Wie ist das denn durchgegangen? Wer hat sich denn dagegen entschieden? Ranger. Was? Ne, da habe ich mich verdrückt. Ja, ja, ja. Das wollte ich jetzt wirklich. Ach, das, Mist. Wie machen wir das, Nils? Sechs Votes hast du benutzt. Die natürlich nicht angreifen. Ich habe mich sechsmal verklickt. Sechs Votes hat er verklickt. Wow. Also, jetzt geht es mir aber los. Ich muss vielleicht gleich mal mit Frankreich reden. Jetzt kann man hier nicht mal mehr ehrenwert die Stadtstaaten verteidigen. Da bin ich der Böse auf einmal. Äh. Also, Ranger, wenn du das jetzt hier durchziehst, dann... Naja. Wenn ich fast durchziehe. Drogen werden hier gegen mich ausgesprochen und da sagt keiner was gegen? Ja, was machst du jetzt hier? Greifst du jetzt etwa an meinen armen deutschen Nachbarn an? Einen armen deutschen Nachbarn? Das habe ich auch noch nie von Frankreich gehört. Also, es klingt mir dann... Also, es klingt irgendwie so, als würde... Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Ziv-Partien, die ich je gespielt habe. Ich muss es euch so ehrlich sagen. Ähm. Ihr seid alle schlimm. Damit hätte ich wirklich nicht... Ich bin mit dabei. Das sagt ja auch so viel über mich. Ich bin entsetzt. Ja, ich auch. Ja, alle. Vor allem, er hat auch mein Vertrauen noch mal missbraucht, indem er jetzt mit mir eine Freundschaftserklärung, offene Grenzen hat. Ja, warum habe ich denn da dein Vertrauen missbraucht? Ja, weil ich... Ich habe inzwischen deinen Friedensbekundungen geglaubt. Aber hätte ich gewusst, dass du jetzt meinen lieben deutschen Nachbarn angreifst, dann hätte ich... Das wäre nicht mal miteinander verbündet. Aber im Geiste, ne? Brüder im Geiste. Jetzt verhöhnt er uns noch. Hörst du ihn? Unglaublich. Das sind hier, ne, das... Ne Farce, die muss ich mir jetzt nicht anhören. Also, Eleonora, du kannst wieder zu mir kommen, wenn wir dann wirklich... Also, ne? Jetzt schmoll ich erst mal. Doch nicht so Bock, deine heldenhaften Stadtstaateneinheiten? So ein Schwertkämpfer, ne? Ja, eine auch. Die kleinen Lümmel. So, hier über den Fluss kann auch das Wasser... Das geht auch nicht. Ja, wenn jetzt natürlich Norwegen da oben bleibt, dann... Ach, Norwegen hast du auch noch mit in dein Netz gesponnen. Ich? Ich habe doch gar nicht diese Intervention einberufen. Ich? Ich bin ein Opfer der Diplomatie geworden. Es klingt alles so nach, als würdest du die Fäden ziehen hier schon wieder. Ja, und die Entrüstung ist auch immer so dieses... Das ist ein kleiner Tick zu viel, ne? Ja, ja, ja. Ich habe die Intervention wirklich nicht einberufen. Jetzt glaube ich hier wirklich keiner, ne? Einmal sage ich die Wahrheit und dann kommt es so rüber, als wenn ich dann... Ne, also das ist ja... Also, willst du damit sagen, dass du bisher sonst immer gelogen hast? Ich glaube, genau das muss ich nur sagen. Nein, das habe ich... Jetzt wird einem hier wirklich alles im Mund rumgedreht. Aber ich habe die Intervention nicht einberufen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber du hast ja für sie gestimmt. Ja, sechsmal. Ich habe sechsmal verdient. Ich bin ein blutiger Anfänger. Ja, das arme Brüssel hat nicht viel erlitten, als ich sie überfallen habe. Als ich sie überfallen habe. Und ich bin der Böse hier. Aber wir wollen den ja nicht noch mehr auflasten jetzt, nachdem sie befreit wurden und alle cool damit sind hier. Und jetzt ist auch klar, von wegen Missklick, ich habe aus Versehen ein Muskeltier abgegradet. Ja, 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 genau. Ja, ich weiß ja, ich gucke immer, was das mit dem Gold zu tun hat. Ich merke es dann. Dann rücke ich drauf. Können wir mal darüber reden, dass ich hier der Böse bin, weil ich den Stadtstaat Brüssel verteidigen würde, hier in dem Falle. Und alle anderen sind auf der einen der europäischen Ideen. Du mischst dich hier in europäische Angelegenheiten ein. Das ist echt so. Brüssel war mein Stadtstaat. Dein Stadtstaat? Das war mein Stadtstaat. Das war Deutschlands Stadtstaat. Ich hatte drei Gesandte. Was? Wie, Deutschlands Stadtstaat? Nein. Ja, natürlich. Ich hatte drei Gesandte in Brüssel. Dann hat Nils fünf Gesandte reingepackt und dann hat Zun einfach den Stadtstaat erobert. Ja, vor tausend Jahren habe ich angefangen. Da hättet ihr auch mal mit rechnen können. Ja, ich muss sagen, Wir haben den Kampf gesehen, deswegen haben wir uns zurückgelegt. Wenn du dich entschuldigst, einfach. Ja, ist mir leid. Ja, das reicht. Ja, okay, dann bleiben wir mit unseren Truppen hier. Warte, was? Warte, ist das jetzt einer der Antworten, wo du nicht lügst oder wo du lügst? Ich lüge nie in meinen Antworten. Okay. Sie haben nur extrem viel Interpretationsspielraum, oder? Ja. Boah. Okay, jetzt steht hier dieser Tribok und da ist ein rotes Fadenkreuz auf der Stadt. Aber wenn ich klicke, tut er nichts. Er ist im Streik. Bist du ein Bauer, oder wat? Ich bin fast im Strahl, Alter. Oder wat? Das ist wirklich also... Solche Bastarde. Das ist unfassbar. Loli, du verstehst das nicht. Das ist einfach... Aber nach rechts schießen kannst. Das ist so... Johnny stirbt tausend Tore. Das ist wirklich einfach der Größte. Das Problem, Johnny, sind nicht die streikenden Tribok-Bauern. Das Problem sind die Klimakleber. Das ist halt einfach... Leute wie du sind das Problem und darüber müsste die Politik und die Medien auch einfach mal mehr reden. Ja, ich denke, du hast recht. Weil die Alternative ist, dass du Unrecht hast und das ist unmöglich. Finde ich schön, dass wir uns da einig sind. Oh, es ist wirklich... Also, ja. Aber übrigens, ich greife jetzt kompletter Schwachsinn hier an. Ich weiß nicht, du siehst das ja. Ich lasse dir das Feld, das eine da mal frei, damit du da gut reinkommst. Herrlich. So, wenn noch irgendwer Truppen senden, die ich beleidigen kann, statt nur meine eigenen, weil das fühlt sich auf Dauer ein bisschen... ...schwierig an. Enorm viele Punkte hat den Radler. Ja, ich bin Anfänger in dem Spiel. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Wie viel hat er? Ich habe mich ja auch. 338. 338. Wie viel? 338. 338? Puh, bist du ja top dabei. Absolut. Krass. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ja, seht ihr... Seht ihr... So legt man am besten starten. Die Anno-Tiff-Formel, die ich postuliert habe, da ist doch was dran. Ich weiß nicht. Der Mann hat halt ein gewisses Talent für Strategiespiele im weiteren komplexen Aufbau- und Mechanikssinne. Und tausend Stunden... Wenn nur tausend Stunden Anno eine Stunde Ziff sind, wäre er immer noch gut dabei. Oder alternativ sind auch einfach Leute mit ein paar tausend Stunden Ziff im Chat. Nein. Das würde ich so nicht äußern. Warte, was soll das denn jetzt? Bitte mal, lass uns doch mal hier das sachlich durchreden. Meine Theorie lässt dich besser dastehen. Warum stimmst du ihr nicht zu? Es ist ja völlig unabhängig, ob sie die Wahrheit ist oder nicht. Also das ist ja ein absolut zweitrangiger Aspekt des Ganzen. Also du bist zwar ein Verbündeter im Spiel, aber was ein Bullshit. Nee, stimme ich zu. Du musst dir aber auch deine eigene Leistung anerkennen. Du bist ein guter Verbündeter, Johnny. Du bist ein guter Verbündeter. Haben wir eigentlich je die Freundschaft deklariert? Haben wir nicht, gell? Komm. Nee, im Herzen. Also Sohn, er kommt mit zwei Musketieren, einem Sperrkämpfer und einem Schwertkämpfer. Was ist denn das jetzt? Ich geh, ich bleib, ich bin in meiner eigenen Grenze. Wie bitte? So, so. Wie, wie bitte? Der Musketier hat doch schon die Grenze überschritten und marschiert in Richtung Donau. Brüssel liegt an der Donau übrigens. Ja, guck mal die Kontinente an, dann. Ja, ja. Kontinent Kalaharia. Und Amerika, hab ich auch schon entdeckt. Also, ich weiß nicht, warum ich, wann, 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 wann sich das hier so gewechselt hat, dass ich jetzt der Aggressor bin, wenn ich den Stadtstaat verteidige. Okay, das haben wir also davon. Geheimaktion. Ja, sich mal für die Schwachen einsetzen und dann bin ich hier der Böse. Ja. Ist die Rolle. Okay, gut. Aber wenn ich es drüber getroffen. So, Johnny, ich bin auch da. Also, wenn mein Tribok jetzt nicht schießt, weil er zu nah dran ist, ne? Dann werde ich irgendjemanden persönlich dafür zur Rechenschaft ziehen. Und ich weiß auch gar nicht, wen. Das wird toll. Tuk, 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 tuk. So. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Was ist denn hier mit Norwegen in diesem nicht enden wollenden Konflikt? Ja, ich sagte ja vorhin schon, da wart ihr alle auf Klo. Da hab ich alle darüber informiert, dass ich Pazifist bin. Und mich an diesen blutrünstigen Schlachtorgien nicht beteilige. Es sei denn, ich brauch nur noch Abstauben. Ja, ich war da, während du es gesagt hast, aber... Seht ihr? Das hat jetzt der Glaubhaftigkeit nicht so viel. Da kann ich ja nichts für. Wenn du den Glauben nicht findest, liegt es nicht an Gott, sondern an deiner versperrten Seele. Das ist es. Die Lügerei wird mir vorgeworfen. Und wenn Nils das sagt, alle... Ja, ne, das klingt logisch. Voll plausibel. Das klingt genauso, wie es sein sollte, ja. Also, ich darf berichten, die Engländer ziehen sich wieder zurück. Bist du jetzt Kriegsberichterstatter geworden, oder? Ich habe das bereits gesehen. Ja, ich hab doch gesagt... Wir malen ein Bild darüber und schreiben ein Roman. Ein großes Werk. Ey. Ich hoffe, ich krieg eine große Perücke auf dem Bild. Ian Brüssel ist alles cool. Johnny, ich hab noch eine Idee. Schau mal auf deine Deals, das würde uns auch noch helfen. Ich gucke natürlich sehr gerne auf meine Deals. Fantastische Idee. So, Schertetalrund, man kommt hier Armani. Aber dennoch. Gibt es einfach nur Boni, oder was? Ja. Recht stark sogar. Aber er scheint auch... Wir haben sie noch nicht in Abgesandte. Das wäre ganz cool. Ein wenig Richtung, nicht die Ecke zu fliehen. Ja. Ja, ja. In der Hoffnung 2. Okay, mit Mittelalter-Märkte würde das gehen. Dann werden wir den Druck hier erhöhen auf Rangers-Tarn. Wenn, falls es cool ist, wäre es fein, wenn ich die Stadt bekommen könnte, falls wir sie erobern. Weil ich krieg ja eine Policy-Card dafür. Und dann schauen wir weiter. Wenn wir es... Also, das ist jetzt, ne? Absolut habe ich gerade eingeladen, das Schicksal uns katastrophal scheitern zu lassen. Weil ich von unserem Sieg ausging und schon die Kriegsbeute verteilte, bevor wir die Stadt auch nur zur Hälfte geschleift haben. Aber das sind ja Details. Es sind Kleinigkeiten. Ja. Also, Cäsar war ja, glaube ich, auch ein Mann, der eher das große Ganze bedacht hat, ne? Es ist eine wagemütige Reinterpretation seines Tuns, aber ja. Ich finde es gut, du bist so ein guter Verbündeter, Johnny. Obwohl du absolut erkennst, dass ich nur Scheiße labere, stimmst du mir prinzipiell immer zu, weil wir verbündet sind. Das ist Kameradschaft, weißt du? So ein Chat. Nee, so sehe ich das auch. Also, Gameplan läuft eigentlich sehr gut. Du bist ja auch der letzte Verbündete, den man sich wünschen kann. Das Problem ist, dass wir viel langsamer vorankommen als Pete's Meet-Event. Weil, bei mir geht's halt richtig erst los. Das ist eine so gute Idee. Ab Renaissance, Industrialisierung jetzt mit den Wunden. Ich will nochmal Radler hervorheben, der jetzt gleich den ersten Platz mit den Punkten macht. Was? Was? Nicht schlecht. Das glaube ich nicht. Ja. Ich hab Radler noch gar nicht entdeckt. Ich auch nicht. Also, ich ging ja gar nicht auf der Map eigentlich. Und Ranger, glaube ich, sowieso nichts. Wow. Das ist BB ist wohl. Muss ich direkt mal bei Maurice Stilmittel bedienen. Die anderen das aber sagen, ja. Die sehen ja BB. Aber hier vor allem gibt's mal ein authentisches Wow. Nicht eins von meinen traurigen Fake-Wows. Oh, ähm, äh, warte kurz, äh, ich glaub. Ja, war das Strategie. Hast du mir grad ein Angebot geschickt? Äh, nee. So, liebe Leute. 90 Prozent, das ist gut. Warte, hast du das? Jetzt müssen wir nur ein bisschen Glück haben. Jetzt hab ich vor allem jetzt eine Belagerungsschirm an. Dann schick ich dir auf jeden Fall ein. Drei, vier Mal und dann ist die Stadt unsere. Mal sehen, was er da macht. Das ist super. Der Belagerungsturm hat jetzt hier, glaub ich, gut geholfen, dass wir die Stadt direkt angreifen. Warte mal, hab ich jetzt das ganze Ding kaputt geschossen, damit wir das nicht brauchen? Ich glaube, wir brauchen's trotzdem schon noch. Äh, aber es hilft, dass ich den Turm habe, sagen wir so. Super. So, die, die Truppen des Stadtstaats sind auch jetzt komplett nutzlos. Die, die eiern da noch ein bisschen, wollen durch meine Lande marodieren und schaffen es nicht. So mag man das. Sehr gut. Ja, ich mag, wie das läuft. Ja, also mögen ist jetzt ein dehnbarer Begriff dafür, dass wir uns jetzt tatsächlich an einem Punkt sammeln mussten. Naja, aber dafür, also Johnny, du musst das positiv sehen. Dafür hat man doch... Das ist ein bescheidener Anfang, das muss ja alles mehr werden, aber naja. Ja, doch, ja. Nee, ist eine, ist eine, ja doch. Ich sag einfach mal ja. Warum immer ja doch? Man kann ja auch einfach mal unumwunden einer Lüge zustimmen. Es wird immer schlimmer hier. Und ich bin schuld wahrscheinlich auch noch, glaub ich, fürchte ich. Wie sieht's denn beim Klima aus? Also, ich fackel ab. Zu gut. Total entspannt. Apokalypse ist doch ein Witz. Fake News. Das gibt's gar nicht. Steinwallen ist seriös. Ihm vertraue ich da. Ja, das ist doch hier, das ist doch eine ganz natürliche Entwicklung hier. Brennt mal ein bisschen, gibt ein paar Fluten. Das ist doch wie immer. Immer. Hey, komm, jetzt komm, Leute. Hier, komm. Lass mal hier Gas geben. Ich drück hier mittlerweile so schnell durch, das glaubst du gar nicht. Bin richtig stolz auf mich. Ja, das machen die ganzen Kriege. Die verzögern das Ganze hier. Ich komm sonst nicht mehr so weit. Ja, ich brauch ein bisschen immer. Es ist eine schöne Metapher, ja. Der Krieg verzögert alle. Mhm. Ja, aber jetzt ist ja so in der reellen Welt. Besonders die Kulturvölker. Die Kulturvölker wieder. Eben. Wenn du in der richtigen Industrie arbeitest, dann füllst du dein Pauleinig. Ah. Oh, ich mach sehr viel Gold. Kannst du mir was geben, falls du irgendwie zu viel hast und irgendwie loswerden willst? Klar, weil wir Frieden haben. Wir haben einfach Krieg gegeneinander. Ja, ja, aber das ist ja nur so ein Fake-Krieg. Ja, so ein Alibi-Krieg ist das. Ja, genau. Ein Stellvertreter-Krieg. Damit die anderen denken. Ja, eben. Dass wir nicht gut miteinander sind oder zack. Aber drei Triburken scheinen so der Turning-Port zu sein bei Städten, ne? Ja. Darunter ist echt gar nichts passiert. Ja, es ist wirklich so. Also, das Problem bei der Stadt war für mich, ich hatte halt dann den Belagerungsturm. Du brauchst trotzdem mehrere Leute um die Stadt rum. Und du siehst ja, wie scheiße die gelegen ist, wenn ich von links komme. Ja, ja, wir hätten das viel früher machen sollen. Das wäre ja ... Also, die Idee, seine Armeen zu verteilen, war ja gut. Aber Ecke lässt sich ja nicht so einfach ins Boxen und Jahren. Und der Wechsel einfach auf nur Range-Truppen war ja sehr, sehr gut. Ja, das ist halt dumm, wenn du gegen einen Gegner spielst, der was drauf hat. Das mag ich auch gar nicht. Ich bin immer ein Fan davon, gegen Schwache und Wehrlose zu kämpfen. Und am besten auch noch Anfänger. Also, halt ... Das wäre so mein liebstes Ding gewesen, in dem Aspekt. Was haben wir jetzt? Machen wir ihn oder nicht? Ja, wir machen ihn. Wir haben ihn eben ja auch gemacht. Ja, also, ich habe nach gut Dünken das schlechteste ... Das schlechteste Voten, dass ich bloß keine Punkte bekomme. Weil ansonsten hole ich wirklich den Diplomatis. Also, Johnny, wenn du für mich auch wählst bei den Trade-Roots ... Natürlich. Wenn du einen Trade-Root-Fokus, dann kriegst du auch Gold, wenn du mit mir handelst. Und ich kriege eine mehr. Das wäre doch geil. Ey, Leute. Wir können hier nicht so ein Tandem des Bösen ... Irgendwie die linke und die rechte Hand des Teufels ... Da ist doch so. Du brauchst zwei Hände zum Greifen. Und wir haben hier, der Teufel hat zwei Hände, links und rechts. Und da müssen wir jetzt einfach mal auch ein bisschen zusammenarbeiten. Das geht einfach so nicht. Ihr wisst alle, wo das endet. Am Ende heißt es ja, sagt Maurice gönnerhaft, ja, du darfst den zweiten Platz. Warte, habe ich jetzt nicht ... Warte, war das jetzt nicht geklappt? Oder? Was ist denn, wenn man das letzte nicht ergibt, damit wir das vorstellen? Wo war vorwiegen, als der Krieg stattfand? Dann ist alles verloren. Dann war die Abstimmung umsonst. Okay, wir haben den Spectator gewählt mit den Trade-Roots. Ja, überall anscheinend, wow. So, lass mich jetzt mal nicht abholen. Geil. Gönn dir. Wie, der Spectator hat schon wieder auch Diplomatie-Punkte bekommen? Ja, wir sollten vielleicht langsam in der Lage sein zu klicken, aber ... ... das ist immer noch schwer für uns. Ey, ich habe geklickt auf jeden Fall. Und bei mir steht elected target Spectator, obwohl ich wen anders genommen habe. Ja, vielleicht ist das doch verbuggt. Also ich wollte im Zeichen meiner Freundschaft, habe ich England gewählt. Nur so. Aber anscheinend hat es nicht funktioniert. Ich habe auch dich bei einer Sache gewählt. War das positiv oder negativ? Schön, dieses Schwein. Berechtigte Frage, würde ich sagen. Ja, also ... Ja, was? Ja, nix. Also, ich wollte nur was sagen. Jetzt ist hier genug Kuschelkurs. Was heißt das denn jetzt? Nee, das meinte ich. Gut, das war jetzt vielleicht taktisch doof platziert, dieser Satz, nachdem ich das erst gesagt habe. Da bin ich zu, aber sowas nicht gemeint. Ach so, okay. Ganz bestimmt nicht. Steinwall, jetzt mach mal was. Oh, was habe ich denn gemacht? Aus Versehen gedrückt, wie ein Trottel. Steinwall, du musst jetzt was machen. Ich, äh ... Du musst jetzt loslegen. Hä? Ja. Ist dir langweilig? Mir? Nee. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Du willst, du willst in den Krieg ziehen. Gegen die Deutschen ist es jetzt nicht. Ich? In den Krieg ziehen? Habt ihr das gehört, was der Steinwall da sagt? Kriegstreiber. Ja, aber was willst du jetzt von mir? Also, guck doch mal auf die CO2-Bilanz. Hm. Hm. Da kristallisiert sich ja ganz klar was heraus. Hm. Und zwar? Was denn? Das wird's ja wild. Das Deutsch schon auf jeden Fall komplett unschuldig ist. Da müsst ihr jetzt auch mal selber interpretieren, ja? Ich bin ja jetzt auch nicht, äh ... Ich bin ja nicht Martin Luther. Ja, aber sollen wir jetzt gegen das Klima in den Krieg ziehen, oder was? Top Contributor Johnny, Alter. Gegen das Klima, ja. Wow. Endlich mal jemand, der mich verstanden hat. Warte, das geht so. Oh, wo sind noch mal die ... Äh, nee, egal. Ich find das schon ... Ich hab auch immer noch nicht Maurice und Jonny getroffen, ne? Ich hab dich, stimmt. Ich hab dich auch noch nicht entdeckt. Ich hab WB noch nicht entdeckt. Portugal. So, geil. So, jetzt hat schon die Ecke seine ... Äh, Botschafter, Diplomaten da mal wieder zu mir geschickt, in die andere Stadt. Das heißt, vielleicht könnt ihr euch da wieder haben. Bis das Brot ... Wenn das für euch von Relevanz ist. Hm ... Hm ... Hm ... Hm ... Hm ... Perfekt. So, wie lange braucht? Drei Runden noch. Dann wird er das erste Mal merken, was los ist. Das war doch auch mal beim Pete-Event, oder? Mit dem Spectator und den diplomatischen Punkten, ne? Ja, ja, genau. Daher kam dann, dass man den da gar nicht mehr benutzt hat. Okay. Weil ich das nämlich jetzt gerade sehe mit 27 Punkten der Spectator. Ja, wäre doch auch ein schönes Finale. Das ist mit einem Handwerker in den Barbarencamp rein. Der müpp das auf und da, im Ernst. Unsere Portugiesen-Handwerker sind so fit, die können sogar Barbarencamps einnehmen. Mit einer Sondereigenschaft. Das ist einfach ein Himmelfahrtskommando. Weil, da steht natürlich ein Barbar direkt daneben, der kühlt ihn gleich. Aber, war eine Heldenmut-Tat. Habt ihr schon mal unbewacht im Real Life ein Barbarencamp eingenommen? Und um euch danach massakrieren zu lassen, oder eher nicht? Real Life? Ja, zweimal schon. Ja. Zweimal schon. Mega cool. Ich gründe einen Fanclub. Gibt schon einen, kannst einfach beitreten. Echt? Ja. Wie heißt der? Glaubt jeden Scheiß. Punkt e.V. Damit bin ich überhaupt erst auf das europäische Festland hier gekommen in der Partie. Ja, aber Steinwall kam bislang nichts negatives berichten, glaube ich, über mich. Nein, nein, du verhältst dich ganz zivilisiert. Ja, tue ich doch, oder? Ja. Das war auch ernst gemeint. Was sagst du über dich, Steinwallen, dass du das wirklich nochmal betonen musst? Tja. Ja, das würde mich auch mal interessieren. War wirklich ernst gemeint. Moment, habe ich mich jetzt verklickt, oder warum hat sich das Diplomatie-Fenster mit Steinwallen geöffnet? Hast du mir jetzt den Krieg erklärt? Alter, bist du des Wahnsinns? Was passiert bei euch beiden eigentlich? Ich steige überhaupt nicht mehr durch. Ich auch nicht. Könnt ihr das mal ein bisschen schildern für andere Leute, die da nicht bei euch wohnen? Ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Ich möchte auch gerne bitte die... Ranger, was tust du bei... Warum, warum willst du... Warum... Oh nein. Was denn? Hä? Was denn? Was denn? Ich weiß jetzt nicht... Sprich dich aus! Rede, los! Muss es... Muss das wirklich sein. Rede, los! Muss das wirklich sein? Nein. Es sind doch offene Grenzen. Oh Gott. Mach mich doch nicht nervös. Alter, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich dachte, meine Truppen fallen bei dir ein. Ja, habe ich echt gedacht. Ich habe echt gedacht. Ich habe irgendwas übersehen. Oh Gott. Alter. Bist du ja nur, wie die Armee sich auf einmal hochbewegt hat. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Herz. Aber das ist gut. Deine Reaktion so zu sehen, zeigt mir, du hast doch Angst vor der Konfrontation. Ja, natürlich habe ich dir von vorn... Ranger, also das ist jetzt auch nicht, was jemand sagen würde, der an einer ehrbaren diplomatischen Koexistenz interessiert ist, oder? Wir haben eine offene, verkündete Freundschaft. Ich weigere mich. Aber bitte alle von meinen Chattern, die gerade bei den anderen sind, die vielleicht das Emote haben, setzen doch mal das Wow bitte bei allen Beteiligten jetzt in den Chat. Die können es nicht sehen, aber die Community wird es dann sehen, dass es da ist. Wir können das ja auch ein bisschen ausweiten. Also jeder sagt für jeweils alle anderen ein Wort, die man nicht sagen darf. Und wer am Ende noch am meisten Worte offen hat, gewinnt. Gerne. So als Extra-Challenge. Super Idee. Also bei Maurice würde ich Schurke nominieren. Ja, finde ich auch gut. Also ich bei Ranger sage ich Steinballen. Ich sehe, was tut das denn? Neftig. Es wird immer schlimmer hier. Was ist eine Herausforderung? Jetzt wird es schwierig, später eine Autogrammkarte zu fragen. Maurice, könntest du die Bewegung, die ich mache, mitgeben? Ja, ich denke schon. Das klingt sexy. Ich denke, ich möchte deine Unterstützung. Lass uns gemeinsam tanzen. Ach Gott. Es ist ja gleich 22 Uhr, ne? 21 Uhr und 19. Aber Ranger, jetzt erklär mir doch mal, warum ziehst du eigentlich deine Musketiere bei mir rein? Nun, lieber Stefan. Ja, nice. Da gibt es was. Aus. Heute, Kinder, wird es was geben. Oh, Leitärsverlust in einer meiner Städte. Unfassbar. Was muss denn sein? Steini, mal Druck auf mich. Ganz im Ernst. Ich hoffe, unsere Freundschaft ist auch abgelaufen, Steini. Ne, ich habe dir das Angebot erneuert. Super, ich bin begeistert. Meine Stimme überschlägt sich vor. Unbedingt. Einmal ganz schnell. Wo ist, wo denn, wo denn, wie denn? Dann ist es nicht da. Du hast sie angenommen sogar. Wie denn, wo denn was denn? Jetzt sind wir wieder Freunde. Ja, das Problem ist, ich kann da nichts gegen tun, weil das ist einfach, nee, wirklich, es ist einfach die französische Hochkultur. Wir könnten uns auch überlegen, ob wir vielleicht eine Allianz schließen. Habe ich nichts dagegen. Würdest du, welche würdest du nehmen? Da kenne ich mich nicht so gut aus. Du kannst mir gerne Empfehlungen geben. Oh, ich denke mal aus. Ja. Ich ziehe mal schnell und dann labere ich dich zu. Kannst du denn schon Allianzen machen? Ich glaube, ich kann auch gar keine machen. Doch, ich kann auch welche machen. Wenn Zeit verbleibt, spreche ich dich drauf an. Mhm, machen wir so. Du 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 du... Okay. So, Ranger, jetzt erklär doch mal bitte, was hast du da vor? Welchen rationalen Grund gibt es, mit vier Armeen in mein Land einzureisen? Also Steinmeier, ich würde nur, ich musste ja nichts erzählen, was Ziff angeht, aber wie lang geht die Freundschaft noch? Doch. Könnte es sein, dass er den Moment abpasst, ab dem er dich angreifen kann? Aber darf er bei offenen Grenzen angreifen? Also solche Agreements haben ja einen Auslauf-Ding. Und sobald die ausgelaufen sind, darf er, glaube ich, direkt drauf. Aber er darf nicht innerhalb deiner Grenzen sein. Er muss erstmal, er wird rausgesetzt erstmal. Ja, genau. Okay. Okay. Ich habe es nicht nur auf die Freundschaft bezogen, die ja verhindert, dass man angreift. Und ich dachte, vielleicht ist die irgendwie eine Runde vor Auslauf oder so. Liebe französische Königin, ich habe dir ein Allianzangebot gemacht und ich habe dir sogar ein kleines Geschenk beigelegt. Ein gültendes Medaillon. Hast du es gesehen? Ich bin entzückt. Ja, kam von Herzen. So, Ranger, könntest du mal was dazu sagen? Wollen wir vielleicht auch in ein Separee gehen, falls du das nicht öffentlich erklären willst? Ich war gerade auf Toilette und was? Oh, diese Ausflüchte. Es ist langsam und feinlich. Wer, 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 ich kann erklären. Scheinwein, also ich, äh, ich sollst mir doch mal nur, wollen wir mal in ein Separee gehen? Erklär mir doch mal, was deine Truppen... Ja, klar. Du sollst mir erklären, was, wo die Truppen hin wollen, was das soll. Erkunden, weil ich immer noch nicht weiß, wie Moritz aussieht. Ja, da reicht doch eine Truppe, da musst du doch nicht mit vier Einheiten da durchmarschieren. Diversifizieren, das ist hier das Stichwort. Ich glaube, das Wort ist in dem Zeitalter noch gar nicht erfunden worden. Das ist wirklich, das macht mich schon jetzt sehr misstrauisch. Misstrauisch? Ich erkläre dir noch nicht den Krieg, wenn ich mitten zwischen deinen Städten stehe. Was hätte ich denn davon, außer ich dich dir direkt überfallen könnte? Ja, Steinbein, ich will dich jetzt nicht gegen Ranger aufwiegeln, aber bedenke bitte. Ich will auch keine Klischees verbreiten, aber denk bitte dran, das ist ein Engländer. Danke fürs Kompliment. Er muss ja einfach nur mal eine rationale Begründung liefern. Also, ich weiß nicht, was noch rational ist als Erkunden. Ja, aber doch nicht mit vier Einheiten. Ja, aber das sind ja nur, sind ja nur 33 Prozent meiner Armee. Was ich, was ich, äh, wundervoll finde an diesen Events, ist, dass immer die größte Lüge, und ich habe sie auch schon gebraucht, und WB hat sie auch gerade gebraucht, ähm, ich will ja nicht. Ja, also, Ranger, ich bedenke, du bist noch im Krieg mit den Deutschen. Das heißt, die Deutschen könnten problemlos einfach diese Stadt dort besuchen. Und, äh, da steht jetzt nur noch eine Einheit drin. Ist das so klug? Ich verstehe hier, ich verstehe hier diese, diese Aggressivität nicht. Ist ja in Ordnung. Ja. So besser. Ich weiß gar nicht, wie weit du gucken kannst, dass du sagst, da steht nur eine Einheit drin. Ja, jetzt kommt noch ein Schwertkämpfer an, noch ein Schwertkämpfer, und noch ein Schwertkämpfer. Ich würde ihm nicht vertrauen. Alter, du bringst jetzt dann die gesamte Armee hierher, okay. Nein, das ist nur ein kleiner Teil, der Rest ist in Norwegen. Na gut, gehen wir auf Kriegswirtschaft. Was, wieso? Ich verstehe, also, das verstehe ich jetzt alles hier nicht. Das verstehst du nicht, ne? Ich, ich liebe einfach alles daran. Das ist ja einfach nur eine Frechheit, ist das, ne? Äh. Ja. Also, ich bin da jetzt drin, aber es wird ganz gut. Okay. Oh, ich bin nicht so ganz sicher. Aber die Korpshälften sind schon massiv, ne? Oh, ihr habt schon Kors. Das ist respektabel, das hab ich auch noch nicht. Das ist grad der springende Punkt, wenn ich das so sagen darf. Kors sind so krass. Aber ich mag sie tatsächlich vor allem wegen der, also klar sind sie super stark und alles, aber die Benutzerfreundlichkeit. Ja, ist so angenehm. Es gibt letztlich nicht mehr so viele Einzelarmeen, was ja im Multiplayer mit Zeitdingen auch so super relevant ist. Ja, das stimmt. Ja, und ich find auch die, dass man quasi eine upgradete Unit, also die ein Level Up hat, mit einer Nicht-Level Up zu zwei Level Ups macht quasi. Das ist auch krass. Ja. Macht's jetzt schon krass was her. Aber wenn jetzt mein Tribok von da nicht schießen kann, dann wird das hier der erste Rage-Quid von, äh, ja. Du hast Kors und Tribok, beides, oder was? Wie? Ja. Ja, das ist irgendwie, als wenn man ein Auto fährt mit so Steinrädern. Ach so, ja, ja. Das stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber es ist ein interessanter technologischer Stand der Dinge. Ja, es passieren manchmal Dinge im Leben, die gibt's gar nicht. Was ist denn dein Ziel, Ranger? Ich glaub, Steinweilen, er wird es dir nicht mehr sagen. Ja, ich kann dir nicht mehr vertrauen, lieber Stefan. Ich darf ja das andere Wort nicht mehr sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Einheiten hast du jetzt hier. Graf Zahl ist anwesend. Eins, zwei, zwei. Wenn ich in die Punkte-Liste gucke, sehe ich Rattleauge auf einem zweiten Platz, direkt hinter Maurice. Rattleauge, der spontan dazugekommen ist, der wenig Arme hat vom Spiel, der die ganze Zeit arbeiten muss und nicht schwafeln darf wie wir, weil er sich aufs Spiel konzentrieren muss. Das finde ich dermaßen sympathisch, dass ich bereit wäre, im Late-Game, jetzt noch nicht, aber im Late-Game, eine Allianz zustande zu kommen, um alle Leute anzugreifen, die vor Rattleauge in der Punkte-Liste stehen. Und ich frage, ob einer von euch sich da zu blind, in Anführungszeichen, verpflichten würde, sowas zu machen ab Runde X. Also, ich würde jetzt gerade Maurice treffen, was mein direkter Allianz-Partner ist, also bin ich jetzt... Rattleauge, schwer begeistert. Etwas gehalten davon. In aller Freundschaft... Also, sag mal, wenn die Engländer jetzt hier wirklich einen Krieg erklären, du hast ja noch Krieg mit den Engländern. Ja. Dann ist doch hoffentlich der Moment der europäischen Verteidigung. Was ist denn das jetzt? Ja, Alter, du bringst hier acht Einheiten aufs Kontinent, das ist einfach frech. Jeder Europäer muss jetzt aufstehen und die Fahne der Freiheit schwenken. Der Moment ist gekommen. Also, ihr fährt auf die Insel verbannt und das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst, bleib doch an deinem scheiß Ranger-Stahn. Das ist französisch Ranger-Stahn, ja, das ist ein Unterschied. Sacre bleu. Das ist hier, also, ich muss mich hier auf die gefangenen Insel begeben, ne? So bezeichnest du dein Heimatland. Meine Güte. Wir sollten ein neues Land entdecken und das dann stattdessen als gefangenen Kolonie nehmen. La guerre, mes amis, la guerre. Ich finde es aber vor allem faszinierend, wie es hier komplette Tragödien und Epen gibt, von denen ich überhaupt nichts mitbekomme. Weil ich am anderen Ende der Welt bin und irgendwo in Europa gehen sich alle an die Gurke. Der Steinwald ist hier auf einmal so ein Kriegstreiber aus irgendeinem Grund. Jetzt ziehst du gegen Brüssel. Kannst du dich mal entscheiden? Ich bewege meine Einheiten zurück in meine Grenzen und dann lasse ich sie gegen Brüssel. Irgendwo muss ich ja auch hinlaufen. Ja, warum hast du, können wir dich einfach so eine Art Agreement machen? So, jeder hat da drei Einheiten an der Grenze und dann ist alles fein? Aber nein, du ziehst da deine gesamte AB dorthin. Die Geschichte hat uns gezeigt, das bringt nichts. Hä? Das Gleichgewicht der Macht hast du noch nie was davon gehört? Das ist aber eine der schlimmsten Dinge, die man sagen kann. Als Kriegstreiber würde ich auch immer behaupten, Abkommen helfen nicht. Ja, genau. Auf welcher Seite bist du hier, Johnny? Was du hier gerade machst, ist das Ungleichgewicht der Kräfte und das macht doch jeden nervös. Das ist genau das Gleichgewicht. Brüssel wurde hier einfach annektiert und ich habe es einfach still geschehen lassen, weil ihr gesagt habt, ja, du kannst ja jetzt keinen Krieg erklären gegen Deutschland. Aber Deutschland nimmt hier einfach Stadtstaaten ein und ihr alle sagt, das ist ja nicht so schlimm. Ja, hallo, ihr hättet mir ja mal vorher Bescheid sagen können, dass ihr irgendwie Probleme damit habt. Hat ja keiner gesagt, ich bin da tausend Jahre dabei und hättet jemand gesagt, ey, Deutschland. Jeder hat seinen Stadtstaat und jeder kann mit seinem Stadtstaat machen, was er will. Ah, Mann. Also. Das ist ja schon wieder. Also, wäre mir hier vorher empfohlen geworden, wären, dass ich eventuell Brüssel in Ruhe lassen sollen, hätte man ja darüber reden können, hat aber keiner gemacht. Das stimmt. Diplomatisch gesehen. Also, ja. Weil gefragt wurde, auf wessen Seite Johnny und ich hier gerade sind. Ich glaube, wir sind auf der Seite dessen, dass wir einfach verdammt unterhalten sind von dem Ganzen und sonst überhaupt kein Steak haben. Also, ich muss sagen, als Perikles bin ich immer auf der Seite der guten Argumentation. Oh. Ich mache kein Bündnis, weil es hat sich noch nie gelohnt, überzeugt mich ja aber absolut gar nicht. Aber die Aussage, ich fand das Angebot, drei Truppen von beiden an der Grenze, finde ich sehr charmant. Ja, finde ich auch gut. Jetzt ist nur die Frage, als was ist dein Korn? Was ist denn jetzt Griechenland zu melden? Also, Griechenland, ich habe Griechenland noch nicht mal gesehen. Dass ich der Vermittler dieser Welt bin, dafür kann ich doch nicht sagen. Vermittler dieser Welt? Deutschland ist mal kurz pullern. Das ist in die Wiege gelegt, da kann ich nichts für. Johnny ist ganz klar, der... Pass auf, jetzt ist Deutschland pullert und jetzt greift England an. Du, ihr werdet es sehen. Hab ich gar nicht, ich habe meine Einheiten gar nicht in diese Richtung bewegt. Das ist alles in Ordnung. Ich, äh, keinerlei Aggressionen hier. Ich weiß nicht, wie ich genau weiß, dass er jetzt meine Grenzen betrachtet, dieser Tu-nicht-gut. Ja, das heißt, deine Grenzen, halt, du bist in meinem Mutterland. Ich muss sie ständig, muss ich mir das anschauen. Ich betrachte deine Grenzen. Das geht doch gar nicht anders. Das ist ein Expeditionskorps. Grenzenkorps. Oh, ja. Also, ich möchte noch mal hervorheben. Ich war Lehnsherr von Brüssel. Und Brüssel wird einfach von Deutschland überfallen und eingenommen. Und ich habe... Nee, warte mal, war Nils nicht Lehnsherr von Brüssel? Ja, das ist richtig. Er hat mir die Gesandten, der hat es mir abgenommen. Ich habe erst drei gehabt, dann hat er fünf reingepackt. Ja, weil Nils keine eigene Stadt hatte. Nils hatte das volle Recht. Du hast deine Stadt da. Bleib doch mal auf deinen Inseln. Da war eine Stadt. Du musst aber natürlich eine zweite Stadt bauen eben. Diese gierigen Engländer. Wer hat von uns eine zweite Stadt? Keiner. Nur die Engländer. Ich habe ja auch keine zweite. Brüssel ist sie ja weggenommen worden. Ja, aber du wolltest sie. Ich darf doch diplomatisch mit den Leuten reden, wie ich möchte. Diplomatie ist doch der Weg des Friedens. Das hast du doch selber gesagt. Ja, aber der ist halt gescheitert. Aber nicht für Englert. Ja, finde ich jetzt einen guten Punkt. Den fand ich schön. Also es steht jetzt 1-1. Wieso? Warte mal. Er ist diplomatisch gescheitert und jetzt greift er zu den Waffen. Das findest du einen guten Punkt. Das ist Intervention. Ich fand, er konnte das erste Mal klar widerspiegeln, wie es zu dieser Spirale der Gewalt tatsächlich kam. Und das alleine finde ich ähnlich wie eine Katze, die auf zwei Beinen geht, faszinierend. Es ist nicht so, als würde ich es verwundern. Scheiße, ich habe eine dunkle Zeit. Dieser evolutionäre Vergleich ist entweder Schmeichelhab für mich oder ich sollte mir nochmal Gedanken machen. Dann funktioniert das nicht. Du bist wie eine Katze, die auf zwei Beinen läuft, Ranger. Ich hasse diese Szenen. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Boris, ich gebe dir da jetzt mal einen Weg rein. Aber ich weiß gar nicht, ob du da schon reinkommst, um ehrlich zu sein. Da nach rechts? Ich sehe es tatsächlich noch gar nicht. Achso. Ja, ich weiß auch noch nicht. Oh, was haben wir hier? Ich gucke einfach mal, was da so ist. Nicht so gut? Nee, ich habe nicht gesehen, dass es brennt. Aber es brennt ja auch wirklich oft. Also zu meiner Verteidigung. Das ist jetzt nicht so, als wäre das etwas, was man immer mitkriegt. Der Mark. Boop, 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 boop. So, guck mal. Stefan. Ich bin komplett aus deiner Grenze. Oh, jetzt habe ich mich auch noch verklickt. Und wieder in die Grenze rein. Opsa. Ja, hoch. Aus Versehen zum Panzer geupgradet. Ach, Mist. Ja, sieht beeindruckend aus, wie jedes einzelne Feld deines kleinen Landes dort mit einer Armee zugestellt ist. Das ist, du hast die ganze Zeit gesagt, du willst mein Land einnehmen. Und ich bin einfach nur vorsichtig. Was ist denn das da? Ein Seher, du bringst jetzt ein Seher hin. Ich kundschafte. So sehen die aus. Oh Gott, das ist ja widerlich. Der sieht wirklich sehr, der sieht wirklich sehr martialisch aus, muss man sagen. Die sind echt, ja. Vorher habe ich eine gesehen, weil Ecke einen hatte. Ich war auch so, wait, what? Das ist ja eine Warhammer-Einheit. Ja. Damit habe ich die Frau auch nicht gerechnet. Okay. Alles klar. Das ist ja noch vertrauensweckender, wenn die da durchlaufen. Finde ich jetzt aber schwierig, wegen der Hässlichkeit der Units. Also dafür kann er ja nichts. Ja, mal sehen, was der macht, ne? Damit ist jetzt 2 zu 1 für mich, laut Griechenland. Ja, nee, nee, nee. Ja, ich würde auch. Doch, Griechenland ist eindeutig hier der Schiedsrichter der Argumentationen. Aber das war ja, es gibt ja sehr eher einen Minuspunkt. Aber einen Minuspunkt habe ich bis jetzt noch nicht verzeiht. Können wir aber gerne mit anfangen. War, würde ich sagen, jetzt 1-1, aber ich höre natürlich weiter aufmerksam zu. Was passiert denn, wenn einer von uns 2-1 hat? Das ist noch in Ordnung. An 5 Punkte müsst ihr eine Stadt abgeben. Oder wir kommen sie holen. Ich sehe halt nicht, was Griechenland hat. Also, das kann quasi jetzt die schlimmste Bedrohung sein, die ich jemals gehört habe jetzt in der Partie. Ich sage mal, Griechenland und Italien kämpfen seit 40 Runden. Und es wird nicht besser. Ich finde schon, langsam wird, es wurde ja schon jetzt mal Fortschritt erzielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, so langsam habt ihr es, glaube ich. Das wäre auch noch trauriger, wenn nicht, aber ja. Wir haben jetzt immer, ich meine, wir haben jetzt in ungefähr quasi 2 Jahrtausenden haben wir doch 2 Städte erobert. Das ist eine pro Jahrtausend, Johnny. Ich finde, da kann man uns auf die Schulter klopfen. Der echte Cäsar wäre stolz. Ja. Okay, immerhin verliere ich nichts, aber durch das dunkle Zeitalter ist mir der gesamte Spielplan natürlich total versaut worden. Aber vielleicht wäre es so schlecht, dann fühlt er sich nicht provoziert. Ich freue mich auf die Weitgebiete, so viel sage ich. Die du dann wieder abfackelst? Ja, es fackelt hier alles. Aber ich meine, bei mir hat in meiner Hauptstadt jetzt alles 5 Fünffelder, ohne dass da irgendwas drauf ist. Das ist schon sehr angenehm. Diese Einheit ist hier schon sehr, 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 sehr stark. Ja. Warte mal, das hat mein Chor fast gewonshottet. Äh, ja. Es ist immer schön zu, mit dir Frieden zu haben. Ja, finde ich auch. Äh, sagen Sie mal, Ungarn sind Sie zufällig, für ein Gespräch zu haben? Ähm, definitiv. Können wir gerne. Eile ich mich eigentlich auf Gebiet von Verbündetem auch, oder nur in meinem? Was ist los, Steinberg? Äh, Stefan. Haha. Haha. Mist. Jetzt muss ich meine Stadt abgeben. Es ist, was, warum, warum bist du so ein nerviger Mensch? Was ist, was ist mit dir? Was, warum? Ja. Ich mach doch gar nichts. Ich weiß gar nicht, was hier gegen mich auf einmal geschossen wird. Auf einmal? Ja, die ganze Zeit, ne? Ihr merkt selber. Hier, ich, der kleine, unstuldige Engländer. Gegen das böse, große Frankreich. Das Problem ist, Ranger, es ist halt für uns so unglaublich schwer zu beurteilen, weil es gibt halt, ich seh's ja nicht, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du der größte Halunke, ich sage nicht Schuft, weil WB mir das gechallenged hat, aller Zeiten und beteuerst seit einer Stunde verlogen deine Unschuld, oder nie wurde jemandem in einem Civ-Event mehr Unrecht getan als dir, der du hier seit ein, zwei Stunden potenzieller Verbrechen beschuldigt wirst. Und ich habe halt absolut keine Metrik, nach der ich beurteilen kann, welche dieser zwei Realitäten die Wahrheit ist. Ich kann dir sagen, ich habe recht. Okay. Das klingt super glaubwürdig. Und zwar unabhängig sogar. Okay. Ja, dann würde ich jetzt sagen ... Das ist ja voll einfach, da muss ich ja gar nicht mehr selber nachdenken, das ist viel besser. Ja. Ja, voll gut. Gern geschehen. Wann erklären wir jetzt gemeinsam den Krieg? Ja, also als jemand, der schon sehr lange gemeinsam den Krieg führt, kann ich dir sagen, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Oh, geil. Können wir mal ganz kurz so einfach für alle Leute, die da nicht in der Hitze des Gefechts Diplomaten stehen haben, die das beobachten, einfach mal ganz kurz, wer ist mit wem jetzt hier liiert so? Ja, also, Boris und ich führen einen brüderlichen Jahrtausendkrieg gegen das böse Ungarn. Zwischen Ungarn und mir gibt es quasi Streitpunkte über eine Stadt, Belgrad. Belgrad wurde von Ungarn eingenommen, dann wieder von mir zurückgeholt. Dann haben Italien und ich ungefähr 500 Jahre versucht, jeweils gleichzeitig eine separate Stadt einzunehmen, bis wir auf die glorreichen Gedanken kamen. Wir könnten ja auch mal dieselbe angreifen. Die haben wir dann weitere 500 Jahre später eingenommen. Und jetzt wird seit sehr langer Zeit um sehr wohl meine Stadt gekämpft. Was allerdings erschwert wird, weil drumherum Wald ist und ist hier quasi schon sehr lange brennt. Und immer wieder. Verstehe. Hat er irgendeinen Wald in Brand gesetzt? Ja. Ja, ich... Aber tatsächlich in dem Fall war es tatsächlich kurzfristig Ecke. Weil er auch sauer war. Also mit einem Seher. Also es war ein guter Verteidigungsschachzug von ihm gerade. Aber es hat ja zur Folge, dass die beiden Städte, die sich hier gegenüberstehen, haben halt grundsätzlich nur zwei Einwohner. Weil halt immer wieder alles brennt. Aber man gewöhnt sich dran. Es ist ein bisschen warm, aber sonst ist es okay. Aber die zwei Einwohner, ich glaube, für die ist das wirklich die Heimat. Ja, glaube ich auch. Und die Förder sind krass. Die sind ja wirklich schon lange... Ich glaube, das sind so störrische alte Kreise, die sich so gegenüber anschauen. Und wir waren immer schon hier. Und um sie rum fackelt alles ab. Aber nein, wir waren immer schon hier. Ja, nee, bin ich ganz deiner Meinung. Und grundsätzlich ist es so, dass mittlerweile, also, ja. Also ich glaube, Ecke kann eigentlich nicht mehr viel machen. Naja, mit 300 Militär, der kann schon noch ein bisschen was machen. Ja, ja. Aber nicht mehr so viel. Es ist halt jetzt die Frage, ob jetzt halt Polen endlich mal zur Hilfe kommt. Weil das wäre ja schon die ganze Zeit eine Möglichkeit gewesen. Aber weigert sich ja. Nee, er wurde nie gefragt, witzigerweise. Und er sieht das halt selber nicht so, weil er ja auch jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich sagen. Ich muss jetzt mal, mit Stefan kann man ja nicht reden, aber ich muss jetzt mal an Maurice appellieren. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie stark du bist, wie viele Punkte du hast oder ähnliches. Aber ich sehe eine Gefahr, die sich aufbäumt, und zwar westlich von dir, ohne dass jemand was dagegen machen kann, weil Pazifistenwallen sich zwischen England und anderweitigen Vertriebsern stellen. Ja, oh, entschuldige, dass ich existiere. Okay, gerne. Ich wollte nur einmal nachhören, Maurice, ob du vielleicht auch Interesse daran hättest, dass bestimmte Leute nicht einfach so davongaloppieren. Ich habe halt keinerlei Einblick in die Causa Steinwallen. Es ist ja nach meinem Wissensstand könnte ja Steinwall hier auch ein edler Held sein, den du die ganze Zeit mit Betrieben auf die Pelle rücken. Ich rede nicht von Steinwallen. Ich rede nicht von Steinwallen. Ich rede von einer gewissen anderen Person, die häufiger auch mal Wälder in Brand setzt. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Darf ich euch einen Vorschlag machen? Wenn mir einer von euch 300 Gold schenkt, dann bin ich bereit. Okay, weniger. Ich will nicht übertreiben. 100 Gold schenkt. Dann würde ich das Kunststück vollführen, binnen von drei Runden auf eine Militärstärke von 500 zu kommen. Aber wem genau hilft das? Und was genau ist dann unser Interesse daran? Würde ich jetzt auch fragen wollen. Seht ihr? Er hat gar kein Interesse daran. Ein Erste-Güte-Winkelschleifer. Ein Flex wieder machen. Er schleicht sich einfach davon an der Westküste von unserem Kontinent. Und ich bin da der böse Kriegstreiber. Ein Ruf, den du hart und ehrlich erarbeitet hast. Muss man dir lassen. Respekt. Das stimmt, ja. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Aber schließt sich mir keiner an in diesem unrechten Kampf. Das Problemrechterkampf wäre schlecht. Ich hab doch gar nicht verstanden, gegen wen willst du kämpfen? Ranger, was tust du? Was? Ryan T. Cole, der mit dem Punkt immer weiter davon spielt und keiner von euch irgendwie was dagegen sagt. Was ist das Ziel deiner Rede? Wo in die Rehens? Ich seh ihn ja leider tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Wie viele Punkte hat er denn? Ich bleib auf Großbritannien. Ich setz mich jetzt hier hin. Könnt ihr machen? Ja! Ja! Endlich! Oh Mann, ey. Wie haben wir denn diese WD-In hier? Das ist schon angesammelt. Ich setz mich jetzt hier hin. Ich bleib jetzt ein französer Franchise. Der hat 402 Punkte. 402. Der führt ja mit den Punkten. Holy shit. Hat das schon jemand gesehen? Ja, ja. Der zieht vorbei. Lass uns Radler angreifen stattdessen. Stimmt. Ja, die sind von Fick. Sie können diesen von Fick auch hier betten. Ja, wollen wir uns vielleicht mal unter vier Augen unterhalten. Ich glaube, der wird auf die Schnauze. Der ist am Mühlenhaut. Jetzt trumpft Radler auf. Also, wir können das hier auch bänden und uns erst das Radler-Problem kümmern. Und ich verspreche, dass ich euch beiden Tribute zahle. Und ihr lasst mich in Frieden. Was für ein Radler-Problem. Es gibt Radler, der das Spiel vorher überhaupt nicht kaum kannte. Der sich mühsam durch das Event quält. Der alle meine Sumatien hat. Genau. Und ich wiederhole mein Angebot, wenn ihr wollt. Ich bin bereit, jeden anzugreifen, der in der Punkteliste über ihn legt. Aber teilst du dich auch selbst an. Das würde mich einfach interessieren. Sabotierst du dich auch selbst an? Wenn vier Leute dabei sind. Nein. Also, ich sage, ich lasse ein großes Werk komponieren, mit dem ihr dann marschieren könnt. Vielleicht ein Lieb namens Marseillais. Oh Mann, ey. Ist das nicht eine Fischsuppe? Das geht auch. Beides möglich. Huch. Aber das ist der Beitrag einer Hochkultur. Bist du denn überhaupt die Hochkultur? Ja, komm doch mal her. Wollen wir offene Grenzen haben? Haben wir nicht irgendwie offene Grenzen gehabt? Oder die Flange? Stimmt. Richtig. Ja, dann besuche mich doch mal. Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt sind da schon Trieboke aufgefahren auf der englischen Seite. Welche Seite? Wer kämpft denn da gegen wen? Gar nichts. Der Engländer schickt eine Einheit nach der anderen auf diesen Kontinent. Und es ist völlig unklar. Okay. Und er sprüht vor Aggressionen gegen jeden, der sich hier irgendwie als Europäer outet. Gut, also die Stadt ist tatsächlich schwer anzugreifen hier. Ich kann hier schon Schaden machen, Johnny. Aber wir haben jetzt auch den Turm dagegen. Das heißt, wir machen hier ein bisschen mehr Direktschaden. Hat die schon Renaissance-Mauern? Aber ist das AOE? Also nutze ich dann auch deinen? Eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, ob er schon Renaissance-Mauern hat. Also mir wird angezeigt, dass wir ein bisschen auch die Lebenspunkte der Stadt jetzt angreifen. Ja, also ich muss ja noch eine Runde warten, bis der Brand da weg ist. Ja. Der ist halt durchaus hinderlich. Aber ich hab da noch mal ein Feld oben freigemacht, wenn du noch einmal rumbrückst mit dem Turm. Ah ja. Nee, der Turm kann da einfach stehen. Der zählt lange neben der Stadt stehen. Ja, ja, dann halt mit dem Musketieren, ne? Ich kann halt nicht in die reinziehen, obviously. Aber das ist ja auch okay. Ja, das Feuer ist ein bisschen hinderlich, muss ich's zugeben. Ja, das war rechtzeitig gesetzt noch. Aber trotzdem, das wird mich nie retten. Da haben wir wieder den Punkt mit dem kompetenten Gegner, ne? Ich bin da einfach überhaupt kein Fan davon. Es könnte alles so viel leichter sein, wenn du dich nicht wehrst. Ja, genau. Ja, genau. Ach, das war jetzt auch wieder super dumm. Ich hab nur gesehen. Guck mal, was ist denn da? Ja, ich hab nicht gesehen, dass du da jemanden in Reichweite hast. Das ist natürlich... Ah, ne? Im Krieg müssen Opfer gebracht werden. Ja. Also ich würde sagen... Vor allem, wenn es mir jetzt schon zweimal passiert ist, wird einem eigentlich ein bisschen peinlich. Ich räume es ein. Also ich bin halt eben einmal kurz ins Feuer gedippt. Und das hat meinen ganzen Korb gut gemacht. Das war nicht so schön, die Erfahrung. Hm. Sechs Runden rebelliert auch Belgrad. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob der jetzt... Ob Belgrad dann zu... Zu wem tendiert Belgrad denn hier? Das liegt an, wer den höchsten Einfluss in der Nähe hat. Was du aber ja wohl sein sollst. Ich glaube, das ist dann Rom, oder? Ach so. Glaube ich. Warte mal, das kann man irgendwo sehen. Warte mal. Also meine Stadt ist erst seit kurzem da und nicht... Tourismus? Nee, wo sieht man das nochmal? Scheiße. Das ist eine sehr gute Frage. Bei Loyalität, ne? Ach. Ja, aber ich meine, in sechs Runden, wenn dann die andere Stadt da gehört an dir, dann hast du da ja ein Fundament. Die wird ja wieder loyaler, wenn andere Städte von dir in der Nähe sind. So hätten wir das tungezahlt oder nicht, hätten wir schon lange diese verdammte Stadt-Chatt. Und dann müssten wir die Rebellion eigentlich im Keime ersticken können. Ansonsten kannst du noch einen Gouverneur reinsetzen. Da ist schon einer drin. Ach, ist einer drin. Ah ja, ich sehe es ja mal. Ich sehe nur nicht, welcher es ist. Ich könnte nur politikkartenmäßig halt nochmal wechseln, um da ein bisschen mehr zu haben. Aber ich glaube, das regelt sich schon. Ja. Probleme lösen sich ja auch manchmal von selbst. Denke ich auch, ja. Gut Ding will Weiler haben. Ich habe jetzt gerade... Ja, noch eine Grubequenz. Da ist doch noch einer, ey. Ich kann ja einfach meine Einheit rausbewegen. So, jetzt aber. Ja. Boah, ihr habt alle viel zu tun, oder? Ja, du nicht, ne? Nee, aber ich esse einfach, obwohl ich keinen Hunger habe, Sushi. Geil. So, vorne beendet. Das beste Essen ist das, worauf man keinen Hunger hat. Jetzt war ich noch auf Radlau. Hört auf, über Essen zu reden, bitte. Ist nicht gut. 103 Runden dauert das Gebäude noch. Das sieht gut aus. Da hast du kurz vor Ende der Runde des Spieltas dann fertig. Sind noch... Ja. 160 Runden. Notiz an mich selber. Das nächste Mal spielen wir einen anderen Runden-Timer. So, und wollen wir mal Silber handeln? Und du kriegst Wein? Wir können ja auch einfach sagen, müssen wir haben Disziplin. Also, wenn wir sagen, hey... Das ist schwierig umzusetzen, leider. Die beste Disziplin ist der Timer. Ja, das stimmt. Weil ich finde so ein bisschen, ich weiß nicht, also es hat alles seine Vorzüge. Es ist dadurch auch deutlich weniger anstrengend als zum Beispiel die Pete-Events, wo es dann schon teilweise, wo du echt durch bist am Ende. Aber man kommt noch nicht so weit. Klar, es hat alles Vor- und Nachteile. Irgendwie in der Mitte wäre ganz okay. Ich finde, der ist ein bisschen zu lang, der bei den Pete's ist, manchmal ein bisschen zu hart. Ich habe mich total an den von den Pete's-Events gewöhnt, muss ich gestehen. Der ist brutal, man vergisst ständig Dinge, Sachen klappen nicht, aber es hat einen riesigen Unterhaltungsfaktor einfach. Ich glaube, man kommt halt auch recht weit, einfach im Spiel so, ja. So, Johnny, jetzt müssen wir die Stadt attackieren können, oder? Du müsstest auch mit dem Turm gut Boni bekommen. Ich habe auch schon angegriffen, meine sind noch keine Kors, deswegen, die kriegen da ziemlich gut Schaden. Aber ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft hier. Ich hoffe es auch. Ich bin nächste Runde mit beiden Musketier-Kors da. Geil. Das heißt, die Runde kannst du auch ruhig noch chillen von mir aus, wenn du da nicht komplett zerballern willst. Die Ritter-Kors machen halt leider da auch gar nichts. Nun. Liebes Ungarn. Wie wäre es, wenn wir offene Grenzen miteinander teilen? Nö. Ich würde gerne mal die anderen nämlich sehen. Jetzt sind wir ganz ehrlich, was bringt mir das? Gib mir Geld. Was bringst du denn, wenn du die nicht hast? Gib mir Geld. Gib mir Geld. Also, wenn du jetzt so frech bist, dann schicke ich einfach meine Armee von Norden noch. Braucht sie in Italien. Bis die ankommen, bin ich nicht mehr da. Rangierius, mein treuer Bruder, komm zu mir. Lass uns gemeinsam in einem völlig fairen Kampf. Ja, also, wenn der hier so frech ist, dann muss man auch mal ganz schnell reden. Du hast gesagt, gib mir, gib mir mal Dings. Ja, komm. Du hast einfach zu viel Macht, weißt du? Also, das ist, das verdirbt den Charakter. Ich? Ja, das ist einfach, wenn man so eine riesige Armee aufbaut, weißt du, dann fragt man sich natürlich, okay, jetzt habe ich die Armee, jetzt muss ich ja auch mit der was machen. Und dann, lass das doch mal, rüste doch mal ab. Das ist doch scheiße. Ich möchte festhalten, ja, ich habe jetzt gerade diplomatisch gefragt, ob wir vielleicht einfach... Diplomatisch? Einfach offen. Die größte Armee der Welt, einfach immer dann reinmarschieren in die Länder mit den ganzen Truppen und dann den nächsten fragen. Ich mache nichts Verwerbliches und mir wird hier die ganze Kriegstreiberei vorgeworfen. Ich weiß auch nicht mehr, also... Ja, du erklärst aber nicht, warum du das machst. Du machst einfach, das sind Psychospiele und niemand möchte... Ich will einfach meine Grenzen verteidigen. Du siehst aus, als wenn du gefährlich wärst. Ist doch ein Witz, guck doch mal auf die Zahlen. Ranger, ganz im Ernst, unabhängig davon, ob du gewinnst oder nicht, einen Titel wirst du am Ende nicht haben. Du wirst niemals am Ende von den Zuschauern gekürt werden, als Meister oder Sieger der Herzen. Durch deine intrigante Weise, wie du die ganze Zeit deine Spielenmetze auswirfst, ganz im Ernst, könnte ich meinen Chat lesen und vor allem könnte ich deinen Chat lesen, würde ich sehen, dass die Leute der haufenweise von der Stange gehen, von der... Genau, sie deabonnieren, Ranger, hör auf damit. Du bringst sie doch zugrunde. Ich möchte niemand jetzt dazu auffallen, Ranger zu deabonnieren, ich weiß nicht, gar nicht, aber zumindest irgendwo mal einen verbalen Dislike, das wäre ganz gut. Ganz im Ernst, das färbt ja auch ab auf deine Community. Okay, so wie du auftrittst, eine Zustimmung, die mittlerweile bekannt, die ist vielleicht bei anderen Streamern, da kennt man die, da kommt irgendjemand rein und sagt, hey, ich komme von Ranger rüber, liebe Grüße und dann bekommen die von allen Leuten... Dann werden die schon gebannt, ne? Ach, wer? Das sagen dann alle. Oh Mann, ey. Ja, wirklich. Also, ich fühle mich so richtig missverstanden, als wenn ich eine andere Sprache als ihr sprechen würde. Ich freue mich sehr... Tust du ja auch. Englisch. Ich vermute, Genghis Khan hat sich auch missverstanden gefühlt. Nee, ich glaube nicht. Genghis Khan ist aber marodierend durch alle Länder reingezogen. Ja. Ich habe jemanden gerade gefragt, ob er eine offene Grenze mit mir haben möchte. Ja, und dann... Ja, weil du sonst deinen Psychoterror verbreitest. Es gibt auch verschiedene Formen von Gewalt. Ja, stell dir mal vor, du lebst ganz friedlich in deinem Chateau und dann kommt irgendwie so ein Engländer mit einer Muskete und stellt sich einfach da vorne hin. Das ist doch Psychoterror. Ja, aber er schießt ja nicht auf dich. Nein, einfach die reine Präsenz von Gewalt. Na, einfach nur... Verstehst du das nicht? Wisst ihr, manchmal kommt es so raus, dass ja Steinwallen tatsächlich auch mal echt in der Politik war. Es gibt so Momente, wo man das wieder sehr hart erkennt. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Stefan, wie Steinwallen auf Barrikaden steht bei irgendeiner Revolution ganz oben, Oberkörper halb entblößt, Brusthaar sprießt raus. Frankreich ist er ja schon. Flagge hin und her, wehen lassen, geballte Faust rufen und schreien. Leute, alle gemeinsam gegen Ranger für die Freiheit, für das klare Wort. Doch, gegen die Diktatur oder irgendwas in der Art. Ich sehe ihn halt echt sehr, ähm, gerade so vorm Brandenburger Tor stehen. Ähm. Jetzt pass auf, was du sagst. Und wettern, so, äh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ein Wort zu viel kann man nie mehr aus dem Internet löschen. Jetzt wird schon gerade überlegt. So, ich baue jetzt meine Kunstmuseen weiter. Aber die Implikation ist ja da. Hast du gerade die offenen Grenzen zurückgezogen? Nein. Manchmal braucht man das Wort ja auch nicht, wenn die Implikation schon ausreicht. Was? Ich kann bei dir nicht mehr rein. Du hast mir gerade, du hast mir gerade die offenen Grenzen entzogen. Weißt du, das ist jetzt schon wieder so eine, du hast, wahrscheinlich hast du das getan und das ist die Vorbereitung des Angriffs. Was ist das denn? Alerta! Er hat's, er marschiert auf. Freie Welt, ich brauche eure. Was? Was ist denn, was passiert hier? Doch! Ich bin einfach nur anwesend. Ja. Oh mein Gott. Ich bin missverstanden. Ich bin so gespannt, ehrlich, auf die Auflösung am Ende des Abends. Du bist leider zu weit weg. Nein, es ist, da gibt's nichts, da gibt's gar nicht gespannt sein. Das ist einfach nur übelste Propaganda. Das ist gar nichts. Nichts passiert hier, wirklich überhaupt nichts. Ich werde die ganze Zeit nur zu Unrecht als Kriegstreiber betiteln, weil ich ein bisschen eine Armee habe. Weil du 623 Armeestärke hast und die gesamte Armee an meiner Grenze aufgereiht steht, wie weiß ich nicht. Du hast mich ja auch gerade aus deinem Land rausgeworfen. Wo soll ich das rausgehen? Habe ich nicht. Ich habe gar nichts. Ich kann bei dir nicht mehr rein. Alerta! Er spielt auf. Alter. Ja, ich sehe das alles auch. Das ist alles ganz kritisch. Hier, da kommt dein Bogenschütze sogar noch hin. Ja, Bogenschütze, ja. Und da kaufst du sogar noch Musketen. Musketen, Mann, ja. Ein Musketier. Ja, hallo? Innerhalb meiner Grenzen, weil du damit... Ja, ich höre auf. Das macht keinen Sinn mehr. Ja, ist auch besser. Also wirklich. Ja, es ist einfach... Ranger, ich habe mir was vorgeschlagen. Führ dann auf den Grenzen. Komm. Ich erbarme mich. Du hast mir was vorgeschlagen. Da kommt der nächste Triebock. Das hast bestimmt zu entbehren, oder? 24 Pferde nur. Dann halt nicht. Also, die haben die Pferde auch gekostet. Ich finde es so faszinierend, wie du die ganze Zeit wetterst, dass dich niemand mag. Und immer, wenn dir jemand versucht, ein bisschen die Hand reinzustrecken. Näh. Was? Ja. Also, ich weiß nicht, wie von euch das Auto vor meiner Haustür steht, was die ganze Zeit hupt. Aber so beenden wir den Krieg nicht Ecke. Also, hör mal bitte auf zu hupten. Der hat mir gerade den Krieg erklärt. Ja, sein Speer ist jetzt nicht mehr da. Dann brauchst du auch nicht mehr nachfragen. Was? Bin ich sympathisch, bin ich ehrlich. Pusch. Wenn du mir so frech kommst. Ich gebe dir ein Angebot. Und du sagst, nö. Das, nö. So nicht. Das finde ich gut. Genf ist dann wenigstens hier auf meiner Seite. Wenn es jetzt zum Schlagabtausch kommt. Eine Kulturnation wird angegriffen. Jetzt muss man sich mal... Also, jetzt verliere ich alles. Ja, dann zieh doch einfach deine verdammten Einheiten ab. An Brüssel ist vollkommen egal, wenn die einfach überrannt werden. Ja, aber wenn dann hier ich auf einmal zu hohen Rechten Krieg erklärt bekomme, dann ist es auf einmal wieder das fährste der Welt. Ich höre hier nur ich, ich, ich. Das ist... Ich höre hier eher mi, mi, mi. Ja. Aber vollkommen zurück. Ja. Genau das. Das ist schon wieder alles eine Farce hier, ne? Also, wenn du das alles nur, wenn du wirklich unschuldig bist, sein solltest, sagen wir es mal so, dann bist du der absolut schlechteste Diplomate, den ich jemals erlebt habe. Aber ihr habt mich erlebt. Und wir sind sehr dankbar darum. Sag mal, das Spiel hier, ist das eigentlich eine Mod, so eine extra Twitch-Mod, so eine Streamer-Mod? Weil bei mir steht in der Übersicht der Städte und bei der Stadtbevölkerung der Zufriedenheit überall Content. Und als Content-Creator, das kann doch nur eine Twitch-Mod. Der war jetzt zu billig, WB, tut mir leid, den kann ich nicht würdigen. Ich verstehe den noch nicht. Nee, nee, das kann ich jetzt nicht würdigen. Ja, der kommt spät, aber er kommt auch nicht... Ich bin raus. Er kommt spät, aber auch nicht gut. Nee, nee, tut mir leid. Nee, also netter Versuch und so, aber... Hm. Also, WB, wenn dich das jetzt so verletzt, dass du den Krieg erklären möchtest, sag Bescheid, ja? Ja, der wird hier alle verspottet gerade. Boris, könntest du mir noch mal letztes Mal helfen? Ich schaff sie mit meinem letzten Trupp nicht ganz. Äh, ich kann mal schauen, ob ich die bekomme. Ja, also ich würd sie auch gern nehmen, aber mir fehlt da noch so ein kleines bisschen. Ah nein, streift euch um die Beute. Los. Vielen Dank. Jawoll, sehr schön. Scheiße. Oh, ich bin ehrlich, ne? Also 2000 Jahre Krieg. Hör auf zu, Hupenmecke. Ähm. Also, nee, ist wirklich ganz schlecht. Sehr gut. Jetzt hör ich's ja auch. Wer hupt denn da? Das ist ja... Ja, stimmt. Das ist Berlin, die haben keine Manieren. Dit is Berlin. Dit is Berlin. Frag net. Ach, guck mal, die Leute, die ich hier rekrutiere, bekommen eine Beförderung. Oh, hör doch mal auf. Es ist wirklich... Wie könnt ihr alle auf Steinwallen hereinfallen? Es ist traurig zu sehen, ne? Die Weltgemeinschaft versagt. Ich beantrage das mal irgendwie neutraler. Das, das ich angebaut hab, vor der Nase weggeschnappt. Das nehm ich dir sehr, sehr, sehr persönlich. Wer ich? Nein, du. Wer sonst? Ja. Das kann ja gar nicht. Ich bau gar keine Weltwunder. Oh Gott, es wird langsam lächerlich. Also, falls irgendjemand den Ranger, Ranger den Krieg erklärt, meldet euch bei mir. Ja, du wirst gleich gefordert sein, nur du kannst eigentlich schon mal deine Einheiten herbringen, weil ich zähle mal auf, was an meiner Grenze steht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Einheiten. Und will ich wirklich angreifen? Nein, ich hab... Die Einheiten sind schon da. Die Einheiten stehen die ganze Zeit schon da. Sieben Musketen. Ich bin so gestanden, wer am Ende jetzt Recht hat. Ja, was heißt Recht hat, kann jeder sich angucken. Zuschauer, schaltet euch. Ja, dann schick doch mal. Also, dass ich mir das wirklich die ganze Zeit anhören muss. Das ist kein italienisches Problem, Steinwallen. Der römische Senat hat beschlossen, das ist ein Du-Problem. Aber neugierig sind wir halt trotzdem. Also, Steinwall, dass du, dass du, also das hätte ich von dir nicht erwartet, dass du mich hier so in die Pfanne haust. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt gerade, ne? Also, es trifft mich in meinem kleinen Ranger-Herzen. Ich dachte, wir sind Freunde, haben die Freundschaft verkündet, offene Grenzen, die du mir dann auf einmal vor der Nase zuknallst. Habe ich überhaupt nicht getan. Komm, pass auf, ich mach wieder offene Grenzen. Jetzt bin ich gespannt. Willst du sie haben? Bin ich auch gespannt. Ja. Ja, prima. Oder lass uns doch direkt ne Allianz aushandeln, was hältst du davon? Ja. Das Jahr wurde immer kleiner, ne? Machen wir ne Militär-Allianz, oder? Ne Militär-Allianz klingt super. Ja, prima. Machen wir jetzt. Habe ich dir angerufen? Ja, machen wir jetzt. Ah, ne, Quatsch. Ich hab noch nichts. Ja, 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 warte. So. Also, passiert das jetzt ernsthaft? So, hast du ne Militär-Allianz. Militär-Allianz. Also, wart ihr wirklich die ganze Zeit beide unschuldig und hattet beide beste Absichten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann gar nicht sein. Ich bin jetzt eine Allianz mit Steinwallen. Was? Ja. So. Das kann natürlich auch sein, dass das alles inszeniert war, dass sie beide Truppen hochgezogen haben und so tun, als wenn sie sich gegenseitig, und dann drehen sie sich um. Ja, und greifen den an. Ja, was auch immer, wer da bei euch wohnt, weiß ich ja nicht. So, jetzt bin ich bei einem Handwerker-Scouten gegangen, also mit einem Zivilist, weil ich weiß, dass es wirklich ein Kriegsverbrechen wäre, um den auch nur böse anzugucken. Und ich zähle haufenweise englische Einheiten direkt vor Steinwallens Grenze. Und das gibt mir, also wenn ich jetzt sagen würde, wer von den beiden ist da Lunker, dann würde ich sagen, es ist Ranger. Aber ich habe eine Militärallianz mit ihm. Ja, jetzt siehst du ja auch seine Einheiten gen Osten. Was? Wie lange gilt die denn noch? Entschuldigung, dass ich nicht immer... Aber jetzt können wir nochmal kurz runtergehen. Ja, natürlich. Die haben wir gerade eben erst geschlossen, die Militärallianz. Die wird eine Weile dauern, ja. Echt? Er hat gerade eine... Er hat Truppen bei dir stehen und schließt eine Militärallianz? Ja. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit als der Böse dargestellt werde. Man sollte sich eher als den Wahnsinnigen oder Verrückten hinstellen, ne? Ja. Ja! Als den denn, der nicht weiß, was er tut, das wäre angemessen, oder? Das ist ja kacke. Durchaus, ja. Das ist richtig. Auf jeden Fall ist... Für mein Nervenkostum war das jetzt eine wichtige Allianz. Das glaube ich, das glaube ich. Radler? Äh, ja? Ich würde gerne mal mit dir reden. Ja, das wäre schön. Lass uns mal in Diplomatie 2 gehen. Ganz im Ernst, warum will nie jemand mit mir reden? Die ganze Zeit quatsche ich sich schon durch irgendwas, versuche eure Sympathie zu bekommen. Ich bin der Einzige, glaube ich, der im Laufe des gesamten Streams, wo noch keiner gesagt hat, WB, ich würde mir gerne mal ein Zweiergespräch mit dir antun. Das tut weh. Ganz im Ernst. Das schmerzt. Ja, das tut WB. Oh, was? Sonny has captured sehr wohl meine Stadt. Die Mastressis der Aggression. Was? Sonny has captured sehr wohl meine Stadt. Was? Wie, wo? Ja, der Kongress da. Was soll... Da hier, oder was? Der Kongress? Ja, da oben ist doch der... Der Kongress, wie alt ist der? Der Kongress tanzt, oder was? Was ist los? New discussion available for proposal. Das seht ihr, oder habt ihr doch vor 20. Ach so. Keine Ahnung. Ja, ja, alles klar. Weiß ich nicht, wie alt das ist. Ist das neu? Der Maurice hat kompletter Schwachsinn erobert. Ja, das ist neu. So, Maurice und ich haben beschlossen, wir führen jetzt Krieg miteinander. Hä? Sind jetzt alle verrückt geworden? Ja, hier passiert ja nichts und irgendwer muss diese Speerspitze anführen. Ähm, Radlauge, ich hätte gerne innerhalb von zwei Runden die Nachricht, auf welcher Seite du stehst. Und jetzt in vier Runden beginnt der Krieg. Warte, Moment, ich war gerade auf dem Klo. Ähm, so, äh, was? Wer gegen wen überhaupt? Wer gegen wen überhaupt? Rattler. Wer ist dafür oder dagegen, Rattler? Dafür oder dagegen? Äh, ich bin generell Pazifist. Dafür oder dagegen? Was macht ihr denn jetzt? Warum? Aber wer denn überhaupt? Ist das Anstecken von Ranger oder so? Warum verhaltet ihr euch alle so? Ich verstehe nicht so ganz, wer gegen wen jetzt überhaupt? Kann ich mal ein vernünftiges... Es ist eine einfache Antwort. Dafür oder dagegen? Ich verstehe jetzt auch nicht, wo dein Problem ist. Das ist wie in einem sehr schlechten amerikanischen Berichter, der irgendwie in den 70er Jahren gedreht worden ist und versichtlich im Nachprogramm von RTL 2 läuft. Was ist mit Feldkirch passiert? Das arme... Feldkirch? Stetel. Oh mein Gott. Oh, hast du irgendwann hier eine Waldschneise reingedonnert, damit nicht mehr alles brennt? Ähm, hatte ich angefangen, ja. Das hätte ich auch mal machen sollen, ne? Aber ich habe gemerkt, dass das Brennen ja richtig gut ist, weil die Flächen immer besser wären. Ich habe gesagt, gut, dann kontrollieren wir jetzt das Brennen. Ja. Indem wir die Städte nicht zum Anzünden bringen. So, Chad. Fühl ich sehr. Jetzt habe ich mir einfach erkauft, dass ich... Die Stadt hatte noch keine Renaissance-Mauern, oder? Ja, doch. Die hat die Renaissance-Mauern tatsächlich. Echt? Das mache ich. Die sind automatisch. Die Museen kommen jetzt. Ähm, nee, die habe ich gebaut. Tatsächlich. Ich hoffe, wir kommen doch in die Phase, wo wir aber auch Wunder bauen können. Weil der Lagerungsturm ja eigentlich laut Text dagegen nichts mehr wirken sollte. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen gewirkt. Wobei, wir konnten nicht direkt die Mauern angreifen. Aber ein bisschen Schaden direkt haben wir schon durchgebracht dadurch. Let's go! Oh, ich kann das gar nicht einschätzen. Egal, hat ja funktioniert am Ende des Tages. Ja. Leute, es tut mir total leid. Ich weiß, ich bin der Meckerer. Ich will es nur noch einmal vorschlagen. Wir kommen noch ein bisschen weiter, wenn wir alle ein bisschen mehr Disziplin haben. Und ich will auch nicht, wenn ihr keinen Bock habt und ich euch nerve, gerne ehrlich sagen. Ich habe auf eine Runde weitergeklickt. Ja, ist schon richtig. Egal, wie weit ihr seid. Und das egal ist, dann könnt ihr Shift-Enter klicken, dann geht's die Runde auch weiter. Wenn was? Sorry. Wenn ihr noch Sachen zu tun habt, aber sagt, ich habe keinen Bock, dann könnt ihr das alles skippen und einfach Shift-Enter klicken, dann wendet er die Runde. Crazy. Obwohl ihr noch Aktionen habt. Damit kann man zum Beispiel den Weltkongress auch skippen. Shift-Enter, sagst du? Das ist sehr easy. Shift-Enter. Versprochen, dass es kein alte Vier wird? Nein, das ist kein alte Vier. Das wäre jetzt ein interessanter Schachzug. Den ersten rausgebrochen. Zack. Ja, ja. Oh, schade. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Aber das kommt auch ein bisschen, weil Nils einfach da am Arsch der Welt hängt. Ja, ich sehe auch gar nicht, was ihr macht. Ja, weil es passiert hier schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Ja, Norwegen ist tatsächlich nicht so perfekt von uns gewählt. Da muss man... Nee, ach, alles gut. ... und selber. Es ist jetzt nicht so, dass das ganze Ereignislos hier gerade stattfindet. Ja, dann ist ja auch okay. Ich will auch, wie gesagt, ich will euch gar nicht mehr Druck setzen. Ich will nochmal... Schaffst du aber ganz gut dafür. Okay, aber ich finde das auch... Ich finde ein bisschen Druck ist auch gut. Ja, nee, das kommt nicht unpassend. Das stimmt schon. So, manchmal muss man aber auch einfach L sein. Was muss man sein? Nix. Ein Aal. Ich habe nur mit mir selber geredet. Manchmal muss man einfach General sein, was? Ein Aal. Ein Aal, ach so. Ja, ein Aal. Da hätte irgendwie ein General mehr singen gemacht, aber... Ja, auch... Auch ein Aal muss man manchmal sein. Du musst ein Aal... Ich weiß jetzt nicht, was du gegen den Aal hast, aber... Musst du wissen. Jetzt wird mir hier noch vorgeworfen, dass ich was gegen Aal hätte. Also, hier kriege ich heute aber alles ab. Und warum? Aal ist gut, die geben eigentlich ein Aalibi. Wenn es hart auf hart kommt. Ey! Also... Was? Ich glaube, der größte Einfluss hier gar nicht ist, dass irgendwie... WB böser geworden ist, sondern dass er so Nilsche Wortspiele hier um sich greift. Wir brauchen heute an diesem Tage. Einfluss aus dem hohen Norden hier. Ja. Das ist ja Aal er Hand. Da muss ich jetzt mal einen draufsetzen. Aal er Caregarten. England, nur mal so. Also, deine Einheiten platzieren sich ja hier eventuell schon. Ich darf doch nur durch. Also... Ja, aber es sieht hier schon so ein bisschen so aus, als hättest du hier etwas geplant mit der Positionierung deiner Einheiten. Ich würde dir nicht trauen. Ist da was im Gange, das wir vielleicht diplomatisch lösen können? In Indien. Oder nicht? Ähm... Wir haben doch gar nichts. Ist doch alles gut. Oh Gott. Ich bin so froh. Er sagt, ist doch alles gut. Ich bin so froh, dass ich es jetzt nicht mehr bin. Ich glaube, vorsichtig. Ich würde gerne Gewürze mit dir gegen... Ach nee, dasselbe Wein. Ah, schade. Ja, ich habe auch nicht so viele Handelsgelegenheiten gesehen, die so sinnvoll sind. Gibt es jemanden, der Wein haben möchte? Oh, Auge hat Zun den Krieg erklärt. Äh, was? Alter, die bin ich erschrocken. Ich dachte kurz, der hat mir den Krieg erklärt. Was? Radler, ich wollte dich eben noch verteidigen. Jetzt greifst du schon an. Ja, ich wollte eigentlich noch mit dir sprechen. Ich habe ja... Was? Ich will nicht sagen, es hat Konsequenzen, aber es könnte Folgen haben. Radler war ein guter Lehrer. Ranger war ein guter Lehrer, ganz offensichtlich. Ja, das ist alles sehr problematisch hier. Nein, alles gut. Alles gut. Ich bewundere es fast. Alle anderen für den Krieg und ich bin da der Schuldige, ey. Ja. Aber wo war die Kriegserklärung jetzt? Das würde mich interessieren. Möchtest du vielleicht einfach weiter durch mein Land ziehen bis ganz nach Osten? Deswegen komme ich doch da hingelaufen überhaupt. Ah, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Mach das mal. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich es nicht mehr bin. Der Kirch geht an dir vorbei, meinst du? Der sich diese Sache anhören muss. Ja, das... Ich will ja nur durchlaufen. Aber er hatte ja in dem Fall jetzt recht, oder? Er wollte ja wirklich immer nur durchlaufen. Es war ja die ganze Zeit. Nein, das glaube ich nicht. Danke, Maurice. Wo wollte er denn bitte hinlaufen? Maurice, lass dich doch keinen Schwachsinn. Er ist doch... Der ist immer nur zwei Felder reingelaufen, wieder zurückgelaufen. Zwei Felder reingelaufen, zurückgelaufen. Aber was war dann sein Plan, wenn er dann doch die Allianz akzeptiert hat? Was weiß ich, was der Wahnsinn ihm angestellt hat? Keine Ahnung. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt muss er... Irgendeinen Sinn muss ich ja daraus haben können. Du könntest doch wirklich einfach wahnsinnig sein. Das wäre durchaus möglich bei mir. Das ist ja... Ich hinterfrage es jetzt einfach nicht mehr. Keiner von uns weiß, ob du nicht einfach wirklich genuin, authentisch irre bist, Ranger. Also... Das wäre der Plot-Schwiz. Ich finde das natürlich auch sehr schade von Polen, dass da nicht mal eine diplomatische Erklärung kam oder ein Versuch der Verhinderung des Kriegs. Aber ich würde schon gerne wissen, warum Krieg erklärt wurde. Das war ja so... Was rübergeschickt? Sorry, Brudi. Muss rein. Ja, also das Grundproblem war ja diese Geschichte ganz am Anfang. Wir hatten da ja gequatscht, so von wegen Städteverteilung und so. Das war halt einfach nicht so geil. Ja, da hätte man ja drüber reden können. Deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe hier nicht über den Fluss. Und das habe ich hier nicht gemacht. Ja, aber ich bin nicht so gut im Reden. Ich fress das halt auch immer in mich rein, weißt du. Das ist halt auch ein Problem von mir. Ja, das ist schon sehr schade. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll mit den ganzen Punkten und dem ganzen Scheiß. Deswegen, ich musste halt was tun. Das tut mir auch wirklich leid. Ich hätte auch unter Umständen was anderes gemacht. Aber da war die Zeit einfach zu kurz. Es soll ja was passieren, ja. Ja, und da haut man dann auf den Schwächsten drauf. Findest du, dass du der Schwächste bist? Ja. Ich finde es schön, wie Radler hier so vom Underdog zum Helden der Herzen zum Superspurken. Ja, das ist wirklich so. Die Entwicklung eines jeden Superhelden. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie die erste Staffel von Umbrella Academy. Wo du die ganze Zeit, ah, waren ja so lieb und sowas. Oh, fuck. Oh, shit. Maurice, ich hätte gerne ein Gespräch. Jawohl. Sehr gut. Moment, halt, stopp, was? Das ist mein Allianzpartner, gerade mit meinem Kriegspartner in den Technik-Mestel rein. Und ich chill hier einfach und so. So schnell ändert sich das mal. Weil ich habe so gar nicht richtig gehört. Ja, klar, kein Problem. Alles schön. So. Gut. So, aber jetzt würde mich mal interessieren, kurze Abstimmung, einfach nur plus minus von euch. Wer glaubt, dass Maurice mir jetzt noch heimtückig in den Rücken fällt? Ich glaube, ich beruhige es immer, ehrlich gesagt. Ja, definitiv. Ja? Ja. Nee, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Super. Klasse. Ja. Liebe Steinwallen, ich würde einmal gerne, ich hätte gerne ein bisschen Gold von dir, falls es in Ordnung wäre. So zehn Gold, kann ich dir dafür irgendwas Gutes tun? Wie zehn Gold? Also einmalig oder pro Runde? Einmalig. Ja, du kannst mir irgendwie ein Luxusgut gönnen. Im Sinne der Freundschaft? Dann will ich aber mehr, dann will ich 30 Gold. 30 Gold und du kriegst Trüffel für... Nee, Trüffel hab ich selber. Silber? Ja, gerne. Oder Austern? Ist mir egal, kannst du dir aussuchen. Dann Silber. Komm, dann krieg ich aber dafür mehr, dann will ich 100 Gold. Ja? Ja, 100, ich hab nicht so viel, ich bin ein Arm. Wie viel Gold hast denn du? Äh, ich hab nur grad so 100. Ja, komm. Also, ich kipp dir dafür 30 Runden Silber. Das wäre wohl das Mindeste. Ja, machen wir. Äh, ich... Oh, warte mal, ich hab abgebrochen. Machst du das? Äh, ich mach nochmal. Ja, mach nochmal. Ja, mach nochmal. Also, das find ich gut. So. Schwierig, schwierig, schwierig. Akzeptier ruhig jetzt, Steinbein. Hab ich doch. Auf der Hand. Ich hab's schon akzeptiert. Ja, ich... Ich seh's. Ich wollte auch nochmal... Wollte nochmal ein bisschen provozieren, ne? Also, ich hab das Gefühl, jedes Mal, wenn Nils so eine Ankündigung macht, passiert danach gar nichts. Was für eine Ankündigung? Was für eine Ankündigung? Äh, dass alle vielleicht ein bisschen aktiver auf Weiter klicken sollen. Also, normalerweise macht man sowas und dann fünf Runden später muss man's nochmal machen. Aber hier nutzt sich der Effekt quasi sofort. Also, ihr habt eine Halbwertzeit von null. Ja, das Problem ist, Nils hat wahrscheinlich nichts zu tun. Wenn man halt was zu tun hat, muss man's doch tun, oder was? Ja, aber ich finde... Also, ich respektier das. Ich wollte's, wie gesagt, ich seh nicht, was ihr alles zu tun habt. Ich meine das nicht irgendwie... Also, einige von uns sind ja wirklich im Krieg. Also, bei mir ist jetzt auch wieder grad entspannt. Ähm, aber es ist schon legitim, seinen Zug im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, bestmöglich zu machen, würde ich behaupten. Ähm, jetzt hab ich auch wieder eher weggeklickt, weil bei mir geht's gerade ganz gut. Äh, aber... Ich glaube, Nils bereitet hier auch gerade Sachen vor, die vielleicht mehr Spaß machen. Ja. Ja, ich übersehe auch manchmal, dass ich nicht weitergeklickt hab. Ich find das so unübersichtlich bei mir. Äh, ja, ich... Das ist kein Problem. Ja, wenn man sich nicht sicher ist und einfach Shift-End-Dop... Mir ist gerade aufgefallen, ich kann gar nicht schnell genug klicken, weil ich weiß eh nicht, wohin. So mit Kritik und so. Grüß'n Gott. So schlau. Ja. Weiter geht das, ne? Das ist sehr erbärmlich. Hat keiner von euch an dem Wettbewerb überhaupt teilgenommen? Ich hab ihn gewonnen gegen dich. Aber ihr habt doch alle null Punkte. Ach so, bei denen. Der ist doch... Der ist ausgerufen. Der wurde gerade ausgerufen. Ach so, ich dachte, das ist ja der Alte. Alles klar. Nee, den Alten hab ich gewonnen. Alles gut. Glückwunsch. Das ist auch ein Menschenopfer gemacht, ne? Ich hab ganz viele Menschen geopfert, ja. Ach so. Da bin ich sehr stolz drauf. Come on, ey. Werde ich jetzt von drei Seiten angegriffen? Ihr seid Schweine, ey. Was? Wer? Was passiert hier? Ihr seid echt Schweine. Was? Das ist... Holy shit. Also das ist ja... Das ist ne Frechheit. Wow. Das ist echt... Das ist krass. Wer mischt denn jetzt? Ich verstehe schon gar nicht. Alter Schwede, ey. Das arme Deutschland. Es hat niemandem was getan. Noch nie. Noch nie. Jetzt lass mich raten. Norwegen, England und Polen. Yes. Warum? Ja gut, rest in peace. Jetzt mal ohne Mist. Jetzt mal ohne Mist. Das wäre ja ein lang ausgeklübelter Plan, wenn man sowas machen würde. Damit man nicht angegriffen wird. Es wäre ja eine Schande, wenn Radler den angestoßen hat. Was? Und es könnte eine Schande sein, wenn ich Radler diesen Floh ins Ohr gesetzt habe. Zun, bist du mir leid? Warte, Ecke, du? Nein, nein, nein. Auch du, Brutus. Nein, nein, Ecke hat überhaupt nichts zu tun. Nein, nein, nein. Wow, Jesus Christ. Jetzt fühle ich mich absolut gerechtfertigt in allem, was für Ecke schurkisch in diesem 2 gegen 1 Spiel angetan haben. Okay, offensichtlich. Umso mehr Multiplayer ich spiele, umso häufiger merkt man, glaube ich, wie meine generelle Ethik ist. Ja, ich merke schon. Auch nicht vorhanden genannt. Korrekt. Puls null. Die Schwertkämpfer rennen auf meine Musketen zu. Ja, die ist sowieso egal. Ich bin tot. Ich kann alles machen, was ich will. Und was genau hat jetzt Zun verbrochen, dass ihr ihn zu dritt? Weiß ich auch nicht. Er ist einfach zu schwach. Und das ist die Raubtiere im Norden, die kennen keine Gnade. Er meint nicht mich, mein treuer Verbündeter. Das ist das Wichtige dabei. Also ich muss sagen, kurz Zun, das ist halt schlechtes Timing. Alles gut, alles gut. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich habe das schon seit einiger Zeit, weil du mein einziger Papa bist. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Und dass die beiden jetzt dich, obwohl du ja echt ein Netter-Kelbis angreifst, das ist ganz anders zu bewerten als mein Angreif. Also Nils, das ist jetzt aber auch schön. Gut mir leid, Nils. Das ist schön. Also, das ist ja wohl... Ich dachte, es ist der ehrliche Nils. Als wir jetzt so dritt am Konferenztisch saßen, Nils, da warst du ganz voll fürosch und hast gesagt, ja, bitte, von beiden Seiten und dann komme ich von oben drauf und hau nochmal mit dem Hammer. Und jetzt aber mal so, nee. Thor ist Hammer, kommt. Also, das muss ich doch wirklich sagen, Nils, wenn du nicht mal die Eier hast, zu deinen Missetaten zu stehen, das, finde ich, kann man schwer respektieren. Gibt es die Möglichkeit, dass ich alle meine Länder abbrenne einfach? Dieses Game-of-Thrones-Ding machen, so mit Zepta in die Luft jagen und so, das geht, glaube ich. Also, ich kenne mich in dem Spiel nicht aus, aber das muss gehen. Das ist ein bisschen unsportlich. Der beste Weg wäre natürlich, schnell auf Klima zu pushen, aber ich glaube, das klappt nicht. Wo ist es denn Berlin? Das ist schon weg. Ach so. Ich will nur Brüssel. Bau Mauern. In Köln. Ich kann gut Rheinländisch sprechen. Ich kann nichts, also es ist egal, was ich mache. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich würde gerne einfach nur verbrannte Eier dahinter lassen. Aber du kannst Ulm behalten. Du seid solche Monster. Ich bin in real life auch oft. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Weißt du, ich dachte mir die ganze Zeit, okay, ist vielleicht wirklich nicht ganz die feine Art, hier zwei gegen einen zu kämpfen. Ich habe die ganze Zeit wieder geplant, ey, zu dritt auf den Schwächsten, das wäre doch gar nichts. Übrigens hat auch gar nichts getan. Ich glaube, wir können da einfach drauf. Ja, absolut. Und das hat Nils angestoßen. Das ist halt das Besondere dabei. Und ihr seid nach meiner Pfeife getanzt. Das ist so krass. Also, da hat Instagram-Instrumentalisiert. Hören Sie sich noch damit? Oh mein Gott. Ich mache mir mal meinen Chat an. I love it. Oh mein Gott. Äh, Ranger, hast du vielleicht noch eine Minute so THT? Ja klar, ich habe gerade Zeit. Ja, dann tut er noch weiter. Deswegen warten wir auf dich, okay. Die Zweitre, ich bin komplett mindblown. Ich habe Zeit, sagt er. Ja. Was war ich mit BB mit 40 Militär? Ja, er wollte noch. Er hat auch gesagt, mit 300 Gold kann er auf 500 sofort kommen. Ja, stimmt. Naja, also, wenn jemand irgendeinen materiellen Anreiz bietet, der Weltgemeinschaft zu zeigen, was ich an Potenzial habe, kann ich das binnen von einer Runde machen. Also, ich könnte von einem dann binnen eine Runde ohne Scheiß jetzt. Das ist auch nicht so schwer. Ja, also, wenn Leute, die ein paar Mal schon Ziv gespielt haben, wissen, wie das geht. Ihr seht ja meine Glaubensanzeige. Kleiner Tipp. Ich habe 2500 Glaubenspunkte. Wenn man dann entsprechend baut, dann kann man da einiges machen. Also, ich könnte jederzeit eine riesige Armee ausheben. Nur die riesige Armee würde rundlich Unterhalt kosten. Und deshalb sage ich einfach, liebe Leute, ich habe die, wie heißt das, Großmeisterkapelle auf dem Regierungsplatz gebaut. Ich kann Militäreinheiten mit Glaubenspunkten kaufen. Ich habe 2500 angesammelt. Wenn ich will, kann ich binnen einer Runde in jeder Stadt eine Einheit ausheben. Eine dicke. Ja, und in der nächsten Runde die nächsten. Und das ist auch relativ billig. Hast du die Einheiten gerade dick genannt? Das finde ich jetzt... Ja, das war gemein. Das ist ganz schön, ja. Stämmig. Kräftig. Ich würde mich da gerne... Ich meinte kräftig. Ja. Eine Entschuldigung wäre angebracht, ne? Ich entschuldige mich, ich falle nicht dafür. Naja. Ich sehe dich jetzt in einem anderen Licht, Daniel. Oh. Ich sehe dich jetzt. Wo sind die Coors nochmal? Ich vergesse das immer. Nationalismus. Ah ja. Ich glaube, die brauche ich jetzt dann... Doch, ja. Nee, das ist extra... Und dann Mobilisierung, glaube ich. Ja, deswegen habe ich das nicht gesehen. Weil es steht erst dabei, du kannst einen Spion bekommen und dann der zweite Satz, der viel wichtiger ist. Du kriegst auch Coors und dann übrigens noch ein neuer Casus Belli. Ja, da wollen wir hin. Danke. Also ich habe auch eher suchen müssen, und dreimal über Nationalismus dachte ich mir, nee, das muss es doch sein. Und niemand dachte, nee, ist es nicht. Und dann, warte mal, ich lese mal, ja doch, ist es wohl. Genau so ging es mir nicht. Ja, super. Und dann Mobilisierung. Ich glaube tatsächlich, dass ich trotz aller Überlegenheit, was reine Zahlen angeht, ich gegen diese Stadt gerade mit normalen Einheiten nicht wirklich anzurennen brauche. Ja, ist schon krass, die Mauern. Eckingen und nicht die Ecke ist, ja, das... Die sind ganz schwer zu knabbern. Die sind hart. Da muss, da muss, äh... Muss gescheites Geschütz her, sag ich mal. Ja. Aber siehst du Steinwallen? Äh, Stefan, ich darf ja das andere Wort nicht mehr sagen. Da bist du jetzt schon zu oft gescheitert. Das brauchst du gar nicht weitermachen. Ja gut, da machen wir jetzt. Steinwallen, das... Du kannst dich auf mich verlassen. Aber sag mal, Leute, ich würde jetzt hier mal nur an den Punkt, ne? Eineinhalb Stunden haben wir noch. Radlerauge ist punktemäßig extrem schwer einzuholen inzwischen. Ob ihr euch gerade einen Gefallen tun, damit mit ihm zusammen auf Soon zu gehen? Sehr guter Kommentar. Wie viele Punkte hat er denn? Ich bin in der letzten Zeit schon vor Radlerauge gewarnt. 545. Ich bin der 280. An der Stelle würde ich vielleicht kurz noch mal auf das Gesprächsangebot von vorhin zurückkommen. WB, hast du vielleicht eine Minute? Nachdem ich gerade gesagt habe, die Weltkommenschaften erinnert habe, dass ich die... Nein, danke. Möchtest du einmal mit mir sprechen? Ich habe mich noch gejammert, dass mich niemand anspricht. Aber ganz im Ernst, Radler, von dir möchte ich nicht angesprochen. Wenn du liegst vorne, du hast mal echt... Ich habe mich so für dich eingesetzt. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass man dich in Ruhe lässt, dass man sich schützend vor dich stellt. Jetzt erklärst du anderen Leuten den Krieg. Ja, ich finde auch, Radler hat jede ethische Hoheit verspielt. Also aus ethischen Gründen wollte ich mich auch eigentlich gar nicht unterhalten. Das war jetzt nicht das Ziel. Ich würde aber gerne mal mit Maurice reden. Jawohl. Sag mal so, Radler, allein die Tatsache, dass ich einmal, dass mir einmal jemand sagt, ich bin bereit, mit dir zu reden, unter vier Augen, und da schmilzt mein kleines Bullenherz. Können wir gerne machen doch, okay. Wie mache ich das denn? Werde ich gezogen oder muss ich mich selber ziehen? Ich glaube, es ist gerade niemand da zum Ziehen. Kann das sein? Ich kenne das nicht, weil ich mit mir will ja nie jemand reden. Ja, die zwei sind beschäftigt, die das sonst immer machen. Wir haben zwei Diplomatie... Wir haben noch einen dritten Diplomatieräum. Können wir da runtergehen, in Diplomatie 3? Ihr könnt ruhig frei reden. Ich kann selber reingehen. Das ist okay. Ihr könnt frei reden. Mhm. Mhm. Entschuldigung. Möchte. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber du hast auf jeden Fall trotzdem jetzt das kleine Stückchen des Kuchenmülls bekommen. Ja, aber vielleicht geht es ja noch weiter, keine Ahnung. Aber was sollte ich machen? Ja, alles gut. Warst du wirklich der Einzige, wo ich noch irgendwie hätte? Ja, ja, auf jeden, auf jeden, auf jeden. Verstehe ich schon. Sind wir richtig hier? Du warst da sehr abgeschnitten oben. Ja. Er ist schief. Einweilen, mein Lieber, treuer Verbündeter. Was ist denn da gelacht? Also du siehst ja auch, dass hier irgendwie... Ja, klar. Das glaube ich dir irgendwie gerade nicht. Was? Aber du siehst ja auch, dass hier nicht nur Radler gerade davon zieht, zu dem ich mich jetzt gerade davon durchschlage, sondern dass auch WB immer weiter davon zieht. Aber du bist so ein bisschen eine menschliche Blockade gerade für zum Beispiel Maurice und mich, um runterzukommen. Wir haben doch ein Bündnis, du kannst alles tun, was du willst. Ja, aber du kannst uns ja auch zum Beispiel unterstützen in diesem Vorankommen gegen WB. Ich habe auch gesagt, ich unterstütze euch, indem ich Lieder komponiere, große Werke verfasse über eure Heldentaten und das mache ich auch. Okay. Ich bin da hart dabei. Dagegen kann ich dann jetzt auch wenig sagen, ne? Guck mal, ich... Ja. In Marseille zum Beispiel findet jetzt gleich wieder ein kultureller Vortrag statt. Also du würdest, ähm, wie siehst du denn die aktuelle Sieg-Situation? Wir haben halt noch eineinhalb Stunden und Radler ist sehr weit vorne und WB holt auf. Was wäre für dich der beste Weg jetzt gerade vorzugehen? Na, ihr bekämpft sie und ich dichte Heldenglieder. Habe ich doch gesagt. Okay, du bist also nutzlos. Was? Du findest also kulturell nutzlos? Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Ich bin entsetzt. Also Kunst ist, ich bin Cäsar, was will ich mit Kunst? Hm. Ich glaube auch Cäsar freut sich, wenn er, äh, wenn er tot ist und eine schöne Büste über ihn. Na, er schreibt das ja selbst. Debello, Gallico und sowas. Und dann, äh, braucht er ja nicht irgendwelche anderen Leute, die... Ja, aber er kann nicht, er kann nicht seine Totenmaske selber herstellen. Oder... Das stimmt. Eine schöne Statue oder ein Triumphbogen, den Arc de Triomphe zum Beispiel, der dann in Paris stehen wird für euren Triumph. Jetzt, jetzt rede dich nicht raus, Steinwein. Du weißt ganz genau, wenn wir jetzt hier nicht zu dritt irgendwo intervenieren, ja, dann, äh, sind wir nur noch stille Beobachter vom ganzen Geschehen hier. Näh, ist doch Quatsch. Mein Spiel beginnt jetzt erst. Jetzt werden hier die großen Werke der Zeit verfasst. Okay. Du hast zu mir gesagt, ich bin verrückt geworden. Ich habe hier schon die Sixtinische Kapelle, äh, die Pieta, wir haben Hamlet, Roman Julia ist verfasst worden, die Schlacht von Timur und dem pharaonischen, nee, Prinz. Und da kann eure Geschichte sich auch hinzugesellen. Okay, dann bleiben wir da mal. Ja, dann, äh, ich glaube, dann können wir wieder nach oben und, ähm... Ach, wir sind hier gerade unten. Ach so. Ja, ich habe nicht mitbekommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, dann hättest du natürlich anders gesprochen, ne? Ja, natürlich. Jetzt hast du noch einmal die Möglichkeit, wir sind gerade unter uns. Ja, nee, ernsthaft, das müsst ihr mir doch sagen. Das war jetzt ein bisschen doof. Ich dachte, es wurde dir gesagt. Wir haben nur gesagt, holt mal Steinwallen. Ich dachte, ich spreche hier vor der Weltöffentlichkeit. Nein, ich dachte, du wusstest, dass du gezogen wurdest. Wir hören ja nicht, was die dir oben sagen, bevor sie dich holen. Er ist, er ist verrückt geworden. Das tut mir leid. Aber ich habe gedacht, dass du das herausfindest, wenn du auf einmal die anderen nicht mehr hörst. Ja, das ist gut. Ja, nun, wollen wir dieses Gespräch nochmal bei Null starten? Lass uns kurz vergessen, dass ich dich nutzlos taufte. Naja, ich habe mit WB eine Allianz. Ah ja. Ja, aber du weißt, was WB gerade gesagt hat. Und ich bin der Erste, der den Knüppel auf den Kopf bekommt. Und ich helfe dir doch. Ich bringe ein paar Truppen von mir dahin. Und Maurice kommt auch noch mit Truppen. Wir müssen aber als Gemeinschaft intervenieren, weil sonst hat definitiv WB gewonnen. Also der zieht ja jetzt mit den Punkten immer weiter davon. Ja, und ich baue auch meine großen Werke und meine Wunder und so. Geht jetzt erst langsam los. Jetzt beginnt mein Spiel. Der sagt das Gleiche nochmal, das gibt es doch nicht. Ja, also von Fee. Ja, bloß ein bisschen einfacher formuliert. Schau mal, jetzt kommt die Abrechnung mit der Naturphilosophie von Margaret Cavendish. Und die Gleisende Welt. Ein großes Werk. Ja. Bist du dir sicher, dass du nicht verrückt geworden bist? Nein. Ich frage nur nochmal. Explizit nach. Nein, okay. Ja gut, dann gucken wir halt zu, wie WB immer größer wird und irgendwann uns überrollen wird. Mit seiner Kultur. Ihr könnt hier gerne durchmarschieren. Also wie gesagt, und Maurice ist ja auch noch in Reichweite. Aber ich bin noch keine, ich meinte, ich habe jetzt ein bisschen aufgerüstet, weil du weißt warum. Aber das ist... Ich weiß nicht, du hast hier was eingebildet. Das sind... Ich muss mal thematisch meine Kunstwerke hier sortieren. Entschuldig bitte, ich bin ein bisschen abgelenkt. Wir sind hier eh durch, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Das wird ja hier nichts mehr. Das heißt, ich darf euch wieder nach oben rufen. Bitte, ja. Ja, ja. Alles Wald. Also wenn ihr später... Ich glaube, ich weiß nicht, der Spektäter kann es, glaube ich, mal sagen, was für Werte da aktuell sind. Falls er hier ist. Alphanub. Ja, Moment, da muss ich einmal ganz kurz den entsprechenden... den entsprechenden Hut setzen, dass ich das sehen kann. Aber ja, wie schon gesagt, da zieht eine Feuerwalze nach der anderen durch. Sind gerade auch alle wieder in einem Channel. Also jetzt könnt ihr... Sehr gut. Hey Maurice, wollen wir gerade runtergehen? Sind alle miese Schweine. Das trifft mich jetzt. Autsch. Das hat sich nicht... Das hat sich nicht ehrlich angehört. Also der Durchschnittsertrag in Sibirien ist momentan so neun Nahrung, sieben Produktion pro Feld. Krass. Manche mehr, manche weniger. Also werden die mit jedem Mal... Feuer immer besser. Immer besser. Also macht es in diesem Modus wirklich Sinn, die Wälder zu behalten, ja? Ja, Wälder behalten und abfackeln. Am besten die Wälder, die direkt in der Stadt sind. Ich meine, dass die... Ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Die Pops sterben halt, wenn die Wälder brennen. Aber ich weiß nicht, wie man das verhindern kann. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das zu verhindern, dass die Städte nicht so darunter leiden. Und trotzdem der Boden immer weiter gedüngt wird quasi. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn jetzt ein Seer einen Waldbrand auslöst, dass das zum Klima beiträgt. Diese Brände in Sibirien. Aber nicht. Also ich glaube, dann wäre das Spiel nicht spielbar auf dem Modus. Ja, dann hätten wir, glaube ich, schon vor tausend Jahren oder so die letzte Stufe der Klimaerwärmung erreicht. Dann wäre uns dieser Wahnsinn erspart geblieben. Diese gute Unterhaltung, meinst du? Jetzt kommt auch noch der Bullismus. Also nur mal so, sag mal Steinbein, wäre da nicht gerade eigentlich eine Chance für dich so? Also während da Ranger irgendwie abgelenkt ist mit was anderem? Der hat zufälligerweise eine Allianz mit mir, nachdem er mich verrückt genannt hat. Freundschaft, das war alles Plan von Ranger. Wow. Seinst du? Erst mal Angst schüren? Wow. Aber, also ich meine, wäre das nicht trotzdem eine Chance? Ja, was? Also ich kann nichts tun. Also ich habe eine Allianz. Und das ist auch gut so. Weil jetzt kann ich mich endlich mit der Kunst beschäftigen. Ja, meins. Und meine Kunstwerke sortieren. Ecke, hast du vielleicht? Ich will noch helfen. Ich habe uns halt, ja. Der Bullismus hat ganz tolle Eigenschaften, wenn man selber den heiligen Städten baut. Schau dir die an, das könnte dir entscheidende Punkte geben, Steinbein, und könnte unsere Allianz noch enger schmieden. Heilige Städten soll ich bauen? Ich ziehe uns mal. Schau dir mal an, was der Buddhismus bringt. Oh Gott. Ja, du musst nicht, wenn du jetzt aufsäufst, wenn ich dich auf den Buddhismus aufmerksam mache, bitte. Ja, das ist ganz nett. Der heilige Budde möchte nur Jünger haben, die ihm gerne folgen. Nicht solche, die er am Nasenring zu sich rüberziehen muss. Ich fürchte nur, wir kommen hier nicht in die Phase, also eigentlich, Kultur ist jetzt gar nicht so entscheidend für mich, sondern Tourismus, aber ich fürchte, in diese Phase werden wir nicht mehr kommen. Ja, das klappt nicht. Ja, ja. Dazu geht das hier etwas zu langsam. So. Rattleauge, den ich sehr gut leiten kann, liegt 100 Punkte vor mir, was ich respektabel finde, deshalb will ich auch nicht alle gegen ihn aufwiegeln, aber sollten wir ihn nicht gemeinsam in die Pfanne hauen? Was meint ihr? Irgendwie kann ich ihm gerade nicht vertrauen. Du kannst keinem vertrauen. Du bist so einfach nicht gestrickt. Es ist nicht dein Ding, Vertrauen. Das stimmt, aber... Was auch verständlich ist, denn es ist ja auch nicht unser Ding, dir zu vertrauen. Ja, das habt ihr mir zu Genüge bewiesen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Außerdem versuchst du ja nur, mit deinen Punkten nochmal ein Radlauge vorbeizuziehen. Meinst du? Ich meine gar nichts. Mir wird sowieso alles im Mund hinterher rumgedreht. Aber vielleicht sollte man so, in Form von Steinwallen, anstatt mit der Kunst, mal die Kunst der Klinge erlernen, die Kunst des Krieges und mal Richtung Süden schauen. Aber ich bin auch nur ein unparteiischer Diplomat. Was ist das hier eigentlich für ein Holzpanzer? Was ist denn das für ein Ding, bitteschön? Ach so, das ist dieses hessliche Ding. Der Soother, ja. Was haben die vor? Das ist ein trojanisches Pferd. Also mit Wahrscheinlichkeit von 2% kann es sein, dass wenn du einen Ramburg in eine Stadt reinziehst, dass da Leute rausspringen und eine Stadtbevölkerung massakrieren. Oder der zaubert gleich. Nein, der zaubert gleich. Also eigentlich hört sich beides an wie ein Fiebertraum, aber der zaubert wirklich. Ja, was zaubert der so? Das zeige ich dir. In der nächsten Runde. Oder übernächste. Was ist das mal bei Paris zu mir zeigen, vielleicht? Nein, leider nicht. Also ich habe es noch nicht versucht bei ihm in der Region. Aber wenn, dann könntest du nicht. Ganz kurz, ganz wichtig. Schau mal nach Brest. Als Zeichen unserer Verbundenheit. Baue ich jetzt auf deinem Staatsgelände direkt vor den Toren von Brest ein Handelsgebäude, eine Fitoria. Habe ich direkt vor Brest gebaut und ist ein Zeichen unserer unverbrüchlichen Freundschaft und meiner Treue zu dir. Ich bin begeistert. Danke. Das klang auch so spontan und ehrlich von dir. Ja, also das sieht schübsch aus. Gefällt mir. Das ist ein Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserem Land. Ja, kann sein. Es kann sein, dass es einen kleinen ästhetischen Wust für den Land bringt. Die Musik geht ja jetzt aber mal richtig, richtig los hier. Das sind alles Stücke, die bei uns komponiert wurden. Super, schön. Oh, kulturell dominant bist du jetzt noch nicht. Wir haben meinen Bürgern auch gesagt, in jeder, wir haben ja viele französische Kneipen und Restaurants bei uns in Portugal, in jeder einzelne von morgens bis abends die französische Nationalhymne gespielt, die Boia Bess. Wie viele Museen hast du denn, lieber Maurice? Gar keine. Ich bin zählter. Was will ich mit solchem feinen, also weibischem Tant quasi? Also kannst du doch überhaupt nicht einschätzen, wer hier wie kulturell fortgeschritten ist. Naja, er lebt ja eine Allianz mit dem kulturellen Herzstück dieser Welt. Das stimmt. Rom und Griechenland. Ach so. Aha, okay. Ich dachte, Griechenland ist eigentlich seit Anbeginn der Zeiten in Kriege verwickelt. Ja, aber auch so kulturell. Man kann ja auch kultiviert kriegen. Kannst du den ganzen Schriftsteller nicht mehr reinpassen? So. Also ich muss ja jetzt mal als Großbritannien fragen, habe ich die Spezialfähigkeit, zufälligerweise in andere Museen einzubrechen, die dann zu mir zu tragen und zu sagen, das ist meins? Ähm, nur bei Kolonien. Okay. Das geht leider nicht in Europa. Das ist schade. Du kannst natürlich Nordfrankreich auch als seine Kolonie ansehen. Also für mich ist das so ein bisschen wie mein Vorhof. Der Vorhof von französisch Rangers. Was sagt Wally dazu? Er mag das. Okay. Er hat mir schon selber gesagt, ähm, Ranger, du als Lebensherr? Ja. Was? Als Lebensherr? Ja. Was jetzt? Das hast du jetzt vergessen? Das ist, seht mal. Die ganze Zeit muss ich mir solche Sachen anhören und dann das. Der Weltkongress. Der Weltkongress. So ein Spaß. Wahrscheinlich um wieder irgendwelche Machenschaften von den Engländern, ne? Von mir? Nee. Ich weiß, ich hab damit nix zu tun. Diplomatisch, da sind wir unbewandert. Da haben wir häufig genug bewiesen jetzt. Ich seh irgendwie nichts. Mal, äh, Chosen Player Loses to Diplomatic Victory Pants, äh, Pants, sag ich, Points. Äh, für Alphanet machen. Ja. Dass wir alle vier dafür ausgeben, dann ist das Fair Play. Also ich hab jetzt den Bug, dass ich hier nichts machen kann. Hm. Das kriegen wir hin. Es ist kein Bug, als Vasal kannst du das tatsächlich nehmen. Ich hab einiges. Ey, was geben wir auch so? Gegen den Spectator unten, die letzte Aktion. Ja, das ist so wieder... Was heißt denn davon, wenn wir beim ersten Glauben nehmen? Weil dann kann tatsächlich, äh, Ryden Boy nicht mehr seine, seine Sachen bauen. Ich hau da ordentlich rein. Das Problem ist halt, wenn... Nee, ist doch ein Mute gerade. Also ihr müsst euch nicht mehr schlecht fühlen. Okay, sehr gut. Das hat er leider schon gemacht, aber es ist eine gute Idee. Nicht mal schlecht fühlen. Oh mein Gott. Ja, aber wenn der Kongress verbuggt ist, dann kann man ihn einfach nicht, eigentlich nicht benutzen. Weil ich konnte jetzt nichts machen. Okay, wir haben einfach... Militärproduktion ist doppelt so teuer. Das ist natürlich hart. Das ist... Ach, da freu ich mich aber. Das wird das Spiel jetzt halt nochmal massiv verlangsamen. Shit. Das ist jetzt irgendwie... Wer hat denn dafür jetzt gestimmt? Und warum? Ja, ich denke mal, das war Ryden Boy, damit er mit seinen Glauben ordentlich durchziehen kann. Ja, das ist richtig. Aber es ist schon sehr peinlich, dass wir nicht für Glauben gestimmt haben in der Samtheit. Das stimmt. Warum ist Köln so befestigt? Ey, lass mir doch wenigstens Köln mal hier. Was ist denn da los? Immer noch hat Deutschland dran? Oh Gott. Ich schieße nur mal... Ich gucke mal, ob die neuen Pfeil auch funktionieren. Du hast doch noch Straßburg. Ich will hier Karneval feiern noch. Ich sehe schon, dass die Konfetti-Kanone gerade geladen wurde. Ja. So, Shad, ich baue jetzt relativ sinnlose Wunder. Sag mal, ey, wegen Momente. Ja. Bist du da? Hast du vielleicht Lust auf ein Schwätzchen? Können wir machen. Äh, Johnny, wie stehen wir denn jetzt hier? Äh, ja, also, du musst verstehen, dass das ja das erste Mal ist, dass wir zusammen spielen. Und ein Blutkrieg ist ein Blutkrieg, ne? Da gibt's nichts mehr. Das ist ja auch mein Ruf, der hier auf dem Spiel steht, ne? Nicht deiner. Alles gut. Aber ich mach mir wenig Sorgen, dass das erfolgreich ist. Wobei, hast du bei Stellaris Nexus auch einen Blutkrieg ausgerufen? Auch gegen mich, glaube ich, oder? Ries so sauer wie hier. Hier war ich schon richtig sauer. Aber bei Stellaris Nexus wurde ich auch nie hintergangen, war mein Eindruck. Ja, und wer war an deiner Seite, wo wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, an wen man glauben kann und wen nicht? Ja. Ja, das ist natürlich jetzt... So schnell hast du's vergessen. Aha. Ja. Also, vergessen ist nicht das richtige Wort. Ignoriert. Klassisch. Ignoriert. Fair enough. Kann ich mir leben. Dieser Hussakorb ist aber auch krass, ne? Ist meine Spezialinheit, ja. Ja, hab ich mir gedacht. Das ist kein normaler... Das ist bei Ungarn das Geile. Du hast erst Reiter und dann kommt ja eigentlich der Renner. Ja. Sehe ich das jetzt hier richtig? Wohin rennt der? Und der wird durch die Schwarze Armee abgelöst in Ungarn. Und die Schwarze Armee wird dann vom Husan abgelöst. Das heißt, ich hab zwei Special-Truppen hintereinander. Geil. Ja, das heißt so Renaissance und Moderne, sag ich mal, die Anfang der Moderne ist jetzt schon ganz nett. Ach, jetzt sehe ich erst mal, wie das hier in den Pyrenäen aussieht. Ist ja wirklich... Da hast du dich ja sehr gut platziert, Steinwallen. Naja, siehst du. Wirklich? Sehr, ähm, ja. Leider gab es kein Gebirge im Norden. Was soll das denn heißen? Also, wir haben doch hier... Kultureller Austausch hast du vorhin noch groß betitelt. Und jetzt auf einmal... Was ist denn dein Kulturbeitrag? Mein Kulturbeitrag ist, äh, wie ich vorhin schon sagte, die Kunst des Krieges. Die habe ich neu interpretiert. Und habe diese dann hier zum Besten gegeben. Ich habe eine Karte verfasst. Ja. Ah ja. Und ich habe gute Schiffe gebaut. Die sind ein bisschen alt, aber immerhin. Das ist so enorm, wie Radler einfach davon zieht. Das ist ja... Da muss man was tun, ne? Ich hatte dem, äh, so ne, ne Liste geschickt. Also, eine Übersichtskarte quasi. Wo ich Städte gründen würde. Wenn ich holen wäre. Ja, aber du hast ja nicht bis ins Late Game ne Karte geschickt, oder? Nö, aber die... Oder mitgegen. Die Position halt. Und gesagt, welche Wunder er bauen soll. Warum krieg ich das nicht hin, diese verdammten dunklen Zeit, Alter? Irgendwie. Ja, aber der macht das so überragend. Der macht das so überragend. Aber die Frage ist halt, ob man auf deine Karte hören sollte, wenn du als erstes hier so schnell schon, äh, rausgenommen wirst. Naja, ich weiß nicht so schnell. Ich glaube tatsächlich... Johnny, ich will dich gerade hier hervorheben, ne? Nee, aber das habe ich ja gar nicht verdient. Ich fand, wir haben das... Also, ich glaube nicht... Also, ich habe ja auch meine Karte, ne? Wir können ja am Ende mal abgleichen, wer hier überhaupt welchen Fluss ist, ne? Aber, äh, hättest du nicht den Siedler, am Anfang verloren an den Barbar, denn wäre Belgrad nie entstanden, ne? Also, Belgrad war quasi fünf Felder weiter unten geplant. Ich hab, ich hab mein... Also, mein Start war... Ich hab halt dreimal geübt, auch dreimal im Stream. Einfach mal die Starts so angespielt, dass ich halt diese ersten 20 Ruppen quasi so... Ja, das hab ich auch gemacht. Und dann hab ich... Okay, ja, läuft eigentlich ganz gut. Und dann starte ich heute. Und es läuft alles schief. Und ich bin so, ihr wollt mich echt auf den Arm nehmen, ne? Es ist das Worst-Case-Senario. Tritt ein, Siedler wird geklaut, Bauarbeiter wird geklaut, was auch immer. Krieger stirbt unglücklich. Alter! Wer hat den Siedler eigentlich geklaut? Barbarin. Aber den kann man sich auch zurückholen, ne? Ja, hab ich mir zurückholen, aber dann sind's halt fünf Runden oder sowas, wo die Stadt später steht, ne? Und das ist halt... Ich hätte auch richtig Hoffnung, dass ich ihn finde, ne? Weil ich war da schon überall so ein bisschen. Ja, der war knapp... Also, der war ein bisschen weiter... Da, wo die Stadt jetzt steht. Also, da, wo er... Also, er stand auf dem Ort, wo er die Stadt gründen sollte. Und der Krieger hatte so 20% Leben. Und dann haben die, die hat den Krieger besiegt und damit ihn geklaut. Und er ist halt da stehen geblieben. Oh mein Gott. Ey, wie sollt ihr? Ihr wollt mich verarschen. Eine Runde, komm. Also, Ecke, ich biete dir an, beim nächsten Mal mal ich dir ne Karte, wenn du willst. Mit den Wunden, die du bauen musst, wo du welche Stadt dann baust. Ich melde mich. Ja? Das ist super. Dann auch, wie du die Siedler zum Beispiel nicht verlierst. Hä? Ey, Boris, bist du da einfach über die Alpen geklettert? Hannibal. Nee, er hat sie kulturell genommen. Ah, okay, okay, okay. Schon gedacht, ey, was bist du mit Elefanten da rübergegangen? Dich denn da jetzt geheilt? Du Lümmel. Ja, also, das Level up ist sehr gut, Dick. Ja. Weil du mich abgeschossen hast. Du Schau. Das fand ich sehr gut. Aber ich mach dir tatsächlich gar keinen Schaden. Das riecht krass. Also, die Voranzeige ist quasi so, ich mach dir 10% Max. Also, ich würd da dann auch unentschieden sagen. Was ist denn jetzt los? Erstmal verabschieden. Das macht er. Der wirbelt herum, oder was? Ja, und dann brennt der, glaub ich, ein bisschen. Der was? Ja, aber das ist ja, solange du nur brennst, ist das ja nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wer jetzt hier insgesamt brennt. Da müssen wir jetzt mal gucken, gemeinsam. Bei mir brennt gar nichts. Naja, das geht halt nur um Wald. Ich meinte, wenn du das da auf dem Feld machst, ist der Effekt relativ zitten. Das war, da war ein Wald. Ja gut, der eine Wald brennt jetzt, ja. Das ist spektakulär. Ja, aber ich will ja eh. Jetzt werde ich hier noch, also, ich werde hier die ganze Zeit... Als wenn der jetzt noch ein Leben hat. Ja, das ist eine Maschine. Aber jetzt, dass es wieder schneller klickt, ne? Das ist immer schwierig. Warum genau hab ich gerade, ich hab gerade eine Stadt bekommen. Ja, du hast meinen... Kultureller Druck. Wie übers Gebürge hinweg. Ja. Wir wussten nicht mal in Rom, dass diese Stadt existiert. Das hab ich dir doch gesagt. Ich hab dich doch gerade gefragt, ob du da mit Elefanten rübergeritten bist. Ich war gerade mit Radler im Separee und dann ist plötzlich diese Stadt zu mir rübergeploppt. Cäsar, Antiportes. Vor dem Senat werde ich dies natürlich als eine von Cäsars weiteren brillanten Eroberungen verkaufen. Ja, ja, ja. 100 Prozent. Seht, seht wie quasi mit ganz wenig Truppen, man könnte sagen gar keine Truppen, hat die Stadt einfach schon vor Cäsars Ehrfurcht gebietende Präsenz kapituliert, ist die Wahrheit. Ich will nur sagen, dass sich Maurice jetzt hier auch angeschlossen hat in dem Kampf gegen Deutschland. Jetzt werde ich hier von vier Seiten unterjocht. Gegen Deutschland hat sich mir angeschlossen. Also nur so. Wenn das jetzt so ist, dann... Also jetzt als letzter auch noch quasi holt er sich hier noch die Überreste. Die sind zu mir geflüchtet, weil du ihnen keine Sicherheit mehr garantieren kannst. In die Umarmung Rom sind sie gekommen. Cäsar ist ja, also bin ich ja wirklich der bekannteste Feldherr der bekannten Welt und sie haben gedacht, der kann uns vielleicht schützen. Kann ich nicht, weil uns ein Gebirge trennt. Aber so ist das nämlich gelaufen. Ich habe da echt ein schönes Akkabeduk drin gebaut, Fischboss. Ne, Maurice hat es nicht gemacht, sondern Strategie-Ecker hat dir den Krieg erklärt. Ja, auch noch. Mir. Ich dachte, jetzt sind alle schon draufhauen. Warte, hast du ja wirklich. Heels ist disconnected. Maurice hat dir keinen Krieg erklärt. Ne, ich habe einfach nur die Stadt durch Diplomatie bekommen. Also durch kulturelle... Ja, ja, ich weiß nicht. Komplett unschuldig sitze ich hier. Ich will es trotzdem einfach nur gegen dich hebeln. Wollt mich jeder? Würde ich auch an deiner Stelle. Würde ich auch an deiner Stelle nutzen und eine kleine biologische Pause machen? Ja, finde ich auch gut. Muss mal neu joinen. Müssen wir alle neu joinen oder gibt es irgendwie... Wir probieren es erst mal so. Könnte ein Desynchron geben, dann müssen wir die Lobby neu aufmachen. Aber wir probieren es erst mal so. Jetzt wird man hier mit allen Mitteln hintergangen. Aber ich würde sagen, wir machen kurz eine kleine... Ja, finde ich eine gute Idee. Na gut. Ich glaube nicht, ob ich neu reinkomme. Ja, das ist ja ärgerlich, ne? Oh, nein. Na, Crash, das Spiel... Das Spiel... Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, also, laut meiner Anzeige bist du jetzt wieder drinnen, Nils? Hm, ja, bei mir steht Joining. Mhm. Ja, zumindest kam jetzt schon mal die Nachricht, dass du connected hast. Ja, Ping ist doch bei allen auf Null, aber das kommt fast schon. Obwohl, da. Ranger ist der Ping schon größer. Ich bin wieder da. Was ist groß? Wir gucken gerade wegen den Pings, weil Nils gerade reconnectet. Ich bin auch da. Also, bei mir steht gerade, Player is joining the game, Ping, 21 Millisekunden. Okay, dann haben wir nur bei Strategie, Ecke 0, bei Radler Auge und bei Johnny. Okay. Bei Ecke können wir gerade nicht gucken, die ist gerade nicht anwesend. Okay. Was ist los? Was ist das? Ich glaube, da. Müssen wir neu reingehen, oder was? Nee. Also, bisher glaube ich noch nicht. Okay. Nils joint gerade und ich habe von allen, kriege ich immer noch einen vernünftigen Ping. Tut sich aber nix gerade, ne? Bei mir, muss man dazu sagen. Nee, da passiert gerade gar nix. Oh, steht da. Oh, steht da. One Player. One or more player options are invalid. Ja, wir haben einen Player-Name in der Lobby. Ich kille mal einen neuen Joinen. Oder machen wir dadurch alles kaputt? Wenn wir jetzt im Joinen-Prozess neu starten. Ich mach's jetzt. Ja, mach's einfach mal. Nils wieder raus. Ja. Lens Hauptmenü. Sekunde, wir sind gerade noch beim Joinen. Nee, nee. Geht's jetzt einfach so. Jetzt kommt Nils wieder. Habt ihr das Spiel neu gestartet? Ähm, noch nicht. Ich mach den Nils, weil das kann... Weil die ist gecrashed, ja. Müsst ihr da neu starten. Immer noch einen Player-Name. Also, ich hab bei mir in der Anzeige nur alle Mitspieler, die drin sind, ohne diesen Player-Name. Können natürlich auch sein, dass wir jetzt irgendwie einen Desync haben. Ja, das ist der Einzige, der nicht funktioniert. Der Rest ist alles da. So, ich bin auch wieder da. Maurice hat er da, der fehlt. Ich bin da. Nee, ich mein jetzt, weil wir Nils in der Lobby. Sorry. Ach, da gibt's eine neue Lobby. Sorry, ich bin gerade erst wiedergekommen. Nee, hab ich nicht. Noch. Das ist ja blöd. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so lange lebt. Nee, hier steht ja auch, also da ist ein Spiel anscheinend fehlerhaft. Ja, dann machen wir eine neue Lobby auf, oder? Ja, Moment, da muss ich einmal speichern. Okay. Weil ich hab das jetzt auch zweimal gehabt, als ich vorher geübt hatte. Einmal auch mit Chiara. Und, äh, einmal mit nem Kollegen. Und, äh, beides Mal war so, dass wir auch direkt Desyncroße hatten dort. Oh, Mann. Ja, das Problem ist jetzt so wieder, den Ping zu finden, ne? Oh, Mann, bitte nicht. Aber das mit dem Ping war ja eigentlich, beim ersten Mal war kacke, und beim zweiten Mal ging's ja eigentlich immer, oder? Genau, wenn wir schon mal wieder nacheinander reingehen und direkt gucken. Ne, ich glaub, nacheinander hat's ja nicht. Ja, glaub ich auch nicht. Ich glaub, man muss einfach nur zweimal rejoinen. Die Lobby hat irgendwie, war einfach im Eimer beim ersten Mal. Können wir einen Call haben für Hauptmenü? Äh, ich glaub schon, ne? Ja, ne? Ja, dann geh ich jetzt auch ins Hauptmenü und mach das Spiel neu auf. Okay. Also, wir gehen alle ins Hauptmenü. Ja. Jawohl. Er hat gerade gespeichert. Ich kann nochmal sicher gehen, ob er auch wirklich gespeichert hat. Ähm, ja. Äh, was musst du jetzt machen? Lobby verlassen, oder? Äh, genau, zurück zum Hauptmenü. Achso, nur ne kurze Frage. Ich sollte jetzt wahrscheinlich schon nochmal mit reinjoinen, weil, also für mich, also bei mir geht jetzt nichts mehr. Ähm, muss ich nochmal mit reinjoinen? Ähm, wie ist das? Ist ne sehr interessante Frage. Ich join einfach nochmal mit rein und das ist kein Problem. Bevor irgendwas kaputt geht und dann das nicht funktioniert oder sowas. Ey, wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendjemand und schenkt dir alle deine Städte wieder. Ja, WB, schick mir deine Städte. Das wär schon anständig. Ja. Ich weiß, kann man mal machen, ne? Ja, also, alles andere wäre jetzt schon echt ein Arschloch-Move von dem. Wie viele Städte hast du denn noch? Zwei. Ja, anderthalb. Also Köln ist nicht mehr so. Ey, lass mal Köln jetzt in Ruhe. Wir, Köln, ich will, ich brauch Köln. Köln ist für mich wichtig. Was, Köln? Was, Köln? Ja, wenn ich nur eine Stadt hab? Wir können es uns doch zum Projekt machen. Der nimmt dann die letzte. Ne, der schickt bestimmt ein Meteor auf die letzte Stadt. Lobby ist offen. Ranger muss wieder einladen. Ja, ich geh grad rein. Da kannst du mal Afrika gehen, wenn du möchtest. Ich hab eine Stadt in Afrika, die würde ich dir einschenken. Es gibt Afrika? Es gibt Afrika. Ja. Sind ja fast alle drin. Ne, warte mal. Der wird mir einfach nur angezeigt. So, ich lad jetzt ein. Oder ihr könnt doch einfach über mich beitreten. Ja, ich joiner. Ich geh da rein. Geil. Mal gucken, wer hier Ping hat. Ping zum Host passt. Ich würde den Player-Name da. Was ist denn da los? Glaube. Ja, ich muss wieder, ich muss einmal wieder rejoinen. Ich hab wieder einen 1-0-Ping. Aber ich glaube, das ist jedes Mal so. Ich hab zu allen Ping bis auf zu Ecke. Echt schon wieder? Hier, Nils, guck mal hier. Der Invalid-Option-Player-Name. Also ich hab bisher, ich hab auch zu Nils Ping. Ich hab zu allen Ping bis jetzt. Ey, wir haben hier einen so'n, ähm... Bei mir ein Player-Name drin. Bei Ranger steht, dass Mods fehlen. Bei mir steht gar nix. Bei mir steht Maurice wäre nicht verbunden. Ich komm gerade nicht. Nee, Maurice ist noch nicht verbunden. Der tritt grad bei. Achso, okay. Ja, bei mir steht auch einmal Player-Name. Und Johnny Spons auch live. Ah, ich hab geschwampt. Jetzt steht da Maurice. Naja, das war sein Platz einfach. Okay. Also bei mir ist alles in Ordnung. Bei mir auch. Ranger hat bei mir ein gelbes Zeichen. Nee, Maurice ist nicht verbunden, steht da. Ich hab gerade Connecting to Player. Achso, alles klar. Ich bin gerade auf dem Weg. Da, perfekt. Oh, jetzt sieht's gut aus. Alles gut. Überall cool. Muss man kurz die Pings durchschauen. Ich hab bei Steinwahl null. Null Ping. Ich hab bei Ranger null. Ihr müsst selber einmal rejoinen. Beim ersten Mal funktioniert's irgendwie nie. Okay. Dann. Bei mir ist Nils Wasser. Also ich soll rejoiner, ne? Hab ich richtig richtig. Ja, 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 genau. Wenn ihr irgendwo ne Nuller-Pink habt, müsst ihr einmal rejoinen. Also bei mir ging's dann jedes Mal beim zweiten Mal. Oh, ich hab gerade Network-Connection verloren zum Host. Das war bei mir so. Sieht bislang gut aus. Nee, Junge. Auch wieder auf dem Weg. Ranger, hast du überall Ping? Ich hab überall Ping, ja. Ranger, magst du ja wieder den roten Teppich ausrollen? Sonst könnte ich's auch anders machen. Oh, nice. Ich bin Julius Caesar jetzt bei mir. Ja. Ich bin, wow, ich bin Deutschland. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Ja, der ist nicht so ein Fan von dieser Entwicklung. Ey, da kann man jetzt auch nichts machen. Das ist kulturelle Aneignung. Das ist natürlich echt. Das ist so ein Pech, aber auch, ich hab null Ping zu irgendwem. Ich geh auch raus. Wir können tauschen, tatsächlich. Ach so, ah, sorry. Ich hab jetzt mal den Caesar geholt. Ja, ja, sehr gut. Ich geh wieder rein. Was ist das denn? Ja, viel Spaß. So kann man das Spiel auch drehen, ja. Das sind zwei Städte in China. Ja, 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 genau. Okay. Oh Mann, ey. Ey, ich muss sagen, auf diesem kleinen Thumbnail von Julius Caesar Morista seh ich dich auch so ein bisschen. Das stimmt schon, ja. Das stimmt krass, ja. Ich fand, bei der Auslosung, da hab ich auch nochmal reingeschaut, das schien mir sehr gezinkt da. Sehr gezinkt? Ja. Johnny, wie würde dir so ein Bart wie Pericles stehen? Was glaubst du? Also, ehrlicherweise, alles, was das Kind verdeckt, ist positiv. Aber da gibt's schon Grenzen, ne? Passen bei euch allen die Pinks? Schau mal schnell. Ja, genau. Check den mal durch. Ja, alles gut, ja. Das geht gut aus. Das geht gut aus. Ja. Ranger, bist du noch bereit drücken? Ja, ich glaub, dann sind wir wieder ready. Ich muss last order hier, nee, last call. Jetzt geht's los hier. Ich seh aber auch Ranger mit so einer richtig schönen Frisur wie bei der Elisabeth, ne? Die hab ich tatsächlich. Äh, das verdeckt die. Du glättest dir immer nur die Haare, ne? Ich glätt mir die, genau. Und rasier mir ein Herz vorne rein. Das ist mein Geheimratsecken. Ja, was richtig blöd wäre, wäre, wenn das Spiel jetzt irgendwie so 30 Minuten zurückgesetzt wäre oder sowas. Und alles vorher nicht passiert ist. Ja, dann können wir ja immer noch jetzt einfach einen Cut machen. Ja, dann hab ich gewonnen. Dann hab ich gewonnen. Ja, ja. Das wär voll doof. So für mich als Deutschland, der irgendwie in den letzten 30 Minuten alles verloren hat. Du wünschst dir das jetzt gar nicht, ne? Nee, nee, nee. Das wär echt doof. Weil man ja sagen muss, jede Minute, die wir jetzt durch dieses Joinen und durch die Abbrüche quasi vergolden, spielen Ratla. Weil ich kann dich nicht verstehen, was? Jetzt bist du abgerissen in dem Moment. Aber das ist nicht gut, wenn beim Host auf einmal die Stimme abreißt. Bist du noch da, Alphanup? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ja. 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 Aber sieht alles gut aus, oder? Ich lad noch. Ich bin drin. Ich bin drin. Oh, da hatte sich kurz mein Headset abgeschaltet. Ah, okay, gut. Ich bin auch drin. Wie sieht's denn hier aus? Ach, guck mal, da ist genau da, wo ich ... Was? Nix. Da ist genau da, wo ich Köln gerade bombardiert hab. Das hört sich martialisch an, als es ist. Ich hab nur da drauf geschossen. Das hört sich martialisch. Was meinst du mit nicht martialisch? Also wie kann ich das nicht martialisch ... Also es ist genauso martialisch, wie es sich anhört. Es ist doch ... Also das ist ja nur hier eine Befreiungsoperation, die ich da mache. Unfassbar. Guck dir mal an, wie schön Köln aussieht. Ja, aber wo ist der Kölner Dom? Der war da noch nicht fertig, stimmt. Der Computer hat mich hier komplett ... Ja, der macht dann immer Mist, wenn du rausfliegst. Der war gerade im Bau. Der hat hier richtig miese Moves gemacht. Was? Ich kann auch gar nichts mehr machen. Ja, der hat meine Pläne komplett ruiniert. Was hat der da noch alles schlecht gemacht? Der ist sogar ein Vergnügungspark in der Nähe von Köln. Ist das Phantasialand? In Brügel? Ja. Meine Truppen stehen gerade im Phantasialand. Danke, Sun. Hä? Du hast Phantasialand für meine Truppen gebaut. Das ist ja super. Ja, da steht eine dicke Kanone auf einmal drinne. Ja, das hängt vom Spiel, was ich erst heute zufällig gesehen habe. Entschuldigung, ich kann meine Einheiten nicht bewegen. Ja, wir warten alle auf Strategieecke, steht bei mir. Echt? Bei mir steht bei mir eure Runde, aber ich kann nichts machen. Ich sehe die Rankings gar nicht oben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Versucht mal alle weiter zu klicken, vielleicht eine Runde. Ja, einmal Shift-Enter. Wir können alle Shift-Enter machen. Kann ich nicht. Okay, das passt gut. Bei mir ist das natürlich gar nichts. Bei mir ist es. Scheiße. Oh, jetzt hat er gerade die Dinger geladen. Ja, ich glaube, er braucht einfach noch. Ja, ich denke auch. Jetzt bewegen sich Einheiten. Huch, meine Kanonen fahren aus der See in Richtung Paris. Das sieht so aus. Ja, genau. Oh, der Engländer schweißen Zufall. Gleich wirst du umzingelt. Oh nein, ich habe auch so den Steinmann den Krieg erklärt. Oh nein. Er hat ja eine Allianz. Das geht ja gar nicht. Aber ich könnte. Hä? Also, ey Steinmann, dass du mir auch so in den Rücken fällst, ist unfassbar. Wieso bin ich dir in den Rücken gefallen? Hallo? Weil du eine Allianz warst mit dem Engländer. Ja, es war einfach nur reine Notwehr. Weißt du, da standen zwölf Einheiten. Was sollte ich denn machen? Sonst wäre ich tot gewesen. Ja, eben. Aber ein Rückenfall ist doch... Ich habe doch nicht aktiv irgendwas gemacht. Böse Zungen behaupten, das hat der Engländer extra gemacht. Du hättest mir auch mal darauf hinweisen können. So, ey. Wie bitte? Ich habe eine Stunde lang hier, glaube ich, laut lamentiert und jede Minute die Einheiten aufgezählt. Ich wurde schon als Graf Zahn verspottet. Hast du nicht zugehört? Dass du auf einmal eine Allianz hast mit ihm und dass seine Einheiten sich jetzt gegen mich richten. Ja, das haben wir doch alles öffentlich ausgehandelt hier. Das war doch keine Hinterzug. Wir haben Allianz. Okay, wir machen eine Allianz. Da war Deutschland doch gerade Pullern. Ich hatte es doch angesagt. Ich bin auch da. Und dann habe ich sogar sofort gesagt, jetzt bewegen sich seine Einheiten nach Deutschland. Das war das Nächste, was ich gesagt habe. Das war im Wachstum. Wir hätten nicht verloren. Ich glaube, da hat Steinwein wirklich Knaller kalkuliert, muss ich sagen. Also, das war schon ein bisschen. Also, bei mir warte ich jetzt noch auf Ratl, dass du die Runde beendet hast. Ja, das stimmt, wenn wir auch an. Aber wenn ihr drüber geht, seht ihr, dass da noch drei weitere stehen. Jetzt steht Wachstum. Die sind auch noch da. Und Riding Bull. Ja, ich habe gerade entdeckt, dass man eine Runde ziehen kann. Was? Also, ein Shift-Enter ist auch ein guter Zug. Das ist so locker, flockig. Zack. Das stimmt. Jetzt geht es hier los. Jetzt die Synchro. Bitte warten. Bitte warten. Steinwein, das Ranger hat euch die Nötigung von Androhung von Gewalt dazu nötig, gegenüber anderem wiederum Täter zu werden. Was heißt Täter? Ich mache gar nichts. Was macht das mit dir? Mit Täter könnte man sagen. Ich bin noch nicht Täter. Ich habe kein einziger Soldat, französischer Soldat, hat hier seine Grenze verlassen, hat Deutschlands legitimen Grenzen verletzt. Ich bin noch kein Täter. Was heißt denn jetzt? Bist du jetzt Täter oder bist du feige? Ich bin einfach nur friedlich. Friedlich. Ach, das ist jetzt wirklich eine Ausrede, die hast du jetzt nicht notwendig. Kann ich hier gleich irgendwie Weltkongress hier wegen Köln oder sowas machen? Ja, machen Weltkongress. Was hat denn Köln jetzt damit zu tun? Köln ist unschuldig. Cologne möchte ich das jetzt ab jetzt nennen. Cologne. Wieso kann ich dein Holzpanzer eigentlich nicht bombardieren? Was ist das eigentlich? Was für ein Holzpanzer? Weil das einfach so ein blöder Seher ist. Nee, er meint den Seher, glaube ich. Achso, der mit den ganzen Kutten und dem brennenden Mönchen. Ja, warum kann ich ihn nicht auf den schießen? Das ist eine Glaubenseinheit. Da musst du drauflaufen, dann ist die weg. Oh, Hieronymus, Bosch. Warte, ich muss drauflaufen. Wieso gehst du denn jetzt weg? Weil ich das auch nicht wusste, bis Strategie, du hast gesagt, du hast... Oh, nein! Moment, nein. Das machen wir so nicht. Die wollen nicht kuscheln, die haben da so Probleme mit. Sind schüchtern. Ja, wie lange soll ich denn hier auf Köln draufschießen? Das ist ja auch eine Frechheit. Free Köln. Free Köln. Ich habe Cologne, bitte. Free Köln. Nein, noch ist es Cologne. Ich mach da jetzt ne... Let my people go. Schick da jetzt einen Trailer hin, der die neueste pliiert. Ich habe den Esel gehört. Wo haben denn die Esel her? Was ist das denn für ein Slinger jetzt hier? Hieronymus Bosch. Der Garten der Lüste. Garten der Lüste. Äh, Maurice, ich glaube, der Esel geht ziemlich mit allem wieder bei Ceyanien. Wenn du da Spaß haben willst. Wenn das alles wäre. Ah, Maurice hat die ganze Truppe hier stehen. Die ganze Front ist besetzt von Pekinieren, Musketieren, Bombarden. Das Problem ist tatsächlich, dass ich glaube ich, ich komme trotzdem durch deine Stadt nicht durch. Und leider kosten jetzt gerade Militäreinheiten doppelt so viel. Das ist ein bisschen frustrierend. Das finde ich, äh, schade. Das denn gemacht? Wer hat das denn zu verantworten? Ja, dass wir da nicht auf Glauben gedonnert haben. Ja, das könnte sein, dass ich vielleicht Punkte auf Produktion gesetzt habe. Aber... Sehr verständlich auch, natürlich. Ja. Ich gebe zu, der Weltkongress nervt mich einfach immer. Ich glaube, ich nutze den auch nicht so sehr, wie ich sollte, weil ich ihn einfach so... Eigentlich so eine lame Mechanik finde. Ich bin da auch kein Fan von. Tatsächlich ein Problem. Holt er seine Scheiße sehr hier wieder ran, ne? Nee, das ist nicht was, was du nicht siehst, ne? Jungs, aus den Wäldern! Und... Und klackt dabei. Steinwald, was muss ich dir geben, damit du mir Paris gibst? Ach, hör doch mal auf. Was sollst du denn? Ich hab doch nur jetzt ein Dieb und Nett diplomatisch gefragt, was ich dir dafür begeben kann. Was ist das denn? Du hast nicht ein kulturelles Werk in deinem Besitz. Du kannst mir nichts geben, was ich habe. Dann kann ich ja in Paris welche herstellen. Nee, es ist schon alles belegt. Das ist gerade mein Problem. Die Bibliotheken sind gefüllt. Radler, Zoon und Writing Bull. Ihr habt eure Runden noch offen. Ja. Vanille sogar auch. Nee. Ich muss hier auch noch aufhören, ich hab hier noch eine wichtige... Der Computer hat hier so ein paar Sachen verstellt. Das ist eine Frechheit. Ja, die ganze Produktion etc. Wird einfach gar nichts mehr. Was eigentlich mit... Was eigentlich mit Malle? Ist das schon wer? Kann ich da noch hin? Ja, aber nur einmal im Jahr. Kann ich da ins Exil oder so? Barbarossa. Warte mal. Warum ist denn Jerusalem so dermaßen weit weg? Ja, super fucking den Neuen. Ja, das ist... Leider ist das halt einer der wenigen Stadtstaaten. Wir hätten noch Valeta, also Malta, mit reinpacken können. Aber der Stadtstaat ist so dermaßen overpowered. Das wäre für Italien und Griechenland... Das ist das Problem nicht. Ich finde das jetzt eigentlich auch ein bisschen Diskriminierung, dass ihr solche Entscheidungen getroffen habt. Ich wollte nicht, wenn du gewinnst, Maurice, dass irgendjemand nachher sagt, das lag nur daran, dass du Valeta hast. Ah, okay. Das ist ja sehr ehrenwert. Aber er hat ja schon... Venedig. Das ist ja schon OP. Den hat er... Venedig hat er nicht. Hat er schon gegessen. Das ist schon... Keine Ahnung. Nach zehn Runden war der Venedig weg. Ja, aber... Heißt das nicht, dass er die hat? Ich glaube nicht. Aber ich habe die Stadtstaatboni nicht. Ich habe einfach nur in der Stadt. Ah, okay, okay. Was ich jetzt gerade nicht ganz verstehe, ist, ich sehe die Stadt von den Römern, Brigantium, und ich habe immer noch keinen Kontakt zu den Römern. Brigantium ist ja quasi übers Gebirge geflippt zu mir. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da ist noch keine Einheit von dir hier. Du siehst die auf der Karte. Du musst sie aber mit deinen Einheiten aus dem Fock auf vor nochmal aufdecken. Ja. Das ist ja seltsam. Vor allem, weil ich sehe, dass es nur nichts gehört. Das ist dir zu Ohren gekommen, diese Nachricht. Die Briechen denken sich gerade, was sind das denn für seltsame lila Menschen? Awe! Awe! Zalvete! Britanni! Köln, Köln, Köln! Wir müssen den Limes hier verhindern. Dieses Rumgeklicke ist so stupid, die das meint. Den weint nicht an. Ich bin dir die Brandpolizei. Du Sau. Also Köln ist aber auch wirklich, ist das hier ein... Aber ich kann mir auch ein bisschen glauben. Leave Köln alone! Kölala. Das muss so. Oh, jetzt habe ich Linieninfanterie. Sag mal, rieche ich hier irgendwie Wikinger an der Küste? Oder was ist das hier? Rieche ich Wikinger an der Küste? Das ist so ein besonderer Geboch irgendwie. Stick nach Trockenfisch. Gibt es nicht so oft hier im Inland. Was machen die denn da? Was willst du gerne wissen, ja? Ja, wollen wir uns drüber unterhalten oder nicht, ist eher die Frage. Ist das ein Gespräch wert oder nicht, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, ungerechtfertigter Zorn gießt sich hier über Nordeuropa aus und ich sehe mich als Protektor... So Leute, wie viele Runden endet denn diese Zeit, Alter? Von Husum? King of the North. Zwei Runden. Okay. Du musst dir einfach aufpassen, was passiert hier eigentlich? Weiß ich nicht, ob du so ein guter Protektor bist, wenn du die Frage, was passiert hier eigentlich, stellen wir. Ich frage jetzt auf welcher Seite der Mauer stehst du. Ja, welcher König des Nordens bist du? Das ist die gute Frage. The good king in the North. Ah, okay. Wenn das so ist, dann... Naja, meine Nachbarn, ich habe das schon gesehen, dass meine Nachbarn, mit denen ich jahrhundertelang einfach überhaupt gar keine Beziehung hatte, wo wir Grenze an Grenze lebten, aber wir haben uns in Ruhe gelassen und respektiert und jetzt sehe ich, dass sie von euch zerfleischt werden und ich weiß nicht, wo diese Aggression endet. Ich weiß nicht mal, wo sie begann. Sie endet wahrscheinlich bei Köln. Die begann bei mir, einmal in meinem Kopf und einmal mit meinen Tätigkeiten. In deinen Herzen. Oh ja, die trage ich auch im Herzen. BB, kannst du jetzt irgendwie mal deine Feuerwalze starten, so langsam? BB, unsere ganzen Verträge sind ausgelaufen. Oder, Eck, das ist kein Zufall. Oder einfach gerade sagen. Also Steinwallen, deine Stadt sieht so aus, als wenn sie gleich den Besitzer wechselt, ne? Die ist reif. Nee, das habe ich unter Kontrolle. Alles gut. Acht Runden noch? Ja, ist doch kein Problem. Das ist ja noch mehr als genug Zeit. Ja. Apropos Zeit. Ja, Radler macht Zeitspiel. Was? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist kaputt. Was soll ich machen? Ich muss da ja... Unlautere Mittel denn hier. Ach so, ja. Ich glaube, es wird so langsam Zeit, die 180 Sekunden noch einzusetzen. Aber BB hat sich auch extra gemutet. Er bereitet seinen Mega-Master-Angriff vor, oder was? Ja, weil du dich nicht gegen ihn gestellt hast, weil du die ganze Zeit auf mich eingeschossen warst und sagst, oh, der böse Ranger, mein Lebensherr, und dann, ne? Also, ich bin ja eher ein bisschen irritiert, dass Radler mit 100 Punkten Vorsprung absolut keinen Gegenwind von irgendwem bekommt. Ja. Na gut, also, ich fand's halt auch ein bisschen fragwürdig, bei der letzten Abstimmung die Militäreinheiten doppelt so teuer zu machen, wenn ich das größte Militär hab. Das war irgendwie so. Ja, ich, also, ich hab nicht der Unterhalt. Moment, ich 14 Punkte machen. Da haben halt Leute natürlich, die in der, die sich in der Defensive sind, verständlicherweise, einen guten Schachzug gemacht. Aber, wie jetzt hier, dass das Kollektiv den wir machen zu einen Plattplan weiterführt, statt hier mal gegen den Führenden vorzugehen, kann ich nicht gänzlich erklären, gebe ich zu. Boris, niemand weiß, deine Schlankzunge mehr zu schätzen als ich. Aber, wo sind die Hände? Wo sind die Füße, die marschieren? Wo sind die Hände, die das Schwert tragen? Man kann mit einer Zunge nicht vorangehen, dafür braucht man die Beine. Also, ich glaub, Boris hat länger gekämpft und mehr Jahrhundert als du. Ich hab Krieg geführt. Aber gegen wen? In meiner Grenze. Aber ich hab eine gemeinsame Sache mit dem Führenden gemacht, um hier auf irgendwen einzudreschen, der gar keine Gefahr ist. Ja, dann komm doch mal als Separé. Nee, Nils, ich glaub, ehrlich gesagt nicht, dass 40 Minuten Spielzeit, äh, ich hab dich noch nicht mal getroffen, ich glaub, Separé mit dir ist Zeitverschwendung. Du musst jetzt entscheiden, was du für richtig hältst. Äh, ich, 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 nehme hier nur moralische Urteile vor, von Sachen, die ich nicht sehe und nicht verstehe. Das find ich sehr gerechtfertigt. Ja, wie ich's immer mache. Ey, können wir noch ein bisschen schneller, ja, hier, komm, Radler und WB, hau mal Shift-Eder raus. Äh, ja, gleich, im Moment. WB, entziehst du dich der Kommunikation? Ich wollte mit dir unser Abkommen erneuern, aber du bist ja gar nicht zu sprechen. Wie meinst du? Meinst du, das mächtige Deutschland? Wolltest du mit Deutschland? Nee, WB. Also, wenn man mir Köln gibt, dann geh ich weiter. Dann darfst du Strasbourg haben. Du musst die Freundschaft wahrscheinlich erneuern. Ja, das hab ich schon gemacht, ja. Das hast du schon gemacht? Moment, Ranger, hast du gerade weitergegen gesagt? Aber in welcher Prichtung? Ähm, ja, ich hab doch hier 360 Grad, in die ich gehen kann. Ach so. Na, dann hoffe ich, dass deine schöne Rüstung ist. Jetzt hör doch mal auf, ey. Wollen wir uns in unseren schönen Kulturallianz, warum ist die eigentlich, hast du die beendet, oder was ist da los? Sagen, wenn die aufhört zu brennen. Köln wird niemals fallen, Köln ist hier zu stark. Ich bin jetzt gleich noch, auf die FC-Fangesänge gekommen. Nee, halt, Johnny, keine FC-Fangesänge. So ein Schild. Oh nein, ich hab's vergessen. Hier, Johnny, also jetzt mal ganz im Ernst, Köln brennt, wegen dir. Du bist schuld, dass du Köln nicht verteidigt hast. Köln brennt, die Deutschen fliehen. Wo hast du ganz viele Dinge, die ich nicht ganz nachvollziehen kann gerade, aber vielleicht möchte ich das auch gar nicht. Inwiefern ist, also bei mir brennt ja auch alles. Ich werde ja genauso unterjocht. Und mein ehemaliger Allianzpartner hat noch nicht ja gesagt. Köln! Was? Gibt es da, gibt es die Möglichkeit, bei einem Crack öffnet sich da was? Hier, bitte schön. Ich sag natürlich ja. Dankeschön. Ja, mir geht's nicht so gut. Warum nicht? Natürlich ja. Ich wurde ganz schön verprügelt. Und die Produktionsverteuerungen sind jetzt nicht ganz nach meinem Gemüt. Nee, die sind leider echt nicht geil. So, hier ist zu. Ja, was? Ich habe dir was geschickt. Ein Deal. Gibt es mir Köln wieder? Nee. Brüssel! Was? Du hast Brüssel zurückbekommen? Was? Dann halt nicht. man kann jetzt hier auch. Ich habe so viele Brücken gebaut und du hast wie ein, äh, wie ein, was soll das denn heißen? Da wird mir jetzt auch mal gelacht. Ähm, aber dann kriege ich dafür Sheffield, Torquay, Edinburgh, Fjord William, Limerick, Langastan, Seven. So eine Runde habe ich dieses doofen Zeit, Alter, dann ist alles wieder gut. Also, das ist mein neuer Deal. Kannst du dir überlegen, oder nicht? Wenn nicht, dann wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Der neue Deal. Oh, da entspannen sich hier nochmal. Sicher. So. Er fordert einfach alle britischen, alle britischen Städte. kannst du. Sonst geht es hier los, ey. Es hätte ja sein können, dass du dich nochmal aus Versehen sechsmal verklickst. Dass ich auch, ich see what you did, ne? Dass ich aus Versehen gehe war, ja klar. It has been known to happen. Jetzt hör doch auf, auf meine Städte hier zu schießen. Ich habe doch gar nichts mehr mit dir. Du bist hier in meinem Einzugsgebiet von Straßburg. ich gehe ja direkt wieder weg. Aber, also. Habt ihr jetzt Frieden? Nö. Nö. Aber wir haben jetzt, sagen wir mal, einen kalten Krieg. Wie kalt ist das? Sag mal, Ranger, hast du vielleicht noch eine Minute? Kurz davor die Atombombe. Gerade bin ich so ein bisschen verhindert. Gerade habe ich irgendwie Rücken, glaube ich. Verstehe. Gerade ist so, also, separat ist gerade Krieg. Ranger marschiert weiter. Also, Steinwallen, oder? Du solltest mich mittlerweile ein bisschen besser kennen. Ja, ich bewundere inzwischen das. Aber ich habe dich inzwischen verstanden und übersetze das für die andere. Die Gastgeber, wie lange spielen wir genau? Zwölf. Ja, so zwölf wäre schön, ne? Egal, es ist, zwölf ist Ende und die Runde nur noch zu Ende spielen, oder? Ich würde sagen, ja. Also, man muss irgendwo einen Punkt setzen, denke ich, ne? Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann muss jetzt hier schnell gekickt werden. Oh, wann zündet er seine Geheimwaffe? Ich will mal sagen, hier, jetzt beginnt das Zeitspiel. Jetzt wird nämlich jede Runde voll ausgereizt. Jetzt hat WB kurz durchgerechnet, eine Runde dauert noch viel. Wenn ich mir anschaue, was da oben so steht, ja, dann habe ich Zeit gerade. Im Gegensatz zu den anderen Runden. Wo? Oh. Ich meine, du darfst halt nicht vergessen, ich habe jetzt heute mehr Civ-Erfahrung in dieser Runde geholt, als vorher gesamt gehabt. Ja, das ist schon krass. Dann schwierig zu klicken. Wahnsinn, ja. Tja, hat er sich empfohlen für weitere, ne? Jetzt gibt ihm doch einen Zuspruch, sagt ihm, er ist ein Kriegstreiber und er hat es nicht anders verdient, als jetzt unterzugehen. Hey, du auch. Ich bin gespannt. Ich habe kein, ich habe nur einmal Krieg geführt. Und das war gegen dich, weil du Brüssel erobert hast. Rache. Ja, weil du nicht vorher gesagt hast, erobern nicht Brüssel. Ja, ich wusste ja nicht, dass man das sagen muss. Deutschland, bitte erobern keine anderen Länder. Ich stand da tausend Jahre davor. Würdest du jederzeit mal sagen können, ey, wie wäre es? Aber du willst nicht automatisch deins tun. Nur weil du davor stehst, ist es nicht deins. Ja, aber nach tausend Jahren schon. Das ist wie so eine Wohnung besetzen. Habt ihr Friends gesehen? Weil für mich ist das 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 Equivalent zu We Were on a Break. Nur, dass wir es jetzt seit fünf Stunden ins Face King We Were on a Break, ja. Oh Mann, Brüssel. Die waren so glücklich da. Ja, und warum sprechen sie jetzt alle Englisch? Guck mal, ich hab dir einen Zirkus gebaut. Wusstet ihr eigentlich, man kann so ein Skiresort bauen und wenn man das, wenn man dann die Karte da drüber hofert und die Karte schüttelt, da ist das wie so eine Glaskugel, wo dann Schnee. Das passt gut. Welche Karte? Deine Kamerasicht, einfach schüttelst. Er fantasiert schon. Ach so. Dann rieselt Schnee überall. Wie die Kamerasicht schütteln. Ja genau, Kamerasicht. Du nimmst den du nimmst den Bildschirm oder was und schüttelst den. Ich schüttel den Bildschirm. Komm aus der Bibel. Johnny hat dir die Götter erfolgreich. Also meine Seher sind die Seher der Welt. Das hilft nur leider niemand. Da hast du deine scheiß Mauer gebaut. Ey, BB, ich habe übrigens nur noch eine Stadt, nur so. Also falls es noch... Da hört ich leider nicht. Mann, BB, mach doch mal deine Ohren auf. Das macht der doch absichtlich. Find ich auch. So, ich schicke jetzt einen Trader nach England. Ich kriege den Seher in meiner Hauptstadt. Oder da oben muss es brennen. Jetzt werde ich von den Norwegern angegriffen. Was ist denn hier los? Das ist eine absolute Frechse. Das ist aber jetzt natürlich böse. Vollkommen überrascht. Das hat sich ja gar nicht gerechnet. Hör mal. so aus dem Nichts. Ja, Ich bin etwas enttäuscht. Ja, also, ich würde so etwas jemand anderem niemals antun aus dem Nichts einfach einen Krieg zu erklären und anzugreifen. Das sieht mir nicht ähnlich. Schlechte Menschen tun sowas, aber nicht du. Genau. Ey, England. Wollen wir mal. Ja? England. Ja? Du musst damit nichts zu tun haben. Ich muss... Das ist eine Sache zwischen Polen und Norwegen. Ja, absolut. Bin ich voll deiner Meinung. England hat damit nichts zu tun. Ja, hast du vollkommen recht. Ich weigere mich, meinen englischen Freunden leid, ein Haar zu krüppen. Ich möchte sie einladen, unsere Freundschaftsverkündigung vor der Welt zu verlesen. Freundschaftsverkündigung. Oh, Harald Hadrada hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und hat anscheinend Lust mit den Briten zusammen. Das wäre natürlich... Denn, man muss ganz klar sagen, derzeit führt das polnische Reich... Das Unrecht. Das Unrecht auf der polnischen Fahne flattert durch Europa. Hä? Was hat denn jetzt die Fahne damit zu tun? Das ist doch voll schön. Das ist aber das unnötigste... Meine englischen Waffen, Brüder. So stehen wir schon Seite an Seite im Felde und riechen den stinkenden Feind von Osten. Lasst uns unsere Hufen vereinigen und gern Osten preschen, um diese pinke Gefahr aus Europa zu vertreiben. Seid ihr mit mir? Ich sag's mal so, ne? Redet Nils noch mit mir? Ja! Ich kann mit allem mitgehen, aber Gestank sich vorwerfen zu lassen vom Norweger, das ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Es kommt jetzt auch reichlich spät. Tja, wer zu spät kommt, der kommt zu spät. Ey, Maurice, wenn du mir da nochmal helfen könntest, wäre ich dir sehr verbunden, ne? Das ist hier schon eine schwierige Ausgangslage. Aber du kannst auch durchziehen meinen Segen hast, das sind ja nur noch 20 Minuten. Aber ich glaube, mit Durchziehen ist nicht viel. Denk ich, ist es noch ein Angriff. Manchmal wird auf einmal meine Runde zurückgesetzt, obwohl ich es schon beendet habe. Beides schwierig, gebe ich zu. Sowohl das Durchziehen... Ich werde jetzt einfach mal nochmal gucken, was geht, glaube ich. Mal schauen. Norwegen hat schon coole Kanonen irgendwie. Ja, ja. Schau doch mal, was mit den coolen Kanonen gleich passiert hier. Ich muss Norwegen mal entdecken, ey. Du bist da angelandet. Ich würde gerne noch Polen entdecken, aber das ist schwierig. Nein, nein. Das ist nicht so ein schöner Ort. Aktuell. Polen ist nicht so schön. Sehr besetzt von stinkenden Norwegern und anderen suspekten Besuchern. Ja, ich würde meinen Zuschauern gerne ermöglichen, dass sie den Punktestand im Auge halten. Gerade deiner fehlt, ist ein bisschen tragisch. Nun, aber da gab es doch jetzt, das hat auch Mootsicht mir gezeigt, es gibt so eine Übersicht bei World Rankings oben rechts, da kannst du das dann Ah, da sehe ich den Punktestand. Ja, Punkte da. 66 Radlaufen. Ah, cool. Running Bull hat gut aufgeholt. Maurice und Running Bull teilen sich die zweite Platz gerade. Ja. Von Ranger an Steinwein vorbei. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird eher so ausgehen, dass ich jetzt noch so runterrutsche und dann wird entweder WB oder Mootsicht das Ding. Du kannst nicht mehr in einer halben Stunde so runterrutschen. Also ich glaube, das ist, nee, nicht, wenn die Runden auch so. Also du kannst nur runterrutschen durch Städteverlust. Jetzt weiß ich nicht, wie bei euch die Lage ist. Ja, wenn mir jetzt, sag ich mal, Johnny und Maurice die Absolution erteilen und ich dann Kehrt mache, dann könnte da noch was gehen. Möchtest du denn diese Stadt haben, wo der du eh schon stehst? Ich glaube, du kommst da gar nicht mehr hin. Ehrlich. Also jede Runde hier dauert sechs Minuten, bis alle abgeklickt haben. Wir sind jetzt, glaube ich, alle committed auf den Weg, den wir gewählt haben. Jetzt müssen wir halt gucken, wie weit wir kommen. Das stimmt. Also ich hoffe, ich komme noch zwei Weitbrände weit. WB, ich habe nur noch eine Stadt. Rette mich. Ich denke drüber nach. Ich habe es dir eben versprochen, aber ich muss, ich brauche einen kleinen Moment drüber nachdenken. Wow. Tatsächlich ist es so, dass ich gerade schon mal die Baustelle geschickt habe, um eine Schneise zu schneiden, dass der Waldbrand nicht bis nach oben kommt. Weil ich habe mir gerade was überlegt, wie ich den Lämmtunnel noch auf den letzten Metern schaffen könnte. Endlich mal, die Brandschneisen. sag mir in dem Augenblick Bescheid, wo du unmittelbar vor dem Verlust der letzten Stadt bist. Und dann entscheide ich ganz schnell, wenn ich dir die Porte Bull gebe. Ja, ich glaube, ich werde in Ruhe gelassen mit Stasbock tatsächlich. Ja, da habe ich kein Interesse dran. Das ist schon Frankreich. Wow. Ja, ich verliere die Stadt sowieso. Hier ist gleich Rebellion in 15 Runden. Ah, okay, das schaffen wir nicht mehr. Jetzt hast du überall zuerst gekämpft. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ich fürchte halt, die Forschung ist noch nicht weit genug, dass ich ein bisschen geilere Belagerung habe, die ich gerade gebrauchen könnte. Äh. Kann ich irgendwie bei mir Focke War aufheben, damit ich was sehe? Nein, du musst es auch irgendwie spektieren, ey. England, was ist los? Warum stehst du nicht treu an meiner Seite? Äh, England, ich könnte dir vielleicht einen Kuchen backen. Was hältst du davon? Voll ein Schlagese-Kuchen. Schön, lecker, luftig. Ich verstehe es einfach nicht. Äh, ja, ich auch nicht. Deine Chance, nochmal was Gutes zu tun. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich finde es gut, auf jeden Fall. das wollte ich nur gesagt haben. Es hätte so schön sein können. England, da ist ja auch was los hier. Und Norwegen, Seite an Seite. Aber nein. so, so Schett, es wäre schön, wenn ich noch meine Weltwunder hier bekäme. Zwei sind in Reichweite. Kann ich hier noch ein Feuer starten mit diesen komischen Apokalypsen-Dingern? Also, Feuer starten kann man zu jeder Zeit. Lass dich da nicht von irgendwas anderen abhalten. Ah. Also hier brennt es quasi 24-7. Hier wird auch sonntags gearbeitet. Aber nicht in der Brandbekämpfung. Nein, nein, nein. Nein, nein. Dani. Dani. Ich kann, äh, kann ja Polen auch sowieso nicht den Krieg erklären, weil die mit mir, äh, auch Freunde sind. Ja, okay. Aber wenn das Papier jetzt zufälligerweise im Ofen verschwindet? Dann wäre vielleicht was möglich. Aber warum? Ja, einfach, weil Polen dich beleidigt hat, als du gerade nicht im Raum warst. Hm? Ach, echt? Ja, die haben richtig überlegt. Was haben die denn gesagt? Äh, Lügen. Naja, die haben gesagt, äh, dass du nur Mittel zum Zweck warst, um die restliche Welt zu unterjorden. Ich hab's auch gehört. Dass du Fisch und Chips frisst und stinkst wie ein Walross. Dass, äh, Elisabeth ist die Erste, ähm. Und, 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 und wann hat er mich jetzt beleidigt? Ungewaschen. Ja, da kommen wir gleich hin. Das war jetzt erst mal nur, ich wollte dir das ganze Gespräch wiedergeben. Ach so, okay. Ja, und dann hat er gesagt, haha, ähm, ich werde da früher oder später nach England einmarschieren und den Backingham Palace in eine Großraumtoilette verwandeln. Ich hab's genau gehört. Aber wenigstens Großraum, ne? Hätte er auch kleiner sein können. Weißt nicht, was man gegen eine Großraumtoilette einzuwenden hätte. Er heißt bei uns aber nicht Buckingham Palace, er heißt bei uns Caesar Palace. Buckingham Palace, ja. Also, deswegen ist ... Alles an dieser Runde ist schlimm. Aber man wollte es nicht kommen sehen. Das war so typisch, das war so ein richtiger typischer Ranger-Satz. Ey, was ist hier eigentlich los? Waiting for Ranger. Ich weiß es auch nicht. Ja, jetzt hab ich ausnahmsweise mal ... Jetzt hab ich ausnahmsweise selber mal meine Einheiten hier bewegen müssen. Erzähl doch mal deinem Verbündeten, was du da machst. Damit ich die Lieder schreiben kann und so. Die Lieder, ja. Also, ich mach hier gerade, ähm ... Picknick. Picknick, ja. Also, wir machen gerade Picknick an der Ruhe. Äh, am Rhein. Also, so eine Mischung. Jetzt hab ich jetzt aber nicht sehr heroisch. Um ehrlich zu sein. Ja, warst du schon mal an der Ruhe? Das ist super. Ruhig dann. Ruhig? Ja, ruhig nicht so, aber ... Das stinkt auch gar nicht mehr so wie früher. Wirklich. Klingt eher noch so nach Gelsenkirchen, der Barock oder so. Ja, super. Hm. Jetzt fängt er hier noch an zu dissen. Damals, damals wurde ich in Gelsenkirchen geboren und jetzt fängt er an, auf einmal hier auf meiner Heimat rumzutrampeln. Na, ich versuch doch nur, das Künstlerische irgendwie umzusetzen. Ja, das geht nicht mit Gelsenkirchen. Das ist unmöglich. Es geht alles. Das ist halt Kunst. Ja, stimmt. Da geht wirklich alles. BB hat jetzt übrigens tatsächlich punktemäßig, auf einmal, er hat's genau gesagt, er hat auf einmal 400 Militär, er hat's rausgepumpt. Ich hab's gesagt. Ja. Wollte es nur keiner glauben. Und jetzt setzt er es noch ein. Er hat immer noch 200.000. Ich hab's dir ja geglaubt. Ich hab dir nie widersprochen. Was Ziff angeht, trau ich dir viel zu. Ethisch-moralisch weniger, aber was Ziff angeht, wie? Ethisch-moralisch weniger. Ja. So Radler, wie sieht's aus? Äh, ja, also ich hab eigentlich schon so langsam Lust auf meinen Timeout, irgendwie. Oh mein Gott. 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 Kick vom Server. Ich glaube, er zieht hier die Zeit in die Länge. Absichtlich. Nee. Und ich habe auch noch gesagt, der Anfänger kriegt die auch noch. Ey, kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Wer hätte denn auch damit rechnen können, dass er hinterher der Erste ist? Ja, ich glaube, der Vorteil durch Chat-Beratung bei jemandem, der ja grundlegend extrem viel drauf hat in Strategie spielen und nur dieses noch umreißen muss, den haben wir vielleicht unterschätzt. Könnte sein. Äh, Radler ist nichts mehr spielst du mit verbundenen Augen, ne? Aber mit Chat, bitte. Oh, mit Chat. Beim nächsten Mal ist es so ein anderes Spiel spielen dann. Ja, dann ist es nicht vorbei. Ja, die Feuerwalze kommt schon wieder. Ja. Ranger, warum hast du eigentlich hier mitten zwischen Lyon und Portier Feuer gelegt? Was war das? Nochmal für so eine destruktive... Ich wollte nur gucken, ich wollte es mal in der Bibliotheken anzünden. Bücherverbrennung. Jetzt würde mich aber schon interessieren, ob er zaubern kann. Äh, Leute, ich glaube, ich bin jetzt raus, weil ich kann jetzt, ich sehe auch auf der Map gar nichts mehr. Ich kann halt nichts mehr machen und ich sitze jetzt einfach nur noch und warte. Deswegen, ich glaube, es ist ja nicht schlimm, wenn ich rausgehe, dann ist es nur noch KI, ne? Ja, dann ist es noch KI. kein Problem. Ne, also, ähm, weil ich, ja, wenn ich jetzt so was sehen würde, dann wäre es cool, aber so ist es halt einfach nur noch Waren. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du aufgeben kannst. Achso. Warum? Du kannst mir deine letzte Stadt geben durchaus, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Was lacht du? Ah, wem gebe ich die letzte Stadt? Ne, mach das jetzt nicht, weil das, das beeinflusst schon jetzt das Ranking. Achso, ja, stimmt. Ja, mach es nicht. Aber bei mir ist es egal, weil ich sowieso jetzt noch den Sieg hole. Ja. Kann ich dem Spectator die Stadt geben? Ne, mach es nicht. Komm, das ziehst du jetzt doch durch. Ja, aber dann gibt ihr doch, warte, dann machen wir das. Zehn Minuten noch rein, Theorie. Ne, aber wenn ich doch jetzt Schluss mache, dann ist doch einfach nur KI, oder? Ja, die Ritte schon, ja. Ja, das klingt doch sinnvoller, oder? Ja, also, wenn du das machen möchtest, alles gut. Aber dann würde ich sagen, dass die Stadt jetzt, wenn ihr sowieso nicht ihn mehr hättet angreifen wollen, dann greift jetzt auch bitte nicht KI an. So. Ich habe das Zeit, wenn es mal passt, nachdem du die Mauer repariert hast. Naja, was ich hier gebaut habe, ja. Du lässt dich jetzt von der Mauer aufhalten? Ja, ja. Ich mag keine Mauer. Ich finde das so atemberaubend, was ihr da für einen dauerhaften Krieg über den Arm da unten geführt habt, gefühlt die gesamte Zeit überhaupt hier da unten gekämpft. Ich habe mir das anders vorgestellt, Warum rebelliert denn jetzt hier diese Stadt? Ja, weil die haben, die will zurück in die Heimat. Ja. Zurück in die Heimat. Das ist ja schlimm. Komm zurück. Wo kommt das denn jetzt her? Wie habe ich sie genannt? Vor allem so krass. Wie, nee, kein Schwachsinn. Wie, wie war, ah, scheiße. Schwachsinn, komm zurück. Ja, aber das sieht echt so aus, als kämpfst du nicht mehr durch, ne? Nee, die Mauer ist, also ich hätte irgendwas mit haben müssen. verdammt, das ist natürlich jetzt ungünstig. Punktetechnisch auch, gebe ich zu. Hätte ich noch einen Gouverneur reinschicken sollen. Ich habe nicht gesehen, dass das schon so weit ist. Wait, welche Stadt hätt ich warnen können, aber da... Ja, es gibt ja keinen Sinn für dich, aber wie hast du das hingekriegt, dass die so krass... 16 und 15, ne? Also ich glaube, der generelle Druck, der ausgeübt wird von meinen Städten. Aber warum ist der so krass? Ich habe da doch selbst direkt welche, Johnny hat da welche. Ja, aber wir haben ja keine Allianz, oder? Hast du nicht... Doch, wir haben. Haben wir wieder. Aber ist es denn meine... Das ist glaube ich auch relevant, nicht relevant. Okay, nee, nee, okay, gut, dann ist halt die Stadt jetzt da und wir machen hier derweil weiter. Also die fällt ja nicht direkt an mir, sondern die ist ja erst neutral. So Chat, wir haben jetzt noch einfach die Klingerpunkte durch Sponsor-Theater. Und dann können die nach ein paar Runden, wenn dann der Druck weiter aufrechterhalten wird, dann können die da noch ganz ein bisschen wegziehen. Okay, das heißt, ich muss halt davor deinen Druck wieder so weghauen. Das wird es gewesen sein. Oder die Stadt wieder einnehmen. ja, okay. Also ich habe gesehen, dass da was passiert, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, war gefühlt so, ach, in zehn Runden ist das und jetzt ist es nächste Runde. Ich dachte so, ah, Future Marie's Problem. Ich habe das auch gesehen, es gab so 19 Runden, ich habe gesagt so, okay, interessant, ja, vielleicht, wenn meine Städte weiter wachsen würden. Genau. Und dann habe ich früher mal geguckt, drei Runden. Oh. Ja, ja, ich bin auch gerade etwas überrascht, dass das hier passiert. Da war auch eine Bombarde, die in einer Runde fertig war, die jetzt einfach gar nicht mehr produziert wird. Also ich bin irgendwie... Oh ja, das auch mit sinkender Loyalität sinkt auch die Produktivität. Aber das produziert auch die Produktion nicht so krass, oder? Ja doch, bei mir war es auch krass. Also ich hatte das, bei Baycard war ja einmal kurz vorm Kippen und da wollte ich ein Monument bauen und dann meinte ich, jo, in 48 Runden ist das gar kein Ding. Ich hatte so, okay, Bruder. Okay. Dann halt nicht. Ja. Schienen. Ja. Schwierig. Gerade. Ach, habe ich jetzt ernsthaft... Oh, ich bin so... Oh, meine Gedanken sind schön. Oh, ich brauche kein Gold mehr, machen wir eine Botschaft. Oh, warte mal, warum fehlen mir 25 Gold? No one knows. Egal, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier noch... Warum hat WB jetzt noch so eine riesen Armee aufgebaut? Also, so eine größere Armee aufgebaut? Aus Glauben kann er die pumpen, oder? Aber warum? Wofür? Wofür? Das ist eine Karte. Wofür Punkte? Warum hast du das gemacht, WB? Was? Warum hast du nochmal so eine Armee aufgebaut? Wofür? Wofür, WB? Erzähl ich euch am Ende. Ich kann es auch jetzt sagen. Ich hatte irgendwie denn die Hoffnung noch irgendwie ganz am Ende Steinballen zu verraten, in den Rücken zu fallen. Unsere himmlische Freundschaft durch ein Akt des Verrates aufzukündigen und ihn dann doch noch anzugreifen, weil ich habe mir gedacht, eigentlich will ich lieber Maurice angreifen, weil er hat mehr Punkte als ich. Aber das klappt von der Runden, mit dem Rundentimer halt nicht. Und selbst der Angriff auf Steinballen, das wäre jetzt durchaus möglich gewesen von dem Geld und den Glaubenspunkten, die ich habe. Aber in ein paar... Die Idee kam in 40 Minuten so um 23.20 Uhr, glaube ich. Und es ist das klassische Problem. Wir haben alle zu spät mal wieder gecheckt, jetzt sollten wir eigentlich gerade woanders sein, aber sich zu bewegen würde ewig dauern. Das Problem hatte ich auch. Nils und ich sind am Zahn der Zeit. Am Zahn der Zeit. Genau, oder wo wir hin müssen. Das stimmt. Absolut richtig. Hey, es sind auch noch Diebe hier. Diebe im Olymp. Ich fasse es nicht. Es hat diese Stadt halt wirklich rebelliert. Das ist halt das Letzte. Ich fasse es nicht. Ekingen wird auch noch fallen hier. So, die Punkte werden mir, glaube ich, erst nächste Runde zugeschrieben. Wenn ich das Spielrecht hier nenne. Mal gucken, ob ich noch vor Johnny komme. Schwein. Dafür bezahlst du. Wer? Hab ich gemerkt. Ja, ich bin aber kurz raus, während er schon nach Ekingen übergesiedelt hat. Das wäre jetzt gut. Das ist, glaube ich, einfach nur Quatsch. Ich glaube, ich habe den Sanitäter gekillt, ne? Ja, ja. Den Sanitäter hast du auch mitgenommen. Das hat mich sehr gut angefühlt. Gegen die Genfer Konvention hier verstoßen. Bei mir ist mir jetzt noch die erste Flutkatastrophe mal passiert. Mit Freude und Absicht. Mit zwölf Runden würde die Stadt an mich gehen. Zagreb, die sich jetzt rebellieren ist. Ja, ja. Das ist schade. Das ist immer noch so den Einfluss. Das ist, glaube ich, nur tatsächlich der letzte Sargnagel, dass ich zumindest zweiter werde von den Punkten, aber ist auch egal, weil Radlers Punkt, also Radler hat, denke ich, das kriegen wir nicht mehr eingeholt. Ne. Völlig unmöglich. Ja. Ja, also ich bin der Einzige, der hier doch wirklich sich Mühe gibt, glaube ich. Er halt so gefühlt drei Stunden zu spät. Es gab Bestriehungen. Also ich glaube immer noch, der Friede mit Ecke, Maurice, der wäre es vielleicht doch gewesen. Weil ich muss sagen, das, was er da denn doch aufgefahren hatte, hat zumindest mich komplett weggebumst. Aber also ich hätte in der Zeit einfach sinnvoll hingekommen, wo wir Radler aufhalten können. Du marschierst durch und wir rennen über Rad darüber, alle drei. Ne, du hättest mich ja hintergehen müssen, glaube ich. Nein. Ich hätte jetzt sagen müssen, ja, dann nehme ich keine Schlichtung und dann fällst du Belgrad in den Rücken. Ne, also gut, vielleicht, aber ganz so schäbig ich bin halt nicht mal ich. Ja, es hätte unsere Freundschaft und alles Weitere auf Jahre geschädigt, ne? Ja. Aber ich glaube... Für einen Sieg? Maurice? Ne, für den zweiten Platz wahrscheinlich trotzdem, ne? Ja, ach. Ne, also ich meine, gut, vielleicht, das stimmt, wenn wir uns zu dritt, wenn wir zu dritt gegen Radler marschiert wären. Ich habe da Wege sogar, ne? Da sind Straßen hoch. Eine Autobahn nach Warschau. Ja, ich hätte Schlichtung gehabt, dann hätten wir da rüber marschieren können. Wir hatten auch relativ viel. Aber am Ende muss man ja auch sagen, das ist ja auch okay, so wie es ist. Also es wäre, glaube ich, echt trotzdem sogar schwierig geworden. Also die krasse Zahl an Punkten, die er hat, seine Städte werden ja wahrscheinlich gut verteidigt sein. Und wir hätten alle noch ein bisschen Belagerungszeugs aufbauen müssen. Ja. Die Städte hat ja zum Beispiel gar kein Belagerungszeugs. Genau, ja. Also Radler hat Schwerträger und Bogenschützen in Warschau stehen. Achso, echt? Radler, warum? Jetzt geht's hier los. Ja, ich move die halt einfach durch, ne? Weil ich hatte halt irgendwie, ich habe das auch gar nicht gecheckt, irgend so ein Wunder hat mir einfach so sechs Einheiten hingestellt. Und ich bin halt seit fünf Zügen dabei, die irgendwie in den Westen zu... Mit Geld kannst du die aufleveln, ne? Dann gehen die, wird aus dem Sperrträger Pekingier und aus dem Pekingier später die, wie heißen die denn? Pioniere? Ne, anders heißen die, ne? Ja, das ist eigentlich ein guter Tipp, ja, das mache ich jetzt, ne? Kosten ist aber eine Runde, ne? Also, dann könnt ihr sie nicht mehr move'n. Ja, und dauert halt auch Zeit jetzt natürlich, ne? Das muss man ja auch erstmal alles durchklicken. Ja, das ist natürlich doof. Und du hast kein Geld dafür. Wo hast du denn die Punkte eigentlich gesammelt? Womit eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Also, irgendwas geklickt und dann hinterher liebes. Also, er hat sehr große Städte. Warschau 17. Ja, okay. Kobrin 15. Man muss aber auch sagen, das ist schon ein ziemlicher Vorteil. Guck mal, ich hatte in Frankreich, ich musste halt Städte so setzen, dass sie sich überlappen. Ihr hattet da ja richtig viel Platz, ne? Ihr konntet euch so die Sahneschnittchen da aussuchen, ne? Absolut. Also, hätte ich diesen blöden Krieg noch gefeiert hier, dann hätte man vielleicht auch, also, ah Mann, ich ärgere mich so ein bisschen. Das war so ein bisschen unüberlegt. Ey, mach dir keinen Stress, ne? Ich meine, hat gar keinen Einfluss auf unser Game. Nein, nein. Hat auch Spaß gemacht. Ey, aber Chat hin oder her, ne? Das ist dein erstes Spiel. Das ist extrem beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Selbst, also mal ganz kurz, um das nochmal klarzustellen, selbst wenn man immer im Chat liest, das erstmal umzusetzen, und dann gibt es ja vermutlich auch mehrere Leute, die was schreiben, dann musst du es erstmal rausfiltern, dann musst du erstmal checken, was wollen die jetzt von mir und so. Also, das ist schon echt beeindruckend. Das hast du wirklich gut gemacht und dann auch verdient, trotz Chat, mehr gibt es dem da gar nicht hinzuzufügen. Und dass ich die jetzt noch natürlich vernichte, tut mir leid. Danke dir. Ja. Ja, ich hätte gern diese Stadt hier noch, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich sie in sieben Minuten noch bekomme. Ja, ich glaube, zwei Runden brauchst du noch. Also, die jetzt kommende und dann noch eine. Ja, sind die letzten beiden Runden jetzt. Dann lassen wir uns mal hier die Runden ein bisschen schneller noch zum Abschluss. Wir alle mal, äh, Steuerung, Enter raus. Jetzt passiert eh nichts mehr viel. Oh, warte mal, ich bin schon wieder, ich wurde schon wieder resettet aus irgendeinem Grund. Dann wird man resettet, ja, ich hab das auch gemacht. Steuerung, Enter, du hast eh gewonnen. Da kommt keiner mehr dran an die Punkte. Na gut. Ich geh dann mal, Arbeit, Arbeit. Arbeit ist vorbracht. Jetzt sollen wir die Runde jetzt als letzte deklarieren. Ich hab's noch 502. Ich hab's noch. Ich hatte ein Feuerzeug fallen lassen. Ey, ich bin noch nie beim Krieg mit dir. In der letzten Runde endet übrigens unsere Freundschaft und dann kann ich dir auch den Krieg erklären. Da freue ich mich schon sehr drauf. Muss aber, glaube ich, noch trinkend aufs Klo vorher. Ja, ja, klar. Willst du noch die 180 Sekunden Timeout nehmen? Ja, wenn du mir auch den Krieg erklären willst, schau mal. Ich bekehr dich da noch mal ein bisschen in England. Als Zeichen unserer Verbundenheit. Jetzt steht's sogar neben meinem Hort der pongonesischen Religion. Ja, super. Oder? Jetzt hab ich da so einen kleinen Tempel gebaut. In der Main Street. Direkt neben deinem Regierungspalast steht jetzt ein etwas größeres Gebäude. Ja, da wohnt Sherlock Holmes drin. In dem dann die zahlreichen Pilger meiner Religion dort jetzt ihrer, ihrem Glauben frönen dürfen. Wie heißt denn deine Religion? Ja, die hat noch keinen Namen. Wir warten immer noch nicht so wichtig. Darauf, dass... Ja, na, während des Gebets und der Individuation wird der Name uns irgendwann mitgeteilt werden. Alle 100 Jahre ein Buchstabe, dass sie dann komplett ist. Das ist Teil des Glaubenssatzes. Religion würde ich deabonnieren. Ich hab dir Tradition zufolge immer noch einen Kolenkrieger, der tapfer in Norddeutschland rumrennt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich hab jetzt tatsächlich nochmal, bin jetzt hinter WB endgültig zurückgefallen, punktemäßig, indem sie diese Stadt rebellieren lassen. Das hab ich wirklich nicht mehr, nicht gecheckt, dass die auf einmal schon so weit vorne war in der Rebellion. Das war natürlich auch nicht das Schlaueste aller Zeiten, sag ich mal. Wo hast du eine Stadt verloren? Einfach eine an Loyalität. Naja, ich mein, wo? Ach, so. Hier Schwachsinn ist abgefallen. ehemals Schwachsinn. Ja. Ja gut, die seh ich leider nicht. Die wollen jetzt zurück nach Ungarn. Ich versteh das gar nicht. Komisch. Aber wenn du Ekingen eroberst, dann ist das Ding durch. Dann hast du genug Druck, glaube ich, dass die nicht ab... Würde ich auch vermuten, aber die Punkte, weißt du? Doch gern zumindest meinen zweiten Platz noch. Also eine Runde hast du noch. Ja. Komm, eine Runde ist die letzte. Das ist jetzt die letzte, ja. Wobei, vielleicht, vielleicht ist es sogar nicht. Komm, das ist jetzt hier wieder. Haben alle denn die Runde hier durch? Shift Enter. Schade, ich konnte meine eine Stadt nicht zurückerobern. Die Mauer hat mich echt aufgehalten. Wenn Johnny jetzt noch was baut, kann er sich noch vor mir schieben. Sehr knapp, ne? Ja, ja. Aber du hast doch relativ lange drüber angezogen, ne? Ich glaube, wenn du einfach draufgehauen hättest... Hätt ich hätte, ja. Also ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich mit dem Rechtsklick drüber und gesehen, dass es noch nicht so geil ist. Ich habe gedacht, ja, komm, wir belagern die schon mal, dass sie sich dann nicht regenerieren kann, die Stadt, wenn man die umstellt. Und da habe ich gedacht, komm, gebe ich mir noch eine Runde Zeit und das war halt genau die... Aber es war generell so das Typ, dass ich überhaupt die Mauern so spät gemacht habe. Ich habe da ja vorher, was weiß ich, alles Mögliche an Sinnlosigkeiten gebaut. Ja, aber gut verteidigt dann noch. Ja, linksklick auf Mauern habe ich erfolgreich ausgewählt. So Leute, nächste Runde, wie sieht es aus? Schieb mal hier durch jetzt. Jetzt würdest du weiter noch wissen hier. Stil auf Zeit. WB muss auch noch. Ja, komm. Scheiß drauf. WB ist gemutet. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Oh, ein 5-Punkte und ich kriege Maurice noch. Kriege ich die noch wieder in der Runde? Ah, wenn er die Schande oder nicht. Ja, die Stadt, die da rebelliert ist, hat mich jetzt echt Punkte gekostet. Das ist wirklich nervig. War ja gleich auf mit WB. Jetzt haben wir noch Staatsbock geholt. Jetzt kriege ich immerhin Eckingen gleich noch, hoffe ich. Mal schauen. Es ist auch eine größte Stadt, ne? Wien eigentlich, 16er. Es ist die Hauptstadt, genau. Nee, rechts daneben. Nicht die Ecke ist die Hauptstadt. Ach echt? Ja. Ach so, okay. Dann, egal. Aber Eckingen ist die Power. Also hätte ich die, mal ausbauen können irgendwann, wenn wir mal keinen Krieg geführt hätten, dann wäre das ein richtiges Powerhouse geworden. Ja, es ist nur die Zeit, dass ich den Krieg da begonnen habe. Oh, wait a minute. Der Fairness halber hat Ecke sich ja nicht ausgesucht, dass ich ihm dann in den Rücken falle noch. Wobei, man kann jemand im Rücken fallen, mit dem man nie verbündet war, ne? Also das, es war vielleicht auch, du hättest ja mal das diplomatische Gespräch mit mir suchen können, erst mal, wie ich denn geneigt bin, mich zu verhalten, wenn es zum Krieg kommt. Und vor allem, weil ich finde, die diplomatischen Winkelzüge sind ja schon sehr offensichtlich, ne? Können wir mal kurz quatschen? Ja, komm mal kurz, mal schnell. Hm. Ich glaube, da zerbricht gerade ein Bündnis. Letzte Runde. Let's go. Wie gesagt, Technology Points entscheiden am Ende, oder? Genau. Kampfkraft entscheidet, glaube ich, zum Schluss. 100 Power. Ja, aber Radler auch, ne? Ja, aber dann bin ich Zweiter, das ist mir dann egal. Was entscheidet am Ende? Nee, Moritz hat keine Power. Kulturspunkte gelten doch hier. Eine spontane Regeländerung. Das ist alles vergessen in ein paar hundert Jahren, aber die kulturellen Werke. Ich finde, wer am häufigsten das Wort Ehre gesagt hat, sollte gewinnen, im Laufe dieser Zeit. Diese Ehre ist aber ehrenhaft, die du jetzt hier noch erbar zeigst. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's ans Eingemachte. Die Mauer sind eh kaputt, die sind alles eingerissen hier. Oh, jetzt hat Moritz nochmal 13 Punkte irgendwo herbekommen. Ich geh nochmal auf 5 von der 21. Oder wo kamen die jetzt her? Ja. Haltet sie auf. Oh, nee. Und in dieser Runde, das wäre die letzte Runde der Freundschaft. Ich kann tatsächlich den Krieg nicht erklären. Ah. So, aber dann ist jetzt die Feier geblieben, oder? Bis zum Schluss, Rager. Bis zum Schluss waren wir Freunde, toll. Wir haben uns nie hintergangen und verraten. spielen wir die Runde noch vorbei? Nee. Entschuldigung, jetzt ist ja Mitternacht, oder? Ich glaube, wir hatten doch gerade bei der letzten Runde gesagt, das ist die letzte, oder? Ich glaube, ich schaffe es. Der letzten Wechsel ist ganz kurz vor Mitternacht erfolgt. Also ist das jetzt die letzte Runde. Wir haben immerhin hier noch diese Stadt eingenommen. Nach all der Zeit ist Ekingen endlich in die Umarmung des Römischen Reiches zurückgekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nee, vier Runden fällt das zurück. Oh, ich habe noch eine Stadt bekommen. Ja, Mann. Ja, bei mir gibt es jetzt sowieso... Ich mache hier. Ich bin durch. Ah, ja, ja. Schade, schade, ey. Ich bin durch mit der Runde. Wir haben noch... Ja, so, immerhin hier noch ein Erfolg wurde noch errungen. Aber der Sieger ist uneinholbar. Ja, so ist das. So ist es wohl. Wohl war. So ist es wohl. Ja, an der Stelle mich aber mich auf jeden Fall bei den, wirklich bei den Civ-Experten im Chat bedanken. Gerne, habt ihr gerne gehört. Und es war, war dann vielleicht doch sehr, sehr imber zwischendurch halt wirklich sehr, sehr starke Tipps auch. Aber so wäre ich ja sang- und klanglos untergegangen heute. Deswegen danke an Chat. Danke, dass ich auch die Chat-Erlaubnis hatte. Ja, das war wirklich Doping. Also die Tour de France mit einem gedopten Fahrrad zu machen, ist halt natürlich schon auch ein Risiko. Aber ja, will das runter. Will das runter. Ja, großen Aspekt. Gratulation. Absolut. Ja, WG. Schön, dass du auch spontan eingesprungen bist und dir das zugetraut hast. Also, dass du einfach sagst, und dann auch noch gewinnst. Und dann der Red gewinnt. Ich mach einfach mal bei einer PvP-Runde mit. Das ist unfassbar. Ich hätte es glaube ich nicht gemacht. Schon echt cool. Ich hätten, also, wenn wir gewusst hätten, dass er gewinnt, hätten wir noch nicht eingeladen. Also, so ist es jetzt. Natürlich. Das war der Plan. Ja. Wir dachten, wir können den schnell über den Rüber. was war denn jetzt die Ranger-Steinwallen-Geschichte die ganze Zeit? Was war die ehrliche Geschichte dahinter? Ja, ich glaube, da gibt es zwei Perspektiven. Da muss einmal Steinwallen vielleicht erst mal seine Perspektive sagen, die falsche. Und dann gibst du die richtige von mir. Naja, es gibt einfach nur die Sachlage. Und die Sachlage war, dass Ranger erstens da wirklich mit einer Runde Vorsprung, wir hatten beide die Siedler da stehen, auf unserem Kontinent die Stadt gegründet hat. Und dann halt sukzessive immer mehr Armee dort rübergebracht hat, bis er schließlich gefühlt eigentlich seine gesamte Armee dort stehen hatte. Wie gesagt, zwölf Einheiten und das war so. Und dann ist er immer reingelaufen in mein Gebiet, wir hatten ja offene Grenzen, wieder rausgelaufen, hat sich dort aufgereiht, so richtig Psychospielchen. Das ist einfach die Sachlage gewesen. Mein Plan war es, Steinwallen unter Druck zu setzen mit meiner Armee, dass er mit mir ein Verbündnis, ein Bündnis schließt und ich dann Richtung Deutschland vorrücken kann. Das hat geklappt. Das ist aufgegangen. Ja, okay. Aber ich hätte dich eh nicht angegriffen, weil ich gar nicht, ja. Das hat sich alles so ehrlich angehört. Aber ich habe doch lieber ein Militärbündnis im Hintergrund, weil wenn ich dann den Krieg erklärt hätte, dann hätte ich mich nicht angegriffen und dann auf einmal zack. Gut, war schon gut gemacht, muss ich sagen. Also wenn das wirklich der Plan war, ist er schon gradios aufgegangen. Wir dürfen die Chats wieder anmachen, glaube ich, ne? Ja, genau. Hallo Leute! Hallo Jim! Wie hat es euch gefallen? Wir lesen euch wieder. Erstmal ein ganz großes Lob an unseren Mod-Support hier, also, dass ihr so eingesprungen habt und dass ihr alles unterstützt habt, mit dem Ziehen hin und her, auch Alphanoop für die Kontrolle quasi über die Runde. Ja, und Nikola, auch du, dass du hier geblieben bist und supportet hast. Sehr, sehr cool. So, mir war es eine Ehre, für diese illustre Runde den Post zu machen und auch so ein bisschen die Leitung mit zu übernehmen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool von dir. Vielen Dank. Oh, danke. Oh, prima. Danke dir. Jederzeit gern. Absolut nice. Ja, und natürlich auch an alle Mods in den Chats, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen Auge drauf gehabt habt auf die Unterhaltung. Ein Auge. Ich hoffe mal, ich bin nicht entthront und abgesetzt durch meine Mods jetzt nach dieser Zeit, wo sie unaufsichtigt waren. Fangt den Pöbel wieder ein. Ich glaube nicht, dass die das machen. Nee, bestimmt nicht. Hat sich ja nicht. Nein. Nein. Ja, und an alle Teilnehmer nochmal. Ich kann hier mal kurz im Namen des Orga-Teams sprechen für Pascal und mich. Danke, danke für diese wunderschöne Runde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War viel mehr Action drin, als man vielleicht erst angenommen hat. Oder ich gehofft habe. Also, ja. Ich habe auch, glaube ich, einen kleinen Anteil daran. Man hat mir vielleicht meinen eigenen Plan vollkommen zerschossen damit. Aber du, es war cool. Passiert. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, großartig. Dass Johnny mir das nicht übel nimmt. Absolut gar nicht. Also, tatsächlich war ich richtig erleichtert, weil ich davor in einem Moment nicht zugeschlagen hatte, weil ich so meinte, boah, ich weiß nicht genau, wie aggressiv hier gespielt wird. Und dann erklärst du mir bei erster Gelegenheit den Krieg. I love it here. Und, ja. Die Folge war, Technologie bin ich, glaube ich, bei 76 oder so stehen geblieben. Aber ich habe viel Spaß im Krieg. Ja. Wir haben uns gut gebettet. Ja, war sehr nice. Also, Boris war auf jeden Fall ein netter Faktor. Und auch das zweite Mal in Folge, dass Boris mir in einer Multiplayer-Runde nicht in den Rücken gefallen ist. Oh. Fieber messend angesagt. Oh. Ja. Meine Ehrbarkeit. Meine Grenzen. Du bist über die Alpen und hast mir den Todesstoß gegeben. Du Schwein. Ja, also, wenn dein Volk dringend zu mir will, dann kann ich doch nichts dafür. Die wollen mittlerweile zu Frankreich. Ja, aber erst auch zu mir. Ja, gut. Also, aber auch, vielen Dank, dass ihr alle da teilgenommen habt. Egal, wie jetzt euer Skill-Level gewesen ist, wie eure Erfahrung dabei gewesen ist. Wir haben auch viel jetzt noch mal gelernt für die Orga, was man da noch machen kann, was man noch hinzufügen kann und ähnliches. Und es war lustig, auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auf so einer historischen Karte. Mega viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder, ne? Jetzt wäre alles passiert. Vielen Dank für die Einlage. Hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und gerne wieder. Jo. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier Multiplayer-Runden machen. Auch verschiedene Spiele. Also die Fog-of-War-Events werden dieses Jahr noch ein paar Mal kommen. Nicht zu viel, aber in regelmäßigen, guten Abständen. Wöchentlich nur, also von denen her. Ja, dann bis morgen, würde ich sagen. Ich glaube, ich spreche für jeden Chat, wenn ich sage, das war ein geiles Event, viele lustige Momente dabei und das war für jeden ein sehr unterhaltsames Event. Vielen Dank für das organisieren. Absolut. Du bist es. Also, das ist klar. Dann wünsche ich euch doch was, ne? Ja. Schönen Abend. Schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Tschau. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Wow. Das war schon eine sehr lustige Runde. Sie geht auch noch weiter im Hintergrund. Aber wir können auch ein bisschen drinbleiben und noch ein bisschen philosophieren über das, was hier passiert ist. Wenn das okay für euch ist. Mal abgesehen von diesen ganzen Spirenzien mit Ranger und sowas alles. Das ist ja irgendwie, ich glaube, das war in der Situation die beste Lösung, um das Problem zu beheben. War tatsächlich für mich eigentlich für die Gesamtstrategie das größte Problem, dass ich selbst nicht damit gerechnet habe, dass der Timer anders ist als der Pete-Smeet-Timer. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das vielleicht anders sein könnte. Wir sind also nur bis Runde 113 gekommen. Und ich wusste schon von der ganzen Anlage meiner Strategie, dadurch, dass es eine Kulturfraktion ist und ich auf Kultur spielen wollte, dass das Ganze erst, ich hatte es ja immer gesagt, mit der Renaissance erst richtig losgeht. Und bei dem Pete-Event, da wären wir jetzt wahrscheinlich, hätten wir noch so zwei Stunden vor uns gehabt oder so. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man da gewonnen hätte, weil ich glaube, als Kulturnation ist es super schwer zu gewinnen, gerade wenn du in der Mitte der Karte bist, weil du einfach ganz schnell überrollt werden kannst. Du musst dich halt irgendwie so durchsneaken, unauffällig bleiben, hoffen, dass keiner merkt, dass du Kulturpunkte, Tourismuspunkte irgendwie ansammelst und dann hast du vielleicht eine Chance. Aber es ist unmöglich, in dieser Spielphase überhaupt diese ganzen Tourismusgeschichten und sowas alles, das spielt sich alles erst im Late Game aus und insofern hätte ich gewusst, glaube ich, dass wir nur bis Runde 103 zu kommen werden, hätte ich das, glaube ich, ein bisschen anders angelegt, weil so funktioniert das nicht. Hinzu kam natürlich die unglückliche Sache, dass ich ich bin davon ausgegangen, dass das erste Zeitalter ein dunkles wird, das zweite ein normales, vielleicht sogar ein goldenes, dass das zweite Zeitalter jetzt dunkel geworden ist, war natürlich richtig doof, das hat die Probleme natürlich jetzt hier forciert, aber ihr seht jetzt, wo das normale Zeitalter ist, wie stark dann aber auch eigentlich die Fähigkeit ist, wenn wir auf Loyalität gehen, Genua würde jetzt überlaufen, Straßburg würde überlaufen, Brigantium würde überlaufen, BB hat hier krass gegengearbeitet, da würde nichts überlaufen und hier wahrscheinlich auch nicht, weil wir verbündet sind, das ging halt nicht anders. So, das wäre wahrscheinlich früher zum Tragen gekommen, wenn das dunkle Zeit eigentlich gewesen wäre, ja, okay, aber auch hier, das entfaltet sich jetzt erst so in den nächsten 50 Runden, und das ist halt ein bisschen schade. Hinzu kommt natürlich auch, dass diese großen Werke jetzt, ich habe ja immer noch auf eine thematische Sammlung gehofft, die skalieren halt krass hoch, wenn man jetzt ein Thema hat, dann hat man jetzt hier nicht vier Produktionen, sondern zwölf Produktionen oder so von Kultur und Gold und sowas, das ist schon sehr, 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 sehr mächtig, aber erst so im letzten Drittel des Spiels, so, naja, schwierig. Jo, also das, insofern würde ich sagen, im Grundsatz ist es eigentlich ganz gut gelaufen, jetzt mal jetzt ausgehend von meinem, von meinem Spielplan, natürlich alles immer ein bisschen anders, die Sache mit Ranger ist irgendwie noch so mit einem blauen Auge geendet, das war schon sehr, sehr lustig, ja, aber insgesamt hat es mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, klar, Freaktopian Exo, das ist das Problem an der Kulturnation, man spielt quasi vor sich hin sein eigenes Game und alles, was man in der Kultur macht, hilft einem eigentlich in den anderen Bereichen nicht weiter. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt auf, ich sag mal, auf Religion gehst, da gibt es sehr viele Schnittstellen zu anderen Spielmechaniken oder klar, Produktion, Forschung und so weiter, das hilft einem in allen anderen Bereichen, nur Kultur, gut, ich habe jetzt hier so ein paar nette Effekte, aber am Ende ist dieses Kultur-Game, nachher, um das wirklich zu gewinnen, ist ja ein reines Spiel um diese Tourismus-Dinge und da wird dann entscheidend sein, dass man die Modifikatoren da hat, dass man Wunder hat und dann spielt man quasi hier immer nur gegen eine Statistik, ja, ein bisschen schwierig. Und klar, da kann man einfach nur dann hoffen, eigentlich kann man, glaube ich, einen Kultursieg nur machen, wenn man geopolitisch relativ isoliert ist, also nur vielleicht ein, zwei Grenzen hat zu anderen und dann versucht, so unter dem Schirm zu laufen, mit denen gutes Verhältnis zu haben und so. Das ist, glaube ich, die Konstellation. Das ist auch ein bisschen der Kritikpunkt, den ich jetzt so ein bisschen an Civ VI allgemein im Multiplayer habe, dass am Ende die militärische Strategie immer die validere ist für Siegpunkte sowieso, weil du mit jeder Stadteroberung halt unfassbar viele Punkte bekommst, weil die Punkte hängen im hohen Maß von den Städten ab, über die Bewohner, über die Distrikte und alles mögliche, über die Wunder und so. Ja, na ja.